Das Ende dieses Reiches also kann man auf den Tag genau datieren. Aber wo liegen seine Anfänge? Es ist nicht ausgerufen worden wie das Bismarck-Reich am 18. Januar 1871 in Versailles. Es wurde nicht durch Beschluss einer verfassungsgebenden Versammlung konstituiert, wie die Bundesrepublik am 23. Mai 1949 in Bonn. Das alte Reich ist über Jahrhunderte gewachsen. Man kann den Anfang auf den Weihnachtstag des Jahres 800 legen, auf jenen Tag also, da Karl der Große von Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Oder in das Jahr 843, in dem Karls Enkel das Frankenreich durch den Vertrag von Verdun in drei Teilreiche aufspalteten, Westfranken, Ostfranken und Lothringen. Dadurch entstand zum ersten Mal ein eigenständiger Herrschaftsbereich auf dem Gebiet, das später als Deutschland bezeichnet werden sollte. Oder man nimmt das Jahr 911. Da wählten die Ostfranken mit Konrad I. einen Mann zum König, der zwar Franke, aber kein Mitglied der karolingischen Königsfamilie war, die bis dahin die Herrscher gestellt hatte. Man hätte sich einen Karolinger aus Westfranken holen können, aber das tat man nicht. Die lokale Zugehörigkeit war wichtiger geworden als die dynastische. Seit dem 19. Jahrhundert hat es sich eingebürgert, die deutsche Geschichte im Jahr 919 beginnen zu lassen, mit der Wahl Heinrichs I. Der war Herzog von Sachsen, also weder Karolinger noch Franke, sondern ein Angehöriger jenes Stammes, der erst wenig mehr als 100 Jahre davor von Karl dem Großen unterworfen, bekehrt sozusagen in den christlichen Kosmos hineingezwungen worden war. Natürlich hängt diese Datierung auch mit dem Führungsanspruch Preußens im Kampf um Wiederherstellung der deutschen Einheit zusammen. Die deutsche Geschichte sollte im Norden beginnen, auf später preußischem und protestantischem Gebiet, nicht etwa im katholischen Süden. Sachsen heißt, wenn vom Mittelalter die Rede ist, immer Niedersachsen oder vielmehr ganz Norddeutschland bis zur Elbe. Das Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen war zunächst noch von Slaven bewohnt, wurde erst später kolonisiert. Aber lassen wir's dabei, Heinrich I. war, so wenig wir über ihn wissen, keine unsympathische Gestalt. Er soll die Nachricht von seiner Wahl vor einer Scheune sitzend und mit Vogelfang beschäftigt erhalten haben. Ein Dichter der Biedermeierzeit stellte sich das so vor. Herr Heinrich sitzt am Vogelherd recht froh und wohlgemut, aus tausend Perlen blinkt und blitzt der Morgenröte Glut. In Wies und Feld, in Wald und Auen, oh, welch ein süßer Schall der Lärche sang, der Wachtelschlag, die süße Nachtigall. Herr Heinrich schaut so fröhlich drein, wie schön ist heut die Welt. Was gilt's? Heut gibt's nen guten Fang. Er schaut zum Himmelszelt. Er lauscht und streicht sich von der Stirn das blond gelockte Haar. Ei doch, was springt denn dort herauf für eine Reiterschar? Der Staub fällt auf, der Hufschlag dröhnt, es naht der Waffenklang. Das Gott! Die Herren verderben mir den ganzen Vogelfang. Ei nun, was gibt's? Es hält der Tross vorm Herzog plötzlich an. Herr Heinrich tritt hervor und spricht. Wen sucht ihr, Herren? Sagt an! Da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen. Unsern Herren! Hoch, liebe Kaiser Heinrich! Hoch, des Sachsenlandes Stern! Dies rufen knien sie vor ihm hin und huldigen ihm still und rufen, als er staunend fragt. Es ist deutschen Reiches Will! Da blickte Heinrich tief bewegt hinauf zum Himmelszelt. Du gabst mir einen guten Fang, Herr Gott! Wie dir's gefällt! Johann Nepomuk Vogel, der diese Ballade 1835 verfasste, war übrigens Wiener. Damals konnte man als Österreicher noch deutsch-patriotische Gedichte schreiben. In der Vertonung von Karl Löwe war dieses hier in bürgerlichen Kreisen sehr populär. Es entwirft ja auch wirklich ein schönes Bild. Man kann es sich gut von Piloti oder Kaulbach gemalt vorstellen. Nur wenn man den Text etwas genauer ins Auge fasst, erscheint einiges etwas anachronistisch. Da lassen die Herren zunächst einmal Heinrich als Kaiser hochleben. Aber Heinrich I. war nie Kaiser. Kaiser wurde man im Früh- und Hochmittelalter nicht durch Wahl. Gewählt wurde der König. Um Kaiser zu werden, musste er erst mit einem Heer nach Rom ziehen und vom Papst gekrönt werden. Das hat Heinrich I. nie getan. Er hatte, wie wir sehen werden, andere Sorgen. So dann teilen ihm die Herren mit, seine Wahl sei deutschen Reiches Will. Da hätte der Frischgekürte wohl ein recht erstauntes Gesicht gemacht. Wie bitte? Was für ein Reich? Das Deutsche Reich gab es ja noch gar nicht. Das bildete sich in der folgenden Zeit erst heraus. Und bis man es wirklich so nannte, verging mindestens ein Jahrhundert. Heinrich selbst nannte sich Rex Francorum Orientalium, König der Ostfranken. Zu seiner Zeit gab es noch nicht einmal den Begriff Deutsch, sondern nur die Namen der Stämme, die man erst später als deutsche Stämme bezeichnete. Franken, Schwaben, Bayern, Lothringer und Sachsen. Und von denen hatten ihn beileibe nicht alle zum König gewählt, sondern nur seine Sachsen und ein Teil der Franken. Die Bayern hatten sogar einen eigenen König namens Arnulf erkoren. Es ist nicht ganz klar, ob er seinerseits König über die erwähnten fünf Stämme oder nur über die Bayern sein sollte, wie in der Neuzeit die Ludwige und Maxe. Der wirkliche, der historische Heinrich I., eignet sich kaum zu romantischer und nur bedingt zu patriotischer Verherrlichung. Er war nach allem, was wir über ihn wissen, ein eher nüchterner, pragmatischer Mensch und Herrscher. Er stand einmal gewählt vor zwei großen Aufgaben. Das zu bewahren oder vielmehr erst einmal herzustellen, was man später pathetisch als Einheit des Reiches bezeichnete, und zum anderen, dieses sein Königreich gegen äußere Feinde zu verteidigen. Was die Einheit angeht, zentrifugale Tendenzen ziehen sich durch die gesamte Geschichte des alten Imperiums, und wir haben ja schon gesehen, dass es letzten Endes an ihnen zerbrach. Sie haben einen recht einleuchtenden Grund. Die Stammesherzogtümer auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands hatten sich aus den Völkerschaften der Wanderungszeit entwickelt. Um sie in den Griff zu bekommen, hatten die Könige schon seit der Merovinger Zeit, besonders aber seit Karl dem Großen, eigene Leute, also fränkische Adelige als Herzöge, als eine Art Gouverneure eingesetzt. Die konnte der König aber nicht bezahlen, denn es gab keinen Geldverkehr in unserem Sinne. Um sie für ihre Dienste zu entlohnen, musste er ihnen Landbesitz, mitsamt den darauf befindlichen Anlagen, Burgen, Meierhöfen, Dörfer und so weiter, und den dort ansässigen, dienstpflichtigen Bauern zu Lehen geben. Lehen heißt eigentlich Leihgabe, aber die Herzogswürde und mit ihr der Landbesitz der Herzöge war praktisch erblich. Das führte dazu, dass sich die Familien der Herzöge im Laufe der Zeit immer mehr mit dem lokalen Adel versippten und sich dann ihren Verwandten enger verbunden und verpflichtet fühlten als dem König. War dieser König, so wie die späten Karolinger, auch noch schwach und das Land von außen bedroht, so wie seit 900 vor allem durch die Ungarn, dann musste der lokale Herzog das tun, wozu der König nicht imstande war, nämlich, so gut es ging, die Abwehr organisieren. Das brachte einen erneuten Machtzuwachs. Und wir wissen ja, wer einmal ein Stück Macht in Händen hat, gibt es so leicht nicht wieder her. Jeder König musste sich erst einmal eine Machtbasis schaffen. Das gelang oft nicht. Konrad I. zum Beispiel war daran gescheitert. Und den hartnäckigsten Widerstand hatte ihm der Herzog von Sachsen geleistet, Heinrich, der, der jetzt König war. Wahrscheinlich war es das warnende Beispiel seines Vorgängers, das Heinrich bewog, sehr bedachtsam vorzugehen. Er zog zwar mit einem Heer nach Süddeutschland, aber dort trat er mitnichten als Rächer und strenger Verfechter der Einheit auf, sondern er verhandelte erst einmal. Und tatsächlich gelang es ihm, Schwaben und Bayern zur Anerkennung seines Königtums zu überreden und die Lothringer, die sich zwischenzeitlich dem Westfrankenreich angeschlossen hatten, in seine Gefolgschaft zurückzubringen. Was er für Zugeständnisse gemacht hat, wissen wir nicht. Es fällt auf, dass nur wenige Kirchenstiftungen von ihm beurkundet sind. Also kann man vermuten, dass er die Schutzherrschaft über die Kirche, die aus wirtschaftlichen und anderen Gründen sehr wichtig war, den lokalen Gewalten weitgehend überlassen hat. Solche Diplomatie nahm Zeit in Anspruch. Immerhin hatte Heinrich nach einigen Jahren den Rücken frei, um sich mit den äußeren Feinden seines Königreichs und besonders seines Herzogtums auseinanderzusetzen. Das waren zum einen die noch heidnischen, slawischen Stämme jenseits der Elbe, die allerdings keine wirkliche Gefahr darstellten. An der Stelle, wo heute die Stadt Brandenburg steht, ließ Heinrich den Hauptort und die Burg eines dieser Stämme erobern und zerstören. Schwieriger war es, der Ungarn Herr zu werden. Die waren Ende des 9. Jahrhunderts aus der Gegend zwischen Wolga und Ural kommend in die Donau-Tais-Ebene und das Karpatenbecken eingefallen. Ein Reitervolk, natürlich ebenfalls noch nicht christianisiert. Von ihrer neuen Heimat aus unternahmen sie Raubzüge in Gegenden, wo es etwas zu holen gab, also in Richtung Byzanz und Italien. Immer öfter auch nach Mitteleuropa und sogar bis nach Frankreich. Seit etwa 900 erschienen sie fast jährlich in Süddeutschland, vermehrt auch im Norden, plünderten, zündeten Häuser und Kirchen an, trieben das Vieh weg, raubten Frauen und Kinder, vernichteten Ernten. In zeitgenössischen Quellen werden sie auch als Hunnen bezeichnet. Nach Erscheinungsbild und Kampfesweise scheinen sie dieser legendären Gottesgeißel ähnlich gewesen zu sein. Eine Gegenwehr war schier unmöglich. Die Aufgebote der deutschen Stämme und auch des Königs bestanden überwiegend aus bewaffneten Adeligen und Bauern zu Fuß. Bis die zusammengerufen und ins Feld gestellt waren, waren die Ungarn auf ihren schnellen Pferden schon längst wieder verschwunden und plünderten an einem anderen Ort. Wie man sieht, sind wir hier noch nicht in der Ritterzeit, der Lieblingsepoche aller Romantiker. Auch da ging Heinrich ohne Hast und ohne zur Schau gestelltes Heldentum vor. 923 konnte er einen Führer der Ungarn gefangen nehmen und diesen glücklichen Zufall benützte er, um einen Waffenstillstand von neun Jahren auszuhandeln. Er fand sich sogar bereit, den Ungarn einen jährlichen Tribut zu zahlen. Die Atempause benützte er, um seinerseits eine bewaffnete Reiterei aufzustellen und in Feldzügen gegen aufständische Slaven zu trainieren. Als dann die ungarischen Gesandten wiederkamen, ließ er ihnen angeblich statt des erwarteten Goldes einen toten Hund vorwerfen. 933 kam es in Thüringen, am Flüsschen Unstruth, zu einer Schlacht. Es soll nicht sehr blutig hergegangen sein. Angeblich drehten die Ungarn um und ritten weg, als sie merkten, dass sie anderen Reitern gegenüberstanden. Vorsicht ist gegenüber solchen Anekdoten geboten. Die Hauptquelle, die wir zu Heinrich I. haben, die Chronik des Mönchs Widukind von Korvay, wurde 70 Jahre später geschrieben. Da mag man sich in der Zwischenzeit alles Mögliche erzählt und vorgeprallt haben. Drei Jahre nach diesem Sieg erlitt Heinrich einen Schlaganfall, starb und wurde in der Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg begraben. Lange vorher schon hatte er seine Nachfolge geregelt. Es zeugt von dem Machtzuwachs, den er errungen hatte, dass dieser designierte Nachfolger Heinrichs Sohn Otto von den Adeligen der fünf Stämme nun tatsächlich einstimmig gewählt wurde. Nachtrag In St. Servatius kann heute wieder Gottesdienst gefeiert werden. 1936, zum tausendsten Todestag des Reichsgründers, hatte Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Hitlers Hauptscherge, in dieser Kirche eine Weihestätte errichten lassen, an der seine SS-Rekruten eingeschworen werden sollten. Himmler nämlich hielt sich für eine Reinkarnation Heinrichs des Ersten. Vom Erhabenen zum Lächerlichen, hat Napoleon gesagt, ist nur ein Schritt. Und vom Lächerlichen zum Grauen Erregenden scheint es auch nicht weiter zu sein. Heinrichs Sohn Otto, Otto der Erste, oder wie man ihn später nannte, Otto der Große, wurde von den Adeligen der fünf Stämme einstimmig zum König gewählt. Die hatten sich in Aachen versammelt, dort, wo Karl der Große begraben lag und heute noch liegt. Und dort im Aachener Dom wurde er am 7. August 936, fast auf den Tag genau 870 Jahre vor dem Thronverzicht Franz II., in einer aufwändigen Zeremonie vom Erzbischof von Mainz zum marmornen Thron Karls geführt, auf dem er Platz nahm, mit den Königsinsignien, Schwertlanze, Reichsapfel und Zepter ausgestattet, gesalbt, gekrönt, den Versammelten als neuer König vorgestellt, die ihm durch Zuguf huldigten. Aber was bedeutet in der damaligen Zeit gewählt? Natürlich dürfen wir uns keine Wahl vorstellen, wie wir sie kennen, mit Wählerlisten, Wahlzetteln, damit hätten die meisten Wähler auch nichts anzufangen gewusst, weil sie nicht lesen und schreiben konnten, Wahlurnen und genaue Auszählung der Stimmen. Wahlberechtigt war damals im Prinzip noch jeder freie, waffenfähige Mann, in Wirklichkeit aber wohl doch nur ein Kreis von Adeligen. Eben die, die es sich leisten konnten, auf diesem Wahltag zu erscheinen. Eigentlich waren es auch nicht sie, die den König ausgewählt hatten. Der war ja von Gottes Gnaden, also von Gott gewählt, und seine irdischen Wähler zeigten nur, dass sie den Willen Gottes erkannt hatten, oder auch, dass Gott durch sie seinen Willen kundtat. Deshalb musste die Wahl einstimmig sein. Wenn, wie später einige Male, ein Gegenkönig gewählt wurde, so erfolgte diese Wahl an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt. Dass zwei Kandidaten gegeneinander antraten und die Mehrheit entschied, war ein dem Mittelalter unbekanntes Verfahren. Eine andere Bedingung für die Anwartschaft war, dass der Zuwählende aus der königlichen Familie stammte, oder zumindest eng mit ihr verwandt war. Man glaubte nämlich, dass dem königlichen Blut eine Heilswirkung inne wohne, dass der König Felder segnen, durch Handauflegen heilen und überhaupt Unheil vom Land abwehren könne. Insofern war die Wahl Konrads I. und die Heinrichs ein Bruch mit einer geheiligten Tradition gewesen. In der Folgezeit aber kam man auf diese Tradition wieder zurück. Um als adelig zu gelten, musste man Land besitzen, und zwar genug davon, um sich ein bewaffnetes Gefolge halten und es ausstatten zu können. Und natürlich musste man auch Leute haben, abhängige Bauern, die das Land bestellten und durch die Abgaben und Arbeiten, die sie leisteten, es dem Adeligen und seinem Gefolge ermöglichten, ein Leben ohne Erwerbsarbeit zu führen. Das Land war entweder Allot, ererbtes Eigentum des Adeligen, oder man hatte es zu Lehen genommen, vom König, von einem Herzog, Grafen, also einem höheren Adeligen, oder auch von einem Bischof, einem Kloster, manchmal auch von mehreren Lehensgebern gleichzeitig. Der Lehensnehmer war immer nur seinem direkten Lehensherren verpflichtet. Man spricht daher von einer Lehenspyramide. Brauchte der König zum Beispiel ein Heer, um gegen die Ungarn zu kämpfen, konnte er nicht einfach die Männer seines Reiches zu den Waffen rufen. Er musste sich zunächst an die großen Lehensträger wenden, vor allem an die Herzhüge. Die gaben das Aufgebot an die nächste Ebene weiter und die wieder an die nächste, bis es schließlich an der untersten angelangt war. Wie viele Bewaffnete zu Pferd und zu Fuß der einzelne Vasall, also der Lehensnehmer, zu stellen hatte, richtete sich nach der Größe seines Besitzes und war genau festgelegt. Andere Verpflichtungen des Lehensmannes waren etwa, bei Gerichtstagen oder am Hof des Lehensherren zu erscheinen, wenn er aufgefordert wurde. Die Verpflichtung des Lehensherren war es, für den Frieden seiner Untertanen zu sorgen, das heißt für Sicherheit vor äußeren und inneren Feinden, stören Frieden. Eine Aufgabe, die oft nur sehr mangelhaft erfüllt wurde. Grundsätzlich fiel ein Lehen mit dem Tod des Lehensmannes zurück an den Lehensherren und konnte neu vergeben werden. In der Praxis wurden die Lehen bis ins 13. Jahrhundert immer wieder zu vererbbarem Besitz, zunächst die großen Lehen, also vor allem die Herzogtümer, dann die kleineren und zuletzt die des niederen Adels, der Ritter, wie man sie dann schon nannte. Das schwächte natürlich die Macht der Lehensherren, vor allem die des obersten von ihnen. Das Lehenssystem war die organisatorische Grundstruktur, sozusagen das Skelett des Reiches. Und nicht nur des ostfränkisch-deutschen Reiches, sondern aller damals in Europa existierenden Staaten. Aber wir sollten gar nicht von Staaten reden, um nicht falsche Vorstellungen zu erwecken. Das Reich war kein Staat im heutigen Sinne. Wir sahen schon, dass es zwar Krieger hatte, aber eigentlich keine Armee. Es hatte auch keine Verwaltung, konnte sie gar nicht haben, weil außer den Geistlichen fast niemand lesen und schreiben konnte. Auch und vor allem die Adeligen nicht. Unter denen galt es geradezu als unmännlich, diese Kulturtechniken zu beherrschen. Heinrich I. erlernte sie nie. Seine Gatte nahm die Mühe erst als Witwe auf sich. Otto I. lernte erst nach zehn Regierungsjahren das Lesen, und zwar, wie der Mönch Widukin von Corvai anerkennend vermerkt, so gut, dass er ganze Bücher lesen konnte. Um unumgänglich notwendige, von Klerikern geschriebene Urkunden zu signieren, beschränkten sich die meisten Könige darauf, einen Strich in ein vom Schreiber vorgefertigtes Monogramm zu ziehen. Der König konnte also befehlen, Anordnungen treffen, aber durchsetzen konnte er sie nur dort, wo er persönlich anwesend war. Das Reich hatte im frühen und hohen Mittelalter nie eine Hauptstadt. Der König zog mit einem riesigen Hofstaat von Pfalz zu Pfalz. Das Wort stammt von Lateinisch Palatium. Es waren im Land verstreute Königspaläste. Man kann etliche von ihnen heute noch als Bauwerke oder Ruinen bewundern, etwa in Ingelheim, Goslar, Paderborn, Wimpfen, Triefels und Gelnhausen. Manchmal residierte man auch gastweise in Bischofssitzen. Der König hielt Gerichts- und Hoftage, regelte Belehnungen und Schenkungen und dergleichen und blieb so lange, bis die örtlichen Vorräte an Nahrungsmitteln aufgezehrt waren. Für die betroffenen Gegenden muss das eine rechte Plage gewesen sein. Auch die Rechtspflege erfolgte zum Großteil mündlich. Es gab zwar Gerichte und die Adeligen waren sogar verpflichtet, die niedere Gerichtsbarkeit auszuüben, aber es gab kein einheitliches Gesetz. Das älteste deutsche Rechtsbuch, Eike von Repkos Sachsenspiegel, entstand um 1230, was nichts über das Ausmaß sagt, in dem es dann auch angewandt wurde. Stattdessen wurde nach Gewohnheitsrecht geurteilt. Und auch das war nicht einheitlich geregelt. Es galt nicht ein Recht für alle, sondern jeder Landesteil und innerhalb der Landesteile jeder Stand, jede Kooperation hatte eigene Rechte, Privilegien, Verpflichtungen. Das Recht für Adelige galt nicht für Bauern, das für freie Bauern nicht für Hörige. Für Handwerker galt anderes Recht als für Kaufleute, für die wenigen Stadtbewohner anderes als auf dem flachen Land. Und Recht war immer das, was seit jeher gewesen war, das gute alte Recht. Da das aber nirgends festgelegt war, konnten auch Missbräuche und Willkür, wenn sie nur eine geraume Zeit lang von niemandem beanstandet wurden, zum guten alten Recht werden. In die Sprache unserer eigenen Zeit übersetzt, könnte man sagen, der Satz, das war schon immer so, das haben wir nie anders gemacht, da könnte ja jeder kommen, war oberste Rechtsmaxime. Die Möglichkeiten, ein Gerichtsurteil auch durchzusetzen, waren gering. Es gab keine Polizei. Der Ankläger konnte Zeta schreien und ein Schwert in alle vier Himmelsrichtungen schwingen. Der Richter konnte den Stab brechen. Das war das Symbol für ein Todesurteil. Wenn der Täter entkommen war, konnte man ihn allenfalls für vogelfrei erklären und hoffen, dass irgendwer dieses Urteil vollstrecken werde. Auf der anderen Seite existierte kein Gewaltmonopol. Das heißt, es war nicht so, dass niemand außer den Organen des Staates unmittelbaren Zwang ausüben darf, und dies nur nach gesetzlichen Regeln. Vielmehr glaubte sich jeder, zumindest jeder Adelige, berechtigt zu bewaffneter Selbsthilfe, wenn er sich in seinem Recht oder in einem seiner Rechte beeinträchtigt glaubte. Das nannte man Fede. Es war eine gesellschaftlich anerkannte Art und Weise, seine Interessen zu vertreten. Die Fede wurde formell durch Zustellung eines Fedebriefes erklärt oder indem der Herausforderer den Fedehandschuh hinwarf. Ziel der Fede war es, dem Gegner auf jede mögliche Weise zu schaden, also etwa dadurch, dass man die Dörfer der ihm untertänigen Bauern plünderte, anzündete, die Ernte vernichtete, das Vieh wegtrieb und so weiter. Auch Erbstreitigkeiten innerhalb von Familien wurden auf diese Weise ausgefochten. So herrschte im Land immer eine Vielzahl von Kleinkriegen. Und die, die sie führten, hatten kein Unrechtsbewusstsein. Sie kämpften ja für ihr gutes Recht. Wahrscheinlich hängt es mit dieser Vorstellung zusammen, dass alles so zugehen müsse, wie man es gewohnt war und dass man sich notfalls mit Waffengewalt gegen unbillige Neuerungen wehren dürfe. Jedenfalls war die Einmütigkeit, die bei der Wahl Ottos I. geherrscht hatte, nicht von langer Dauer. Bereits im Jahr darauf rührte sich Widerstand, weil Otto etliche wichtige Neubesetzungen, etwa die Befehlsgewalt in den östlichen Grenzmarken und die Neuvergabe des Herzogtums Bayern, nicht so vornahm, wie man es von ihm erwartete. Er zeigte auch nichts von der diplomatischen Kompromissbereitschaft seines Vaters, sondern setzte seinen Willen mit Waffengewalt durch, gegen diesen ersten und zwei spätere Aufstände. Es wäre ermüdend und eher verwirrend, hier über diese Kämpfe im Einzelnen zu berichten, mit der Vielzahl von Namen und Streitpunkten, die dabei auftauchen. Auffällig ist, dass sich an den Verschwörungen und Aufständen auch Mitglieder von Ottos engstem Familienkreis beteiligten, nämlich sein Bruder Heinrich, sein Schwiegersohn und sogar sein Sohn Liudolf. Der Aufstand des Sohnes gegen den Vater ist ein Hauptmotiv des im Mittelalter sehr beliebten Vers-Epos vom Herzog Ernst. Trotzdem versuchte Otto zunächst, die Macht dadurch in den Griff zu bekommen, dass er wichtige Positionen, vor allem erledigte Herzogtümer, an Männer aus seiner Verwandtschaft vergab. Das schlug allerdings fehl. Die so erhöhten Verfolgten wieder ihre eigenen Interessen, verbündeten sich mit lokalen Mächtigen oder anderen Unzufriedenen. So Bruder Heinrich, dem Otto seinen ersten Aufstand verziehen und den er zum Herzog von Lothringen gemacht hatte. Erst nachdem er zum zweiten Mal geschlagen, gefangen genommen und pardoniert worden war, hielt Heinrich Frieden und seinem Bruder und König die Treue. Otto versuchte also, die Macht auf anderem Weg zu sichern, indem er politische, militärische, auch wirtschaftliche Aufgaben immer mehr der Kirche, genauer gesagt einzelnen Bischöfen, übertrug. Das war deshalb sinnvoll, weil der König seit karolingischer Zeit das Investiturrecht hatte, das heißt das Recht, die Bischöfe einzusetzen. Er konnte also auf Männer seines Vertrauens zurückgreifen, und die waren ihrerseits an einem starken Königtum interessiert, um nicht unter die Fuchtel lokaler Mächtiger zu geraten. Kirchliche Ämter waren, anders als weltliche, nicht erblich. Der König konnte sie also jeweils neu an ihm genehme Anwärter vergeben. Seinen jüngsten Bruder Brun machte er zunächst zum Erzbischof von Köln und betraute ihn dann mit der Herzogsgewalt über Lothringen. Im Osten gründete er das Erzbistum Magdeburg, um auch dort die Kirche zu stärken. Die Geschichtsschreibung hat später von der Ottonischen Reichskirche und vom Reichskirchensystem gesprochen. Ob dieses System methodisch aufgebaut wurde oder aus einer gegebenen Situation erwuchs, brauchen wir nicht zu erörtern. Wir wollen nur festhalten, dass es zunächst sehr wirksam und der Königsmacht zuträglich war, später aber zu schweren Konflikten und Krisen führte. Heinrich I. hatte sich im Großen und Ganzen damit begnügt, die Oberherrschaft über die Herzöge zu gewinnen und äußere Feinde, vor allem die Ungarn, abzuwehren. Otto dagegen trieb bewusste Außen, man könnte auch sagen, Expansionspolitik. Zunächst traf er sich mit dem französischen, westfränkischen König Ludwig IV. und bewog diesen, seine Ansprüche auf Lothringen aufzugeben. Als Ludwig dann von einem inneren Nebenbuhler gefährdet wurde, kam Otto ihm zu Hilfe und gelangte mit seinem Heer bis vor die Tore von Paris, auf dem Montmartre, der damals noch außerhalb der Stadt lag. Wichtiger und folgenreicher waren andere Schauplätze. Im Osten wurden die Slaven zwischen Elbe und Oder von Magdeburg aus missioniert, in verschiedenen Feldzügen, die von ihm selbst oder von seinen Beauftragten, den Mark, den Grenzgrafen, geführt wurden, militärisch bekämpft und unterworfen. Diese Gebiete gingen allerdings später wieder verloren und bewahrten ihre Unabhängigkeit und ihre heidnische Religion für weitere 150 Jahre. Das Lehensverhältnis, in das Böhmen 950 zum Reich trat, sollte sich dagegen als dauerhafter erweisen. Was die Zeitgenossen am meisten beeindruckt und sich dem Gedächtnis der Menschen am tiefsten eingeprägt hat, war aber die Ungarnschlacht auf dem Lechfeld 955. Diese Reiter waren wahrscheinlich ermutigt durch Nachrichten über den Aufstand von Ottos Sohn Liudolf erneut eingefallen und belagerten die Stadt Augsburg, die sich unter Führung ihres Bischofs Ulrich zäh wehrte. St. Ulrich ist bis heute der Augsburger Stadtpatron. Otto kam mit einem Heer aus Kriegern aller Stämme und einem nicht unbedeutenden böhmischen Hilfskontingent zum Entsatz. Diesmal wurden die Ungarn so gründlich geschlagen, dass sie fortan nicht mehr wiederkamen. Sie wurden sesshaft, bekehrten sich eine Generation später zum Christentum und wuchsen in die europäische Völkerfamilie hinein. Die tiefgreifendsten Auswirkungen, die weitreichendsten Konsequenzen auf die deutsche Geschichte der folgenden Jahrhunderte bis zu dem am Anfang zitierten Schreiben Franz II. von 1806 und noch darüber hinaus hatte Ottos Italienpolitik. Seine Italienzüge, die ersten drei von den zahlreichen, fast ist man versucht zu sagen zahllosen, bewaffneten Expeditionen deutscher Könige und Kaiser bis hin zu Ludwig dem Bayern und Karl dem Vierten in das Land südlich der Alpen. Ob diese Konsequenzen, ob diese Fixierung auf Italien und Rom die Größe oder das Unglück der deutschen Geschichte im Mittelalter ausmachten, ist bis heute umstritten und letztlich wohl nicht zu entscheiden. Sein politisches Ziel hat keiner dieser Züge erreicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Otto I. griff damit bewusst karolingische Traditionen auf und bekannte sich zu Zielen, die weit über die seines Vaters und auch weit über die Sicherung eines möglichst stabilen Gemeinwesens für die ostfränkischen Stämme oder, wenn man den späteren Sprachgebrauch vorwegnehmen will, für die Deutschen hinausgingen. Um das zu verdeutlichen, müssen wir einen Augenblick innehalten und zurückschauen. Wir haben schon einmal den Vertrag von Verdun 843 erwähnt, durch den die Enkel Karls des Großen die Söhne des Kaisers Ludwig des Frommen das Reich unter sich aufteilten, wie das alte fränkische Sitte oder Unsitte war. Und zwar sollte Bruder Karl mit Beinamen der Karle den westlichen Teil bekommen, Ludwig, der Deutsche, aber so können ihn erst spätere Geschlechter bezeichnet haben, den östlichen Teil, eben das, was später Deutschland werden sollte, Lothar aber, der älteste Bruder, die Kaiserkrone und ein Reich, das zwischen den beiden anderen lag und nach ihm Lotharingien oder Lothringen genannt wurde. Dieses Lothringen ist nicht identisch mit der Landschaft in Frankreich, die sich heute so nennt, auch nicht mit dem Herzogtum, das zu Heinrichs und Ottos Zeit zwischen West- und Ostfranken umstritten war, und auch nicht mit jenem Territorium, das 800 Jahre später Franz I., der Gatte Maria Theresias, an den polnischen Schwiegervater Ludwigs des 15. und damit praktisch an Frankreich abtrat, im Tausch gegen die Toskana. Es war vielmehr ein langer, relativ schmaler Landstreifen, der sich von Friesland über die heutigen Niederlande, Flandern, Ostfrankreich, Burgund, über die Alpen in die Lombardei, das Königreich der Langobarden, das Friaul und Mittelitalien bis Spoleto und Benevent, südlich von Rom, erstreckte. Nur das Patrimonium Petri, der Kirchenstaat, blieb ausgespart, der gehörte dem Papst als weltliches Herrschaftsgebiet. Auch sollte Lothar als Kaiser eine Art Oberherrschaft über seine Brüder innehaben, woran sich diese aber natürlich nicht hielten. Uns erscheint es ganz offensichtlich, dass es unmöglich sein musste, so weit auseinanderliegende Gebiete mit so unterschiedlichen Bevölkerungen und so divergenten Wirtschaftsstrukturen auf die Dauer zusammenzuhalten und auf dieser Basis die Aufgabe des Kaisertums zu erfüllen, nämlich die Kirche, ihre Einheit und die Integrität des Papsttums zu sichern und zu schützen. Damals dachte man nicht so rational. Jedenfalls zerfiel Lothars Reich alsbald in eine Anzahl von Einzelteilen, unter anderem eben in das Herzogtum, das weiterhin den Namen Lothringen führte und das Langobardenreich, das sich jetzt Königreich Italien nannte. Die Kaiserwürde kam zeitweise an westfränkische Könige, dann wieder nach Italien, umstritten unter lokalen Adelsgeschlechtern und mangels realen Machthintergrunds praktisch bedeutungslos. Die Papstwahlen dagegen machte der römische Stadtadel unter sich aus. 951 erfuhr Otto I., dass die Witwe des bis dahin letzten italischen Königs, eine Dame namens Adelheit von Burgund, 20 Jahre alt, von einem lokalen Gewalthaber, Berengar von Ivrea entführt worden sei und in Garda in, wie es hieß, schmählicher Gefangenschaft gehalten werde. Nach einiger Zeit gelang ihr die Flucht und sie richtete einen Hilferuf an Otto. Der zog mit einem Heer über die Alpen, eroberte die Hauptstadt Pavia, ließ sich dort zum König der Langobarden krönen und da auch er seit einiger Zeit, nämlich seit 946, verwitwet war, hielt er um die Hand Adelheits an, die nicht nur Königin war, sondern auch schön und klug gewesen sein soll. Berengar aber, der gleich nachgegeben hatte, wurde nun seinerseits von Otto mit dem Königreich Italien belehnt und wurde sozusagen Ottos Vize südlich der Alpen. Das liest sich sehr romantisch, fast wie in einem Ritterroman. Aber natürlich lag dieser Heirat auch ein Machtkalkül zugrunde. Indem Otto die Witwe und legitime Erbin heiratete, war er in Italien nicht nur durch Eroberung, sondern kraftregulären Erbgangskönig. Er fasste auch schon den Gedanken, weiter nach Rom zu ziehen. Aber da von dort vom Papst keine Ermutigung kam, nahm er davon noch Abstand. Nach Rom gelangte Otto erst auf seinem zweiten Italienzug, 961 bis 965. 956 hatte er zunächst seinen Sohn Liudolf mit einem Heer nach Italien geschickt, um seine Herrschaft dort zu festigen. Denselben Liudolf, der vorher einen Aufstand angezettelt hatte. Nachtragend war der König augenscheinlich nicht. Der erreichte dort einiges, starb aber 957 plötzlich am Fieber. Ein Schicksal, das nach ihm noch viele Deutsche, manchmal auch ganze Heere auf Italienzügen erlitten. 960 rief dann Papst Johannes XII. den König zu Hilfe. Berengar nämlich, den Otto als seinen Stellvertreter in Italien eingesetzt hatte, fasste dieses Amt recht eigenwillig auf. Zusammen mit den Herzögen von Benevent und Capua drang er in päpstliches Gebiet ein. Otto sollte also Ordnung schaffen. Dafür versprach der Papst, ihn zum Kaiser zu krönen. Bevor er sich auf den Weg machte, ließ Otto seinen damals sechsjährigen Sohn gleichen Namens zum König wählen, krönen und salben, um ihn so zum Nachfolger zu machen. Es zeugt von der Macht und dem Ansehen, die er mittlerweile genossen hatte, dass es dagegen keinen Widerstand gab. Auch nach Rom gelangten er und sein Heer ohne Hindernisse, begleitet von seiner Frau Adelheit mit der Kaiserkrone im Gepäck. Es war wahrscheinlich dieselbe Krone, die man heute noch in der Schatzkammer der Wiener Hofburg besichtigen kann. Der Papst kam ihm persönlich bis vor die Stadt entgegen und geleitete ihn und Adelheit in die Peterskirche. Dort wurden Krönung und Salbung vollzogen. Adel und Klerus von Rom akklamierten bei dieser Zeremonie und leisteten, zusammen mit dem Papst, dem nunmehrigen Kaiser, den Treuerheit, der wiederum hatte eine prunkvolle Urkunde vorbereiten lassen, mit der er dem Papst seinen Schutz und den Besitz des Kirchenstaates garantierte. Wer hatte nun wem geholfen? Der Kaiser dem Papst, indem er dessen lokale Gegner Moris lehrte, oder der Papst dem Kaiser, indem er ihn krönte und damit zum Nachfolger Karls des Großen und Konstantins machte, ihn rangmäßig über alle anderen Monarchen in Europa heraushob. Und was war so ein Vorrang wert, wenn die Organisatorischen und die Machtmittel fehlten, ihn zu verwirklichen und zu bewahren? Und wer war eigentlich dieser Papst, der Otto gerufen, dem der König zu Hilfe gekommen, der ihn und seine Frau gekrönt und gesalbt hatte? Ein Lexikon der Päpste nennt ihn eine der erbärmlichsten und niederträchtigsten Figuren, die je den heiligen Stuhl entweiht haben. Unter seinem Regiment wurde der Lateran zum Bordell. In jeder Hinsicht ungebildet sprach Johann, ein zynischer Tyrann, nur die Vulgärsprache. Zum Papst war er mit 20 Jahren gewählt worden. Jedenfalls scheint er den erwähnten Treueid nicht ganz wörtlich gemeint zu haben. Allzu ordentliche Verhältnisse waren wohl nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Kaum war der Kaiser mit seinem Heer abgezogen, nahm Johannes Fühlung mit Berengar auf, der in Norditalien immer noch Widerstand leistete. Otto musste also 966 zum dritten Mal nach Italien ziehen. Er setzte Johannes ab, ließ ihn aber entkommen und sorgte für die Wahl eines Nachfolgers. In die erwähnte Urkunde, Privilegium Ottonianum genannt, wurde eine Bestimmung aufgenommen, nach der in Zukunft kein Papst mehr ohne Zustimmung des Kaisers gewählt werden durfte. Otto wollte also das Investiturrecht, das ihm in Deutschland für die Bischöfe zustand, auch auf den Bischof von Rom, das Haupt der Christenheit, anwenden. So wie ein Grundherr, der auf seinem Land eine Kirche baute, sich damals den Pfarrer aussuchen durfte, sollte es der Kaiser in Zukunft auch mit dem Papst halten dürfen. Bestimmungen erlassen ist eine. Sie durchsetzen eine andere Sache. In Ottos Heer brach eine Seuche aus, er musste abziehen. Daraufhin kehrte Johannes zurück, sein von Otto eingesetzter Nachfolger, Leo VIII., musste seinerseits fliehen. Allerdings für nicht sehr lange. Bevor der Kaiser zum vierten Mal nach Italien ziehen konnte, wurde Papst Johannes XII. mit einer Dame in Flagranti erwischt und von dem gehörnten Gatten so zugerichtet, dass er eine Woche später starb. Leo VIII. konnte ruhig sein Amt ausüben, obwohl manche in ihm einen Gegenpapst sahen. Die Römer hatten nämlich, noch bevor Otto in Rom angekommen war, einen anderen Nachfolger für Johannes XII. gewählt, Benedikt V. den schickte Otto nach Hamburg ins Exil. Leo hatte noch ein Jahr Zeit, um über die Christenheit zu herrschen. Dann starb auch er. Was nachdenklich macht, dass sogar eine so starke Persönlichkeit, ein so energischer Herrscher wie Otto I., seine Autorität nur durchsetzen konnte, wo und solange er persönlich und mit Heeresmacht anwesend blieb. Dabei galt er als der mächtigste Herrscher Europas. Das besagt allerdings nicht viel. Auch in Frankreich hatte die Zersplitterung überhand genommen. Der König verfügte über nicht mehr als 10% des Gebietes, aus dem sein Reich nominell bestand. In England existierten mehrere angelsächsische und jüdische Teilreiche nebeneinander. Spanien war zum größten Teil noch von Arabern besetzt. In Italien herrschte permanentes Chaos. In Nord- und Osteuropa begannen sich Anfänge staatlichen oder sagen wir besser feudalen Lebens erst langsam zu entwickeln. Otto konnte sich immerhin auf sein Herzogtum Sachsen stützen, auf den seit Karolinger Zeiten bestehenden Reichsbesitz, wie wir gesehen haben, auch auf die Reichskirche. Auch gegenüber den Herzögen und anderen großen Lehensträgern hatte er es verstanden, seinen Willen durchzusetzen. Trotzdem ist der Widerspruch eklatant zwischen dem universalen Anspruch des Titels Imperator, der ja eben nicht den Kaiser von irgendetwas, den Herrscher über irgendein Land bezeichnet, sondern den Schutzherren der Christenheit, das heißt damals der europäischen, der bekannten Menschheit, und der Tatsache, dass Otto diesen Titel von einer schrägen Figur wie Johannes XII. verliehen bekommen hatte und sich weiter mit ihm und seinesgleichen abplagen musste. Es war vielleicht auch so, dass die Römer, Klerus und Volk ihn empfangen und akklamiert hatten, weil er mit Heeresmacht anrückte, dass sie aber hofften, er werde, wie seine westfränkischen und italischen Vorgänger, schon wieder verschwinden. Sehen wir das zu rational, zu modern, zu sehr als Menschen von heute, für die der Staat eine zweckgerichtete Institution ist? Für die Menschen damals hatten die Dinge wie Krone und Reichsschwert, Zeremonien wie Krönung und Salbung nicht lediglich symbolische Bedeutung, sondern etwas Magisches. Sie stellten das Königsheil her, verbanden den Herrscher mit der Transzendenz, verliehen ihm Kräfte und stellten ihn vor Aufgaben, die menschliches Normalmaß überstiegen. Können wir uns das vorstellen? Ein 24-jähriger Papst krönt seinen 16-jährigen Cousin zum Kaiser. Dieser 16-Jährige ist schon seit 13 Jahren König. Seit er 14 wurde, ist er volljährig und regiert. Als er sechs war, hat er ein großes Festmahl gegeben, ein Krönungsmahl. Dabei haben ihn vier Herzöge bedient, um zu demonstrieren, dass er ihr Oberherr ist. Mit 21 wird er sterben, an der Malaria. Aber noch tausend Jahre später werden sich Gelehrte darüber streiten, ob er nun gescheitert ist oder seine Ziele noch hätte erreichen können, wenn er nur länger gelebt hätte. Die Rede ist von dem Enkel Ottos des Großen, von Otto dem Dritten. Dass er schon mit drei Jahren zum König gewählt und auch gekrönt wurde, hatte einen in der damaligen Zeit einleuchtenden Grund. In diesem Jahr 983 zog sein Vater, auch er mit Namen Otto, Otto der Zweite, und König seit seinem sechsten Lebensjahr nach Rom. Um die Nachfolge zu sichern, für den Fall, dass dem Vater etwas zustoßen sollte, musste sein Sohn schon deutscher König sein, so klein er auch noch war. Und zwar wurde die Wahlversammlung in Verona abgehalten, unter Beteiligung italienischer Bischöfe und Fürsten. Eine politische Geste, deren Sinn leicht ersichtlich ist. Das Kind wurde unter der Obhut des Bischofs von Mainz nach Deutschland zurückgeschickt. Dass die Vorsicht seines Vaters sinnvoll gewesen war, stellte sich nur allzu bald heraus. Otto dem Zweiten gelang es zwar in Rom, einen Papst seiner Wahl durchzusetzen, dann entschloss er sich, mit seinem Heer nach Süditalien zu marschieren, wo sich mittlerweile die Sarazenen, also die Araber, festgesetzt hatten und es auch noch Reste byzantinischen Herrschaftsgebiets gab. Die Expedition endete als Fiasko. In einer Schlacht bei Kotrone gegen die Araber wurde sein Heer vernichtet, er selber konnte sich nur schwimmend retten, wurde von einem byzantinischen Schiff aufgefischt. Zwar war seine Frau eine byzantinische Prinzessin, aber sie stammte aus einer Dynastie, die dort inzwischen gestürzt worden war. Also schwebte er in Gefahr, nach Konstantinopel ausgeliefert zu werden. Durch eine List, er erzählte dem habgierigen Kapitän, seine Frau habe große Schätze bei sich, die er noch abholen wolle, und durch einen beherzten Sprung von Bord konnte er entkommen. Bald darauf ist dieser Kaiser in Rom gestorben, wahrscheinlich an einer Überdosis Medikamente gegen die Malaria. Er war nicht älter geworden als 28 Jahre. Als einziger in der Reihe der römisch-deutschen Kaiser ist er in Rom begraben. Italien und auch Rom blieben erstaunlicherweise ruhig, aber in Deutschland sah ein alter Gegner Ottos II. seine Stunde gekommen, Heinrich, Herzog von Bayern, trug den Beinamen der Zenker. Er hatte sich früher an einem Aufstand gegen Otto beteiligt. Sein Herzogtum war ihm weggenommen und er in die Verbannung geschickt worden. Jetzt kehrte er nach Bayern zurück und behauptete, als Urenkel Ottos I. sei er der nächste Verwandte des kleinen Königs und habe Anspruch darauf, die Vormundschaft zu übernehmen. Tatsächlich übergab ihm der Erzbischof von Mainz das Kind. Dessen Mutter und Großmutter waren immer noch in Italien. Im nächsten Jahr allerdings überspannte der Zenker den Bogen und ließ sich selbst von Anhängern zum Gegenkönig wählen. Daraufhin zwang ihn eine Versammlung von sächsischen Adeligen unter der Führung eben jenes Erzbischofs von Mainz, den kleinen Otto an seine Mutter und Großmutter zu übergeben, die mittlerweile aus Italien zurückgekehrt waren. Die sollten für ihn das Reich regieren. Zwei erstaunliche Frauen. Die Großmutter Adelheit haben wir bereits kennengelernt. Das war die, die als Zwanzigjährige dem Unhold Beringa von Ivrea aus der Burg von Garda entwischt war und sich in die Arme Ottos I. geflüchtet hatte. Mittlerweile war sie eine Dame von 60, für damalige Verhältnisse ein hohes Alter. Trotzdem ging sie zurück nach Pavia, um möglichst viel von den Rechten des Königs in Italien zu sichern. Und Theophanou, die Byzantinerin, sollte die Regentschaft in Deutschland übernehmen. Leider kennen wir nicht viele Einzelheiten über ihre Person. Die Chronisten der Otonenzeit betreiben keine Psychologie. Aber man kann sich doch vorstellen, was es für eine junge Frau bedeutete, aus Konstantinopel nach Deutschland zu kommen. Aus einer mediterranen Stadt mit damals schon mehreren hunderttausend Einwohnern, mit einer alten, raffinierten, ja bereits dekadenten Kultur- und Lebenskunst in den Norden, wo die Sitten so rau waren wie das Klima, wo man statt Griechisch eine ungefüge, hart klingende Sprache redete und Schriftliches nur in heruntergekommenem Latein festhalten konnte. Vom kaiserlichen Palast neben der Hagia Sophia an einen Hof, der überhaupt keine feste Bleibe hatte, der von Pfalz zu Pfalz zog, von einem Kaff ins andere. Wir erfahren nichts davon, dass sie sich von all dem hätte einschüchtern, deprimieren oder entmutigen lassen. Sie packte ihre Aufgabe beherzt und entschlossen an, zog sogar mit einem Heer nach Rom, zeichnete Urkunden als Theophanu dei gratia imperatrix und manchmal auch als Theophanius von Gottes Gnaden Kaiser. Man muss bedenken, dass es absolut unüblich war, dass eine Frau oder zwei Frauen das Herrscheramt ausübte. Wir sind hier auch noch nicht in der Stauferzeit mit ihren ritterlichen Sitten, die es geboten, Frauen eine gewisse Ehrfurcht entgegenzubringen. Natürlich, Theophanu und Adelheit waren nicht einfach Frauen, sondern die Witwen von Kaisern. Aber es ist doch erstaunlich, dass es in den elf Jahren, die überbrückt werden mussten, bis Otto III. für volljährig erklärt werden konnte, zu keinem nennenswerten Versuch kam, den kindlichen König zu stürzen oder sich seiner Person zu bemächtigen. Seiner Mutter verdankte es Otto III. wahrscheinlich auch, dass er der erste Gebildete auf dem deutschen Königs und dem neu errichteten Kaiserthron wurde. Als Erzieher hatte er unter anderem zwei Bischöfe, einer war Deutscher, der andere Johannes Philagathos, Grieche. Wir wissen nicht, ob Otto auch etwas von der Sprache seiner Mutter erlernt hat, ob er von der Literatur, der Wissenschaft und Philosophie erfuhr, die in Byzantia noch überliefert, in Europa, aber erst 500 Jahre später neu entdeckt wurden. Jedenfalls hat er auch als Erwachsener, oder sagen wir lieber altmodisch, als Jüngling, denn eigentlich erwachsen zu werden, war ihm ja nicht vergönnt, gern mit Gelehrten, mit Priestern, aber auch mit frommen Eremiten gesprochen, also mit den Intellektuellen der damaligen Zeit, hat ihnen zugehört, sich von ihren Gedanken anregen lassen. Einer seiner späteren Ratgeber, der Franzose Gerbert von Aurillac, als Papst Silvester II., galt als der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit. Rhetoriker, Mathematiker, Musiktheoretiker. Otto bat ihn, da war er schon Kaiser, um Unterricht in Latein, Griechisch und Mathematik und um politische Beratung. Auch die Kaiserin Theophanu starb jung, 991, da war sie 36 Jahre alt, ihr Sohn elf. Adelheit führte die Regentschaft weiter. Mit 14 wurde Otto III. für volljährig und regierungsfähig erklärt. Es existieren noch Urkunden, die er schon vorher unterzeichnet hat. Mit kindlich ungelenker Hand hat er den Vollziehungsstrich in sein Monogramm eingefügt. Wahrscheinlich nahm er weiter die Dienste der Berater in Anspruch, deren sich schon seine Mutter und seine Großmutter bedient hatten, also vor allem des Erzbischofs Williges von Mainz. Darauf würde hindeuten, dass der 14-Jährige kaum Zeichen von Unsicherheit oder Unentschlossenheit zeigte. Es gab zwei große Aufgabenfelder. Und das sind auch für die Folgezeit die beiden Richtungen der mittelalterlichen Reichspolitik geblieben. Jenseits der Elbe hatten die heidnischen Stämme, während Otto II. in Italien sein Ende fand sich erhoben, Kirchen- und Bischofssitze zerstört, in eben dem Jahr 983, in dem das Kind Otto III. zum König gekrönt worden war. In der Zeit der Regentschaft hatte man zahlreiche Feldzüge gegen diese Liotizen, Obotriten, Heweller und wie sie sonst noch hießen, geführt, mit wenig Erfolg. Auch Otto III. richtete bei einem Unterwerfungsversuch im Jahre 995 kaum etwas aus, obwohl er diesmal mit den inzwischen christianisierten Polen und Böhmen verbündet war und man, wie zeitgenössische Quellen mit einem Unterton von Tadel berichten, das Land durch Brand und Raub verwüstete. Offenkundig war dieses Land mit seinen zahlreichen Seen, Flüssen, Wäldern und Sümpfen noch sehr unwichsam, eine Art wilder Osten Europas. Und die Elbslaven wehrten sich mit der gleichen Verbissenheit nur mit mehr Erfolg gegen ihre Bekehrung, gegen Christentum, Fürstenherrschaft, Feudalsystem und den Untergang ihrer traditionellen Lebensformen, wie 200 Jahre davor Ottos eigener Stamm, die Sachsen sich gegen die Missionierung durch Karl den Großen gewährt hatten. Es lohnt sich aber die Frage, warum diese Elbslaven in den folgenden Jahrhunderten bis auf geringe Reste, die Sorben im Spreewald und in der Lausitz, die es noch heute gibt, verschwunden sind. Ebenso wie die Prutzen an der Ostsee, von denen nur der Name Preußen überlebt hat, während jene westslawischen Völker, die christlich wurden, nationale Kulturen entwickeln, ihre Sprachen und Eigenarten bewahren, gesellschaftliche und staatliche Strukturen aufbauen konnten, die denen in West- und Mitteleuropa zumindest ähnelten. Offenbar war gesellschaftlicher und kultureller Fortschritt damals ohne die Kirche nicht möglich, so schwer für uns heutige Menschen dieser Gedanke nachzuvollziehen ist. Dass in der Kirche geordnete Zustände herrschten, lag also auch im Interesse weltlicher Herrscher, insbesondere in dem des ostfränkisch-deutschen Königs, des Anwärters auf den Kaisertron. In Wirklichkeit herrschte vor allem in Rom wieder das altgewohnte Chaos, in dem sich der dortige Stadtadel, unter Umständen aber auch Klerus und Volk, augenscheinlich ganz behaglich fühlten. Die politische Herrschaft hatte ein Mann aus der Familie der Christentia an sich gerissen, der sich Patricius nannte, ein Titel, der seit dem Frühmittelalter verliehen, manchmal auch usurpiert wurde und den zum Beispiel auch der Gotenkönig Theoderich der Große getragen hatte. Dieser Christentius hatte bald nach dem Tode Ottos II. einen Gegenpapst eingesetzt, Bonifaz VII., welcher den unter Otto II. gewählten Johannes XIV. ins Gefängnis werfen und dort verhungern ließ, allerdings nach einem Jahr selbst umgebracht, verstümmelt und als Leiche durch die Straßen geschleift wurde. Darauf ließ Christentius einen neuen Papst wählen, Johannes XV., gegen den die Kaiserin Theophanu nichts ausrichten konnte, obwohl sie persönlich, natürlich mit militärischer Begleitung, vor Rom erschien. Dagegen kam es alsbald zum Streit zwischen Adel, Patricius und Papst. Der setzte sich in die Toskana ab, rief von dort aus den inzwischen zur Herrschaft gelangten Otto III. zu Hilfe und versprach, ihn zum Kaiser zu krönen. Otto III. brach im Frühjahr auf, machte in Pavia Station und ließ sich auch dort krönen, und zwar zum König von Italien. Während der Feierlichkeiten erreichte ihn die Nachricht vom Tod Johannes XV. Wir können annehmen, dass das eine durchaus willkommene Nachricht war. Otto schickte seinen Kanzler und den Erzbischof von Mainz nach Rom voraus, zusammen mit seinem Vetter Brun von Kärnten, 24 Kleriker und Mitglied der Hofkapelle. Der sollte, so befahl es der junge König, zum Papst gewählt werden. Angesichts des Heeres, mit dessen Ankunft in nächster Zukunft zu rechnen war, erhob sich kein Widerstand, auch nicht von Seiten des Christentius. Brun, also dann Gregor V., war übrigens der erste aus Deutschland stammende Papst. So kam es zu der bereits erwähnten Szene. Ein junger Mann krönte einen Teenager zum Kaiser, was natürlich anschließend mit gebührendem Pomp gefeiert wurde. Bemerkenswerter scheint, dass beide, Kaiser und Papst, die konstantinische Schenkung als Fälschung erkannten, also jene Urkunden, durch die der spätantike Kaiser angeblich den Kirchenstaat, das weltliche Herrschaftsgebiet des Papstes begründet hatte. Otto schenkte diese Gebiete von sich aus noch einmal. Aber Gregor V., er war schließlich der Ältere der beiden Vetter, war durchaus kein willenloses Werkzeug. Es kam sogar zu einem Zwist zwischen beiden um ein Gebiet nördlich von Rom. Was nichts daran änderte, dass Christentius samt Parteigängern sich wieder gegen den neuen Papst auflehnte und ihn vertrieb, sobald der Kaiser nicht mehr da war. Dass er Otto einen Treueid geschworen hatte, scheint Christentius wenig belastet zu haben. Er stellte sogar einen Gegenpapst auf. Rätselhaft ist, warum sich Ottos früherer Lehrer Johannes Philagathos für diese schäbige Rolle hergab. Er hat schwer dafür gebüßt. 997, auf seinem zweiten Italienzug, ließ ihn Otto blenden, Ohren, Nase und Zunge wurden ihm abgeschnitten. So lebte er dann noch 15 Jahre in einem römischen Kloster. Christentius dagegen, der sich noch zwei Monate in der Engelsburg, dem früheren Mausoleum des Kaisers Hadrian, verteidigte, wurde nach seiner Gefangennahme geköpft, seine Leiche von der Mauer dieser Burg in die Tiefe gestürzt und an den Beinen aufgehängt. Diese Grausamkeit sagt etwas über die tiefe Enttäuschung des 17-jährigen Kaisers darüber, dass sein alter Freund und Lehrer ihn verraten und der Führer der Aufständischen ihn offensichtlich nicht ernst genommen hatte. Nach vier Monaten zog Otto nach Oberitalien, wo er in Streitigkeiten eingriff, die sich zwischen den Stufen der dortigen Lehenspyramide ergeben hatten. Man muss zugeben, dass er die Partei der großen geistlichen Feudalherren gegen die kleineren Adeligen und auch gegen die untertänigen Bauern ergriff. Die freizulassen sollte fortan verboten sein und die bereits Freigesetzten sollten in kirchliche Untertänigkeit zurückgeholt werden. Als nächstes ging er auf Wallfahrt zum Grab des Bischofs Adalbert von Prag im polnischen Gnesen. Den hatte er persönlich gekannt und sehr verehrt. Es lohnt sich, auf das Schicksal dieses Kirchenmannes und 999 heilig gesprochenen Missionars einzugehen, weil es ein Schlaglicht auf die Entwicklung in Osteuropa wirft. Aus dem tschechischen Adelsgeschlechter Slavnikiden stammend, hieß er ursprünglich Wojciech. Während seiner Ausbildung in Magdeburg nahm er bei der Firmung den Namen Adalbert an. 983 wurde er Bischof von Prag, verzweifelte aber nach fünf Jahren, weil seine Schäflein ihre heidnischen Sitten einfach nicht ändern wollten. Mit Erlaubnis des Papstes trat er in ein italienisches Kloster ein, musste dann aber nach Prag zurückkehren, wo er wieder nichts erreichen konnte. Er ging nach Ungarn, dann wieder nach Italien. In Böhmen wurde fast seine ganze Familie wegen ihrer Beziehungen zu Deutschland und Polen des Landesverrats verdächtigt und ermordet. Es war das eine fremdenfeindliche Reaktion, ähnlich der, der der Herzog und Heilige Wenzel schon 929 zum Opfer gefallen war. Als Adalbert noch einmal beantragte, in sein Bistum zurückkehren zu dürfen, wurde das abgelehnt. Jetzt ging er nach Polen, um an der Ostsee die heidnischen Prutzen zu missionieren. Dort wurde er von einem, wie es heißt, Götzenpriester erschlagen. Seinen Leichnam kaufte der polnische Herzog Boleslaw Chobri den Prutzen ab und ließ ihn im Bischofssitz Gnesen bestatten. Dorthin also pilgerte Otto III. Er hätte Adalbert gern nach Deutschland überführt, was Herzog Boleslaw aber verweigerte. Nur einen Arm durfte er als Reliquie mitnehmen. 1039 kamen die Gebeine dann nach Prag. Trotzdem zeichnete Otto den Herzog mit dem Titel Amicus Populi Romani, Freund des römischen Volkes, aus und hätte ihn wohl auch zum König erhoben, wenn Boleslaw eingewilligt hätte, ihm den Leichnam des Märtyrers zu überlassen. Und er tat ein Übriges. Er erhob Gnesen zum Erzbistum, so dass Polen jetzt kirchenrechtlich vom Erzbistum Magdeburg unabhängig war. In Deutschland nahm man das dem Kaiser übel, ebenso wie die Errichtung eines ungarischen Erzbistums in Gran und die Erhebung Ungarns zum Königtum. Otto schickte König Stephan, dem Heiligen, eine Krone. Hier zeigt sich vielleicht ein groß angelegter politischer Plan. Man kann sagen, eine Vision. Den Weg nach Rom nahm Otto über Aachen. Dort ließ er nach dem Grab Karls des Großen suchen, dessen genauer Ort in Vergessenheit geraten war. Er ließ es öffnen, stieg hinab und nahm ein goldenes Kreuz und Stücke vom Gewand des Toten als Reliquie an sich. Darin sahen manche Zeitgenossen eine Grabschändung, aber Otto wollte anderen und sich selbst wohl seine mystische Verbundenheit mit dem Toten zeigen, indem man den Stammvater aller europäischen Königreiche und Herrscher sah. Ein Siegel, das Otto nach byzantinischem Vorbild für wichtige Urkunden anfertigen ließ, trug die Umschrift Renovatio Imperii Romanorum, Erneuerung des Reiches der Römer. Es ist unter Historikern umstritten, aber zumindest ein faszinierender Gedanke, zwischen Ottos Politik in Polen und Ungarn, seiner Andacht in der Aachener Gruft und der Devise auf seinem Siegel, einen Zusammenhang zu sehen. Den Plan eines Reiches, das eben nicht das eines einzelnen Volkes seien, sondern aus Königreichen und Völkern bestehen sollte, die gleichberechtigt nebeneinander stehen und von Rom aus regiert werden sollten. Dazu würde passen, dass Otto in Rom eine Pfalz errichten ließ und dort Wohnung nahm, wie es schien auf Dauer oder zumindest auf längere Zeit. Er hatte Hofämter, Titel und Zeremonien nach byzantinischem Vorbild eingeführt. Bei feierlichen Gelegenheiten speiste er an einem Tisch, der getrennt von der allgemeinen Tafel auf einem Podest stand. Das alles gefiel manchen Deutschen nicht. Unter den Fürsten begann sich eine Opposition zu formieren. Und es war auch nicht nach dem Geschmack der Römer. Wenn der Kaiser meinte, er müsse sich in der Stadt krönen lassen, dann tat man ihm eben seinen Willen, zumal er ja mit einem Heer anrückte. Aber dass er für immer hier residieren und regieren wollte, mit eben diesem Heer und seinem aufwendigen Gefolge, das war doch zu viel der Ordnung, wäre auch teuer gekommen und lästig gewesen. Es kam zu einem Volksaufstand. Otto wurde drei Tage lang in seiner Pfalz belagert, bevor es ihm gelang, sich zu den Teilen seines Heeres außerhalb der Stadt durchzuschlagen. Ob er die Rede wirklich gehalten hat, die ihm ein späterer Chronist in den Mund legt, können wir nicht wissen. Aber sie gibt wahrscheinlich seine Stimmung, seine Enttäuschung und Verzweiflung treffend wieder. Seid ihr nicht meine Römer? Euretwegen habe ich mein Vaterland und meine Nächsten verlassen. Aus Liebe zu euch habe ich meine Sachsen und alle Deutschen, meine Blutsverwandten zurückgesetzt. Euch habe ich in die entlegensten Gebiete unseres Imperiums geführt, wohin eure Väter, als sie den Erdkreis beherrschten, nie den Fuß gesetzt haben. Und dies, um euren Namen bis ans Ende der Welt zu verbreiten. Otto schickte um Verstärkung nach Deutschland und die wurde auch prompt in Marsch gesetzt. Aber bevor sie eintraf, starb der Kaiser im Januar 1002. Er war 21 Jahre alt geworden. Sein Leichnam wurde nach Aachen überführt und dort beigesetzt. Eine herzzerreißende Geschichte. Dieser Knabe, seine Frömmigkeit, sein Sendungsbewusstsein, seine ideale und hochfliegenden Pläne und sein Mangel an Realitätssinn. Sein Schicksal ist in Nutze die Geschichte des mittelalterlichen Kaisertums. Eine sehr romantische Geschichte. Dass Otto III. nicht zu den legendären Heroen deutschen Geschichtsbewusstseins zählt, liegt wahrscheinlich an seinem Scheitern und seinem frühen Ende und auch daran, dass er nicht in das Bild passt, das sich das nationalbewusste 19. Jahrhundert von einem deutschen Herrscher machte. Von Herkunft ein halber Grieche wollte er lieber Römer als Deutscher sein. Auch sein Mystizismus, seine Affinität zu Grüblern, Märtyrern und frommen Eremiten wirkte wohlbefremdend auf Menschen, die im Geiste preußisch-protestantischer Tüchtigkeit aufgewachsen waren. Für Felix Dahn oder Gustav Freitag hätte er kein Sujet abgegeben. Man wünscht sich, Hugo von Hofmannsthal hätte über ihn geschrieben. Schüler, Studenten, überhaupt die meisten Menschen, die noch keine Profis auf dem Gebiet der Historie sind und es vielleicht gar nicht werden wollen, haben oft mit aufkommendem Unmut, mit Unverständnis zu kämpfen, wenn sie sich aus welchen Gründen auch immer mit mittelalterlicher Geschichte und besonders mit deutscher mittelalterlicher Geschichte beschäftigen müssen oder wollen. Also bitte, was soll das, diese lange Reihe von Königinnen und Kaisern, sie heißen alle Heinrich oder Otto oder Konrad oder Friedrich, jeder von ihnen zieht nach Italien ein-, zwei-, dreimal oder noch öfter, wird von einem Papst, der ihn entweder gerufen hat oder den er erst selber einsetzen muss, gekrönt, dann ziehen sie wieder ab, weil sie sich in Italien, aber auch zu Hause in Deutschland mit irgendwelchen Feinden herumschlagen müssen, dabei wird das Land und besonders das Land westlich der Elbe in immer kleinere Teile aufgespalten. Wenn man einen historischen Atlas anschaut, erkennt man zur Zeit Ottes I. noch die großen Stammesherzogtümer. 200 Jahre später, am Ende der Stauferzeit, sieht die Karte dann aus wie ein unordentlich gewebter Flickenteppich. Warum sind die deutschen Könige nicht zu Hause geblieben? Haben Italien in Ruhe, den Papst Papst sein und die Kirche sich selbst überlassen? Ähnlich, nur in akademischerer Sprache und mit differenzierteren Argumenten, hat im 19. Jahrhundert, in den Jahren zwischen der Revolution von 1848 und Bismarcks Reichsgründung, eine Gruppe von Historikern gefragt, deren bekanntester Heinrich von Sübel war, er lebte von 1817 bis 1895, Professor in Bonn, Marburg, München, Berater des bayerischen Königs Max II., Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Darauf und auf die Auseinandersetzungen mit anderen Historikern, deren führender Kopf der Innsbrucker Professor Julius von Ficker war, wollen wir hier nicht eingehen. Es hängt mit der damals gerade aktuellen Frage zusammen, ob das immer noch in 32 Territorien zersplitterte Deutschland Großdeutsch mit Einschluss Österreichs oder Kleindeutsch, so wie dann von Bismarck verwirklicht, vereinigt werden sollte. Man projizierte also die eigenen Probleme zurück ins Mittelalter. Das ist nicht unbedingt eine streng wissenschaftliche Methode, sicherte den Historikern aber das Interesse eines bürgerlichen Lesepublikums. Aber auch uns stellt sich immer noch die Frage, warum Imperium und Kirche denn so eng miteinander verbunden, man kann sagen, verstrickt waren. Dabei legen wir freilich ebenfalls die Maßstäbe unserer Zeit an, sehen die ferne Vergangenheit aus unserer eigenen Perspektive. Für uns steht fest, ja, es ist geradezu ein Postulat freiheitlicher Moral, dass Religion Privatsache jedes Einzelnen ist. Friedrichs des großen Ausspruch, dass jeder nach seiner Fasson selig werden solle, ist uns seit mehr als 200 Jahren in Fleisch und Blut übergegangen. Die Kirche? Aber die Kirche gibt es ja schon seit langem nicht mehr. Es gibt Kirchen verschiedener Konfessionen und Denominationen. Theoretisch kann sich jeder die Kirche aussuchen, die ihm am genehmsten ist, oder es auch ganz lassen. Die Kirchen also sind eine Art eingetragene Vereine. In Deutschland haben sie bestimmte Privilegien, aus Gründen der Tradition, aber auch wegen ihrer sozialen Verdienste. Jedenfalls ist es dem Einzelnen überlassen, inwieweit er von den Angeboten einer Kirche, Glaubenslehre, seelsorgliche Betreuung, Mitgliedschaft und Geborgenheit in einer Gemeinde, existenzieller Rückhalt, soziale Dienste usw. Gebrauch machen will oder auch nicht. Der Staat, meinen wir, soll sich in das religiöse Leben seiner Bürger nicht einmischen und die Kirchen sollen sich ihrerseits, wenn es um politische Entscheidungen geht, möglichst zurückhalten. Einem Menschen des Mittelalters wäre unsere Haltung völlig unbegreiflich erschienen, als Wahnsinn, Sünde, Abfall, teuflische Besessenheit. Und dafür hätte er Gründe anführen können, die, jedenfalls für ihn, sehr einleuchtend waren. War der König nicht für das Heil seiner Untertanen verantwortlich, also auch für ihr Seelenheil? In einer Zeit, da wissenschaftliche Kenntnisse und rationales Denken, soweit sie in der Antike schon vorhanden gewesen waren, allenfalls sehr engen Zirkeln zugänglich blieben, hatten die Menschen keine andere Möglichkeit, als die Religion und den Glauben, um einen Sinn ihrer Existenz ausfindig oder vorstellbar zu machen, um Trost, Rückhalt in ihrem harten, mühseligen Leben zu finden, im Angesicht der eigenen Hinfälligkeit, der mannigfachen Bedrohung durch die Kräfte der Natur, aber auch durch eine Gesellschaft, in der materielle Not, Brutalität und Gewalt Gang und Gäbe waren. Schließlich war der Tod allgegenwärtig. Wir haben gesehen, wie früh manchmal auch Mitglieder der führenden Gesellschaftsschicht dahin gehen mussten. Übrigens erwartete man in der Otonenzeit für das Jahrtausend das Kommen des Antichrist und die Apokalypse. Zum Psychotherapeuten konnten die Leute damals nicht gehen, wenn sie solche Ängste verspürten. Der lebensnotwendige Glaube musste von einer dazu befugten, kompetenten Institution vermittelt werden, denn der gewöhnliche Mensch, aber auch Ritter, Fürsten und Herren konnten ja nicht schreiben und lesen. Bücher wären für die meisten auch zu teuer und zudem unerreichbar gewesen. Sie waren lateinisch geschrieben, also für die große Mehrheit unverständlich. Gedrucktes gab es noch nicht, ebenso wenig andere Medien, aus denen man sich sein eigenes Weltbild hätte herauslesen können. Die Kirche hatte das Erziehungs- und Informationsmonopol. Sie war, daran glaubte man fest, von Gott eingesetzt und deshalb im Besitz der Wahrheit. Sie hatte die Macht, den Menschen zum Heil, zur Vergebung seiner Sünden, zur Seligkeit zu führen. Mit dem, was sie lehrte, aber vor allem mit ihren Ritualen, der Messe, den Sakramenten, Taufe, Beichte, Eucharistie, Firmung, Ehe, letzte Ölung und mit den Festen des Kirchenjahres. Und natürlich war es die Pflicht der Mächtigen, diese Kirche zu beschützen und zu fördern. Es war auch im Interesse eigenen Seelenheils, die Kirche materiell zu unterstützen, durch Schenkungen von Ländereien, samt der darauf ansässigen, dienstpflichtigen Bevölkerung, Gründung von Klöstern, Übertragung von Rechten und so weiter. Die Mönche mussten dann für die Seelen der Spender beten, die Priester Messen lesen. Dadurch wurde die Kirche, wurden kirchliche Institutionen wie die Bistümer, aber auch viele Klöster reich. Und durch ihren Reichtum gewannen sie wiederum politische Macht. Viele von ihnen machten sich von den Herzogtümern und anderen fürstlichen Territorien unabhängig und erstanden direkt dem Kaiser. Sie waren reichsunmittelbar. So etwa die Bistümer Mainz, Köln und Trier, aber auch Salzburg, Bamberg, Würzburg und andere. Da die Kleriker und Mönche, oder sagen wir vorsichtiger manche von ihnen, die einzigen Gebildeten in dieser Zeit waren und ihre Energien auch nicht ständig damit vergeuden mussten, gegen andere Fäde zu führen, waren diese Stifte, so nennt man den weltlichen Besitz, der zu einem Bistum oder Kloster gehörte, die Teile des Reiches, in denen es noch am ehesten so etwas wie eine geordnete Verwaltung gab. Das förderte wiederum ihr wirtschaftliches Gedeihen. Im späteren Mittelalter gab es den Spruch, unter dem Krummstab, dem gebogenen Bischofsstab, ist gut wohnen. Geistiges Leben klingt so anspruchsvoll und hochgestochen. Sagen wir so, wenn jemand etwas lernen wollte, lesen und schreiben etwa, wenn er sein Dasein nicht als Bauer mit Plackerei auf dem Feld, als Adeliger nicht mit ewigen Fäden, Kriegszügen, Waffenübungen verbringen und womöglich mit einem unzeitigen Tod beenden wollte, so blieb eigentlich kein anderer Weg, als Kleriker zu werden oder gleich in ein Kloster einzutreten. Klöster waren die einzigen Orte, wo Schule gehalten, Bücher abgeschrieben, Kultur tradiert, Chroniken und Traktate verfasst, gedichtet und musiziert wurde. Übrigens war dieser Weg auch für Frauen gangbar und wurde oft beschritten. Hrotswit oder in weniger althochdeutsch-knachziger Lautung Roswita von Gandersheim, die erste Dichterin und Dramatikerin auf deutschem Boden, eine Verwandte des ottonischen Kaiserhauses, lebte ebenso im Kloster wie später die großen Mystikerinnen Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Katharina von Gebweiler und viele andere. Der König, der Kaiser, hatte also die Kirche zu beschützen, und zwar gegen äußere Feinde, benachbarte Adelige etwa, die Lüstern auf den angesammelten Reichtum schielten und nicht zögerten, etwas davon abzuzwacken, wenn sich Gelegenheit dazu bot, aber auch gegen Gefahren im Inneren. Denn natürlich, wo Reichtum entsteht und große Chancen sich bieten, da sammeln sich auch Leute, die das ausnützen wollen, wobei ihnen die moralischen Bedingungen und Auflagen, die mit solchen Vergünstigungen einhergehen, eher lästig sind. Wir haben schon gesehen, dass sich der römische Stadtadel zeitweise das Recht nahm, den heiligen Stuhl in Insiderkreisen auszukarten, wodurch dann ein Jüngling wie Johannes XII. die Tiara tragen durfte, der die unpriesterliche Neigung zeigte, anderer Leute Ehefrauen zu vernaschen. Das war beileibe kein Einzelfall. Wir wollen jetzt nicht auf den berüchtigten Borgia-Papst Alexander VI. vorgreifen, der das Amt von 1492 bis 1503 führte und seine zahlreichen Nachkommen mit Kardinalshüten, Herzogtümern und anderem weltlichen Besitz versorgte und sie mit Angehörigen europäischer Dynastien verheiratete, der sich anschickte, den Kirchenstaat in ein weltliches Fürstentum für seine Familie umzuwandeln und dem man ein inzestuöses Verhältnis zu seiner Tochter Lucretia nachsagte. Schon in der Zeit, von der hier bis jetzt die Rede war, hörte und las man zahlreiche Klagen über Zuchtlosigkeit in Klöstern, also darüber, dass man es mit Fasten, Beten und das Käse, aber auch mit der Keuschheit nicht so genau nahm. Später wurde der geile Mönch ein beliebtes Schwankmotiv und im 19. Jahrhundert verkauften sich Bilder von dicken, rotnasigen Klosterbrüdern, die mit Weingläsern in der Hand vor einem Fass saßen, besonders gut. Von Pfarrern ist die Rede, die kaum Latein konnten, den Text der Messe, die sie lasen, selbst nicht verstanden und überhaupt völlig ungebildet waren, die auf Kosten ihrer Gemeinden schlemmten, bewaffnet daherkamen, wie Krieger und auf die Jagd gingen, statt in frommen Büchern zu lesen. Dass sie verheiratet waren, galt damals noch nicht als Fehltritt. Den Zölibat setzte erst Gregor VII. durch, aber davon später. Von Bischöfen erfahren wir, zwei werden uns im nächsten Kapitel begegnen, die macht- und besitzgierig, intrigant und skrupellos waren, sehr viel mehr auf politischen Erfolg bedacht, als auf das Seelenheil ihrer Herden. Teilweise hat die Sündhaftigkeit auch ihre schönen Seiten, besonders, wenn man als Nachgeborener die Zeugnisse genießen kann, die sie hinterlassen hat. Du bist min, ich bin dien, des sollt du gewiss sehen. Du bist bis Lussen in minem Herzen, verloren ist das Lusselin, du musst immer drinne sehen. Dieses früheste Liebesgedicht in deutscher Zunge und eines der hübschesten wurde vermutlich von einer jungen Klosterfrau geschrieben und ist an einen Mönch gerichtet. Wer es derber mag, wäre nicht schlecht beraten, sich die Vagantenbeichte des Archipoeta vorzunehmen. Dieser Erzpoet war ebenfalls Kleriker, wenn auch möglicherweise ein Verkrachter. Er gehörte zum Gefolge von Kaiser Friedrich Barbarossas, Kanzler Reinhard von Dassel, Erzbischof von Köln, der seine Gedichte sehr schätzte. Hier drei Strophen mit dem Versuch einer Übertragung ins Neuhochdeutsche. Und ich fahr die breite Bahn so wie alle Knaben, die des Lasters ein Gedenk Gott vergessen haben, die sich mehr als an ihr Heil an die Wollust gaben. Ist die Seele hin, so will ich die Haut noch laben. Ach, am allerschwersten ist es, die Natur zu kränken und beim Anblick eines Weibes nicht ans Bett zu denken, seine Wege in die Bahn des Gesetzes lenken und den Adam, wenn er juckt, weise einzuschränken. In der Schenke geh ich einst, Brüder, vor die Hunde, wo dem Sterbenden der Wein allernächst am Munde. Engelchöre singen dann fröhlich in der Runde, diesem Säufer reicht die Hand, Herr, zum Gnadenbunde. Es ist ja verständlich, jüngere Söhne von Adelshäusern wurden oft ins Kloster geschickt, oder es wurde ihnen zu pfründen kirchlichen Positionen, die mit einem hohen Einkommen verbunden waren, verholfen, etwa im Domkapitel einer Bischofskirche oder bei hohem Adel auf dem Bischofsstuhl selbst. Dort waren sie versorgt und konnten ihren Einfluss auf Besitz und Macht des Stifts zugunsten der Familie geltend machen, deren Besitz und Lehem dann auch nicht geteilt werden mussten. Mit Töchtern, die nicht dynastisch günstig verheiratet werden konnten, verfuhr man entsprechend. Es gab Frauenklöster, die überhaupt nur Damen aus hohem Adel aufnahmen. Nun waren diese Herrschaften meist sehr jung, wenn sie zu Amt und Würden oder ins Kloster kamen, und sie waren an adeligen Hofhaltungen aufgewachsen, unter Menschen also, die gewohnt waren, von der Arbeit anderer, vom Fett des Landes zu leben und das voraussichtlich eher kurze Dasein mit derben, wenig sublimen Vergnügungen zu genießen, soweit das möglich war. Die meisten von ihnen hatte man nicht lange gefragt, ob sie ein geistliches Leben führen wollten oder nicht. Das Interesse der Familie ging vor, dagegen war kein Widerspruch möglich. So nimmt es nicht Wunder, dass viele dieser Mönche, Nonnen und Priester mit den Idealen von Armut, Keuschheit und Gehorsam wenig im Sinn hatten. Nebenbei gesagt, solche Zustände wurden während des ganzen Mittelalters und bis tief in die Neuzeit hinein beklagt und bekämpft, und doch rissen sie immer wieder ein, solange eben wie mit kirchlichen Ämtern Reichtum und weltliche Macht verbunden waren. Bekannt ist Luthers Empörung über die Zustände in Rom bei seinem Aufenthalt dort. Wer in München wohnt, kann einen Nachmittagsausflug nach Ismaning unternehmen. Dieser Ort, heute im Speckgürtel der Landeshauptstadt gelegen und Sitz einiger Computerfirmen gehörte bis zur Säkularisation zum Erzstift Freising, also nicht zum Kurfürstentum Bayern. Der Bischof aber war traditionell immer ein Wittelsbacher Prinz. Einer dieser Bischöfe und Prinzen ließ in Ismaning ein hübsches Rokokoschlösschen mit Park errichten. Heute ist dort ein kleines Museum für moderne Kunst untergebracht, aber ursprünglich war es für die Maitressen des Bischofs gedacht, erhielt sich immer deren mehrere. Im 18. Jahrhundert war man schon soweit sensibilisiert, dass es untunlich gewesen wäre, die Damen in Freising selbst in der Nachbarschaft der Domkirche unterzubringen. Aber solange sie in Ismaning wohnten, jenseits der Isar, nahm offenkundig niemand Anstoß und der Bischof konnte sich dort regelmäßig entspannen. Der Bischof von Salzburg und der Erzabt von Berchtesgaden hielten es übrigens ähnlich. Aber trotzdem waren solche Zustände ein Skandal und es lebten durchaus auch Christen, die ihr Priestertum, ihr Mönchtum, ihre religiöse Sendung, die Verantwortung der Kirche ernst nahmen. Im 10. und 11. Jahrhundert, zu der Zeit also, von der wir oben geredet haben und bald weiterreden werden, formulierte sich zum ersten Mal der Protest, der Ruf nach Reform, zunächst des klösterlichen, dann überhaupt des geistlichen Lebens. Zentren dieses Protestes waren verschiedene Klöster, vor allem in Frankreich und Burgund, später aber auch in Deutschland, Hirsau im Schwarzwald. Das Wichtigste davon war die Benediktinerabtei Cluny in Burgund. Deswegen spricht man von der Clunia-Zensischen Reform. Worum ging es? Zunächst einmal um die Wiederherstellung der Regel des Heiligen Benedikt, also darum, dass Mönche und Nonnen wieder so leben sollten, wie das der Begründer des abendländischen Mönchtums bestimmt hatte, mit Arbeit und Gebet, streng geregelten Tagesablauf, unter der Obhut des Abtes oder der Äbtissim, durchaus nicht weltfremd, aber doch geschieden von der Welt. Jedes Kloster eine große Familie und zugleich ein geistliches, aber auch ein wirtschaftliches Zentrum. Damit dies gelingen konnte, sollten die Klöster möglichst von jedem Einfluss weltlicher Macht, also vor allem dem ihrer Stifter und deren Nachkommen befreit, aus dem System des Eigenkirchenrechts herausgelöst werden und sich direkt dem Papst unterstellen. Tatsächlich gelang es einer Anzahl von Klöstern, diese Ziele zu erreichen. Sie traten dann in Verbindung miteinander, eine Kongregation, in der der Abt von Clunia so etwas wie der Primus inter Paris war. Welche Bedeutung dieser Verband hatte, kann man daraus ersehen, dass in Clunia die größte Basilika Europas stand, gewaltiger als die damalige Peterskirche in Rom. Deutsche Könige und Kaiser, der letzte Otone, Heinrich II., die beiden ersten Salier, Konrad II. und Heinrich III., unterstützten diese Reformbestrebungen. Wahrscheinlich aus aufrichtiger Frömmigkeit, aber auch aus politischem Interesse. Solange die Reichskirche ein Machtinstrument der Kaiser war, solange Kaiser und Papst konform gingen und in dieser Partnerschaft der Kaiser dominierte, waren Klöster, in denen Disziplin herrschte und in die örtliche Machthaber nichts hineinzureden hatten, ja ganz in seinem Sinn, es war diesen Kaisern wohl nicht bewusst, welch zweischneidiges Schwert sie da in die Hand nahmen. Jeder dieser drei Herrscher hatte, als sei das ganz selbstverständlich, während seiner Regierungszeit Päpste eingesetzt. So war das nun einmal seit Otto dem Großen. Wenn man allerdings den Reformgedanken weiterdenkt, dann ergibt sich ganz klar, dass weltliche Macht nicht nur in Klöstern, sondern in der Kirche als Ganzes keinen entscheidenden Einfluss haben durfte, jedenfalls keinen, der sich auf geistliche, auf religiöse Fragen und Entscheidungen auswirkte. In welchen Schritten diese Gedanken entwickelt wurden, wäre ein fesselndes, aber sehr weitläufiges Thema. Hier begnügen wir uns an zwei zentrale Begriffe zu erinnern, die in der zunächst innerkirchlichen Debatte eine Rolle spielten. Schon in den Konzilien von Chalcedon 451 nach Christus und Nicea 787 hatten sich die Kirchenoberen gegen die Unsitte der Simonie gewandt. Der Ausdruck bezieht sich auf eine Stelle in der Apostelgeschichte. Da aber Simon sah, dass der Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch die Macht, dass, wenn ich jemand die Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest, mitsamt deinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Simon, von dem es vorher heißt, er habe Zauberei betrieben und vorgegeben, er wäre etwas Großes, will also priesterliche, geistliche Macht gegen Bezahlung erwerben. Und genau so handelten, so war jetzt die These, jene Priester, Bischöfe, Ebte, die nach dem Eigenkirchenrecht von einem weltlichen Machthaber in ihre Ämter eingesetzt wurden und sich dafür durch Geschenke, zum Beispiel den kostbaren Ornat ihrer Vorgänger, erkenntlich zeigten. Zumindest konnte der Eindruck entstehen, dass sie sich damit ihr kirchliches Amt, ihr Priestertum, ihre Macht über menschliche Seelen erkauft hatten. Überhaupt war das ja ein fragwürdiges Verfahren, dass ein Laie, also ein Nicht-zum-Priester-Geweihter, nicht nur Pfarrer, sondern hohe und höchste geistliche Würdenträger, Ebte, Bischöfe, ja sogar den Papst einsetzte oder jedenfalls bestimmenden Einfluss auf ihre Wahl ausübte. Man nannte das Laieninvestitur. Investitur heißt eigentlich Einkleidung. Der Bischof wurde vom Kaiser mit seinem Amtsornat bekleidet und erhielt Ring und Stab überreicht als Insignien seiner weltlichen und seiner geistlichen Macht. Das Recht, diese Investitur vorzunehmen, hatten die Kaiser seit Otto dem Ersten ausgeübt. Und sie hatten es guten Gewissens getan, in dem Bewusstsein, damit die Ordnung in der Kirche aufrecht zu erhalten, die Ordnung im Reich, das sie mithilfe der Kirche und deren geistlicher wie weltlicher Macht zu beherrschen vermochten. Die gottgewollte Ordnung der Welt. Der Gedanke, dass Imperium und Kirche nicht zusammengehören, nicht vereint herrschen sollten, dass sie getrennte Institutionen darstellen könnten, war ihnen noch nicht gekommen. Jetzt aber wurde dieser Gedanke gefasst. Und nicht nur das. Es erhob sich folgerichtig auf die Frage, welcher dieser zwei Mächte der Vorrang zustand. Für einen kirchlich gesinnten Priester konnte es auf diese Frage nur eine Antwort geben. Vielleicht hätte sich der Konflikt lösen lassen, wenn als Repräsentanten von Kaisertum und Kirche nicht zwei Männer aufeinander getroffen wären, die, jeder für sich, gleichermaßen imponierend wie schreckenerregend anboten. Seltsam, wie von einem Menschen, auch wenn er zu seinen Lebzeiten weit bekannt und mächtig war, oft nur ein Bild bleibt, ein Name, ein Geschehenes aus einem langen, ereignisreichen Leben. Von Kaiser Heinrich IV. weist der durchschnittliche Deutsche, oder sagen wir besser, der durchschnittlich gebildete Deutsche, im Allgemeinen nicht viel mehr, als dass er nach Canossa gegangen ist und dass das eine demütigende Situation war. Allenfalls haben wir noch eine vage Vorstellung von einem Büßer, der in hehrenem Gewand im Schnee eines Burghofes steht, drei Tage lang, barfuß, bevor ihm der Papst dann doch verzeiht. Was eigentlich? Und auch diese ungenauen Vorstellungen verdanken wir nur der Tatsache, dass Otto von Bismarck in einer Reichstagsrede 1872, es ging um einen Konflikt mit dem Heiligen Stuhl, sagte, nach Canossa gehen wir nicht, weder körperlich noch geistig. Damit hatte er eine stehende Wendung kreiert, derer sich Politiker und Leitartikler heute noch mit Inbrunst bedienen. Wenn jemand zugeben soll, aber nicht will, dass er Mist gebaut hat, dann zitiert man den Gang nach Canossa. Dabei war Heinrich IV. im Jahr 1077, als er diesen schweren Gang antreten musste, bereits seit 21 Jahren König, und er sollte es weitere 29 Jahre bleiben, bevor er am 7. August 1106 starb, genau 170 Jahre nach der Krönung Heinrichs des Ersten, 700 Jahre minus einen Tag, vor dem Ende des Reiches, um dessen Willen er so vieles ausgestanden hatte. Zum König gekrönt wurde er 1056, mit sechs Jahren, und im gleichen Jahr starb sein Vater Heinrich III. Der war ein kraftvoller Herrscher gewesen, hatte einmal in einem Jahr gleich drei Päpste ab- und einen neuen eingesetzt, Böhmen hatte er vorübergehend unter deutsche Lehenshoheit gebracht. Jetzt übernahm seine Witwe die Regentschaft. Aber diese Agnes von Poitou war keine Theophanou und auch keine Adelheit. Bei der Vergabe großer Lehen, der Herzogtümer Schwaben, Bayern und Kärnten, bewies sie eine unglückliche Hand. Sie gab sie an Leute, die sich später als Gegner des Königs hervortun sollten. Überhaupt schlug ihr Versuch fehl, die Politik ihres Mannes fortzusetzen, und den Einfluss der großen Adelsfamilien zurückzudrängen. Sie bewirkte eher das Gegenteil. Um das verständlich zu machen, sollten wir etwas ausholen. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, dass dieses Reich kein Staat in unserem Sinne war, sondern auf einem Netz von persönlichen Beziehungen beruhte. Historiker haben von einem Personenverband gesprochen. Das Lehens- oder Feudalsystem, das wir ebenfalls schon erwähnt haben, war ein Machtinstrument innerhalb dieses Personenverbandes, ein schwerfälliges, wenig effizientes Instrument, weil der König immer nur indirekten Zugriff auf die unteren Stufen der Pyramide hatte und weil die Handhabung immer schwieriger wurde, je mehr sich einzelne Gewalten und Territorien aufsplitterten. Schon 976 war beispielsweise Kärnten aus Bayern herausgelöst und zu einem eigenen Herzogtum erhoben worden. Die Markgrafschaften, Bistümer, Stifte und andere Herrschaftsgebiete wurden immer selbstständiger. Wir wollen das im Einzelnen nicht darlegen, es ist verwirrend und ermüdend. Auch hatte der König in dem Maße, wie die Lehen erblich wurden, immer weniger Druckmittel gegen widerspenstige Vasallen. Ein zweites Herrschaftsinstrument war die Reichskirche. Die war die einzige Institution, die einen einigermaßen einheitlichen, konsequent hierarchischen Aufbau und eine geordnete Verwaltung aufwies. Sie funktionierte relativ hervorragend, aber nur so lange, wie ihre Rolle als Machtmittel der Krone nicht in Frage gestellt wurde. Drittens gab es das Königsgut, also das, was dem König und seiner Familie, die ja ebenfalls dem Hochadel entstatteten, an Ländereien und anderen Besitztümern unmittelbar gehörte. Und das Reichsgut, den Besitz vorhergegangener, erloschener Dynastien, also zur Salierzeit den Otonen, der vorwiegend in Sachsen lag, dessen Einkünfte dem König zustanden. Hier waren die Besitzverhältnisse allerdings manchmal unklar. Schließlich standen dem König noch die sogenannten Regalien zu, königliche Rechte, Weg- und Marktzölle zu erheben, Münzen schlagen zu lassen, Gerichte einzusetzen und dafür Gebühren zu erheben, Bergrechte und andere. Solche Regalien und auch Teile des Reichsguts mussten die Könige oft verpfänden, wenn größere Ausgaben, etwa für Kriegszüge, nötig waren. Wurde das Pfand dann über längere Zeit nicht ausgelöst, neigten die Pfandnehmer dazu, es als Teil ihres Eigentums zu betrachten, oder es geriet in Vergessenheit, was Pfand, was Lehen und was Eigentum eines Adeligen war. Der Konkurrenzkampf unter den großen Lehensträgern des Reiches war hart. Jeder raffte zusammen, so viel er bekommen konnte. Da der abstrakte Begriff des Staates und des Staatseigentums unbekannt war, fühlte man sich dem König nur dann verpflichtet, wenn er oder seine Vertreter seine Macht auch ausüben konnten. Und genau das konnte Heinrich IV. während seiner Minderjährigkeit nicht. Also bedienten sich die Großen nach Kräften, am Reichsgut und natürlich auch am Eigentum Schwächerer, vor allem im Herzogtum Sachsen, weil die Familie der Salier als Franken dort landfremd war und man wohl meinte, das Erbe der Otonen stehe ihnen nicht zu. Als besonders gierig erwiesen sich zwei Bischöfe, Anno von Köln und Adalbert von Bremen. Anno ging sogar so weit, den jungen König in seine Gewalt zu bringen. Er lockte den Zwölfjährigen, der sich in der Pfalzkaiserswert aufhielt, auf ein prächtig geschmücktes Rheinschiff, das dann ablegte und schnell davon gerudert wurde. Es nützte nichts, dass der Junge in seiner Angst in den Strom sprang. Er glaubte, er solle ermordet werden. Man zog ihn wieder heraus und brachte ihn nach Köln. Anno übernahm die Regentschaft. Der Ausverkauf des Reiches wurde noch skrupelloser betrieben. Der Bischof muss ein harter und schroffer Mensch gewesen sein. Heinrich fürchtete und hasste ihn. Und auch den anderen Fürsten wurde die Skrupellosigkeit, mit der er seine Macht über den König ausnützte, zu viel. Sie zwangen ihn, die Regentschaft und die Person Heinrichs an Adalbert von Bremen abzutreten. Der war ein eher juwialer Typ, liebte Gastmäler und amüsante Gesellschaft. Am liebsten Naturwissenschaftler, Ärzte, Schauspieler, Astrologen, lauter Leute, die nach damaligen Begriffen kein Umgang für einen Kirchenfürsten waren. Es gelang ihm sogar, die Sympathie des jungen Königs zu gewinnen. Er zeigte sich gern freigiebig. Freigiebigkeit, milte, galt als hervorragende Tugend eines Mächtigen. Die anderen Fürsten versuchte er durch Geschenke auf seine Seite zu bringen, vornehmlich aus dem Reichsgut im Herzogtum Sachsen. Natürlich fiel dabei auch für ihn selbst ein beträchtlicher Anteil ab. Er plante sich, die reichsunmittelbaren Klöster Korwey und Lorsch anzueignen. Daraufhin versammelten sich die Fürsten und stellten König Heinrich ein Ultimatum. Er solle entweder diesen Bischof entlassen oder auf den Thron verzichten. Mit 16 Jahren, 1065, trat Heinrich selbst die Regierung an. Er versuchte möglichst viel von dem wieder zu gewinnen, was dem Reich in den zehn Jahren seit dem Tod seines Vaters verloren gegangen war. Allzu geschickt stellte er sich dabei nicht an und er ging mit einer Härte vor, die er vielleicht durch bittere Erfahrungen mit Anno und Adalbert gelernt hatte. Aber er besaß kaum die Machtmittel, seine Ansprüche durchzusetzen. In Sachsen ließ er, um das entfremdete Reichsgut wieder in die Hand zu bekommen, eine Anzahl von Burgen bauen. Die Besatzungen bestanden aus süddeutschen, meist fränkischen Ministerialen. Das waren Leute niedriger, unfreier Herkunft, die aber Waffen tragen durften, weil sie im Dienst des Königs standen. Das erbitterte die sächsischen Adeligen, die den König beschuldigten, er habe eine Fremdherrschaft errichtet. Und natürlich glaubten sie, sie hätten das, was sie sich während der Regentschaft der Witwe Heinrichs des Dritten angeeignet hatten, ganz zurecht erworben und wenn der König jetzt auf ältere Rechte pochte, sei das reine Willkür. Es gelang ihnen sogar ihre Bauern gegen Heinrich zu mobilisieren. Die hatten beim Burgenbau Frohendienste, das heißt unbezahlte Arbeit leisten müssen und es war zu Übergriffen, Erpressung von Abgaben und zu Plünderungen gekommen. Ein Aufstand brach los. Die Aufständischen hätten es wohl eher eine Fede genannt. Sympathisanten hatten sie auch im Süden, vor allem unter den großen Adeligen. Heinrich musste nachgeben und zugestehen, dass seine Burgen geschleift wurden. Die sächsischen Bauern gingen dabei mit einer Gründlichkeit zu Werke, die man beinahe schon als Deutsch bezeichnen kann. Sogar die Fundamente wurden wieder herausgerissen und auch ein Kloster, das als Grabstätte für die Königsfamilie neben einer der Burgen errichtet worden war, ließen sie nicht stehen. Das dürfte etliche der adeligen Rebellen doch erschreckt haben. Wie, wenn die Bauern einmal auf den Gedanken kamen, dass sie ja auch andere Burgen als die des Königs ruinieren könnten. Im Jahr darauf 1075 gelang es Heinrich, die Aufständischen zu schlagen. Er konnte seine Burgen wieder aufbauen. Jetzt fühlte er sich mächtig, aber gefestigt war seine Position in Deutschland deshalb noch nicht. Solche Konflikte, man sieht es, pflegten sich hinzuziehen. Sie im Einzelnen zu verfolgen, ist weder spannend noch sonderlich erkenntnisträchtig. Was Heinrichs Zwistigkeiten mit den Sachsen und ihren Gesinnungsfreunden Gewicht verleiht, ist der Umstand, dass sie sozusagen parallel gehen mit einem anderen, viel tieferen Konflikt, nämlich dem mit der Reformpartei in der Kirche. In Rom war 1059 eine neue Wahlordnung für die Papstwahl beschlossen worden. Stimmberechtigt sollten in Zukunft ausschließlich die Kardinäle sein. Klerus und Volk und auch der Kaiser hatten nur mehr die Befugnis einer solchen Wahl zuzustimmen. Außerdem wurde die Laieninvestitur verboten. Als zum ersten Mal ein Papst, Alexander II. 1061 bis 1072, auf die neue Art erhoben wurde, ließ die deutsche Regentschaft zwar einen Gegenpapst wählen, tat aber nichts, ihn auch durchzusetzen. Zum ersten Mal machte auch eine Volksbewegung ihren Einfluss in der Kirche geltend, die Pataria, was so viel heißt wie Lumpengesindel. Sie stellte sich in den oberitalienischen Städten, vor allem in Mailand, im Sinne der Reform gegen den Hohen Klerus, der sich aus dem Stadtadel rekrutierte und nicht davon lassen wollte, kirchliche Ämter und Pfründen auf die altbewährte Art unter sich zu verteilen. Der Pataria nahe stand ein Mann, der auch entscheidenden Einfluss auf den Erlass des Papstwahldekrets ausgeübt hatte. Hildebrandt, päpstlicher Diakon und früherer Mönch, vertrauter mehrerer Päpste und kompromissloser Reformanhänger. Früher hatte er mit einem von Heinrich III. abgesetzten Papst die Verbannung in Deutschland geteilt. Er wurde jetzt 1073 zum Papst gewählt, obzwar nicht streng nach den Regeln der neuen Ordnung und nahm den Namen Gregor der Siebte an. Alsbald ergingen neue, scharfe Bestimmungen gegen die Simonie. Und ein weiteres Thema wurde in Angriff genommen, das in der katholischen Kirche bis heute aktuell und umstritten ist. Der Zölibat, also das Eheverbot für alle Kleriker, nicht nur für Mönche und hohe Würdenträger. Bis dahin war es durchaus üblich gewesen, dass Weltpriester, also das theologische Fußvolk in den Kirchengemeinden, verheiratet waren, so wie das in der Ostkirche bis heute üblich ist. Modernen Menschen, auch vielen Katholiken erscheint der Zölibat als etwas Widersinniges, Kontraproduktives. Er zwingt, so wird argumentiert, die betroffenen Geistlichen entweder zur Heuchelei oder er macht verklemmte Menschen aus ihnen. Zudem blockiert er ihnen den persönlichen Zugang zu einem Erfahrungsbereich, der gerade für sie als Seelsorger ungemein wichtig wäre, zu allem, was mit Sexualität, Ehe, Familie zu tun hat. Damals sah man im Priester nicht wie heute in erster Linie den Seelsorger, einer Art geweihten Psychotherapeuten, sondern vor allem einen Spender der Sakramente, durch die er den Menschen die Gnade Gottes vermittelte. In den schweren Konflikten mit der weltlichen Gewalt, auf die die Reformkirche zusteuerte, würden unverheiratete Priester, die nicht durch Druck auf ihre Familien eingeschüchtert werden konnten, die unabhängigeren, zuverlässigeren Streiter seien. Zudem Lehen, Pfründen, Privilegien neigten immer mehr dazu, als erblicher Besitz verstanden zu werden. Wenn das auch in der Kirche einriss, wenn Pfarrer ihre ältesten Söhne zu Nachfolgern heranzogen, dann wären ähnlich schwerfällige, ineffiziente Strukturen wie im Lehensystem entstanden. Die Kirche wäre noch weiter verweltlicht, zu einer Versorgungsanstalt für bevorzugte Familien mutiert. Ihr religiöser Auftrag wäre weiter verwahrlost. Es war vom Standpunkt der Kirchenreformer aus durchaus vernünftig, da einen Riegel vorzuschieben. Im Register Georgs VII., also in dem, was man heute als seine Briefablage bezeichnen würde, fand sich später ein Papier, das als Dictatus Pape bezeichnet wird. Seine Entstehung ist nicht ganz geklärt, offensichtlich aber stellt es eine Art Grundsatzprogramm des Papstes dar. Es ist in 27 Punkte oder Thesen gegliedert. An eine breitere Öffentlichkeit, soweit es sie damals schon gab, dürfte das Dokument nicht gelangt sein. Dazu war sein Inhalt zu revolutionär. Es stürzte die damals bestehende Weltordnung um. Nicht mehr der Kaiser sollte den Papst in sein Amt einsetzen, sondern umgekehrt, nur er, der Papst, verfügt über die kaiserlichen Insignien. Das heißt, er hat zu entscheiden, wer diese Insignien zu tragen, wer Kaiser zu sein hat. Die Kirche kann nicht irren, ist unfehlbar, und innerhalb dieser unfehlbaren Kirche hat der Papst uneingeschränkte Befehlsgewalt. Er ist von Amts wegen heilig, und das ist nicht als Floskel oder Metapher zu verstehen, sondern ganz wörtlich, und da er ein Heiliger ist, steht er über allen Menschen, auch über den weltlichen Herrschern. Die haben ihm die Füße zu küssen. Und wenn sich ein Herrscher dieser päpstlichen Macht nicht fügt, dann ist ihm niemand mehr Treue und Gehorsam schuldig, er stellt sich außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Dasselbe tut jeder, der gegen die Lehrmeinungen und Entscheidungen der Kirche, respektive des Papstes, Einwände vorbringt. Es ist eine Art geistlicher Absolutismus, der hier verkündet wird. Ein totaler Anspruch, der sich religiös fundiert, in erster Linie auf den politischen Bereich erstreckte. Datiert wird der Diktatus Paper in das Jahr 1075. Ob die Menschen jener Zeit überhaupt hätten begreifen können, was hier gefordert wurde? Jedenfalls können wir sagen, dass dies der Geist war, der die Politik des Papstes in den kommenden Jahren bestimmte. Heinrich IV. andererseits, der gerade den Sachsenaufstand niedergeschlagen hatte, war nicht bereit, auf diese Umkehr der Machtverhältnisse einzugehen. Zum Ausbruch kam der Konflikt über die Frage der Neuvergabe des Erzbistums Mailand und zweier anderer italienischer Bistümer. In Mailand sitzte Heinrich, so wie das seine Vorgänger getan hatten, im Einvernehmen mit dem Stadtadel und dem etablierten Klerus einen neuen Erzbischof ein. Dagegen rebellierte die Pataria und wählte einen anderen, der vom Papst bestätigt wurde. Das war ein unerhörter Vorgang. Üblich war, dass der Kaiser bzw. König einen Kandidaten bestimmte, Volk und Klerus bzw. das Domkapitel ihn dann wählten. Gregor hatte kurz zuvor wegen ähnlicher Vorfälle den französischen König Philipp mit dem Kirchenbann belegt. Jetzt richtete er ein Schreiben an Heinrich IV., in dem er sich über dessen Vorgehen beschwerte und ihn an das Schicksal des biblischen Saul erinnerte, der wegen seines Hochmuts von Gott bestraft worden sei. Heinrich war nicht gewillt, sich sein wirksamstes Machtmittel, die Reichskirche einfach aus der Hand schlagen zu lassen. Er berief eine Versammlung deutscher Bischöfe ein, die sich in Worms trafen. Das waren lauter Herren aus hohem Adel. Sie hatten sich seit geraumer Zeit über immer neue Reformanordnungen aus Rom geärgert, wollten sich von einem Papst, der aus plebeischen Verhältnissen stammte, nicht weiter schikanieren lassen. Die Versammlung erklärte Gregor für abgesetzt, schickte ihrerseits einen Brief, in dem sie ihn nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch Hildebrandt nannte und ihn feierlich aufforderte, von dem angemaßten Stuhl Petri herabzusteigen. In sehr starken Worten warfen sie ihm vor, sich über alle anderen Geistlichen, die Gesalbten des Herrn, gestellt zu haben. Mit dieser Absetzung hatte sich Heinrich sichtlich übernommen. Auch sein Vater und dessen Vorgänger hatten, wir sahen es, Päpste ab und andere eingesetzt. Aber sie hatten das in Rom getan, mit einem Heer im Rücken, nicht aus der Ferne und schriftlich. Bei Übergabe und Verlesung dieses Briefes soll es in Rom zu Ausschreitungen und Tätlichkeiten von Gregors Anhängern gegen die deutschen Gesandten gekommen sein. Der Papst griff nun zu seiner schärfsten Waffe. Er verhängte den Kirchenbann über Heinrich. Das hieß, er stieß ihn aus der Kirche aus und, da er ja König war, mit ihm alle seine Anhänger, sein ganzes Land. Wir, für die kirchliches Leben etwas ist, was ein immer kleiner werdender Teil der Gesellschaft freiwillig auf sich nimmt, von der Mehrheit eher befremdet und mit Unverständnis beobachtet, wir können uns nicht mehr vorstellen, was dieser Bann und das mit ihm verbundene Interdikt, das Verbot kirchlicher Handlungen für Menschen bedeutete, denen Religion ein wichtiges, ein unentbehrliches Mittel war, ihr Leben zu bewältigen, die Frage nach dem Sinn dieses Lebens zu beantworten. Die Kirchen blieben verschlossen, die Glocken stumm, es konnte keine Messe mehr gelesen werden, die Gemeinden konnten sich nicht im Gebet versammeln. Die kirchlichen Feste, die den Rhythmus des Jahreslaufes bestimmten, fielen aus, niemand konnte ordnungsgemäß eine Ehe schließen, die Sterbenden mussten ohne Beichte und Wegzehrung den Schritt ins Dunkel gehen. Allen Sündern waren Buße und Absolution verwehrt. Es war, als sei jedes Leben erstorben oder zumindest jeden Inhalts, jeden Sinns beraubt. Für Heinrichs Gegner allerdings, die er im Jahr davor schon besiegt zu haben, meinte, war das eine Chance. Eine Anzahl von Fürsten, auch von Bischöfen, gingen zu ihnen über. Sie versammelten sich in Tribur am Rhein und stellten dem König wieder einmal ein Ultimatum, er solle binnen Jahresfrist die Aufhebung des Bannes erreichen, ansonsten werde er abgesetzt, ein neuer König gewählt. Natürlich nahm man an, dass es ihm nie und nimmer gelingen könne, diese Frist einzuhalten, ja, sich überhaupt vom Bann zu lösen. Der Papst wurde eingeladen, nach Deutschland zu kommen und Schiedsgericht über König und Fürsten zu halten. Das war eine Rolle, die hervorragend zu Gregors Selbstverständnis passte. Er machte sich bald auf den Weg. Dies also war die Vorgeschichte der Tage von Canossa. Eigentlich war Heinrich am Ende. Er hatte den Papst und die Mächtigen seines Landes gegen sich, musste froh sein, wenn ihm einzelne Städte zeitweilig Schutz und Obdach gewährten. Ein Heer, um seine Autorität durchzusetzen, stand ihm nicht mehr zur Verfügung. Er entschloss sich also zu einem Schritt, den man entweder als verzweifelt oder als genial bezeichnen kann. Nur von seiner Frau und einem kleinen Gefolge begleitet, brach er nach Italien auf. Dabei musste er den Umweg über Burgund nehmen, weil ihm die Herzöge von Bayern und Schwaben den Weg über ihre Alpenpässe verwehrten. Gregor, als er erfuhr, der König sei in Italien, glaubte nicht anders, als dass er mit einem Heer gekommen sei. Und es gab auch hier Reformgegner, die sich einer solchen Aktion gern angeschlossen hätten. Also zog sich Gregor Eilends auf die Burg Canossa zurück, die einer seiner treuesten Anhängerinnen gehörte, der Markgräfin Mathilde von Tuszien. Über das Verhältnis des Papstes zu dieser Frau haben sich spätere Schriftsteller den üblichen Fantasien hingegeben. Da man aber nichts Genaues weiß, sollte man darüber lieber schweigen. Mathilde selbst und die intellektuelle Leitfigur der Reformpartei, der Abt Hugo von Cluny, waren ebenfalls anwesend. Hier also erschien Heinrich im Büßergewand und stellte sich drei Tage in Folge barfuß in den Schnee des Burghofes. Für einen König war das eine noch nie dagewesene Geste der Demütigung. Andererseits aber war es für Papst Gregor eine höchst unwillkommene, eine in jeder Hinsicht peinliche Situation. Natürlich wollte er den König unter keinen Umständen vom Bann lösen. Er wollte nach Deutschland reisen Heinrich absetzen, einen neuen König bestimmen und die Oberherrschaft der Kirche über das damals mächtigste Land Europas errichten. Aber als Priester, das machten ihm wohl auch die Markgräfin und der Abt klar, als Oberhaupt der Mutter Kirche hätte er sich jeder moralischen Autorität begeben, wenn er sich geweigert hätte, einem Sünder zu vergeben, der seine Reue so augenfällig zeigte. Das wäre in den Augen der Menschen grausam und unmenschlich gewesen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als Heinrich zu verzeihen. Es wurde sogar ein Versöhnungsmal gehalten, zusammen mit Mathilde und Hugo. Die Stimmung dabei muss man sich vorstellen. Gregors Triumph war also zugleich eine diplomatische Niederlage. Aus seiner Reise nach Deutschland und der Schiedsrichterrolle wurde nichts. Heinrich dagegen hatte Zeit gewonnen, konnte heimkehren und sogar ein Heer aufstellen, um seine Gegner zu bekämpfen. Die hatten inzwischen einen Gegenkönig gewählt, Rudolf von Rheinfelden, den die Regentin Agnes seinerzeit zum Herzog von Schwaben erhoben hatte. Zwei Jahre später fand Gregor einen Vorwand, Heinrich erneut zu bannen. Aber das scheint nicht mehr die Wirkung gehabt zu haben, wie beim ersten Mal. Zu offensichtlich war der politische Zweck dieser Kirchenstrafe. Außerdem fiel der Gegenkönig Rudolf im Kampf. Das heißt, es wurde ihm die rechte Hand abgeschlagen und er starb an dieser Verwundung. Für die Menschen damals war das das Zeichen eines Gottesurteils. Die rechte Hand, mit der er seinem König die Treue geschworen hatte. Ein Großteil der Deutschen und auch der italienischen Bischöfe stellte sich wieder auf Heinrichs Seite, erklärte Gregor erneut für abgesetzt und wählte einen Gegenpapst. Mit dem und natürlich mit einem Heer zog Heinrich 1084 nach Rom und ließ sich zum Kaiser krönen. Gregor der Siebte verschanzte sich unterdessen in der uns schon bekannten Engelsburg. Von dort aus rief er die Normannen aus Unteritalien zu Hilfe. Warum diese Nachkommen der Wikinger, nicht nur die Normandie und seit 1066 England, sondern auch Sizilien und den Süden Italiens beherrschten, muss erklärt werden, aber das würde hier zu weit führen. Wir verschieben es deshalb. Die Normannen kamen tatsächlich, hauten ihn heraus und zwangen den Kaiser und seine Leute zum Abzug. Dann aber hausten sie derart in Rom, dass der Papst den Volkszorn hätte fürchten müssen, wenn er ohne ihren Schutz zurückgeblieben wäre. Er ging also mit ihnen und starb im Jahr darauf 64 Jahre alt in Salerno. Im dortigen Dom kann man heute noch sein Grab besichtigen. Es trägt die Inschrift, ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst, deshalb sterbe ich im Exil. Das sollen seine letzten Worte gewesen sein. Subjektiv, sicher aufrichtig. 1606, während der Gegenreformation, hat ihn die katholische Kirche heilig gesprochen. Die deutschnationale, meist von Protestanten geschriebene Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts sah ihn natürlich anders. Als Urbild des herrschsüchtigen Pfaffen. Von solchen Vorstellungen zeigt sich auch Bismarck in der zitierten Reichstagsrede beeinflusst. Und er hatte damit den Nerv seiner Zeit getroffen. Das ist daran zu ersehen, wie begierig diese Redewendung aufgenommen und tausendfach wiederholt wurde. Canossa war eine nationale Schmach gewesen, die sich nie mehr wiederholen durfte. Wie immer, wenn ein Zeitalter seine eigenen Wertmaßstäbe an ein anderes Zeitalter legt, stimmte dieses Urteil nur bedingt. Natürlich hatte sich Heinrich IV. vor dem Papst demütigen müssen. Aber Kirchenbuße zu tun, war für einen mittelalterlichen Christen auch für einen Herrscher. Keine Schande, nichts, was ihn verächtlich oder lächerlich machte. Man sieht ihn allzu einseitig, wenn man immer nur das Bild von Canossa vor Augen hat. Ja, er war ein unglücklicher Mensch, wahrscheinlich tief traumatisiert durch die Erlebnisse seiner Kindheit. Er schätzte seine Möglichkeiten oft falsch ein. Unter ihm stürzte das Reich von dem Höhepunkt der Macht, den es unter Heinrich III. erreicht hatte. Er musste Niederlagen hinnehmen, die innere Zerrissenheit erreichte nie dagewesene Ausmaße. Andererseits, gerade weil er den Großteil des Adels gegen sich hatte, musste er sich auf Kräfte stützen, die zu seiner Zeit aufkamen und Bewegung in das starre Gefüge der Feudalgesellschaft brachten, auf die Städte, die damals begannen, nach Unabhängigkeit von ihren Oberherren, meist einem Bischof zu streben und Ansätze einer selbstverwalteten bürgerlichen Gesellschaft zu entwickeln, wie sie dann im Spätmittelalter zur voller Blüte kam. Und auf die Ministerialen, die sich mit der Zeit von ihrer unfreien Herkunft emanzipieren und mit dem niederen Adel eine einheitliche Klasse bilden konnten, den Ritterstand. Erster Träger einer weltlichen, nicht-klerikalen Kultur in Deutschland, der so große Leistungen wie die mittelhochdeutsche Lyrik und die großen Epen hervorbringen sollte. Falls es in der Geschichte überhaupt etwas wie Fortschritt gibt, dann war Heinrich IV., wenn auch eher gezwungenermaßen, auf seiner Seite. Er war auch der erste Kaiser, der das Fedewesen, diese Landplage einzudämmen versuchte. Damit verwirklichte er paradoxerweise eine Forderung der kluniacensischen Reform. 1103 verkündete er einen allgemeinen Landfrieden, den die Fürsten sogar beschworen. Nicht, dass man für alle Zeiten auf seine Privatkriege verzichtete, aber wenigstens für vier Jahre sollte der Frieden eingehalten werden. Davor allerdings hatte sein zweiter Italienzug von 1090 bis 1097 ein wenig ruhmvolles Ende genommen. Anlass war ein Bündnis, das durch eine bizarre Eheschließung zustande gekommen war. Die 40-jährige Markgräfin Mathilde von Tusziem von der Toskana, die wir schon von Canossa her kennen, hatte den 17-jährigen Sohn Welf des Bayernherzogs geheiratet. Bei dem böhmischen Chronisten Cosmas von Prag findet sich eine deftige Anekdote über die Missglück der Hochzeitsnacht dieses ungleichen Paares. Adel, Klerus und Volk scheinen sich allenthalben das Maul zerrissen zu haben. So entstand eine Verbindung zwischen den Süddeutschen und den oberitalienischen Feinden des Kaisers. Sein Versuch, dagegen einzuschreiten, führte lediglich dazu, dass er schließlich mit einem Rest seines Heeres vier Jahre lang in Verona fest saß, sich weder nach Norden über die von den Bayern blockierten Alpenpässe bewegen konnte, noch nach Süden, wo ihm Mathildes Verbündete den Weg versperrten. Erst als die seltsame Ehe gescheitert war, wechselte Bayern wieder einmal die Seiten. Der Kaiser konnte nach Deutschland zurückkehren. Dort gingen die Kämpfe weiter. Schon 1093, also während der Abwesenheit Heinrichs in Italien, hatte sich sein ältester Sohn mit der päpstlichen Partei verbündet. Er war inzwischen verstorben. Jetzt 1104 fiel der zweite Sohn, Heinrich, den er 1103 zum König hatte krönen lassen, von ihm ab. Das ist eine der hässlichen Einzelheiten, die es aus der mittelalterlichen Kaisergeschichte zu berichten gibt. Wie sich dieser Heinrich der Fünfte scheinbar zur Versöhnung bereit erklärt, wie er es versteht, das Misstrauen seines Vaters zu besänftigen, ihn auf die Burg Böckelheim zu locken und wie er ihn dort dann gefangen hält. Natürlich. Heinrich der Fünfte befürchtete, die Fürsten würden wieder einen Gegenkönig wählen. Es werde ihnen diesmal endlich gelingen, den Kaiser abzusetzen, und damit werde die Krone ihm selbst und der ganzen Salier-Dynastie endgültig verloren gehen. Außerdem herrschten im Reich chaotische Zustände, es kam sogar zu Hungersnöten. Aber die Hinterlist, mit der er sich seines Vaters bemächtigte, gibt doch ein widerwärtiges Schauspiel ab. Es gelang Heinrich IV. erstaunlicherweise, aus seiner Haft zu entfliehen. Unbeugsam und zäh, wie er war, fing er sogar noch einmal an, Anhänger zu sammeln. Aber noch bevor es zu kämpfen kam, starb er. 1106. Nach unseren Begriffen war er nicht alt geworden. 56 Jahre. 50 Jahre lang war er König gewesen. 40 Jahre lang hatte er selbst geherrscht, sich durch eine endlose Kette von Niederlagen und temporären Erfolgen gekämpft. Das, wofür er stand, die Macht des Kaisertums über die Kirche, war beinahe in Vergessenheit geraten. Die Menschen müssen das Gefühl gehabt haben, dass da eine Abtrat, dessen Zeit schon längst vorbei war. Sein Leichnam wurde, da er bei seinem Tod noch immer unter Kirchenbann gestanden hatte, in einer ungeweihten Kapelle aufgebahrt und erst 1111 im Dom von Speyer beerdigt. Vielleicht war man den ewigen Streit auch leid. Heinrich V. fand zunächst allgemeine Anerkennung. Allerdings wurde bald offenbar, dass er nichts anderes anstreben konnte als sein Vater. Ohne die Reichskirche war Deutschland nicht zu beherrschen. Also geriet auch er in Konflikt mit dem Papsttum, wurde zweimal von der Kirche gebannt und bekam es mit einer Fürstenopposition zu tun. Wir wollen darüber nicht ausführlich erzählen. Einmal, weil das Thema eintönig zu werden beginnt, zweitens, weil man sich ungern mit einem unsympathischen Charakter wie Heinrich V. beschäftigt. Aber wie der Investiturstreit ausging, also die Frage, wer das Sagen haben solle, wenn es um die Bistümer und ihre Machtmittel ging, das muss doch noch erwähnt werden. Auf seinem ersten Italienzug versuchte Heinrich V. zusammen mit Papst Paschalis II. eine Radikallösung. Die Kirche sollte alle weltlichen Güter und Machtmittel an die Krone abgeben und dafür das alleinige Recht zur Investitur der Bischöfe erhalten, die sich dann, so wie heute, auf ihre spirituellen Aufgaben beschränkt oder vielmehr konzentriert hätten. Dagegen erhob sich wütender Protest von Seiten der deutschen Kirchenfürsten. Sie hatten nicht vor, auf ihre weltliche Macht und ihre Reichtümer zu verzichten. Und wovon sollten sie schließlich leben? Heinrich V. reagierte auf eine für ihn sehr kennzeichnende Weise. Er nahm Papst Paschalis gefangen und erpresste ihn. Jetzt musste der Papst ihm das alleinige Investiturrecht zugestehen und außerdem schwören, ihn niemals mit dem Kirchenbann zu belegen. Natürlich blieb auch diese Regelung nicht bestehen, sondern wurde von kirchlicher Seite widerrufen, sobald der Kaiser, Heinrich hatte Paschalis auch gezwungen, ihn zu krönen, wieder weit weg in Deutschland war. Erst 1122 gelangte man, nachdem zwischenzeitlich Papst Paschalis und sein Nachfolger verstorben waren, zu einer Einigung. Ähnliche Verträge hatte die Kurie vorher mit dem englischen und dem französischen König geschlossen. Man unterschied also jetzt, wenn es um das Bischofsamt ging, zwischen den Temporalien, den weltlichen Besitztümern und Machtbefugnissen und den Spiritualien, den geistlichen, priesterlichen Aufgaben des Amtes. Für die Spiritualien standen als Insignien Ring und Bischofsstab, für die Temporalien das Zepter. Gewählt werden sollte der Bischof vom Domkapitel. In Deutschland aber in Anwesenheit des Königs beziehungsweise Kaisers, dem die Entscheidung zustand, wenn keine Einstimmigkeit erreicht wurde. Der Kaiser hatte in Deutschland das Recht, dem neu gewählten Bischof als erster das Zepter zu verleihen und ihn so in sein Amt einzuführen. Erst dann wurde er von einem Kirchenvertreter mit Ring und Stab ausgestattet. In Italien und in Burgund, das seit den Zeiten Heinrichs des Dritten ebenfalls zum Reich gehörte, sollte die Reihenfolge umgekehrt sein. Man nennt diesen Vertrag das Wormser Konkordat, weil er in dieser Stadt abgeschlossen wurde. Konkordat heißen bis heute alle Verträge, die das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und einem Staat regeln. War das Wormser Konkordat ein guter Kompromiss, eine vernünftige Regelung? Im Sinne der Zeit kann man das bejahen. Es brachte die Verfechter der kirchlichen Reform ihren Zielen einen Schritt näher, indem es Geistliches und Weltliches zumindest gedanklich auseinanderhielt. Und es sicherte andererseits den Bestand der Reichskirche, ohne die die Ausübung der Herrschaft in Deutschland nicht möglich war. Aber es blieb auch sehr viel Konfliktstoff zwischen den Universalmächten Kaiser und Papst bestehen. Und aus der Sicht von heute kann man fragen, ob es für die Entwicklung in Deutschland nicht zuträglicher gewesen wäre, wenn die Kaiser vor die Notwendigkeit gestellt worden wären, staatliche Strukturen, Verwaltung, einheitliches Recht, Gerichtswesen, Steuern und so weiter zu entwickeln, so wie das zunächst in Ansätzen, aber mit sich steigernder Dynamik im normannischen England und später auch in Frankreich geschah. Aber es hat natürlich nicht viel Sinn, im Nachhinein danach zu fragen, was hätte sein können oder sollen. Ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten Kapiteln wiederholt die Ausdrücke Deutsch und Deutschland vorkamen? Was das Wort Deutschland angeht, so ist es für die Zeit, von der die Rede war, immer noch ein Anachronismus. Man kannte es nicht, sprach allenfalls von deutschem Land und deutschen Landen. Noch Walter von der Vogelweide, er lebte etwa von 1170 bis 1230, schreibt in einem seiner politischen Gedichte »So weh dir, tüschi Zunge, wie stedin Ordenunge«. Mit der deutschen Zunge meint er offensichtlich Deutschland oder die Deutschen als Gesamtheit. Aber der Name Deutschland wurde nicht vor dem 15. Jahrhundert gebraucht. Wohl aber gab es schon seit karolingischer Zeit das Wort »Deutsch« oder vielmehr »Theotisk«. »Theotisk« leitet sich ab von »Theot« und das heißt »Volk«. Es steckt noch in heute etwas aus der Mode gekommenen Eigennamen wie »Dietrich«, »Volkskönig«, »Dietmar«, »Der im Volk berühmte«, »Diethelm«, »Dietlinde« und dergleichen. »Theotisk« bedeutet also ursprünglich »in der Volkssprache«, nicht im gelehrten Latein der Kleriker. In diesem Sinne taucht das Wort schon im 8. Jahrhundert auf, aber seltsamerweise nicht in Deutschland, sondern in England, und dort bedeutet es dann natürlich »Auf Altenglisch«. Im Althochdeutschen wird aus »Theotisk« dann »Diotisk« und im Mittelhochdeutschen »Tusch« oder »Tütsch«. Das bezeichnete ursprünglich auch bei uns den Gegensatz zum Latein. Im Laufe der Zeit aber kamen die Stämme des Ostfrankenreiches immer öfter in Berührung mit Leuten, die anders sprachen als sie. Die fränkische Oberschicht im Westreich wurde romanisiert und sprach jetzt »Altfranzösisch«. Als sich 1842 der West- und der Ostfränkische König gegen ihren Bruder Lothar verbündeten und dieser Pakt von ihren Heeren beschworen werden sollte, musste man den Text ins »Altfranzösische« und ins »Althochdeutsche« übersetzen, damit die Krieger auch verstanden, was sie da schworen. Diese sogenannten »Straßburger Eide« gehören zu den ältesten Zeugnissen beider Sprachen. Später, auf den Rom-Zügen der sächsischen und saalischen Kaiser, begegnete man Menschen, die eine andere romanische Sprache gebrauchten, das sich aus dem Vulgär-Latein entwickelnde »Italienisch«. Alle romanischen Sprachen fasste man unter dem Begriff »Welsch« zusammen, nannte ihre Sprecher »Welsche«, das hatte keine abschätzige Bedeutung, sondern war von der germanischen Bezeichnung für einen keltischen Volksstamm, den Volke, abgeleitet. Die steckt noch in Länder und Ortsnamen wie Wallis, Wales, Wallonien, Walchensee, Straßwalchen und so weiter. Im Osten wiederum traf man auf Slaven, nicht nur auf die christianisierten Polen und Tschechen, der Name war unbekannt, Böhmen, nannte man sie, sondern auch auf Wänden, jene Stämme also, die hartnäckig an ihrer althergebrachten Religion und Lebensform festhielten und im Zuge der Ostkolonisation nur sehr langsam integriert wurden. Noch im 16. Jahrhundert lebten etwa in der Mark Brandenburg Menschen, die ein slawisches Idiom sprachen. »Diotisk«, »Tütsch«, »Deutsch« also war die Sprache, die man selbst sprach, im Gegensatz zu diesen anderen Völkern. Genauer gesagt und in heutiger Terminologie formuliert, die Sprache der in Mitteleuropa südlich von Dänemark ansässigen Stämme germanischer Abstammung. Die nordischen Sprachen, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Isländisch und ihre Vorstufe das Altnordische, gehörten nicht dazu. Dagegen bezeichneten auch Holländer und Flamen ihre Sprache als »Dutzk«, »Dietzk«, später als »Duits«. Deswegen heißt auf Englisch »Datsch« nicht etwa »Deutsch«, sondern »Holländisch«. Ein Dutchman ist ein Holländer. Außer in Amerika, da ist das eine etwas abschätzige Bezeichnung für »Deutsche Einwanderer«. Und »Pennsylvania Dutch« ist eine Redeweise, die auf pfälzischem Dialekt mit englischen Einspringseln basiert. Man begegnet ihr zum Beispiel in John Updikes »Rabbit-Romanen«. Erst als sie gegen die Spanier um ihre Unabhängigkeit kämpften und sich so auch vom Reich lösten, begannen die Holländer ihre Sprache »Nederlands« zu nennen. Es lag nahe, den Namen der Sprache auf ihre Sprecher zu übertragen. Die, die Deutsch sprachen, waren dann eben die Deutschen. Heinrich II., 973 bis 1024, der, der den Bamberger Dom bauen ließ, gebrauchte als erster den Titel »Rex Teutonicorum«, »König der Deutschen«, wobei seine gelehrten Schreiber auf eine lateinische Form des Namens zurückgriffen, die sich eigentlich auf einen Germanenstamm aus altrömischer Zeit bezog und mit den mittelalterlichen Deutschen wenig zu tun hatte. Immerhin zeigt der Gebrauch dieses Titels, dass sich unter den Stämmen des Ostfrankenreiches eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hatte oder zumindest suggeriert werden sollte. Denn natürlich waren diese Deutschen alles andere als ein einheitliches Volk, war auch ihre Sprache keineswegs auf einheitliche, für alle verbindliche Formen festgelegt. Noch heute, nach mehr als 200 Jahren Schulpflicht und trotz der Allgegenwart der Standardsprache im öffentlichen Leben und in den ständig auf uns eindonnernden Medien, merkt man der Mehrheit der Deutschen, sobald sie den Mund auftun, noch an, woher sie kommen. Damals aber kamen die Menschen ja fast nie oder jedenfalls äußerst selten aus ihrer engeren Sprachheimat heraus. Auch die Adeligen und die Kleriker dürften stark Dialekt gefärbt gesprochen haben. Wie denn sonst? Eine Standardsprache existierte nicht. An den Königshöfen, bei Reichstagen und anderen großen Veranstaltungen hat man augenscheinlich einen Weg gefunden, miteinander zu reden. Man dürfte allzu krasse Lokalismen vermieden haben. Dass sprachliche Unterschiede auch Aggressionen wecken konnten, liegt als Vermutung nahe. Die sächsischen Bauern sahen in den fränkischen Ministerialen, die Heinrich IV. auf seinen Burgen stationierte, wahrscheinlich unverständlich kauderwälschende Fremde. Das erklärt zum Teil ihre Wut. Wir wissen sehr wenig darüber, wie solche Bauern oder auch ihre adeligen Herren wirklich redeten. Die wenigen Texte, die aus althochdeutscher oder frühmittelhochdeutscher Zeit, also aus der Zeit der Autonen und Salier erhalten sind, sind von Klerikern geschrieben, von Leuten, die sprachlich am Latein geschult waren und durch ihre Bildung über lokale Beschränktheiten hinwegdenken konnten. Ihre Sprache war nicht die des gemeinen Mannes, nicht die, die wirklich gesprochen wurde. Ohnehin blieben sie meist lieber beim Latein. Obwohl die Humanisten später sehr viel über die Verderbtheit des Mönchslateins spotteten, gab es da doch immer noch einigermaßen gültige orthografische und grammatische Regeln. Die gab es im Deutschen nicht. Was war denn das für eine Sprache? In der Zeit, von der hier zuletzt die Rede war, stand sie an einem Übergang. Vom althochdeutschen zum mittelhochdeutschen. Natürlich erfolgte so ein Sprachwandel nicht in Form einer Zäsur, sondern sehr langsam, den Sprechern weitgehend unbewusst und auch lokal mit unterschiedlicher Intensität. Das merkt man deutschen Dialekten bis heute an. Der Ausdruck Hochdeutsch bedeutet in diesem Zusammenhang auch etwas anderes, als wir im Allgemeinen darunter verstehen. Wenn wir heute von jemandem sagen, er oder sie spreche Hochdeutsch, dann meinen wir, diese Person spreche nach der Schrift, also weder Dialekt noch die vor allem in größeren Städten übliche Umgangssprache, sondern das Standarddeutsch, so wie es Schauspieler und Rundfunksprecher artikulieren, Politiker, wenn sie deutschlandweit ankommen wollen. Das reinste Hochdeutsch spricht man angeblich in der Gegend von Hannover, meinen jedenfalls die Hannoveraner. Ein solches Standarddeutsch sprach im Mittelalter niemand, weil es, wie schon bemerkt, nicht existierte. Hochdeutsch im Sinne der Sprachgeschichte meint, wie es ein Fachlexikon formuliert, die Gesamtheit aller Dialekte, die von der zweiten, althochdeutschen Lautverschiebung erfasst wurden, im Gegensatz zu den niederdeutschen Dialekten, die diese Lautverschiebung nicht mitgemacht haben. Mit einer ersten Lautverschiebung hatte sich das Germanische von einer größeren Sprachengruppe, dem Indo-Europäischen getrennt, mit der zweiten, jetzt das deutsche oder vielmehr Hochdeutsche vom Germanischen. Mit den Regeln und Ausnahmen dieser Lautverschiebungen haben sich Generationen von Germanistikstudenten und Studentinnen gequält, sie sollen hier niemandem zugemutet werden. Die auffälligste Veränderung ist, dass die harten Verschlusslaute, nämlich P, T und K zu F oder PF, S oder TS und CH werden. Deshalb heißt die Pfeife auf Plattdeutsch Piepe. Die Zeit Tiet und statt Machen sagt man Marken, statt Ich sagen echte Berliner heute noch Ik oder Icke. Niederdeutsch also sind die norddeutschen Dialekte, Hochdeutsch die Süd- und Mitteldeutschen, also Bayerisch, Schwäbisch, Fränkisch, mit den Abarten Hessisch und Pfälzisch, das, was man heute Sächsisch nennt und das nach dem Zweiten Weltkrieg verklungene Schlesisch. Also sollten wir eigentlich nicht nur vom Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen sprechen, sondern auch vom Alt-Niederdeutschen und Mittel-Niederdeutschen. Die Otonen-Kaiser haben höchstwahrscheinlich nicht Hochdeutsch, sondern so gesprochen, wie es in ihrem Herzogtum Sachsen üblich war, nämlich Niederdeutsch. Dass man so viel häufiger vom Hochdeutschen spricht, hat den Grund, dass in dieser Sprachform ein Großteil der überlieferten Literatur geschrieben ist und dass sich aus ihr seit Anfang der Neuzeit unsere heutige Standardsprache entwickelt hat. Vom Alt zum Mittelhochdeutschen gibt es dann noch einmal Veränderungen. Lange Vokale werden zum Beispiel zu Zwielauten, zu Diphtongen. Deswegen sagen wir, außer eben auf Platt sowie in Schweizer, Dütsch und anderen alemannischen Dialekten, Zeit statt Zit, Haus statt Hus. Aus Walters Tüschü-Zunge ist eine deutsche Zunge geworden. Das bereits zitierte Liebesgedicht klingt in unserer Sprache so. Du bist mein, ich bin dein, des sollst du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüssellein. Du musst immer drinnen sein. Natürlich gibt es noch viel mehr Änderungen vom Alt zum Mittel und weiter zum Neuhochdeutschen. Vor allem fallen die vollen Endungen weg oder werden zu einem abgeschwächten Ö. Aber Schluss mit diesem Gefiesel. Schauen wir lieber ein paar kurze Texte an und versuchen wir uns vorzustellen, wie das geklungen haben mag. Die ersten, die Althochdeutschen, sind vor der Zeit entstanden, mit der wir es zu tun haben, aber sie zeigen, wo diese Sprache herkam und wie sie sich entwickeln musste, damit sie dann, sehr viel später, zu einer Hochsprache werden konnte. Der erste dieser Texte hätte eigentlich gar nicht aufgeschrieben werden dürfen und schon gar nicht auf das Vorsatzblatt einer geistlichen Handschrift im Kloster Fulda. Geschrieben von einem Mönch, verbotener Weise, wie wir annehmen können. Später ist die Handschrift nach Merseburg gekommen. Deswegen wird dies der erste Merseburger Zauberspruch genannt. Alles klar? Versuchen wir es mit einer Übersetzung in heutiges Deutsch. Einst saßen Idise, saßen hier oder dort. Einige hefteten Hafte, einige hemmten das Heer, einige entflochten Gliedern die Fesseln, entspringen den Haftbanden, entflieh den Feinden. Gestehen wir Frank, dass wir immer noch nicht sehr viel kapieren. Wer sind diese Idise? Was geht hier vor und was soll das Ganze? Es handelt sich, belehren uns die Altgermanisten, um eine Art Wahlküren, Schlachtjungfrauen, Halbgöttinnen. Hier helfen sie Gefangenenkriegern zur Flucht und eben dazu, zur Befreiung aus Kriegsgefangenschaft, soll es gut sein, wenn man diesen Spruch aufsagt. Eine dunkle, schwer nachvollziehbare Vorstellungswelt tut sich kund. Was dem Klosterbruder wohl passiert wäre, wenn man ihn beim Niederschreiben solch heidnischen Gemurmels erwischt hätte? Kaum zu glauben, dass unser zweiter Text aus dem gleichen Jahrhundert datiert. Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wundergrößtes, dass Erde nicht war, noch oben der Himmel, nicht Baum, noch Berg nicht war, noch irgendetwas, noch die Sonne nicht schien, noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer. Als da nichts war an Enten und Wänden, da war der eine allmächtige Gott, der Wesen gnädigstes, und da waren mit ihm auch viele herrliche Geister. Enti dar, warun auch Manake mit inan, kodliche Geister. Das ist um 790 im Kloster Wessobrunn in Oberbayern aufgeschrieben worden und heißt deshalb »Wessobrunner Gebet«. Es mag auch nicht mehr unserem heutigen Fühlen und Denken entsprechen, aber nachvollziehbar ist es allemal. Großartig ist, wie der Text gerade aus den Mängeln der Sprache Kraft und Wucht gewinnt. Das Althochdeutsche hatte ja noch kaum Wörter für abstrakte Begriffe und Gedanken. Die fanden erst die Mystiker des späten Mittelalters. Der Schreiber musste sich in ganz konkreten Bildern ausdrücken. »Dat ero nie was, noch uf Himmel«. Und gerade das ist das Schöne an diesem Gebet. Solches Althochdeutsch dürfte man zur Zeit Heinrichs des Ersten und Ottos des Großen noch gesprochen haben. Im 11. und an der Wende zum 12. Jahrhundert war es schon verklungen. Die Sprachstufe, in die es ueberging, haben wir schon an den Zeilen kennengelernt, die die unbekannte Nonne an ihren Freund schrieb. Schauen wir sie uns aber noch einmal an, und zwar in Walters schönstem Liebeslied. Unter der Linden. Unter der Linden an der Heide, da unser zweier Bette war's, da muck dir finden, schone beide, gebrochen Blumen und de Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei, schone sank die Nachtigall. Ich kam gegangen zur der Ove, do was min Friedel kommen eh. Da wart ich empfangen, Heere Frowe, daß ich bin selig immer meh. Kusst er mich? Wohl tusenstund, Tandaradei, seht, wie rot mir ist der Mund. Do hätt er gemachet, also rieche von Blumen eine Bettestad. Des wird noch gelachet innigliche, kommt ihrmen an dasselbe Pfad. Wie den Rosen, er wohl mag, Tandaradei, merken war mir's Haubet lag. Daß er wie mir lege, wesse's ihrmen nun entfälle Gott, so schamt ich mich. Wesse er mit mir pflege, nirmen, nirmen, befinde das, wann er, und er ich. Und ein kleines Vogelin, Tandaradei, das mag wohl Getrüwe sehen. Statt des unbeholfenen Versuchs einer neuhochdeutschen Fassung ein paar Hinweise. Ove ist Aue. Minfriedl, mein Liebster, Heere Frowe, etwa heilige Maria, tusenstund, tausendmal, dasselbe Pfad, denselben Weg, Hobet, Haupt, Kopf, wesse's ihrmen, wenn das jemand wüsste. Nun entwelle Gott, dass Gott es nicht wolle. Um Gottes Willen. Befinde? Finde das heraus. Wann? Außer. Getrüwe? Verschwiegen. Und Tandaradei? Das heißt gar nichts, ist ein Ausruf schierer Freude. Dieses Gedicht ist um 1200 geschrieben. Damals hatte sich schon eine Art Hochsprache herausgebildet, und zwar auf der Basis des schwäbischen Dialekts. Auch ein Südtiroler wie Walter oder ein Oberpfälzer wie Wolfram von Eschenbach schrieb damals Schwäbisch. Das kommt uns seltsam vor. Heute wirbt ja das Land Baden-Württemberg mit dem Slogan »Wir können alles außer Hochdeutsch«. Damals aber herrschten nach den sächsischen Otonen und den fränkischen Saliern die schwäbischen Staufer. Und wie die Könige und ihr Hof redeten, so sangen auch die Dichter. Diese Dichter der Stauferzeit waren fast alle ritterlicher Herkunft und schrieben für ein ritterliches Publikum. Das war die erste kulturtragende Schicht, die sich nicht aus dem Klerus rekrutierte und deren Mitglieder kein Latein konnten. Das wirft die Frage auf, was den Menschen damals ihre Sprache, die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft, was ihnen ihr Deutschsein bedeutete. Aus Walters Liedern im Reichston wissen wir, dass er an den wirren Zuständen litt, die nach dem Tod Heinrichs VI. in Deutschland wieder einmal herrschten und dass er wünschte, jemand möge Ordnung und vergangene Größe wiederherstellen. Natürlich kann man von einem Meister der Sprache wie Walter, von einem wachen Geist, der weit im Lande herum und auch an Fürstenhöfe und andere politische Zentren kam, nicht ohne weiteres auf den damaligen Durchschnittsmenschen oder Durchschnittsadeligen schließen. Andererseits muss Walter ja ein Publikum für seine Lieder gehabt haben, sonst wären sie uns nicht überliefert. Seit wir Deutsche mit unserem Nationalismus so gründlich, so schmerzlich und so schändlich Fiasko gemacht haben, gilt es bei uns als Axiom, das in früheren, besseren Zeiten, also vor dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter des Nationalismus eben, die Nation in der Politik und auch im Gefühlsleben der Einzelnen keine Rolle gespielt habe. Das mag insoweit stimmen, als sie nicht so pseudoreligiös besetzt war, wie bei unseren Großvätern und Urgroßvätern, die aufgehört hatten, an Gott zu glauben, aber nicht damit leben konnten, an gar nichts zu glauben. Für ihre religiösen Bedürfnisse hatten die Menschen des Mittelalters eben die Religion. Es ist aber doch unwahrscheinlich, dass die Sprache, in der er redet, denkt und träumt, gar nichts zum Selbstverständnis, zum Selbstbild eines Menschen beiträgt, dass er sich nicht durch diese Sprache mit anderen verbunden und von wieder anderen unterschieden fühlt. Besonders dann, wenn er in eine Umgebung kommt, wo eine oder mehrere andere Sprachen gesprochen werden und er sich mit Verständigungsschwierigkeiten konfrontiert sieht. Wir brauchen das nicht zu entscheiden, wollten aber die Frage ansprechen, bevor wir fortfahren zu erzählen. Keiner in der langen Reihe der römisch-deutschen Kaiser, außer vielleicht Karl der Große, hat es bei der Nachwelt zu so überwältigender Popularität gebracht wie Friedrich I. Kaiser, Rotbart, Lobesam, wie Ludwig Uland dichtete. Man könnte eine ganze Anthologie aus den nicht immer erstklassigen Gedichten zusammenstellen, die im 19. Jahrhundert über ihn verfasst wurden. Die von Uland, Rückert und Geibel, Freilichgrad, Hoffmann von Fallersleben, Ernst-Moritz-Arndt und Gustav Freitag waren nur die bekanntesten. Auch an Barbarossa-Dramen herrschte kein Mangel, eines davon immerhin von Christian Dietrich Grappe. In Lesebüchern fand sich die Geschichte vom Kaiser, der tief im Küffhäuser schläft, wobei sein Bart durch die marmorne Tischplatte wächst. Nach der Reichsgründung von 1871 gab es Versuche, den neu erhöhten Wilhelm I. zum Barbar Blanca zu stilisieren, um ihn so an der romantischen Aura des Staufers partizipieren zu lassen. Vielleicht kommen wir später darauf, woher diese Faszination rührte. Zunächst ein paar Fakten. Friedrich I. war der zweite Staufer auf dem Thron, Nachfolger seines Onkels Konrad III. Der wiederum hatte sich während seiner ganzen Regierungszeit von 1138 bis 1152 mit der schwierigen Hinterlassenschaft abplagen müssen, die er nach seinem Vorgänger Lothar von Sublinburg, Lothar III. vorfand. Den hatten die Fürsten nach dem Tod des kinderlosen Heinrich V. gewählt. Lothar war ein Realist, achtete vor allem darauf, dass er nicht wieder in Konflikt mit der Kirche geriet und war bestrebt, im Inneren seine Macht und die seiner Familie zu stärken. Zu diesem Zweck belehnte er seinen Schwiegersohn, einen Sohn hatte er nicht, mit dem Herzogtum Bayern und vererbte ihm dann noch sein eigenes Herzogtum Sachsen. Dieser Heinrich, mit Beinamen der Stolze, stammte aus der Familie der Welfen, die wie die Staufer schwäbischer Herkunft waren, nur reicher und mächtiger als diese. Von den Welfen stammt das heutige englische Königshaus ab und auch in Deutschland floriert das Geschlecht bis heute. Sein Familienoberhaupt erfreut die Klatschpresse immer mal wieder durch Eskapaden und ruppige Manieren. Lothar hatte in Heinrich dem Stolzen seine natürlichen Nachfolger gesehen. Den wahlberechtigten Fürsten aber war dieser hochfahrende Mann, der gleich zwei Herzogtümer inne hatte, zu mächtig. Sie wählten Konrad von Schwaben unter dem Vorwand, er sei mit den Saliern verwandt. Der stand nun vor der schweren Aufgabe, sich selbst eine Machtbasis zu schaffen, die es ihm ermöglichte, dem Sohn des inzwischen verstorbenen Heinrich wenigstens eines seiner Herzogtümer, nämlich Bayern, abzunehmen. Dieser Sohn hieß übrigens ebenfalls Heinrich, Heinrich der Löwe. Wir werden einiges von ihm hören. Und der, der jetzt Bayern bekam, war auch ein Heinrich, aus der Familie der Babenberger und ja so mir Gott benannt, weil er angeblich nach jedem gesprochenen Satz in den Ruf ausbrach, ja so mir Gott helfe. Konrad bestimmte vor seinem Tod, dass nicht sein erst fünfjähriger Sohn, sondern sein Neffe Friedrich von Schwaben Nachfolger werden sollte. Der war 30 Jahre alt, hatte schon politische und als Teilnehmer am zweiten Kreuzzug auch militärische Erfahrung vorzuweisen. Seine Mutter war eine Welfin. Heinrich der Löwe war sein Cousin. Das legte die Hoffnung nahe, dass die beiden zu einem Kompromiss über das Herzogtum Bayern gelangen würden, dessen Verlust der Löwe natürlich nicht so einfach hinnehmen mochte. Tatsächlich wurde Friedrich ohne größere Schwierigkeiten zum König gewählt. Mit Heinrich dem Löwen wurde vereinbart, dass er das Herzogtum Bayern zurückbekommen sollte. Da man aber Heinrich ja so mir Gott nicht einfach enteignen konnte, sollte dieser die Maggrafschaft Österreich behalten und die sollte den Rang eines eigenen Herzogtums bekommen. Es umfasste etwa das Gebiet der heutigen Bundesländer Ober- und Niederösterreich. Um ja so mir Gott für die schmerzhafte Verkleinerung seines Territoriums zu entschädigen, wurden das neue Herzogtum und die Dynastie der Babenberger mit Privilegien ausgestattet. Erblichkeit nicht nur über die männliche, sondern auch über die weibliche Linie, sowie volle Gerichtshoheit. Das heißt, es gab in Österreich keine Möglichkeit von einem herzoglichen Gericht an ein Kaiserliches zu appellieren. Hoftage mussten die Österreicher nur besuchen, wenn sie in Bayern stattfanden. Und zu Kriegsdiensten sollten der neu ernannte Herzog und seine Gefolgsleute nur dann verpflichtet sein, wenn sie der Verteidigung dienten oder in angrenzenden Landstrichen zu leisten waren. Österreich ist damit praktisch unabhängig. Wir haben hier ein Beispiel, wie um momentaner Vorteile willen immer mehr Rechte und Machtmittel vom Kaiser an die Territorien abgetreten wurden, und zwar an solche, die sich von den alten großen Stammesherzogtümern absplitterten. Kärnten war ja schon seit 976 ein eigenes Herzogtum. Die der innere Friede war also vorläufig halbwegs gesichert. Andererseits befand sich Friedrich in der misslichen Lage, dass er zwar Kaiser war, sein Vetter und möglicher Rivale, aber den weitaus größeren Landbesitz, die reichhaltigeren Macht- und Geldmittel und dazu noch die Möglichkeit hatte, sein Gebiet von Sachsen aus weiter nach Osten auszudehnen. Um dieses Ungleichgewicht einigermaßen in Balance zu bringen, waren unterschiedliche Methoden möglich. Friedrich konnte Reichs- und Königsgut, das unter seinen Vorgängern entfremdet worden war, wieder zu gewinnen versuchen, möglichst viele große und zusammenhängende Gebiete in Deutschland erwerben, in denen er unmittelbar herrschte, ohne die Zwischeninstanz eines großen Vasallen. Diesem Vorgehen waren allerdings Grenzen gesetzt, wenn er nicht riskieren wollte, sich den Großteil des Hochadels zum Feind zu machen. Er konnte oder musste vielmehr den Spielraum ausnutzen, den ihm das Wormser Konkordat ließ, und sich weiter auf die Reichskirche stützen, vor allem auf Parteigänger im Klerus und besonders im Episkopat. Deren Zahl war nicht gering. Die Deutschen und auch die italienischen Bischöfe waren in der Regel alles andere als entzückt von dem Gedanken einer strengen päpstlichen Disziplin unterworfen zu werden. Sie standen, als es zum Konflikt kam, mehrheitlich auf der Seite des Kaisers. Und dieser Konflikt war nahezu unvermeidlich. Auch Friedrich wurde wieder mit dem Kirchenbann belegt und musste 18 Jahre lang mit ihm leben. Auch er ließ Gegenpäpste wählen. Die fanden allerdings nur in Deutschland und Norditalien Anerkennung und nicht einmal ungeteilte. Anderswo, besonders in England, Frankreich, Spanien, aber auch in Irland, Skandinavien und Osteuropa war man der Ansicht, es genüge, wenn die Deutschen den Kaiser stellten. Sie brauchten nicht auch noch den Papst zu bestimmen. Die dritte Möglichkeit war, sich die Macht und besonders die Geldmittel dort zu holen, wo sie reichlich vorhanden waren. In Italien, vor allem in der Lombardei. Dort nämlich hatte eine gesellschaftliche Entwicklung eingesetzt, die ungeahnte wirtschaftliche, aber auch kulturelle Energien freisetzte und eigentlich schon das alte Feudalsystem mit seiner Lienspyramide in Frage stellte. Städte wie Venedig, das formal zum byzantinischen Reich gehörte, aber auch Genua, Cremona, Luca, Vicenza, Pisa, Verona, zahlreiche kleinere Gemeinden, vor allem aber die größte von allen, Mailand, waren durch Handel mit der Levante, also den Ländern an der Ostküste des Mittelmeers, aber auch durch eigenes Gewerbe und vorindustrielle Produktionsformen, etwa Seidenweberei und Kunsthandwerk, reich geworden. Hatten sich praktisch unabhängig gemacht und Rechte an sich gezogen, die früher dem König vorbehalten gewesen waren und von denen Friedrich I. meinte, dass sie ihm noch immer zustünden, Zollrechte, Wegerechte, Münzrechte, Marktrechte, für die Abgaben zu zahlen gewesen wären. Diese Städte hatten, jede für sich, Selbstverwaltungen eingerichtet. Sie wählten ihre eigenen Oberhäupter, Konsulen genannt, hatten regelrechte Stadträte, deren Mitglieder sich Senatoren nannten, setzten eigene Gerichte ein, deren Urteile sie vollstreckten, schlugen eigene Münzen, verwalteten ihre Finanzen und umgaben sich mit dicken, turmbewehrten Befestigungsmauern. Das alles, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Wen denn auch? Konrad III. war, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht nach Italien gekommen. Lothar zweimal. Einmal, um sich in Rom krönen zu lassen und einmal tatsächlich, um Ansprüche anzumelden und dagegen einzuschreiten, dass Kronlehen verloren gingen. Viel hatte er nicht erreicht, und auf dem Heimweg war er dann gestorben. 1137. Warum, so konnten die Bürger dieser Städte fragen, sollte man einem König oder Kaiser gehorsam oder gar Geld schulden, der nichts, aber auch gar nichts zu dem beitrug, was man erreicht hatte. Durch Arbeit, durch wagemutigen Handel, durch Unternehmungsgeist. Untereinander waren diese Gemeinwesen ständig zerstritten und bekriegten sich, und zwar so, dass immer der nächste Nachbar, der Feind und der Zweitnächste, der dessen Gebiet hinter dem des Nächsten lag, der Verbündete war. Dies scheint aber weder die wirtschaftliche Dynamik noch das politische Selbstbewusstsein der Städter ernsthaft beeinträchtigt zu haben. Für sie muss das Auftreten Barbarossas, wie sie ihn wegen seines rotblonden Barts bald nannten, etwas Gespenstisches gehabt haben, etwas Lächerliches und zugleich Bedrohliches. Da kam einer aus der Vergangenheit und stellte Forderungen, pochte auf Rechte, über die die Zeit doch längst hinweggegangen war. Wir können von diesen Auseinandersetzungen hier nicht im Einzelnen erzählen. Friedrich I. hat 38 Jahre lang regiert und ist nicht weniger als sechsmal nach Italien gezogen. Wenn man davon berichten will, muss man ein Buch schreiben. Das hat eine ganze Reihe von Autoren getan, als erster Friedrichs eigener Onkel, der Bischof Otto von Freising, die Gesta Friderizzi. Wir begnügen uns mit ein paar Schlaglichtern, mit den charakteristischen Gipfel- und Wendepunkten in der Geschichte Friedrich Barbarossas. Die Anfänge schienen unter günstigen Vorzeichen zu stehen. Papst Hadrian IV. hatte es in Rom wieder einmal mit einer Adelsopposition zu tun und wurde außerdem von den Normannen bedrängt. Schon wieder die Normannen. Es muss endlich erklärt werden, wie sie nach Süditalien kommen, aber bitte nicht jetzt im nächsten Kapitel. Auch unter den lombardischen Städten gab es eine Fraktion, die sich von den hochmütigen Mailändern bedrückt fühlte und hoffte, die Würden von Friedrich und seinen Deutschen gehörig gedeckelt werden. In einem Vertrag versprach Friedrich dem Papst Eugen III. Hilfe gegen die Normannen und die aufmüpfigen Römer und der Papst wiederum versprach, ihn zum Kaiser zu krönen. Mit einem nicht sehr großen Heer kam Barbarossa ohne größere Hindernisse bis Rom. Eine Abordnung von Senatoren, die ihm vorschlugen, er solle die Kaiserwürde doch lieber von den Römern entgegennehmen als vom Papst, wies er schroff zurück. Wollt ihr wissen, wo der alte Ruhm eures Rom geblieben ist, der würdevolle Ernst des Senats, die tapfere Zucht der Ritterschaft und der unbezwingliche Schlachtenmut? Bei uns Deutschen sind sie geblieben. Auf uns gingen jene Tugenden über mit der Krone der Cäsaren. Hier sind eure Konsulen, hier euer Senat, hier eure Legionen. Unserer Weisheit und unserem Schwert seid ihr euer Dasein schuldig. Barbarossa war der Meinung, er verdanke die Kaiserwürde überhaupt keinem Menschen, auch nicht dem Papst, sondern einzig und allein der Gnade Gottes, der sie von den Römern auf die Franken und dann auf die Deutschen übertragen habe. So verweigerte er zunächst auch eine Zeremonie, die der Papst von ihm verlangte. Das war mittlerweile nicht mehr Eugen III., sondern Hadrian IV., ein Engländer und von eher schroffen Charakter. Er wollte, dass Friedrich ihm bei der ersten Begegnung Stallmeisterdienste leisten sollte. Das heißt, er sollte ihm zum Aufsitzen auf sein Pferd den Steigbügel halten und dann das Pferd ein paar Schritte am Zügel führen. Erst nachdem man ihm lange zugeredet hatte und beteuert hatte, dies sei ein alter Brauch, da weiter nichts besage, ließ sich Friedrich dazu herbei. Er tat es sehr widerwillig, weil er alles vermeiden wollte, was den Eindruck erwecken konnte, der Papst sei ihm übergeordnet. Er war ein Vertreter der sogenannten Zwei-Schwerter-Theorie. Es gebe zwei von Gott eingesetzte Gewalten auf der Welt, die geistliche und die weltliche, die beide ihre jeweiligen Aufgaben aus eigenem Recht nach dem Auftrag Gottes zu erfüllen hätten. Leider entsprachen seine realen Möglichkeiten keineswegs diesem hohen Anspruch. Er konnte zwar einen Führer des Aufstandes gefangen nehmen und dem Papst übergeben, der ihn dann hinrichten ließ, Hadrian IV. krönte ihn in der Peterskirche, aber das deutsche Heer war zu schwach, um dem Papst seine Stadt zurückzuerobern. Und als der Kaiser weiter nach Süden ziehen wollte, gegen die anderen Feinde des Papstes, die Normanen, da verweigerten ihm die Fürsten in seinem Heer die Gefolgschaft. Kein Wunder, dass Hadrian IV. jetzt eine Lösung mit den Normanen suchte, die gingen bereitwillig darauf ein. Man kann diesen ersten Italienzug Barbarossas also nur bedingt als Erfolg bezeichnen, zumal nachgetragen werden muss, dass die Lombarden, auf sein Ansinnen die alten Regalien wiederherzustellen, nicht oder eher spattisch reagiert hatten. Um die ging es bei dem zweiten Zug, der sorgfältig vorbereitet war. Zum einen kam Friedrich diesmal mit einem für die Verhältnisse der Zeit ansehnlichen Heer von 30.000 Mann, 10.000 Ritter samt Gefolge. Zum anderen hatte er von den Juristen der Universität Bologna ein Gutachten anfertigen lassen, das alle diese Rechte auflistete und formal begründete. Er berief eine Versammlung, einen Hoftag auf die ronkalischen Felder in der Nähe von Piacenza und ließ diese Ansprüche als Beschlüsse verkünden, die darauf hinaus liefen, dass der Kaiser in Zukunft durch eine Art Beamte, durch Podesta in die Selbstverwaltung der Städte eingreifen, Wahlen kontrollieren und sich natürlich an den Einnahmen beteiligen wollte. Die meisten Städte gaben nach. Widerstand wurde mit Gewalt gebrochen, die Stadt Krämer zerstört. Mailand leistete zwei Jahre lang Widerstand gegen eine grausame Belagerung, bei der Gefangene, aber auch Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht wurden. Schließlich musste die ausgehungerte Stadt kapitulieren. Ihre Konsulen und Ritter mussten sich bedingungslos unterwerfen, in einer Prozession vor die Stadt ziehen, in Büßerhemden, die Schwerter an Stricken um den Hals, sich vor dem Kaiser niederwerfen, der bei dieser Szene eine erschreckend starre Haltung ohne das geringste Anzeichen von Mitleid eingenommen haben soll. Die Stadt wurde in Brand gesetzt und bis auf die Grundmauern eingerissen, ihre Einwohner an vier verschiedenen Orten in einiger Entfernung neu angesiedelt. Das Schicksal Mailands muss die Menschen in Oberitalien verstört haben, auch die, die selbst auf der Seite des Kaisers standen. In ganz Europa rührte sich Unmut. Befremdend ist vor allem Friedrichs Verhalten. Er galt sonst als Mann von gewinnender Wesensart, der die Menschen für sich einnehmen konnte. Wer hat denn die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Wer hat nur diesen wilden und plumpen Menschen das Recht gegeben, einen Herrn über die Häupter der Menschenkinder zu setzen? Das stammt aus einem Brief Johans von Salisbury an einen Freund. Es muss so gewesen sein, dass er sich seinerseits von den Mailandern tief verletzt, in seinen Rechten gekränkt fühlte. Für ihn waren Könige von Gott eingesetzt, um Gesetz und Gerechtigkeit in der Welt zu wahren. Und wer sich dagegen auflehnte, verstieß gegen die göttliche Ordnung. Dass den Vorstellungen, die sich in den lombardischen Gemeinwesen verwirklicht hatten, viel eher die Zukunft gehörte als den seinen, konnte er sich nicht vorstellen. Und zu seiner Zeit konnte es ihm noch niemand verständlich machen. Schon vor der Belagerung Mailands war er auch in Konflikt mit dem Papst geraten, weil Barbarossa, wahrscheinlich unter dem Einfluss seines Kanzlers, Reinhard von Dassel, darauf bestand, Regalien auch im Kirchenstaat einzufordern. Als Hadrian IV. 1159 starb, kam es zu einer Doppelwahl. Eine Minderheit war für Viktor IV., das war Barbarossas Papst. Die Mehrheit wählte Alexander III., der als Legat schon einmal mit Friedrich zusammengestoßen war. Beide Päpste belegten einander mit dem Bann und titulierten sich als Schismatiker, als Kirchenspalter. Alexander bannte auch den Kaiser. Er konnte nicht nur die Mehrheit der Christen in Europa hinter sich bringen, er war auch die viel stärkere Persönlichkeit als sein Rivale und dessen Nachfolger Pastiales III. Ein dritter Italienzug, der hauptsächlich gegen die Normannen geführt werden sollte, kam zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Beim Vierten hingegen, 1166 bis 1168, stand man knapp vor dem entscheidenden Erfolg. Die römischen Parteigänger Alexanders III. wurden in einer Schlacht bei Tusculum geschlagen. Daraufhin ging der Papst ins Exil nach Frankreich. Von dort aus arbeitete er sehr wirksam gegen den Kaiser, indem er sich zur Leitfigur des Widerstandes in der Lombardei machte. Barbarossa aber schloss einen Vertrag mit dem römischen Senat und konnte seinen Gegenpapst Pastiales III. feierlich im Petersdom intronisieren. Da brach einige Tage danach, nach einem Wolkenbruch, der das kaiserliche Heerlager zerstört hatte, eine Malaria-Epidemie aus, der ein Großteil von Friedrichsleuten zum Opfer fiel. Auch der Kanzler Reinald von Dassel starb, Erzbischof von Köln, militärischer Anführer bei Tusculum und, wie wir gesehen haben, Gönner des Archipoeter. Er hatte in den letzten Jahren die kaiserliche Politik bestimmt. Nicht immer zu ihrem Nutzen. Er war ein gebildeter, kluger, beräter, energischer, weltoffener und treuer Gefolgsmann seines Herrn gewesen, neigte aber auch zu Härte, Machtbewusstsein und gelegentlicher Großsprecherei. Und auch dazu andere unnötig zu kränken, so wenn er die Könige von England und Frankreich als Regulie, als Kleinkönige bezeichnete. In manchen Charakterzügen ähnelt er schon jenem neuzeitlichen Typ von Deutschen, den die Franzosen später als Bosch und die Österreicher als Piefke charakterisierten. Auf die Nachricht von der Katastrophe in Friedrichsherr brach sein Herrschaftssystem in der Lombardei mit einem Schlag zusammen. Seine Podesta hatten sich dort sehr unbeliebt gemacht, indem sie nicht nur die Abgaben für den Kaiser mit aller Härte eintrieben, sondern nebenbei auch noch große Summen in ihre eigenen Taschen umleiteten. Jetzt schlossen sich immer mehr Städte zu einem lombardischen Bund zusammen. Die Mailänder begannen damit, ihre Stadt wieder aufzubauen. An strategisch wichtiger Stelle errichtete man eine neue, befestigte Stadt und gab ihr trotzig den Namen des Papstes Alessandria. Barbarossa konnte sich auch im kaisertreuen Pavia nicht mehr halten. Er musste sich als Knecht verkleiden, um überhaupt nach Deutschland zurückzukommen, und zwar auf dem Weg über Burgund. Es dauerte sechs Jahre, bis Barbarossa wieder nach Italien ziehen konnte. Diese Zeit benutzte er, um seine Basis in Deutschland zu verbreitern, durch Landausbau und Städtegründungen, aber auch dadurch, dass er Lehen einzog, deren Träger oder Erben vor Rom an der Malaria gestorben waren. Trotzdem endet auch dieser fünfte Zug, beinahe wieder in einer Katastrophe, die Barbarossa nur durch eine politische Kehrtwendung vermeiden kann. Bei Leniano trifft das deutsche Heer auf das Heer des lombardischen Bundes und wird geschlagen. 1176. Früher, als die Völker noch stolz auf ihre militärischen Erfolge waren, gab es boshafte Menschen, die behaupteten, die Schlacht von Leniano sei die letzte gewesen, in der eine italienische Armee ohne Unterstützung ausländischer Verbündeter den Sieg davongetragen habe. Bedenkenswerter erscheint eine Einzelheit, die über den Verlauf dieser Schlacht berichtet wird. Es war den deutschen Rittern schon gelungen, ihre italienischen Standesgenossen in die Flucht zu schlagen, aber an dem Fußvolk, das sich um den Carroccio, den militärischen Fahnenwagen, zu einer mit Spießen bewährten Phalanx formiert hatte, scheiterten sie und mussten schließlich selbst fliehen. Dieses Fußvolk können wir annehmen, das waren die gewöhnlichen, die armen Leute, die Handwerker und Bürger aus den Städten. Sie kämpften nicht nach den Regeln adeliger Herren, auch nicht um Ruhm oder die Gunst eines Lehensherren, sondern für ihr städtisches Gemeinwesen, für ihre Stadt Mailand, die Barbarossa hatte niederbrennen lassen. Wenn man es pathetisch formulieren will, sie kämpften für ihre Freiheit. Gegen solche Kämpfer kam ein Ritterheer nicht an. Ist es zu viel der Spekulation, wenn man darin schon ein Vorzeichen auf die Entwicklung im Mittel- und Westeuropa des Spätmittelalters sieht, als die Bauern und Bürgerheere der Schweizer, der Flamen, der Hussiten, den adeligen Österreichs, Deutschlands, Burgunds, handgreiflich bewiesen, dass ihre militärische Rolle ausgespielt war. Nach der Niederlage von den Januar wandte sich Friedrich um Beistand an die deutschen Fürsten. Vor allem an einen, der die Mittel dazu in überreichlichem Maße besessen hätte, an seinen Vetter, Heinrich den Löwen, Herzog von Sachsen und Bayern. Dieser Wölfe hatte die Zeit, in der sich Friedrich in Italien abmühte, zu nutzen gewusst, um seine eigene Machtposition auszubauen. Einmal, indem er sein Herrschaftsgebiet weiter nach Osten ausweitete, zum anderen, indem er auch im Inneren seiner Herzogtümerländereien und Rechte an sich zog, wo es nur ging. Dabei bediente er sich oft sehr ruppiger Methoden. Bekannt ist die Geschichte von der Isarbrücke bei Oberföhring, über die ein einträglicher Salzhandel ging, was reichlich Zölle abwarf. Nur gehörte sie nicht dem Herzog, sondern dem Bischof von Freising, Otto, einem Onkel Barbarossas. Heinrich der Löwe ließ sie 1158 einfach abbrennen und baute ein paar Kilometer weiter flussabwärts eine neue Brücke, deren Zölle nun ihm zukamen. So gründete er München. Barbarossa hatte das, um des Friedens willen und weil er gerade in Italien war, hingenommen. Mit Lübeck verfuhr Heinrich ähnlich. Es wurde erst blockiert und durch Feuer zerstört. Dann nahm er den Grafen von Schauenburg das Gelände durch Erpressung ab und ließ die Stadt neu erbauen. Auch hier ging es übrigens hauptsächlich um den Salzhandel. Dies sind nur zwei Beispiele für die Methoden des Löwen. Jetzt also trifft er sich mit seinem armen Vetter, dem Kaiser in Norditalien, in Chiavenna. Die Szene hat die Fantasie von Historikern und Literaten immer wieder beschäftigt. Und Heinrich spielt in ihr die Rolle des hartherzigen Schurken. Er verweigerte zunächst jede Hilfeleistung, obwohl der Kaiser vor ihm sogar auf die Knie gefallen sein soll. Dann stellte er eine Bedingung. Friedrich solle ihm die Stadt Goslar abtreten. Die lag in Sachsen, gehörte aber zum Reichsgut. Dort stand eine der prächtigsten Kaiserpfalzen. Man kann sie heute noch besichtigen. Sie ist immer noch wunderschön, obwohl sie nach 1870 durch Restauration und die Anbringung wilhelminischer Fresken verunstaltet wurde. Wichtiger noch war das Silberbergwerk, das auf dem Gebiet von Goslar lag, eine der reichsten Einnahmequellen für Barbarossa. Er lehnte also empört ab, und Heinrich verließ ihn, ohne eine Zusage gemacht zu haben. Wahrscheinlich hat er das später bereut. Er war nach dem Lehrensvertrag nicht dazu verpflichtet, dem Kaiser in Italien beizustehen, wo, mag er gedacht haben, für ihn nichts zu holen war. Aber Barbarossa hatte wahrscheinlich gemeint, in seiner Notlage und wegen der Bevorzugung, die er Heinrich früher eingeräumt hatte, auf dessen Hilfe bauen zu dürfen. Ohne sie war ein Sieg in Italien nicht möglich. Friedrich musste das einsehen. Und jetzt zeigte er, dass er auch zu anderem fähig war als zu militärischer Gewaltanwendung. Er erkannte Alexander III. als Papst an und wurde dafür vom Kirchenbahn gelöst. Dadurch verlor der Lombardische Bund seinen wichtigsten Verbündeten, seine moralische Stütze und musste sich nun ebenfalls zu Kompromissen bereit finden. Auf neutralem Boden, in Venedig, das ja zum Ostreich gehörte, wurde der Frieden geschlossen. Der Kaiser sollte sogar weiterhin Anteil an den Einkünften der Lombarden haben, wenn auch einen geringeren als ursprünglich beansprucht. Von direkter Herrschaft über die Städte war nicht mehr die Rede, weder jetzt noch in dem endgültigen Frieden von Konstanz sechs Jahre später. Immerhin hatte Barbarossa so sein Gesicht bewahrt und konnte, wenn nicht als Sieger, so doch als Gewinner und als Friedensbewahrer nach Deutschland heimkehren. Er nahm den Weg über Burgund, wo er sich in Arel zum König krönen ließ. Burgund, das sei hier eingefügt, also das heutige Südost-Frankreich, die Franche Comté, Bresse-Dauphiné, Provence-Savoyen und Teile der Westschweiz, gehörte nominell schon seit den Zeiten Konrads II. zum Reich, aber der Zugriff der Herrscher war dort noch schwächer als in Deutschland und Italien. Barbarossa hatte 1157 eine burgundische Grafentochter geheiratet, Beatrix, was ihm einigen Einfluss im Lande sicherte. Und natürlich verschaffte diese vierte Krone, die er jetzt neben der deutschen, der lombardischen und der römischen Kaiserkrone trug, einen Zuwachs an Prestige. Zurück in Deutschland ging es an die Abrechnung mit Heinrich dem Löwen. Der hatte sich durch seine Art der Machterweiterung wenig Freunde gemacht. Besonders in Sachsen beklagte sich der Adel über seine Methoden. Das kam dem Kaiser natürlich gelegen. Heinrich wurde zweimal zu einem Hoftag vorgeladen und beide Male erschien er nicht. Also wurde erst die Reichsacht, dann die Aberacht, die zweite Acht, über ihn ausgesprochen. Das war die weltliche Form des Banns. Er war damit für rechtlos, für außerhalb der Gemeinschaft stehend erklärt. 1180 wurden ihm auf einem Reichstag in Würzburg alle seine Reichslehen abgesprochen. Bevor ein Feldzug gegen ihn geführt wurde, unterwarf sich Heinrich. Er ging nach England ins Exil zu seinem Schwiegervater. Das war jener König Heinrich II., der durch eine hingeworfene Bemerkung die Ermordung des später heiliggesprochenen Bischofs Thomas Beckett verursacht hatte. Sein Familienbesitz in der Gegend von Braunschweig und Lüneburg verblieb ihm, und nach einiger Zeit konnte er dorthin zurückkehren. Eine offene, nicht endgültig zu beantwortende Frage ist es, ob sein Konzept der Landesentwicklung im Inneren und der Ausdehnung nach Osten bei Verzicht auf universal Macht- und Reichsideologie nicht das realistischere und für Deutschland zuträglichere gewesen wäre, wenn es die Kaiser übernommen hätten. Wir dürfen unseren eigenen Erfahrungsstand allerdings nicht zum Maßstab für vergangene Epochen machen. Sachsen wurde aufgeteilt. Der westliche Teil kam als Herzogtum Westfalen an den Erzbischof von Köln, der östliche an einen Vertreter des Markgrafengeschlechts der Askanier, die sich besonders beim Landesausbau in den ehemals slawischen Gebieten im heutigen Brandenburg und Sachsen-Anhalt hervorgetan hatten. Bayern ging an den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, dessen Nachkommen dann bis 1918 dort die Herrscherdynastie stellten, als Herzüge, Kurfürsten und zum Schluss als Könige. Es war dieses energische Auftreten, diese Durchsetzung der kaiserlichen Macht gegen einen hochgeborenen Rechtsbrecher, der Heinrich der Löwe zweifellos war, aber er war beileibe nicht der Einzige, und damit einhergehend der relative Friede, der für einige Zeit im Reich herrschte, was Barbarossa den Respekt seiner Zeitgenossen verschaffte und ihn zu einer Herrscherfigur machte, in die spätere Zeitalter ihre Wunschvorstellungen von einem starken Reich projizieren konnten, als die Deutschen zunehmend an der staatlichen Zersplitterung und der Schwäche der Zentralgewalt litten oder zu leiden meinten. Freilich gelang es ihm nicht, so wie später den Monarchen in England und Frankreich, den ausschlaggebenden Teil des Landes seiner direkten Herrschaft zu unterstellen. Und der Versuch, direkten Einfluss durch Beauftragte oder eine Art Beamte auszuüben, hat er nur in Italien unternommen, mit der Einsetzung der Podesta, die recht kläglich endete. In Deutschland gab es keinen solchen Ansatz. Den Nutzen vom Sturz Heinrichs des Löwen hatte nicht die Krone, sondern hatten die Teilfürsten. Der Nimbus, der ihn schon zu Lebzeiten umgab, rührt sicher auch daher, dass in die zweite Hälfte seiner Regierungszeit die erste, man kann sagen, die höchste Blüte der ritterlichen Kultur in Deutschland fällt. Ritterliche Kultur? Für die meisten von uns ist das ein vager Begriff. Wir kennen allenfalls ein paar Namen, Walter von der Vogelweide, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, kennen die Werke und den Gehalt dieser Kultur eher aus zweiter Hand, aus Wagners Opern oder aus Jugendbuchfassungen der Nibelungensage und der Artus Erzählungen. Wir haben eine unbestimmte Vorstellung davon, dass vieles, was wir heute noch als gute Umgangsformen bezeichnen oder bis vor kurzem so bezeichneten, seinen Ursprung in dieser Kultur hat. Dass man links von einer Dame geht, ihr die Tür öffnet und den Vortritt lässt, zum Grüßen den Hut abnimmt, den Handschuh auszieht, bevor man jemandem die Hand reicht und dergleichen. Und wir wissen vielleicht, dass Ausdrücke wie Ritterlichkeit, Höflichkeit, aber auch Abenteuer, Aventüre, Wappen, Turnier und so weiter dort herstammen. Diese Kultur, diese Lebensform des Rittertums, zu dem der alte Adel und die ehemals unfreien Ministerialen zusammengewachsen waren, war die erste weltliche Kultur seit Ende der Antike. Sie wurde nicht mehr von Klerikern getragen, war nicht mehr in erster Linie mit dem Jenseits, mit Sünde, Reue und Buße befasst. Sie fand den Begriff der Minne, was mit Liebe nur unzulänglich übersetzt ist, sondern gleichermaßen Bewunderung und inniges Gedenken einschließt. Ein anderes Leitwort ist Freude. Freude. Eine Hochstimmung, die den ritterlichen Menschen beseelen soll. Nicht, dass das Leben durchwegs ein Fest gewesen wäre. Aber zumindest hatte man die Vision eines festlichen Daseins. Ein solches Fest veranstaltete der Kaiser zu Pfingsten 1184 in oder vielmehr vor Mainz, denn die Tausende von Gästen hatten in der Stadt selbst keinen Platz. Man musste eine Stadt aus hölzernen Buden und Zelten errichten. Fürsten, Ritter und ihr Gefolge waren dabei, Dichter wie Heinrich von Feldecke, einer der frühesten höfischen Ippiker, Spielleute, wahrscheinlich alle möglichen Arten von Vaganten. Gefeiert wurde die Schwertleite, die feierliche Übergabe ihrer Schwerter an zwei Söhne Barbarossas. Das war das deutsche Gegenstück zum Ritterschlag. Natürlich gehörten dazu auch Gottesdienste, Festmähler, Turniere. Die Zeitgenossen erzählten sich Wunderdinge über die Pracht dieser Veranstaltung. Drei Jahre später wurde Europa durch die Nachricht erschüttert, dass die Araber unter ihrem Sultan Saladin den Kreuzrittern im Heiligen Land ihrer Hauptstadt Jerusalem abgenommen hatten. Der Kaiser, jetzt schon hoch in den 60ern, nahm, wie man damals sagte, das Kreuz. Ob er sich dazu verpflichtet fühlte oder ob er glaubte, er werde seine Stellung als erster Herrscher der Christenheit stärken und legitimieren, wenn er das heilige Grab zurückeroberte? Eine der wenigen unter Deutschen ziemlich wohlbekannten Fakten ist, dass Barbarossa nie in Palästina angekommen ist, sondern nach dem Marsch über den Balkan und durch Anatolien im Fluss Salew in der Nähe der heutigen Stadt Silivke ertrunken ist. Das Wasser der Flüsse dort ist von den Höhen des Taurus kommend eiskalt, und er dürfte vom Ritt durch die feuchtheiße Küstenebene erhitzt gewesen sein. Sicher hat sein Tod in einem fernen, für die Menschen von damals unbekannten Land mit dazu beigetragen, dass seine Gestalt bald ins Märchenhafte entrückt wurde. Vor dem Kreuzzug war der Kaiser allerdings noch einmal in Italien gewesen, von 1184 bis 1186. Was er dabei erreichte, ist nicht so wesentlich, bis auf eines. Es wurden Verhandlungen mit König Wilhelm II. von Sizilien über die Verlobung von dessen Tante Konstanze mit Barbarossas Sohn Heinrich geführt. Heinrich war 19, Konstanze 30 Jahre alt, nach damaligen Begriffen schon eine alte Jungfer. Aber da Wilhelm kinderlos war, war sie die Anwärterin auf sein Erbe. Wenn das gelang, die Vereinigung von Deutschland, Burgund und Oberitalien mit dem Normannenreich im Süden unter der Kaiserkrone, dann war man dem Ziel einer Vormachtstellung in Europa einen entscheidenden Schritt näher. Dann saß der Papst in Rom zwischen staufischem Gebiet im Norden und staufischem Gebiet im Süden. Die Verlobung fand 1186 in Augsburg statt, die Trauung im gleichen Jahr in Mailand. Lernfähige Raufbolde, die Normannen. Hört man den Namen Wikinger, stellt man sich struppige Seeräuber vor, Örner an den Helmen, wilde Kriegslieder grölend. In diesem Look treten dänische Fußballfans häufig heute noch auf. Die Vorstellung ist durchaus richtig. Diese Nordmänner, wie sie auch genannt wurden, waren vom 7. bis ins 10. Jahrhundert eine Landplage, ähnlich wie die Ungarn. In ihren schlanken, flachkieligen Schiffen, die gesegelt, aber auch gerudert werden konnten, tauchten sie überall an den Küsten Europas auf, fuhren die Flüsse hinauf, plünderten, brandschatzten, vergewaltigten, machten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Bevor das schwerfällige Lehensaufgebot gegen sie mobilisiert werden konnte, waren sie schon wieder verschwunden. 845 überfielen sie Paris, 860 Köln, 881 Aachen und wieder Köln. Mit Vorliebe nahmen sie sich Kirchen und Klöster vor, weil dort die Beute am reichsten war. Wenn es nicht anders ging, betätigten sie sich auch als friedliche Kaufleute. Sie gründeten Städte wie das Handelszentrum Haithabu in der Nähe des heutigen Kiel oder auch Kiew in der Ukraine. Dorthin kamen sie rudernd über die Flüsse und Seen, manchmal schleppten sie ihre Boote auch über Land. Sie hatten eine hochstehende materielle Kultur und müssen brillante Schiffbauer gewesen sein. Im Osten nannten sie sich Varäger oder Rus. Die byzantinischen Kaiser hielten sich eine Leibgarde aus Varägerkriegern. Auch west- und ostfränkische Herrscher versuchten, die Plage dadurch einzudämmen, dass sie entweder Darne-Geld, eine Art Schutzgeld, zahlten, oder gleich Scharen der Wikinger als Söldner in Dienst nahmen und ihnen die Landesverteidigung anvertrauten. Im Jahre 911 schließlich belehnte der westfränkische König Karl der Einfältige einen gewissen Rollo mit Ländereien an der Seenmündung. Davon hat die Normandie ihren Namen. Rollo und seine Leute mussten sich dafür zum Christentum bekehren. Chronisten erzählen, dass sich manche von ihnen gleich zehnmal taufen ließen, weil sie bei jeder dieser Zeremonien ein Taufhemd aus weißem Leinen geschenkt bekamen. Ein pragmatisches Verhältnis zur Religion war den Normannen auch in späterer Zeit eigen. Sie waren durchaus fromm, achteten aber darauf, dass ihnen ihre Frömmigkeit auch diesseitigen Nutzen einbrachte. Im Laufe der Zeit übernahmen sie neben dem Christentum auch die französische Sprache von ihrer neuen Umgebung. Sie wurden, wie ein englischer Historiker schreibt, zu zivilisierten, wenn auch gewissenlosen Christen. Was sie beibehielten, war die Fortpflanzungsfreudigkeit ihrer heidnischen Ahnen, so dass das neu erworbene Herzogtum bald schon wieder zu eng für die vielen jüngeren Söhne wurde, die nicht mit einem Lehen rechnen konnten. Außerdem zog es jungen Normannen noch immer in die Ferne. Da sie aber als Christen nicht mehr einfach auf Kriegs-, das heißt auf Raubzüge gehen konnten, und da es im Mittelalter noch keine touristischen Reiseveranstaltungen gab, verlegten sie sich auf die Form des Reisens, die zu ihrer Zeit die populärste war, die Pilgerfahrt. Beliebteste Ziele waren Santiago de Compostela, Rom und vor allem Jerusalem. Aber auch sonst mangelte es nicht an heilbringenden Städten, die man auf der Hin- oder Rückreise mitnehmen konnte. Eine der berühmtesten war der Monte Sant'Angelo, ein Michaelsheiligtum auf dem Monte Gargano, dem Sporn des italienischen Stiefels. Zunächst auf diese Weise, als Pilger kamen also Normannen nach Süditalien. Das war damals noch nicht der arme Mezzogiorno, sondern ein wirtschaftlich blühendes Land, das Weizen, Wein und Olivenöl exportierte und in dem auch Geldverkehr vergleichsweise hoch entwickelt war. Die politischen und ethnischen Verhältnisse allerdings waren kompliziert. Neben oder über der seit je ansässigen italienischen Bevölkerung hatten sich, wie in Norditalien auch, am Ende der Völkerwanderungszeit Langobarden oder Lombarden eingenistet, als Adelsschicht etabliert und Herzogtümer eingerichtet, Capua, Benevent, Salerno. Die Lombarden scheinen sich auch nach 500 Jahren in Italien Reste ihres germanischen Volkstums erhalten zu haben, was man aus Eigennamen wie Pandulf, Gaimar, Reinulf schließen kann. Daneben gab es selbstverwaltete Städte wie Neapel und Amalfi und immer noch, vor allem in Apulien, Kalabrien und der Basilicata, einen Rest byzantinischen Gebiets, der sich aber um das Jahr 1000 wieder ausgedehnt hatte, auch auf lombardische Gebiete. Dort empfand man die Byzantiner mit ihrer straffen Verwaltung den hohen Steuern und der Wehrpflicht als Fremdherrscher. Andere Gegenden, etwa Kalabrien, hatten eine mehrheitlich griechischsprachige Bevölkerung. Diese hing dem Ritus der Ostkirche an, während Italiener und Lombarden lateinische Katholiken waren. Schließlich kam noch hinzu, dass Sizilien von den Sarazenen erobert worden war, die von dort aus häufig Raubzüge gegen die Ungläubigen in ihrer Nachbarschaft unternahmen. Ihre Methoden dabei waren nicht zimperlich. Ein Chronist berichtet von einer Gruppe von etwa 40 normannischen Pilgern, die im Jahr 999 in Salerno in einen solchen Sarazenenüberfall hineingerieten, und nicht nur über die Brutalität der Seeräuber, sondern auch über den mangelnden Verteidigungsmut der Überfallenen staunten. Schließlich besorgten sie sich selbst Schwerter und gingen auf die Araber los. Die, eine solche Gegenwehr nicht gewohnt, suchten schleunigst das Weite. Der lokale Fürst hätte die mutigen Kämpfer am liebsten gleich da behalten. 17 Jahre später wurde eine ähnliche Pilgergruppe in der Höhlenkirche von Monte Sant'Angelo von einem etwas sinister wirkenden Menschen angesprochen, der sich als lombardischer Adeliger und Verschwörer gegen die byzantinische Herrschaft vorstellte. Er wies die Normannen auf den Reichtum und die Schönheit des Landes hin, stellte ihnen reichen Lohn in Aussicht, wenn sie ihm helfen würden, sein Volk zu befreien. Sie seien nur für eine Pilgerfahrt ausgerüstet, war die höfliche Antwort. Aber sie könnten ja im nächsten Jahr wiederkommen und zu Hause auch noch andere Interessenten für eine solche Aktion anwerben. So beginnt also die Infiltration Süditaliens durch die Normannen. Sie kamen nicht als ein machtvolles Heer, sondern in kleinen Gruppen, manche sogar einzeln, und sie brachten nichts mit als ihre Waffen, ihre Pferde, manche aber hatte nicht einmal ein Pferd, ihre Kampfkraft und vor allem die skrupellose Gier, sich in diesem Lande so schnell und so heftig zu bereichern, wie es nur ging. Natürlich war ihnen die Freiheit der Lombarden völlig egal. Sie wechselten, wenn dabei etwas herausprang, ohne Zögern die Partei, kämpften einmal für den, ein anderes Mal für jenen lombardischen Herzog oder auch für den byzantinischen Katapan, den Gouverneur, notfalls auch gegen eigene Landsleute, wobei sie dann nach der Schlacht darauf achteten, dass die Rache der Sieger in diesem, aber nur in diesem Fall nicht allzu grausam ausfiel. Auch vor Listen und Tricks scheuten sie nicht zurück. Aber es fällt doch auf, dass es ihnen, deren Abteilungen nicht nach Tausenden, sondern eher nach Hunderten zählten, immer wieder gelang, Heere, die ihnen numerisch um ein Vielfaches überlegen waren, in die Flucht zu schlagen, mochte es sich nun um Italiener, Lombarden, Byzantiner oder Araber handeln. In einem Fall, in der Schlacht von Civitate 1053 gegen ein Heerpapst Leos IX., wurde auch ein Kontingent deutscher Ritter bis auf den letzten Mann aufgerieben. Besonders tat sich in dieser endlosen Reihe von Kämpfen die Nachkommenschaft eines eher unbedeutenden normannischen Barons namens Tankrit Dottwil hervor, der mit zwei Gattenen nicht weniger als zwölf Söhne gezeugt hatte. Diese erschienen der Reihe nach in Unteritalien, beginnend mit Wilhelm Bradeferr, Eisenarm, und Drogo, die 1030 in den Dienst des Fürsten von Kapuatraten, bis zum jüngsten, Roger, geboren 1031, dem man nachsagte, er habe als Pferdedieb begonnen, der dann zum Grafen von Sizilien aufstieg und dessen gleichnamiger Sohn schließlich zum König beider Sizilien gekrönt wurde. Es ist ungemein amüsant, die Karrieren dieser begabten Raufbolde zu verfolgen und dabei gelegentlich etwas über ihre Schurkereien zu erfahren. So soll der junge Roger seinem Bruder Robert Giscard, der Beiname bedeutet etwa der Listige, der Gerissene, stolz berichtet haben, wie er sich den Zugang zu einem stark Befestigten auf einem Berg gelegenen Kloster verschaffte. Seine Leute hätten die Mönche flehentlich gebeten, in der Klosterkirche eine Messe für einen ihrer toten Mitkämpfer zu singen. Das konnte von den Patris nicht verweigert werden. Die Normannen kamen also in feierlichem Zug einen Sarg in ihrer Mitte tragend. Ihre Waffen legten sie, wie das üblich war, vor dem Eingang zum Kloster ab. In der Kirche wurde der Sarg im Mittelgang abgestellt. Dann tat sich der Deckel auf und der Tote, plötzlich sehr lebendig, stieg heraus. Unter ihm hatten jede Menge Schwerter gelegen, mit denen sich die Trauergäste jetzt bewaffneten. Und den Rest der Geschichte kann man sich denken. Diese beiden sind die, unter den zwölf Brüdern Dutville, die es am weitesten brachten und die größte Berühmtheit erlangten. Auch Robert fing im Dienst der Fürsten von Capua an. Es gelang ihm aber schnell zunächst ein kleines, dann ein größeres Lehen und die Zusicherung zu bekommen, dass er alle neuen Eroberungen behalten dürfe. Seine Streitmacht betrug zunächst nicht mehr als 60 Mann, aber bei seiner Heirat führte ihm die Braut weitere 200 zu. Zum Dank trennte er sich später von ihr, angeblich wegen zu naher Verwandtschaft, in Wirklichkeit wegen einer günstigeren Partie. Anfänglich hatte er auch mit der Eifersucht seiner älteren Brüder Wilhelm Drogo und Humphrey zu kämpfen, die sich nicht scheuten, sich mit lokalen Machthabern gegen ihn zu verbünden. Aber ein allgemeiner Aufstand der apulischen Bevölkerung, die auch den deutschen Papst Leo IX. zu Hilfe rief, zwang die Normanen zu gegenseitiger Solidarität. Es kam zu der erwähnten Schlacht bei Zivitate, nach der Leo IX. in Gefangenschaft geriet. Inzwischen war Wilhelm Eisenarm gestorben. Humphrey starb 1057. Robert nannte sich als Führer der normannischen Heerhaufen Herzog von Apulien. Er bot Leo IX. an, dieses Herzogtum als päpstliches Lehen zu nehmen, und der willigte ein, mehr oder weniger, unter Druck. Später wiederholte Papst Nikolaus II. die Belehnung. Mit der Zeit gelang es Robert, die letzten Reste byzantinischer Herrschaft in Unteritalien zu beseitigen und auch die verbliebenen lombardischen Gebiete in Süditalien, etwa Benevent, zu vereinnahmen. Gegen Ende seines Lebens plante er sogar einen Feldzug gegen die Stadt Byzanz selbst. Landete auch mit einem Heer auf dem Balkan, erlitt aber niederlagen gegen eine venezianische Flotte und gegen byzantinische Landstreitkräfte und starb 1085, bevor er noch einmal damit beginnen konnte. Vorher, 1084, hatte er noch die normannischen Truppen angeführt, die Gregor VII., wie wir sahen, aus der belagerten Engelsburg herausholten und dabei Rom ausplünderten und niederbrannten. Immerhin, vom armen Ritter oder besseren Straßenräuber zum Herzog und päpstlichen Lehensmann, der es gleichzeitig mit zwei Kaisern, mit Heinrich IV. und Alexios Komnenos von Byzanz aufnimmt, das ist schon eine Laufbahn. Noch beachtlicher war die des jüngsten Odeville-Bruders Roga, auch Roga I. genannt. Robert blieb bis zu seinem Tod der ungestüme, unbekümmerte Haudegen, als der er aus der Normandie gekommen war. Bei Roga haben wir eher den Eindruck, dass er sich mit dem, was er erreichte, mit dem Land, das er sich aneignete, auch gedanklich auseinandersetzte, und dass er dabei zu Schlüssen kam, mit denen er seiner Zeit weit voraus war. Auch er war, als er 1057 in Apulien eintraf, seinem älteren Bruder, in diesem Fall also Robert Giscard, nicht unbedingt willkommen, sondern wurde misstrauisch als möglicher Konkurrent beäugt und sicherheitshalber in einer entlegenen Gegend mit einer schwierigen Aufgabe betraut. Er sollte zunächst die Verhältnisse in Kalabrien, der Landschaft an der Spitze des italienischen Stiefels stabilisieren und dann von dort aus die Sarazenen bekämpfen, die jenseits der Straße von Messina ganz Sizilien in Besitz genommen hatten und von dort aus immer wieder die Küsten Italiens heimsuchten. In Kalabrien bestand die Bevölkerung mehrheitlich aus Griechen, und auch auf Sizilien bestanden noch viele griechische Gemeinden und profitierten von der Toleranz, die die Moslems in dieser Zeit gegen religiöse Minderheiten zu üben pflegten. Die Normanen waren bei den Griechen noch unbeliebter als bei Lombarden und Italienern. Trotzdem gelang es Roger in einem jahrzehntelangen, zäh und beharrlich geführten Kampf, diesen Auftrag auszuführen. Was ihn natürlich nicht hinderte, sich gelegentlich auch gegen seinen Bruder aufzulehnen, mit anderen Aufständischen zu paktieren und sich dann wieder mit Robert zu versöhnen. Diese Kämpfe normannischer Ritter gegen die Heiden gehörten noch bis ins 20. Jahrhundert zur sizilianischen Folklore, als Thema fürs Puppentheater etwa oder als Sujet für bunte Bilder auf den Seitenwänden zweirädriger Bauernkarren. Das Erstaunlichste aber ist, dass es ihm augenscheinlich gelang den Eroberten die Einsicht zu vermitteln, dass es besser sei, sich in ihr Schicksal zu fügen und für den Wohlstand der Insel zu arbeiten, als diesen Wohlstand durch vergebliche Befreiungsversuche zu gefährden. Um dies zu erreichen, zeigte sich der Graf von Sizilien, wie er sich jetzt nennen durfte, zu Zugeständnissen bereit. Ergriff er Maßnahmen, die im damaligen Europa einzigartig und fast undenkbar waren. Wir haben gesehen, wie wichtig für den damaligen Staat, wenn man ihn so nennen kann, die Religion, besser gesagt die Kirche war. Dabei ging man von der Grundannahme aus, dass es in einem Land, einem Gemeinwesen immer nur eine Religion geben könne. In Sizilien aber gab es deren drei, den Islam, die griechische Orthodoxie und als zahlenmäßig schwächste Gruppe das lateinische, das heißt römisch-katholische Christentum. Zwischen den beiden letzteren war nach der Kirchenspaltung von 1054 der Graben tiefer als je. Außerdem lebten hier mindestens vier verschiedene Völker, Araber, Griechen, Lombarden und französisch sprechende Normanen. Dazu kamen wahrscheinlich noch romanische Italiener, Juden, Albaner, einzelne versprengte Deutsche und Angehörige anderer Ethnien. Eine solche Gesellschaft war mit den Mitteln des Feudalsystems, einem persönlichen Beziehungsgeflecht und einer Staatskirche nicht zu beherrschen. Es war auch nicht möglich, die große Mehrheit der Nicht-Katholiken zwangsweise zu bekehren. Das hätte zu großen wirtschaftlichen Verlusten geführt. Denn was Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Kunsthandwerk, Architektur, Alltagskultur, Medizin und jede Art von Gelehrsamkeit angeht, waren die Byzantiner, vor allem aber die Araber, damals den Normanen, ja, der ganzen westlichen Christenheit, meilenweit voraus. Die Lösung war, dass jeder bleiben durfte, was er war. Die Araber behielten ihre Moscheen, ihre eigenen Gerichte, ihre Scharia, die Griechen ihre Klöster und ihre Kirchen mit Ikonostase und griechischer Liturgie und eigene Bischöfe, die weiterhin ihr Amt ausüben konnten. Allerdings durften sie keine Anweisungen aus Byzanz mehr annehmen. Für die Lateiner wurden neue Kirchen und Klöster gebaut. Aber auch die Moslems konnten bei Bedarf neue Moscheen errichten. Roger selbst stiftete neben katholischen auch orthodoxe Klöster. Er scheint sehr bald begriffen zu haben, wo Araber und Griechen seinen eigenen Landsleuten überlegen waren. Außer auf den schon erwähnten Gebieten, auch auf dem der Verwaltung und des Finanzwesens. Bei ihnen nämlich hatte es kein Feudalwesen mit Lehenspyramide gegeben, sondern bezahlte Amtsträger, Beamte, die ihre Weisungen unmittelbar vom Herrscher erhielten und wirksam kontrolliert werden konnten. Dieses System wurde übernommen. Manchmal auch die ausführenden Personen, vor allem aber die arabischen und griechischen Amtsbezeichnungen, selbst wenn der Posten mit einem Lateiner besetzt wurde. So hießen die vom Grafen eingesetzten Stadtoberhäupter und lokalen Gouverneure weiterhin Emire. Der Schriftverkehr wurde, je nach Opportunität, lateinisch, griechisch oder arabisch geführt. Emir war übrigens später auch der Titel des Flottenkommandanten und aus Al-Amir ist durch Verballhornung unser Wort Admiral geworden. Später, als Roger nach dem kinderlosen Tod seines Neffen auch die Besitzungen Robert Giscars auf dem Festland erbte und als sein eigener Sohn Roger II. König beider Sizilien wurde, war es dort weniger einfach. Denn in Apulien und der Basilicata hatten sich, wie überall in Europa, ungebärdige Vasallen ihrer eigenen Machtstützpunkte eingerichtet. Es gab also wieder Kämpfe und Aufstände. Aber der Machtschwerpunkt dieses Reiches lag ohnehin auf Sizilien. Palermo blieb die Hauptstadt. Dort entstand eine Kunst, die in Architektur, Mosaiken und Skulpturen die Stilelemente von drei Kulturen vermischte. Es wurde weiter auf Arabisch gedichtet. Arabische Ärzte übten ihre Kunst aus. Die Normanen selber gewöhnten sich an einen halb orientalischen Lebensstil mit teppichgeschmückten Räumen, Bädern, weiten Gewändern, mit kühlen Brunnen in prächtigen Gärten, mit Lebensgenüssen und Raffinessen, die dem Rest des plumpen Europa unbekannt waren. Es ist ein schier unglaubliches Bild. Im tiefen Mittelalter ein fast schon moderner Staat. Wirtschaftlich und kulturell blühend, militärisch immer noch schlagkräftig, eine beachtliche Seemacht. Die Erbin dieses Königreichs sollte jetzt Heinrich heiraten, den Sohn Friedrich Barbarossas. Dass Kaiser Heinrich VI. ein anziehender Charakter war, kann man beim besten Willen nicht behaupten. Schroffheit, Jäzorn, Grausamkeit, die an seinem Vater in extremen Situationen wie bei der Eroberung Mailands in Erscheinung traten, gehörten bei ihm zu den bestimmenden Wesenszügen. Dazu kam ein gehöriges Maß an Skrupellosigkeit. Den englischen König Richard, Richard Löwenherz, der auf der Rückkehr vom Kreuzzug über deutsches Gebiet kam, ließ er so lange gefangen setzen, bis ein Lösegeld erpresst war, mit dem Heinrich den Kampf gegen die deutsche Fürstenopposition und seinen zweiten Italienzug finanzieren konnte. Dieser Richard Löwenherz, dem der britische Romantiker Sir Walter Scott in dem Roman Ivanhoe ein idealisierendes Denkmal gesetzt hat, war in Wirklichkeit ebenfalls ein unsympathischer, arroganter, hirnloser Haudrauf. Immerhin stand ihm aber als heimkehrendem Kreuzfahrer freies Geleit zu. Auf diesem zweiten Italienzug wurde die Stadt Salerno in Schutt und Asche gelegt. Dem Gegenkönig, den normannische Adeliger aufgestellt hatten, ließ Heinrich eine glühende Krone auf den Kopf nageln. Augenscheinlich hat dieser Kaiser durch seine Rücksichtslosigkeit und Ungeduld immer wieder zerstört, was er zu erreichen im Begriff war. Er hatte große Ziele, in Deutschland die Erbmonarchie einführen, so wie sie sich in England, Frankreich, Spanien durchgesetzt hatte und später den Aufbau moderner Staaten ermöglichte. Für ihn hätte das auch die dauerhafte Vereinigung seines Deutschen mit seinem süditalienischen Königreich bedeutet. Aber weder die deutschen Fürsten noch das Papsttum waren bereit, da einzuwilligen. Es hätte großer Geduld und Zähigkeit bedurft, dieses Ziel durchzusetzen. Heinrich aber hatte schon andere, noch größere Pläne. Er hatte die Könige von Zypern und Armenien dazu gebracht, ihn als Lehensherren anzuerkennen. Jetzt wollte er durch einen Kreuzzug auch die Kreuzfahrerstaaten an der Levante-Küste, das Königreich Jerusalem, die Grafschaften Tripolis und Edessa, das Fürstentum Antiochia unter seinen Einfluss bringen. Ein mittelmeerisches Imperium gründen, dem vielleicht auch Byzanz eingefügt werden sollte. Ob man das nun eine Vision oder schlicht Größenwahn nennen will, jedenfalls konnte nichts davon verwirklicht werden. Heinrich VI. starb mit 31 Jahren an Malaria oder Ruhe. Er wurde in Messina begraben und später nach Palermo überführt. In Sizilien übernahm die Königin Konstanze die Regentschaft für ihren erst dreijährigen Sohn. Er war schon als Zweijähriger zum deutschen König gewählt worden. Jetzt ließ ihn Konstanze zum König beider Sizilien krönen. Sie starb ihrerseits wenige Monate später und setzte vorher Papst Innozenz III. zum Vormund ein. In Deutschland aber stürzte alles zusammen. Es kam zu einem zehnjährigen Thronstreit zwischen Heinrichs Bruder Philipp von Schwaben und einem Sohn Heinrichs des Löwen, Otto IV., seitdem heißen die Parteien auch in Italien Guelfen, das sind die päpstlichen, und Giberlinen, Weiblinger, das sind die kaiserlichen, die staufische Partei. Dieser Streit wurde dadurch entschieden, dass Philipp von einem Wittelsbacher aus Privatrache ermordet wurde. Vorher aber gingen im Verlauf der Auseinandersetzung der staufische Hausbesitz das Reichs- und Königsgut, das Barbarossa hinterlassen hatte, sowie die Reste des Einflusses der Krone auf die Reichskirche zum großen Teil verloren. Es sind diese Zustände, auf die sich Walters bereits zitierter Klageruf bezieht, »So weh dir tüschi Zunge, wie stet din Ordenunge«. Bezeichnend ist auch, um das vorwegzunehmen, die letzte größere Unternehmung Ottos IV. Er, der in seiner Jugend mit seinem Vater ins englische Exil gegangen und dort aufgewachsen war und dessen Wahl Richard Löwenherz durch reichliche Schmiergelder unterstützt hatte, entschloss sich 1214, die Entscheidung herbeizuführen, indem er gegen den Erzfeind seines Protektors, den französischen König Philipp II., zu Felde zog. Bei Bouvinet wurden er und seine englischen Verbündeten geschlagen, er entkam nur knapp der Gefangennahme. Die Entscheidungen über die Vormachtstellung in Europa fielen nicht mehr in Deutschland und Italien, nicht zwischen Kaiser und Papst, sondern zwischen den Königen von England und Frankreich. Vorher hatte es zwei seltsame Kehrtwendungen gegeben. Otto IV. war, wie angedeutet eigentlich, der Mann des Papstes. Kaum aber war sein Rivale tot, schickte er sich seinerseits an, nach Unteritalien zu ziehen und das Normannenreich zu erobern. Das konnte nicht im Interesse des Papstes sein, und so wurde jetzt auch über den Welfen der Kirchenbahn verhängt. Innozenz III. ging noch weiter. Im Verein mit dem König von Frankreich brachte er eine Anzahl deutscher Fürsten dazu, einen Gegenkönig aufzustellen. Friedrich, den inzwischen 16-jährigen Sohn Heinrichs VI. und der Konstanze, das Kind von Pülle, von Apulien. Der Papst forderte ihn auf, nach Deutschland zu ziehen und sein Recht geltend zu machen. Tatsächlich gelang es diesem Buben, unterstützt von Pisanern und Genuesen, mit kleinem Gefolge durch das von Mailand beherrschte, feindselige Oberitalien und über das Engadin bis an den Bodensee zu gelangen. Die befestigte Stadt Konstanz nahm ihn auf. Otto, der schon am Nordufer des Sees stand, musste abziehen. Seitdem sank seine Macht beständig. Er war unbeliebt, wegen seines Geizes und seiner hoffahrenden Art. 1217 starb er, fast von allen Anhängern verlassen, auf einer seiner Burgen im Harz. Er selbst ordnete an, dass die Reichsinsignien an Friedrich überstellt werden sollten. Friedrich II. war im Dezember 1194 in der kleinen Stadt Jesi in der Mark Ancona geboren. Seine Mutter war, wie schon erwähnt, elf Jahre älter als ihr Mann, dreißig, als sie heiratete. Zehn Jahre blieb die Ehe kinderlos. Das legte die Vermutung nahe, dass Konstanze nicht mehr gebärfähig oder Heinrich VI. zeugungsunfähig sei. Also musste sie, als die Stunde ihrer Niederkunft kam, ihr Kind in einem offenen Zelt auf dem Marktplatz von Jesi zur Welt bringen. Angeblich hatte sie das selbst angeordnet. Jeder Mann sollte zuschauen, niemand später behaupten können, das Kind sei untergeschoben. Konstanzes Verhältnis zu ihrem Mann scheint mehr als kühl gewesen zu sein. Man sagte ihr deutschen Hass nach. Sie geriet sogar in Verdacht, mit der normannischen Adelsopposition in Verbindung zu stehen und wurde gezwungen, bei der Exekution von Aufständischen zu zuschauen. Von dem Thronstreit in Deutschland blieb der junge Friedrich zunächst unberührt. Aber die Verhältnisse in Unteritalien und auf Sizilien waren chaotisch genug. Zu den normannischen Baronen, die nach mehr Selbstständigkeit und nach möglichst großen Anteilen am Königsgut gierten, kamen als Hinterlassenschaft Heinrichs VI. deutsche Söldnerführer wie der Truchses Markwart von Anweiler, dem es zeitweise sogar gelang, sich der Person des jungen Königs zu bemächtigen. Ferner erhoben sich im Inneren Siziliens die Sarazenen und ein französischer Adeliger erhob Anspruch auf zwei Grafschaften. Der kindliche König hatte dem nichts entgegenzusetzen und die Geistlichen, die als seine Vormünder fungierten, waren der Lage ebenfalls nicht gewachsen. Friedrich habe wie ein Gassenjunge die Straßen Palermos durchstreift. Gutmütige Bürger hätten ihn an ihren Tisch geladen, damit er nicht Hunger leiden musste. Solche Erzählungen dürften wohl in den Bereich der Legende gehören. Aber, dass er die eigene Ohnmacht, den Übermut von Menschen, die glaubten, über ihn und seine Ansprüche hinweggehen zu können, schmerzlich zu spüren bekam, steht außer Zweifel. Er ist an diesen Erlebnissen nicht zerbrochen, sondern gewachsen. Erzbischof Reinhard von Capua schreibt in einem Brief an Papst Innozenz III., als der Knabe, durch die fluchwürdige Treulosigkeit seiner Wächter verraten, und er, der sanfte junge König, von dem, der ihm nach dem Leben trachtete, in den innersten Gemächern des Palastes gestellt war, und als er nun die Gefangenschaft unabwendbar vor Augen sah, weil die Schwäche seiner Jugend und der Abfall seiner Leibwächter jede Möglichkeit einer Verteidigung ausschlossen, als ihm klar wurde, dass er nun den Fesseln der Barbaren ausgeliefert sei, da schützte er sich statt mit Waffengewalt durch Tränen und vermochte doch nicht, ein gutes Vorzeichen für den künftigen Herrscher, den Adel königlicher Gesinnung zu verleugnen. So sprang er, da er ja doch ergriffen werden musste, den Herrschern entgegen und suchte, so gut er konnte, die Hände dessen, der den Gesalbten des Herrn antastete, zu lähmen. Darauf nestete er seinen Königsmantel auf, zerriss voll Schmerz seine Kleider und zerkratzte mit der Schärfe der einschneidenden Nägel sein zartes Fleisch. Er scheint aus dieser unheilvollen, manchmal verzweifelten Situation jeden möglichen Nutzen gezogen zu haben. Trotzdem ist es rätselhaft, wie er sich inmitten dieses Durcheinanders eine Bildung, eine Schärfe, Offenheit und Vielseitigkeit des Geistes aneignete, die ihn vor allen anderen mittelalterlichen Herrschern auszeichnete, ihn für seine Zeitgenossen zum Stupor Mundi, zum Staunen der Welt werden, und Jakob Burkhardt im 19. Jahrhundert zu dem Urteil kommen ließ, er sei der erste moderne Mensch gewesen. Ob sich Papst Innozenz im Klaren darüber war, was für ein Mündel ihm da heranwuchs? Warum hat er ihn nach Deutschland geschickt und damit die Lage herbeigeführt, der er durch den Tod Heinrichs VI. mit Glück entgangen war? Dass nämlich sein Kirchenstaat von Norden und Süden durch staufisches Territorium in die Zange genommen wurde? Meinte er, den jungen Mann leicht lenken zu können? Oder erwartete er, er werde sich im Kampf mit seinen deutschen Gegnern aufreiben wie Otto IV.? In Deutschland nannte man Friedrich II. anfangs einen Pfaffenkönig. Und tatsächlich machte er der Kirche große Zugeständnisse, versprach auch, das Königreich Sizilien an seinen Sohn zu übertragen. 1212 wurde er zum römischen, das heißt deutschen König gekrönt. 1220 von Honorius III. in Rom zum Kaiser. Da war von einem Verzicht auf Sizilien schon nicht mehr die Rede. Stattdessen machte er seinen Sohn Heinrich zu seinem Stellvertreter in Deutschland und zog selbst weiter in den Süden, wo er sein großes Reformwerk begann. Als Gegenleistung für die Kaiserkrönung hatte er dem Papst einen Kreuzzug versprochen. Die Erfüllung dieses Versprechens zögerte er allerdings immer wieder hinaus, solange bis Papst Gregor IX. diese Hinhaltetaktik zum Vorwand nahm, ihn mit dem Bann zu belegen. Friedrich ließ eine Kette von Befestigungen an der Nordgrenze seines süditalienischen Reiches hochziehen gegen den Kirchenstaat. Andere bewachten die wichtigsten Häfen. Manche dieser Kastelle, etwa die von Trani und Bari, kann man heute noch besichtigen. Und schon aus ihrer Architektur ist der Geist dieses Herrschers und seines Staates ablesbar. Sie sind nicht wie deutsche Ritterburgen verwinkelte, unbequeme Wohnstätten für einen Adeligen, seine Familie und sein Gefolge, samt Haustieren und allem Zubehör, Waffen und Gerät, umgeben von dickem Gemäuer, auf möglichst unzugänglicher Höhe aufgetürmt, sie sind militärische Force für eine Garnison, über klarem, meist quadratischem Grundriss an strategisch ausgesuchten Orten gebaut. Der Neigungswinkel ihrer Mauern ist für Verteidigungszwecke genau berechnet, das Innere so eingeteilt, dass die Besatzung effizient postiert, ausreichend untergebracht und mit Vorräten gut versehen werden konnte. Das berühmteste dieser Bauwerke, Castel del Monte in den Bergen nahe Andrea in Apulien, diente in erster Linie nicht der Verteidigung, sondern der großen Liebhaberei des Kaisers, der Falkenjagd. Hier ist der Grundriss ein Achteck, um einen Innenhof gebaut und an jeder der Achtecken ragt ein wuchtiger Turm mit ebenfalls oktogonalem Grundriss hervor. Die Räume muss man sich mit Teppichen, Marmorwänden, Mosaikböden und Möbeln ausgestattet vorstellen, vielleicht im arabischen Stil? Sie sind so miteinander verbunden, dass jeder einzelne von ihnen im Fall einer Verschwörung etwa verteidigt werden konnte. Ein scheinbar ernüchterndes Detail, in die imposanten Türme sind die ersten erhaltenen Wasserklosets der europäischen Baugeschichte eingebaut, gespeist aus einer Regenwasserzisterne auf dem Dach. Man lese, was Ulrich von Hutten fast 300 Jahre später über das Leben, die Geräusche und Gerüche auf einer Burg schrieb, dann versteht man, dass diese stillen Örtchen durchaus keine Sache ohne Belang waren. Es ist anzunehmen, dass Friedrich den Sinn für Hygiene und Ästhetik von seinen arabischen Untertanen gelernt hatte, die in dieser Hinsicht den damaligen Christenmenschen weit voraus waren. Den Aufstand der Sarazenen hingegen, der sich in der Zeit seit dem Tod seiner Mutter im Inneren Siziliens gehalten hatte, schlug er nieder, ebenso wie die aufmüpfigen normannischen Adeligen. Er ließ die Araber aber nicht umbringen. Was sein Vater und die meisten europäischen Herrscher in so einem Fall wohl getan hätten, jagte sie auch nicht außer Landes, wie man das später in Spanien tat, sondern ließ sie umsiedeln, von Sizilien nach Apulien, in die Gegend von Lucera, in einen ziemlich öden Landstrich. Dort durften sie sich eine neue Stadt bauen, samt Moschee und auf ihre Art leben, mussten oder durften Werkstätten errichten für die Produkte, die sie berühmt gemacht hatten, Teppiche, Metall- und Lederarbeiten, Paramente und feine Stoffe. Sie waren von dieser Lösung so beeindruckt, dass sie aus Feinden zu treuen Anhängern Friedrichs wurden. Fortan hielt er sich eine Leibgarde von sarazenischen Bogenschützen. Die hatten, neben anderen Fähigkeiten, auch den Vorteil, dass ihnen päpstliche Bannflüche egal waren. Von Seiten der Kirche nahm er natürlich Anstoß daran, dass der Kaiser diese Heiden in einem christlichen Land angesiedelt hatte. Man sagte ihm nach, er halte sich in seinem Palast in Lucera einen Harem von sarazenischen Weibern. Das prüde 19. Jahrhundert deutete das dann um. Er habe diese Frauen zur Herstellung kostbarer Stickereien beschäftigt. Überhaupt wurde seine Vorliebe für Frauen allgemein getadelt, auch von Chronisten, die ihm sonst günstig gesinnt waren. Die drei legitimen Gattinnen, die er nacheinander heiratete, scheint er nicht sonderlich geschätzt zu haben. Jedenfalls sind die Gräber, die er für zwei von ihnen im Dom von Andrea errichten ließ, auffällig unaufwendig. Er hatte aber eine Anzahl von Geliebten, die nicht alle namentlich bekannt sind, und mehrere außereheliche Kinder, denen er später auch politische Aufgaben zuwies, wie König Enzio von Sardinien oder Manfred, Herzog von Tarent, der sein Nachfolger in Süditalien wurde. Mit den Konstitutionen von Melfi hat Friedrich für sein süditalienisches Reich das erste moderne Gesetzbuch Europas geschaffen. Es basierte auf dem altrömischen Kodex Justinianus, war aber in vielen Einzelheiten den Erfordernissen der Zeit und des Ortes angepasst. Fedewesen und Gottesurteile wurden verboten, Folter und Zweikampf eingeschränkt, besoldete Richter eingesetzt, für die es verbindliche Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gab, ebenso wie für Ärzte und Apotheker. Die Gerichte waren durchwegs königlich, unterstanden nicht mehr den lokalen Grafen oder anderen Feudalherren. Die Gesetze galten für alle Untertanen und hatten das ausdrückliche Ziel, die auf Sizilien traditionelle Vielzahl der Rechtssysteme abzulösen, byzantinisches, arabisches, lombardisches, normannisches Recht. Es war also schon Gleichheit vor dem Gesetz intendiert. Ein Prozess durfte nicht länger dauern als zwei Monate. Übrigens handelt es sich nicht nur und nicht vor allem um Strafrecht oder öffentliches Recht. Das Gesetz sollte jedem Untertan Justitia, die göttliche Gerechtigkeit, garantieren, deren irdischer Repräsentant der König ist. Zu diesem Zweck wird auch in den Alltag eingegriffen. Es finden sich Gesetze zum Schutz von Frauen und sozial Schwachen, Vorschriften gegen Wasser- und Luftverschmutzung durch Garbereien, Textilbetriebe, Schlachthöfe und Abdeckereien, über die Anlage von Friedhöfen und die Tiefe der Gräber. Oder das Verbot, dass ein Arzt nicht zugleich eine Apotheke besitzen, also nicht mit den Medikamenten Handel treiben darf, die er verschreibt. Ein ähnliches Verbot gilt auch heute. Die Verwaltung war vom Gerichtswesen noch nicht so deutlich getrennt wie heute. Aber auch sie wurde weitgehend entfeudalisiert. Statt der Grafen und Barone hatten jetzt königliche Beamte, Justiziare genannt, die entscheidenden Machtpositionen inne. Sie wurden nicht durch Lehen entlohnt, sondern erhielten Gehalt, Geld, waren also vom König jederzeit abhängig, weisungsgebunden und rechenschaftspflichtig. Sie mussten im Prinzip jedes Jahr ihren Bezirk wechseln, durften in diesem Bezirk keinen Grundbesitz haben, sich mit keiner Frau verheiraten oder verloben, die aus diesem ihnen zugewiesenen Bezirk stammte. Untertanen hatten das Recht, sich über unkorrekte Beamte zu beschweren. Richter und Beamte mussten eine solide juristische Ausbildung haben. Friedrich gründete eine neue Universität in Neapel, deren ausschließliche Aufgabe es war, solche Funktionäre auszubilden. Die mussten dort studiert haben, nicht etwa im päpstlich dominierten Bologna oder in Paris. Für Ärzte und Apotheker wurde die Hochschule in Salerno ausgebaut und mit strengen Regeln versehen. Ein solcher Um- und Ausbau des Staates kostete Geld. Friedrich beschaffte es aus den Erträgen seines Kronguts durch eine Neuorganisation des Steuer- und Zollwesens, durch Lagergebühren für ausländische Kaufleute und dadurch, dass er für bestimmte Produkte, für Salz, Eisen, Seide, Hanf und Färberei, Staatsmonopole errichtete. Er ließ Goldmünzen nach antikem Vorbild prägen, Augustale genannt. Als ihm während der Kämpfe mit den Lombarden einmal das Edelmetall ausging, hatte er einen Einfall, mit dem er seiner Zeit um Jahrhunderte vorgriff. Er ließ Geldscheine aus Pergament herstellen und verkündete, er werde sie bei Zeiten und zu vollem Wert einlösen. Friedrichs Staat war in manchem modern, aber er war nicht demokratisch. Damit er demokratisch hätte werden können, hätte sich aus dem Völkergemisch Süditaliens erst ein Demos, ein Staatsvolk entwickeln müssen. So wie in dem anderen Normannenstaat, nämlich in England, ja auch erst in einem jahrhundertedauernden Prozess aus Angelsachsen, Kelten und Normannen, Briten wurden. Der König war alleinige Quelle des Rechts, Vermittler der göttlichen Justitia und er stand über diesem Gesetz, wenn er auch versprach, sich daran zu halten. An der Richtigkeit einer königlichen Entscheidung oder an der Befähigung eines vom König eingesetzten Beamten zu zweifeln, galt als Sakrileg. Manches mutet geradezu totalitär an. Die Ansätze zu einer staatlich gelenkten Wirtschaft etwa oder rigorose Heiratsvorschriften. Adeligen stand keine freie Partnerwahl zu. Sie hatten um Erlaubnis zu fragen, wen sie heiraten durften. Und allen Untertanen war es verboten, ohne Genehmigung des Königs die Ehe mit Ausländern einzugehen. Das sollte angeblich verhindern, dass die guten Sitten im Königreich durch fremde Einflüsse korrumpiert wurden. Am befremdlichsten ist die Tatsache, dass die religiöse Toleranz im Königreich zwar für Andersgläubige galt, für Orthodoxe, Moslems, in gewissem Ausmaß auch für Juden, die mussten allerdings reichlich dafür zahlen, nicht aber für Abweichler innerhalb der katholischen Kirche, für Ketzer, wie man damals sagte, vor allem nicht für Anhänger der in Oberitalien verbreiteten Sekte der Katara und Valdenser. Obwohl selbst im Kampf mit dem Papsttum liegend und wegen seiner angeblichen Freigeisterei verschrien, fasste Friedrich solchen religiösen Eigensinn als ungehorsam gegen ihn, den Gesalbten des Herrn, als Verstoß gegen die gottgewollte Ordnung, als Majestätsbeleidigung und Sakrilik auf. Das wurde streng bestraft, meist mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen. Dabei kam die Opposition kaum von dieser Seite, sondern, wie man sich denken kann, in erster Linie vom Adel, der seine Privilegien und seine Macht davonschwimmen sah, aber auch von der hohen Geistlichkeit und vom Papst, den die rationale Effizienz dieses Staatsaufbaus ängstigte und den es mit Misstrauen erfüllen musste, dass in der Einleitung zu den Konstitutionen von Melfi wohl von der Naturnotwendigkeit des Rechts und von der göttlichen Ordnung die Rede war, nicht aber von der Kirche. Friedrichs rationales Denken, die geistige Unabhängigkeit und Autonomie, die er zumindest für sich persönlich beanspruchte und praktizierte, waren nicht nur der Kirche, sondern auch der Mehrheit der damaligen Menschen unverständlich, unheimlich und verdächtig. Friedrich sprach seit seiner wirren Jugend mehrere Sprachen, Latein, das italienische Volgare, Griechisch, Arabisch, Deutsch, Französisch. Das mag zur Ausweitung seines geistigen Horizonts beigetragen haben. An seinem Hof finden sich nicht nur Adelige und Geistliche, sondern auch Dichter. Angeblich ist die Form des Sonnets hier entstanden. Spielleute, Gaukler, Musiker, arabische Tänzerinnen, besonders aber Gelehrte, vor allem Arabische, Astronomen, Mathematiker, Geografen, Philosophen. Er hat von den Arabern ihr Zahlensystem übernommen, mit der Null, nachdem wir heute noch rechnen. Seine intellektuelle Neugier, besonders auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, soll unstillbar gewesen sein. Berühmt ist sein Buch De Arte Venandi Cum Avibus, über die Kunst mit Vögeln zu jagen, das sich dadurch auszeichnet, dass es nicht, wie damals an den Universitäten üblich, in erster Linie die kanonischen Werke des Aristoteles auswertet, die um diese Zeit von den scholastischen Philosophen wiederentdeckt und aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt wurden, sondern sich lieber auf eigene Beobachtungen verlässt. Da, wo es angezeigt war, heißt es in dem Buch, sind wir dem Aristoteles gefolgt. In vielen Fällen aber ist er, wie uns die Erfahrung gelehrt hat, von der Wahrheit abgewichen. Deshalb folgen wir dem Fürsten der Philosophen nicht in allem, denn selten oder niemals zog er zur Beize. Wir aber liebten und übten sie von Jugend auf. Zu vielem, wovon er in seinem Tierbuche handelt, fügt er hinzu, dass ihm so berichtet worden sei. Aber was einige so gesagt haben, hat wohl weder er selbst gesehen noch jene, die es behaupteten. Eine Gewissheit jedoch erhält man nicht durch das Ohr und vom Hörensagen. Die frommen Menschen von damals bekamen Angst vor so viel Verstand und intellektuellem Selbstvertrauen. Man erzählte sich alle möglichen Schauergeschichten über den Kaiser. Er habe, um herauszufinden, was der Verdauung zuträglicher sei, Ruhe oder Bewegung, zwei Männern eine reichliche Mahlzeit verabreichen lassen und dann den einen auf die Jagd, den anderen zum Mittagsschlaf geschickt. Nachher habe er dann beiden die Bäuche aufschlitzen und die Mageninhalte untersuchen lassen. Er habe einen Sterbenden in ein dicht versiegeltes Fass packen lassen, um zu sehen, ob beim Öffnen die Seele entweichen werde. Da nichts dergleichen wahrgenommen wurde, habe er geschlossen, dass der Mensch keine Seele habe. Um die Ursprache herauszufinden, Hebräisch, Griechisch, Babylonisch, habe er eine Anzahl Neugeborenen mit ihren Ammen in strenge Quarantäne verbannt. Den Frauen war befohlen, die Säuglinge bestens zu versorgen, aber nie und unter keinen Umständen ein Wort mit ihnen zu reden. Wenn die Kinder dann doch zu sprechen anfingen, müsste das die Ursprache sein. Das Experiment sei allerdings beslungen. Die Kinder seien alle gestorben, weil ein Säugling ohne freundliche Zuwendung eben nicht überleben könne. Drei Betrügern soll er gesagt haben, sei die Welt aufgesessen, Moses, Jesus und Mohammed. Es fällt nicht schwer, aus solchen Geschichten die päpstliche Propaganda herauszuhören, die besonders in Friedrichs letzten Lebensjahren alles tat, um den Kaiser zum lebenden Antichrist und Teufelsbraten zu stilisieren. In der Chronik des Salimbene von Parma, der diese Leckerbissen entnommen sind, findet sich übrigens auch die Geschichte vom Taucher und dem goldenen Becher, die Friedrich Schiller später zu seiner Ballade inspiriert hat. Nur die schöne Prinzessin spielt in dieser Quelle noch keine Rolle. Und überhaupt stellt Salimbene weniger auf Mut und Kühnheit des Schwimmers als auf die vermessene Wissbegier und angebliche Menschenverachtung des Kaisers ab. Wir haben hier zeitlich vorgegriffen. Zu den großen Reformen Friedrichs kam es erst in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts und zum Endkampf mit dem Papsttum ab 1939, als er zum zweiten Mal gebannt wurde. Dazwischen liegt noch sein bemerkenswerter Kreuzzug. Den hatte er, wie schon bemerkt, 1220 als Gegenleistung für seine Kaiserkrönung versprochen, aber immer wieder aufgeschoben. 1227 brach er endlich auf, kehrte aber gleich wieder um, angeblich wegen einer Erkrankung, die große Teile seiner Mannschaft heimgesucht hatte. Daraufhin verhängte Gregor IX. den Bann über ihn. Dessen ungeachtet fuhr Friedrich im Jahr darauf erneut los und erreichte mit Flotte und Heer tatsächlich das heilige Land. Statt sich aber mutig in den Kampf mit den Heiden zu stürzen, begann er mit dem ägyptischen Sultan Al-Kamil zu verhandeln. Dieser steckte gerade in inneren Schwierigkeiten und konnte keinen Krieg mit den Kreuzfahrern brauchen. Außerdem war er wohl beeindruckt von diesem Kaiser, mit dem er Arabisch reden konnte und der ein Interesse bekundete, seine vorhandenen Kenntnisse der muslimischen Kultur zu erweitern. Also erklärte er sich bereit, dem Kaiser die Stadt Jerusalem, außer dem Harambezirk mit Al-Aqsa-Moschee und Felsendom, kampflos zu überlassen, samt Korridor hinunter zu der Hafenstadt Akon am Mittelmeer. Außerdem wurde ein Waffenstillstand auf zehn Jahre geschlossen und die Sicherheit christlicher Pilger garantiert. Diese pragmatische Lösung war nicht das, was die päpstliche Partei unter christlichem Heldentum verstand. Der Bann blieb aufrecht, wurde sogar noch verschärft, weil der Kaiser die Grabeskirche und andere heilige Städten entweiht habe, indem er sie als Exkommunizierter betrat. Jede Kirche, in die Friedrich gekommen war, sogar die Grabeskirche, fiel unter Interdikt. Das heißt, es durften dort keine Messen gelesen und keine Sakramente gespendet werden. Der Patriarch von Jerusalem weigerte sich, auf päpstliche Weisung, Friedrich zum König von Jerusalem zu krönen. Friedrich veranstaltete eine Zeremonie, in der er sich selbst die Krone aufsetzte. Seither trugen die römisch-deutschen Kaiser unter anderen Titeln auch den eines Königs von Jerusalem, selbst als Jerusalem und alle anderen Eroberungen der Kreuzfahrer längst verloren waren. Franz II. führte ihn sogar noch in seinem Abdankungs- und Auflösungsdekret für das heilige römische Reich. Und er gab ihn weiter an seine Nachfolger, die Kaiser von Österreich. Die letzten, die sich König von Jerusalem nannten, waren Franz Josef I. und Karl I. Während der Kaiser im Heiligen Land gegen den Willen der Kirche relativ erfolgreich war, marschierten päpstliche Truppen in sein süditalienisches Königreich ein. Das scheint ihn nicht weiter aufgeregt zu haben. Nach seiner Rückkehr vertrieb er diese Schlüsselsoldaten ohne größere Schwierigkeit. 1230 fand sich Gregor IX. zu einem Vertrag mit dem Kaiser bereit, und ein Jahr später wurde der Bann aufgehoben. Allerdings nicht für lange Zeit, denn Friedrich wandte sich jetzt gegen seine stärksten, noch immer unbezwungenen Gegner, die oberitalienischen Städte. Dass die in seine Gewalt kamen, konnte der Papst unmöglich wünschen oder dulden. So wurde der Bannfluch im Jahre 1239 erneuert. Es ist müßig, über die Einzelheiten dieses Kampfes zu referieren. Er wurde mit zunehmender Verbissenheit und Grausamkeit geführt. Die gegenseitigen Beschuldigungen steigerten sich ins Maßlose, Fanatische. Der Papst verglich den Kaiser mit dem Tier der Apokalypse, worauf dieser das Kompliment erwiderte, indem er Gregor mit der Hure Babylon gleichsetzte. Eine endgültige Entscheidung fiel bis zum Tode Friedrichs nicht. Deutschland wurde dabei immer mehr zum Nebenschauplatz, aus dem der Kaiser sich nachschub für seine Heere und wenn möglich auch finanzielle Unterstützung holte, dessen Zustände und Angelegenheiten aber eher von zweitrangigem Interesse für ihn waren. Sogar als 1241 die Mongolen Polen überrannten und bei Liegnitz ein deutsch-polnisches Ritterheer vernichteten, stellte sich der Kaiser nicht an die Spitze der Landesverteidigung. Es war pures Glück, dass im fernen Karakorum der Großkahn starb und die Steppenkrieger von sich aus abzogen. In Deutschland hat er, anders als in Süditalien, den Ausbau eines modernen Staates gar nicht erst angestrebt. Die tatsächliche Macht geriet dadurch immer ausschließlicher in die Hände der Territorialfürsten. Schon während seines ersten Deutschlandaufenthaltes, 1212 bis 1220, hatte Friedrich in der Konföderatio cum Principibus Ecclesiasticis, also der Vereinbarung mit den Kirchenfürsten weitgehende Zugeständnisse gemacht. Sein Sohn Heinrich VII., den er als seinen Stellvertreter in Deutschland zurückgelassen hatte, gestammt 1231 den weltlichen Fürsten im Statutum in favorem principum, im Statut zugunsten der Fürsten, nahezu die gleichen Rechte zu. In den meisten Geschichtsbüchern liest man nur, dass damit der Rest der alten Königsrechte in Deutschland verloren ging. Es lohnt aber, sich wenigstens einige Bestimmungen dieser Gesetze im Einzelnen anzuschauen. So versteht man besser, warum es unmöglich wurde, in Deutschland auf Reichsebene ein modernes Staatswesen aufzubauen. Da heißt es in der Konföderatio etwa, neue Zölle oder Münzstätten werden wir in ihren Territorien ohne ihr Befragen oder gegen ihren Willen künftig nicht errichten. Der König verzichtet also auf die Kontrolle über das Geldwesen, das in dieser Zeit des sich entwickelnden Städtewesens, des aufblühenden Gewerbes und Fernhandels immer wichtiger wurde. Auf welche Weise aber auch immer ein Lehen einem geistlichen Fürsten ledig geworden ist, so werden wir dieses in keiner Weise angreifen. Das bedeutet den Verzicht, erledigte Lehen einzusammeln, wie es später die Könige von Frankreich taten, die damit ihr Gewicht gegenüber den großen Vasallen ständig vergrößerten, bis sie sie schließlich politisch entmachten konnten. Ferner setzen wir fest, dass keine Gebäude, nämlich Burgen und Städte, auf kirchlichem Besitz errichtet werden. Das heißt, auf kirchliches Gebiet haben die Leute des Kaisers keinen Zugriff, sie haben dort nichts zu suchen. Im Statutum heißt es unter anderem, wir setzen fest, dass neue Märkte die alten in keiner Weise hindern sollen. Wenn also ein Fürst sich einen ergiebigen Umschlagplatz durch welche Methoden auch immer dienstbar gemacht hat, wie seinerzeit Heinrich der Löwe in München und Lübeck, dann darf niemand, auch der Kaiser nicht, ein Konkurrenzunternehmen aufmachen. Dass in unseren neuen Städten die Bannmeile beseitigt werde. Die Bannmeile war ein rings um die Städte liegender Bereich, in dem niemand dem städtischen Gewerbe Konkurrenz machen durfte. Wenn man den königlichen Städten den entzog, verloren sie ganz wesentlich an wirtschaftlicher Dynamik. Jeder Einzelne unter den Fürsten soll der Freiheiten, Gerichtsbarkeiten, Grafschaften und Zehnten, seien sie ihm eigen oder zu lehen gegeben, gemäß der Gewohnheit seines Landes ruhig genießen. Was ein Fürst einmal hat, das hat er, das nimmt ihm niemand weg, er mag es nutzen, wie er will, ist praktisch souverän, niemand kann ihn zur Rechenschaft ziehen. Wir wollen keine neue Münze im Lande irgendeines Fürsten schlagen lassen, durch welche eine Münze des betreffenden Fürsten verschlechtert werden könnte. Siehe oben. Den Streit darüber, ob Friedrich II. mit diesen Zugeständnissen die letzten verbliebenen Machtmittel der Krone aus der Hand gab, oder ob er nur längst übliche Praktiken legalisierte, überlassen wir den Fachgelehrten. Immerhin scheint die Bereitwilligkeit, mit der Heinrich VII. den Fürsten das Statutum zugestanden hatte, seinen Unwillen erregt zu haben. Er konnte aber nicht anders als einwilligen. 1235 kam er nach Deutschland und darauf reagierte sein Sohn mit Panik. Er stellte sich auf die Seite der Adelsopposition, trat sogar in Verbindung zu den aufständischen Lombarden. Friedrich ließ ihn durch ein Fürstengremium absetzen, festnehmen und gefangen nach Italien bringen. Dort starb Heinrich 1241, wahrscheinlich durch Selbstmord. Heinrich ist zwar als deutscher König der Siebte dieses Namens gewesen, aber er ist niemals Kaiser geworden. Der väterliche Schmerz über den Tod meines erstgeborenen Sohnes Heinrich überwiegt das Urteil des strengen Richters und treibt eine Tränenflut aus dem Innersten hervor, welche das Andenken erlittner Beleidigungen und der Ernst der Gerechtigkeit bisher zurückhielt. Vielleicht werden sich harte Väter wundern, dass der durch öffentliche Feinde unbezwungene Kaiser einem häuslichen Schmerz erliege. Aber das Gemüt eines jeden Fürsten, sei es noch so fest, ist dennoch der Herrschaft der Natur unterworfen, welche ihre Kräfte gegen jeden ausübt und Könige und Kaiser nicht anerkennt. Das ist aus einem Brief Friedrich II. an Sizilianische Geistliche. Für die Deutschen, aber auch für die Norditaliener muss Friedrich ein aufregend exotisches Bild abgegeben haben. Er pflegte mit großem Gefolge und beträchtlichem Pomp auf Reisen zu gehen. Mit seiner sarazenischen Leibgarde auf edlen Pferden, mit Kamelen, gelegentlich mit einer Giraffe und einem weißen Elefanten, einem Geschenk des Sultans Al-Kamil, mit dunkelhäutigen Dienern in fremdartig bunten Gewändern, mit Tänzerinnen und Flötenspielerinnen, mit Jagdfalten aus Arabien und aus Island samt ihren ledergesichtigen Wärtern, mit Eulen, gezähmten Adlern und anderem fremdartigen Getier. Für die Menschen Mitteleuropas, die ihren engen Lebenskreis äußerst selten verließen, waren das Wesen aus einer Märchenwelt. Gehört Friedrich II. überhaupt zur deutschen Geschichte? War er ein Deutscher? Vom Vater her war er Staufer. Er trug den Titel eines deutschen Königs. Aber dieser Vater, Heinrich VI., hatte seinerseits eine französischsprachige burgundische Prinzessin zur Mutter gehabt. Auch Friedrichs eigene Mutter Konstanze sprach als Normannen vor allem französisch. Offenbar hasste sie ihren Mann und mit ihm die Deutschen als Gesamtheit. Deswegen hatte sie im Namen ihres minderjährigen Sohnes auf dessen deutschen Königstitel verzichtet, so dass Friedrich 1212 ein zweites Mal gewählt werden musste. Wäre es nach ihr gegangen, hätte er sich ganz auf sein süditalienisches Reich konzentriert und wäre nie über die Alpen gezogen. Aber auch so verbrachte Friedrich von seinen 56 Lebensjahren lediglich etwa zehn in Deutschland. Sizilien und Apulien hat er als seine Heimat empfunden. Seine politischen Ziele und Visionen versuchte er dort zu verwirklichen. In Deutschland erschien ihm ein solcher Versuch wohl sinnlos und von vornherein zum Scheitern verurteilt. 1250. Während eines Jagdausflugs in Apulien erkrankte der Kaiser an einer fiebrigen Darmgrippe und ließ sich auf sein Castel Fiorentino bringen. Dort verfasste er sein Testament, indem er seinen 23-jährigen Sohn Konrad IV. zum Nachfolger bestimmte, empfing Sterbesakramente und Absolution und starb in eine Kutte des Zisterzienserordens gehölt. Im Dom von Palermo steht sein Grabmal aus rotem Porphyr. Mit Friedrichs Tod lässt die Geschichtsschreibung in Deutschland das Interregnum beginnen, die Kaiserlose, die schreckliche Zeit, wie es in einer von Schillers Balladen genannt wird. So ganz stimmt das nicht. Nominell gab es immer irgendjemanden, der die Krone beanspruchte, zunächst eben Konrad IV., aber der konnte sich ebenso wenig durchsetzen wie sein Rivale Wilhelm von Holland. Die Kandidaten Richard von Cornwall und Alfons von Kastilien brachten, vom Papst dazu angehalten, zwar das Geld auf, um die Wähler zu bestechen, erschienen aber kaum oder überhaupt nicht persönlich im Lande. Konrad zog sogar nach Süditalien und versuchte, sein dortiges Erbe in Besitz zu nehmen. Er plante auch, von dieser Machtbasis aus wieder in Deutschland einzugreifen, starb jedoch schon 1254. Er hinterließ einen Sohn, ebenfalls Konrad oder auch Konradin, also kleiner Konrad genannt. Für den übte zunächst Konrads Halbbruder Manfred die Regentschaft aus, der sich aber 1258 selbst zum König von Sizilien proklamierte. Als solcher war er zunächst recht erfolgreich, schickte sich sogar an, seinen Machtbereich nach Norditalien zu erweitern. Daraufhin belehnte Papst Clemens IV. den Bruder des französischen Königs, Karl von Anjou, mit dem Königreich Sizilien. Manfred fiel gegen ihn kämpfend in einer Schlacht bei Benevent. Der 15-jährige Konradin zog jetzt, 1268, mit geringem Gefolge nach Italien und fand unter den dortigen Ghibellinen zahlreiche Anhänger, denn Karl von Anjou war wegen seiner Grausamkeit allgemein verhasst. Konradin wurde aber seinerseits besiegt und geriet in Gefangenschaft. Karl von Anjou ließ ihn und seinen Freund Friedrich von Österreich, einen Babenberger, in Neapel auf offenem Marktplatz köpfen. Das war das Ende des Geschlechts der Staufer. Fiebern gezücht, sagten die Päpstlichen. Es war auch das Ende des Versuchs, in Italien Reichs- und Machtpolitik zu betreiben. Wenn Kaiser späterhin noch nach Rom zogen, um sich dort krönen zu lassen, griffen sie nicht mehr wirklich in die dortigen Verhältnisse ein. Es war ferner das Ende der Blüte Süditaliens. Der Staat, wie ihn Friedrich der Zweite, aufgebaut hatte, war noch nicht so in sich gefestigt, dass er die Krisen des Herrschertums hätte überstehen können. Für die Anjous war das Land eher ein Ausbeutungsobjekt. Sie scheinen sehr unbeliebt gewesen zu sein. Am Ostermontag 1282 ereignete sich in Palermo die Sizilianische Vesper, bei der Verschwörer zu einer bestimmten Stunde eben beim Vesper-Leuten sämtliche in der Stadt anwesenden Franzosen massakrierten. Der Aufstand verbreitete sich über die ganze Insel. Man rief Peter von Aragon, der mit einer Tochter Manfreds verheiratet war, zum König aus. Dagegen richtete auch der päpstliche Bann nichts aus. Allerdings half es auch nicht dagegen, dass Sizilien in der Folgezeit zunehmend verarmte, genau wie das süditalienische Festland, das den Anjous verblieb. Es entstand der arme Mezzogiorno, l'inizio dell'Africa, wie die Norditaliener heute noch spotten. Auch die Kirche sollte sich ihres Sieges nicht lange freuen. An die Stelle der Stau vertraten die Anjous und das französische Königshaus, die ihren politischen Einfluss viel skrupelloser zu nutzen wussten. 1309 verlegte der französische Papst Clemens V. die päpstliche Residenz nach Avignon, wo sie bis 1377 verblieb. Man spricht von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, einem Tiefpunkt ihrer moralischen Autorität. Der Kreuzzug, auf dem Friedrich Barbarossa im Jahre 1190 im Fluss Salef ertrank, wird von der Geschichtsschreibung als der Dritte bezeichnet. Als junger Herzog von Schwaben hatte Friedrich im Gefolge seines Onkels Konrad des Dritten schon am zweiten Kreuzzug 1147 bis 1149 teilgenommen, einem ungemein erfolglosen Unternehmen, bei dem das deutsche Kontingent schon auf dem Marsch durch Anatolien nahezu aufgerieben wurde. Die Überlebenden mussten froh sein, von den Franzosen aufgefangen zu werden, die nach ihnen kamen und ebenfalls starke Verluste erlitten hatten. König Konrad hatte den Zug ohnehin nur widerwillig angetreten, bedrängt von einer hysterischen Masse, die durch die Predigten des später heiliggesprochenen Bernhard von Clairvaux aufgepeischt worden war. Es ist dies ein frühes Beispiel dafür, wie politische Vernunft sich von hohler Rhetorik ins Boxhorn jagen lässt. Auch der Dritte Kreuzzug wurde zum Fehlschlag, obwohl Barbarossa ihn sorgfältig vorbereitet und zunächst auch einige Siege über den militärischen Gegner, die seltschukischen Türken in Anatolien erfochten hatte. Nach dem Tod des Kaisers flaute bei den Deutschen die Begeisterung merklich ab. Wer immer es konnte, sah, dass er möglichst bald nach Hause kam. Die beiden anderen Führer aber, Richard Löwenherz von England und Philipp II. August von Frankreich, die das heilige Land mit ihren Anhängern auf dem Seeweg erreichten, waren einander spinnefeind und zerstritten sich immer mehr. So gelang es nicht, das 1178 verlorengegangene Jerusalem wieder zu erobern. Vielmehr war man am Ende so verkracht, dass es Richard nicht wagen konnte, über französisches Gebiet heimzureisen. Er versuchte es über Deutschland, wurde in Österreich, dessen Herzog er vor Akon unnötig beleidigt hatte, erkannt, gefangengesetzt, immerhin in schöner Umgebung, in Dürnstein in der Wachau, und an Friedrich VI. ausgeliefert, der die günstige Gelegenheit, ihn zu erpressen, nicht ungenutzt ließ. Wirklich erfolgreich im militärischen Sinne war von den sieben Kreuzzügen, die man im vorderen Orient zählt, nur der allererste. Denn der fünfte, der von Friedrich II., war ja, wie wir sahen, eher diplomatisch angelegt. Anlass war ein Hilferuf, den der Kaiser von Byzanz 1095 auf der Synode von Clermont an Papst Urban II. richtete. Die Seltschuken, ein Turkstamm, der aus Innerasien kam, hatten den Byzantinern nicht nur den größten Teil Anatoliens entrissen, sondern jetzt auch Jerusalem und das Heilige Land erobert, wo sie angeblich die orientalischen Christen unterdrückten und misshandelten, sowie die heiligen Städten schändeten. Die seltschukischen Türken waren Moslems, aber anders als die Araber keine geschickten Kaufleute und von der Kultur der Gebiete, die sie eroberten, vorläufig noch unbeleckt. Während die Araber christlichen Pilgern nichts in den Weg gelegt und vor allem darauf geachtet hatten, möglichst gut an ihnen zu verdienen, sperrten die Türken jetzt den Weg. Auch die Handelsstationen der Venezianer, Pisaner und Genuesen, die mit den Arabern gute Geschäfte gemacht hatten, gerieten in Gefahr. Es gab also religiöse, politische und materielle Gründe, in den Orient zu ziehen. Dazu kam noch ein anderer. Wir erinnern uns. 1095, das war auf dem Höhepunkt des Investiturstreits. Der Papst war vor Heinrich IV. nach Frankreich geflohen und dieser seinerseits saß eingeklemmt zwischen dem Lombardischen Bund und den feindseligen Welfen in der Nähe von Verona, konnte nicht vor und nicht zurück. Wenn es dem Papst gelang, sich an die Spitze einer Massenbewegung zu stellen, seinen Anhängern ein wahrhaft religiöses Ziel zu setzen, das sie mit frommer Inbrunst erfüllte, dann hatte er einen entscheidenden Sieg über den Kaiser gewonnen. Dann war er, und nur er, der Führer der Christenheit. Urban hielt eine furiose Predigt, warf seinen Zuhörern vor, sie seien bisher Räuber gewesen, jetzt hätten sie Gelegenheit, Kämpfer Gottes zu werden. Sie sollten den Verlust ihrer Güter nicht achten. Dort, wo der Herr für sie gestorben sei, würden sie von den Heiden Reichtümer Sonderzahl und dazu noch Vergebung ihrer Sünden Anwartschaft auf ewige Seligkeit erwerben. Die Menge sank auf die Knie und schrie, Deus lo wult. Gott will es. Ritter, Knappen, gemeines Volk, große Herren und Fürsten hefteten sich das Kreuz an die Mäntel. Eine Idee hatte gezündet, breitete sich aus wie eine Feuersbrunst. Im ersten Kreuzzug können wir bereits alle Elemente beobachten, die das Wesen dieser Unternehmungen ausmachen. Aufrichtige Religiosität, Abenteuerlust, Hysterie, Brutalität, materielle Gier und blanke Mordlust. Die Teilnehmer waren meist Franzosen, Lothringer, Flamen und Friesen sowie Normannen aus Süditalien. Die Deutschen waren, weil allzu sehr mit ihren inneren Konflikten beschäftigt, nur schwach beteiligt. Von einem Kreuzfahrer her im eigentlichen Sinne kann man zunächst nicht sprechen. Ritter, Knappen und bewaffnete Fußsoldaten bildeten nur den Kern des Zuges. Mit und vor ihnen brachen in größeren und kleineren Gruppen auch Menschen auf, die einfach ihrem Alltag, ihrer Armut, ihrer Unfreiheit entrinnen wollten und naiv glaubten, dabei noch ein frommes Werk zu tun. Durch das starke Wachstum der Bevölkerung gab es unter Bauern wie unter Rittern eine Vielzahl jüngerer Söhne, die sich in der Heimat keine Hoffnung auf ein Erbe machen durften. Und in den sich vergrößernden Städten war auch die Schicht der völlig Besitzlosen gewachsen. Man machte sich fantastische Vorstellungen von den Reichtümern, die im Orient zu gewinnen waren. Es waren solche Mitläufer, die schon während des Durchzugs durch das Rheinland auf den Gedanken kamen, es sei unnötig, mit der Bekämpfung der Feinde Gottes bis zur Ankunft im Heiligen Land zu warten. Schließlich lebten etliche von denen ja auch hierzulande. Die Juden, deren Gemeinden in den rheinischen Städten alteingesessen, wohlhabend und blühend waren. Über die also fiel man her, plünderte ihre Häuser, misshandelte und erschlug jene, die sich nicht taufen lassen wollten, trieb sie in ihre Synagogen, die dann in Brand gesetzt wurden. Manche Juden begingen Selbstmord. Es ist anzunehmen, dass sich auch die lokale Bevölkerung an diesen Pogromen beteiligte. Wegen des kirchlichen Zinsverbots für Christen und weil den Juden Grundbesitz und Handwerksberufe verwehrt waren, lagen Kreditwesen und Geldhandel fast ausschließlich in deren Hand. Da das Risiko dabei groß war, mussten auch die Zinsen hoch sein. Die Menschen, Geldgeschäfte ohnehin noch nicht lange gewohnt, empfanden das als Wucher. Mancher dürfte den religiösen Aufbruch als willkommene Gelegenheit gesehen haben, seine Schulden loszuwerden. Priester und Bischöfe, die sich bemühten, dem Morden Einhalt zu gebieten, wurden ihrerseits bedroht. Die Ausschreitungen dauerten auf dem ganzen Marsch durch Süddeutschland und Österreich an. Ein Zug ging über Ungarn und den Balkan, ein anderer durch Italien bis Bari, wo man über die Adria setzte. Vor Konstantinopel sammelten sich die verschiedenen Gruppen. Wie viele von den armen Pilgern sind wohl so weit gelangt. Wie viele waren auf dem Weg umgekehrt. An Hunger, Krankheit, Erschöpfung krepiert, wegen Diebereien und Übergriffen zu Tode gehetzt und erschlagen worden. Der Rest sollte dann in Anatolien von den Türken vernichtet werden. Auch der Kaiser Alexios Komnenos war nicht eben entzückt von dem wilden Heerhaufen, der da vor seiner Stadt lagerte. Er hatte sich eine Hilfstruppe für seine eigene Armee erhofft, keine Ritter und vor allem keine fürstlichen Herren, die nichts anderes im Sinn hatten, als das Land, das sie von den Heiden befreien sollten, für sich selbst zu behalten. Er erlaubte ihnen den Weiterzug erst, nachdem sie ihm den Lehenseid für die zu erobernden Gebiete geleistet hatten. Die Muslime waren unter sich zerstritten, auf den Angriff nicht vorbereitet, und sie hatten der Bewaffnung der fränkischen Panzerreiter nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Die Kreuzfahrer siegten in mehreren Schlachten und standen im Sommer 1099 vor Jerusalem. Nach wochenlanger Belagerung wurde die Stadt eingenommen und unter der Bevölkerung, Muslimen wie Juden, ein grausames Blutbad veranstaltet. Vorher aber hatte sich das Kreuzritterheer schon aufgespalten. Ein Graf, Balduin von Bologna, hatte sich zum Grafen von Edessa ausgerufen und war mit seinem Kontingent zurückgeblieben, um diese Stadt, das heutige Urfa, und ihr Umland in Besitz zu nehmen. Ebenso verfuhr der Normanne Bohemund, ein Sohn Robert Giscars, der sich Antiochia, heute Antakia, samt dazugehörigem Gebiet aneignete und fortan den Fürstentitel führte. Bei ihm als echtem Dottwil erstaunt das nicht, dass ihn, sobald er seine Beute sicher hatte, die Befreiung des heiligen Grabes nicht mehr interessierte. Beschützer des heiligen Grabes nannte sich Gottfried von Bouillon, Balduins Bruder, weil er sich dort, wo Jesus Christus gelebt hatte und gestorben war, nicht den Königstitel anmaßen wollte. Es gelang den Kreuzfahrern in den folgenden Jahrzehnten, in ihren neuen Staaten ein Feudalsystem nach heimischem Muster aufzubauen. Sie errichteten eine Reihe gewaltiger Burgen. Die berühmteste ist der Crack des Chevaliers, der den Zugang zur Hafenstadt und der Grafschaft Tripoli sperrte. Es entstand jetzt auch eine neue Form mönchischen und zugleich kriegerischen Zusammenlebens. Die geistlichen Ritterorden der Templer, der Johanniter und der Deutschherren. Sie verbanden die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam mit der Verpflichtung zum Glaubenskrieg. Da sie immer frischen Nachwuchs aus Europa bekamen, der nicht in die Kungeleien und Konflikte lokaler Adelsfamilien verstrickt war, stellten sie ungemein disziplinierte und schlagkräftige Kampftruppen, die sich später auch auf anderen Schauplätzen, zum Beispiel im deutschen Osten, bewähren sollten. Aber natürlich war das Gebiet, das die Kreuzfahrerstaaten beherrschten und mit den damaligen Mitteln beherrschen konnten, nicht mehr als ein schmaler Streifen am Rande eines muslimischen Kontinents. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es den Arabern gelang, sich ihrerseits auf die neue Kampfesweise einzustellen und militärisch gleichzuziehen. Mit dem Ayyubiden-Sultan Saladin, Saladin, er lebte von 1138 bis 1193, erwuchs ihnen dann ein hervorragender Führer. Erstaunlich ist, dass sich die Kreuzfahrer doch beinahe 200 Jahre an der Levante Küste halten konnten, nämlich bis 1291, als der letzte Stützpunkt, Akon, geräumt werden musste, die letzten Ordensritter und Siedler nach Zypern flüchteten. Es ist reizvoll, diese Kämpfe im Einzelnen zu verfolgen, das Hin und Her, die Aufschwünge und Niederlagen, aber es führt in unserem Zusammenhang doch etwas weit ab. Von dauerhafterer und tieferer Wirkung waren, so paradox das klingen mag, die Perioden relativen Friedens und misstrauischer Verständigung, die es zwischendurch immer wieder gab. Nicht, dass die Kreuzfahrer tief in arabische Kultur, arabische Kunst, Dichtung, Wissenschaft und Philosophie eingedrungen wären. Die fanden ihren Weg nach Europa eher über Spanien und, wie wir gesehen haben, Süditalien. Aber sie lernten doch einiges von der arabischen Alltagskultur, der raffinierteren Lebenskunst der Orientalen. Weite, bequeme Gewänder, feine Stoffe und Lederwaren, Gewürze und neue Arten von Obst und Blumen, Medikamente und Heilkräuter, Einrichtungsgegenstände und Dinge des täglichen Gebrauchs. Man kann das heute noch an vielen Wörtern der europäischen Sprachen ablesen, die arabischen Ursprungs sind, auch wenn sich dieser Ursprung meist hinter einer assimilierten Lautform versteckt. Alkali und ausgerechnet Alkohol, Almanach, Amulett und Anilin, Aprikose, Artischocke, Berberitze und Borretsch, Damast aus Damaskus, Mousselin aus Mossul, Chiffon, Gaze aus Gaza, Cartoon, Kaffee, Zucker, Kampfer, Kümmel, Safran, Sirup und Sorbet, Limone, Divan, Sofa und Matratze, Tasse, Ziffer und noch viele andere Wörter und Sachen. Vom arabischen Wort für Gras stammen nicht nur unser Haschisch, sondern auch die englischen und französischen Wörter für Meuchelmörder und Meuchelmord, Assassin, Assassination, to assassinate. Die Assassinen, eine im Iran und im Norden Syriens beheimatete Geheimsekte, ließen ihre Feinde von jungen Männern ermorden, die angeblich unter Drogeneinfluss glaubten, sie würden im Paradies aufwachen, falls sie bei einem solchen Anschlag ums Leben kamen. Araber wie Venezianer, Genuesen und Pisaner hätten nicht die gerissenen Kaufleute sein dürfen, die sie doch waren, wenn es ihnen nicht gelungen wäre, trotz aller Kämpfe einen florierenden Handel aufzubauen. So gelangten viele orientalische Luxusgegenstände, aber auch Waren, die von noch weiter her kamen, Seide aus China, Edelsteiner Elfenbein und Gewürze aus Indien, nach Italien und von dort über die Alpen, wo sich in Städten wie Augsburg, Nürnberg, Köln eine Schicht von Fernhändlern formierte, die immer mehr an bürgerlichem Selbstbewusstsein, an Reichtum, Einfluss und Streben nach politischer Mitbestimmung gewann und sich immer energischer gegen die fürstlichen oder geistlichen Stadtherren durchsetzte. Der Geldverkehr gewann an Bedeutung gegenüber dem Tauschhandel. Und da man für die Importware ja einen Gegenwert bieten musste, bekamen auch das heimische Gewerbe und das Kunsthandwerk kräftige Impulse. Natürlich regte die Kunde von den fernen Welten, von der goldenen Stadt Byzanz, durch die die Kreuzfahrer gekommen waren, von den fremden Völkern, denen sie begegnet waren, von Mohren, Fürsten, verschleierten Frauen, wilden Kriegern und exotischen Tieren, gefährlichen Seefahrten, Gefangenschaft, Flucht und glücklicher Heimkehr, auch die Fantasie der Daheimgebliebenen an. Das fand seinen literarischen Niederschlag in Geschichten wie der vom Herzog Ernst, der nach einem missglückten Aufstand gegen seinen Vater übers Meer flüchten muss und dabei Gefahren und Wunderdingen begegnet, die an Motive aus Tausend und Einer Nacht erinnern. Oder an die Geschichten des Byzantiners Hug Dietrich und seines Sohnes Wolf Dietrich. Westöstliche Liebesgeschichten oder Geschichten von Kreuzfahrern, die bei ihrer Heimkehr zunächst nicht erkannt wurden, gab es in zahlreichen lokalen Varianten. Graf Ludwig von Gleichen zog im Jahr 1227 mit gegen die Ungläubigen, wurde aber gefangen und in die Knechtschaft geführt. Da er seinen Stand verbarg, musste er gleich den übrigen Sklaven die schwersten Arbeiten tun, bis er endlich der schönen Tochter des Sultans in die Augen fiel wegen seiner besonderen Geschicklichkeit und Anmut in allen Dingen, sodass ihr Herz von Liebe entzündet wurde. Durch seinen mitgefangenen Diener erfuhr sie seinen Stand, und nachdem sie mehrere Jahre vertraulich mit ihm gelebt, verhieß sie, ihn frei zu machen und mit großen Schätzen zu begaben, wenn er sie zur Ehe nehmen wolle. Graf Ludwig hatte eine Gemahlin mit zwei Kindern zu Hause gelassen. Doch siegte die Liebe zur Freiheit, und er sagte ihr alles zu, indem er des Papstes und seiner ersten Gemahlin Einwilligung zu erwirken hoffte. Glücklich entflohen sie darauf, langten in der Christenheit an und der Papst, in dem sich die schöne Heiden taufen ließ, Willfahrte der gewünschten Vermählung. Beide reisten nach Thüringen, wo sie im Jahre 1249 ankamen. Der Ort bei Gleichen, wo die beiden Gemahlinen zuerst zusammentrafen, wurde das Freudental benannt, und noch steht dabei ein Haus dieses Namens. Man zeigt noch das dreischläfrige Bett mit rundgewölbtem Himmel, grün angestrichen. Auch zu Tonna, den türkischen Bund und das goldene Kreuz der Sarazenen. Der Weg, den sie zu der Burg pflastern ließ, heißt bis auf den heutigen Tag der Türkenweg. Die Burggrafen von Kirchberg besitzen auf Farrenrode ihrer Burg bei Eisenach alte Tapeten, worauf die Geschichte eingewirkt ist. Auf dem Petersberge zu Erfurt liegen die drei Gemahle begraben, und ihre Bilder sind auf dem Grabsteine ausgehauen. So eine Fassung des 19. Jahrhunderts. Man beachtet, dass selbst da noch die Prinzessin ihrer Liebe erst nachgeben darf, nachdem sie sich versichert hat, nicht allzu weit unter ihr soziales Niveau zu gehen. In der nüchternen Wirklichkeit, so ist anzunehmen, war der Graf mit zwei Frauen nacheinander verheiratet und ließ sich auf seinem Grabstein mit beiden Gattinnen verewigen. Nicht alle, die für den Glauben kämpfen und sich Ablass ihrer Sünden erwerben wollten, zogen in den Orient. Heinrich der Löwe etwa, wie immer auf seinen Vorteil bedacht, erwirkte während des zweiten Kreuzzugs für sich und andere norddeutsche Fürsten die Erlaubnis des Papstes, ersatzweise gegen die Heiden vor der eigenen Haustür zu ziehen, nämlich gegen die Wänden zwischen Elbe und Oder. Auch das nannte man einen Kreuzzug. Im Laufe des Spätmittelalters kam es regelmäßig zu solchen Feldzügen gegen die Elbsslaven und weiter nordöstlich gegen die ebenfalls noch nicht christianisierten Prutzen und Litauer. Daran beteiligten sich auch die mittlerweile längst christlichen Dänen und Polen, aber auch Adelige aus dem Inneren Deutschlands und dem übrigen Europa. Man hatte fast den Eindruck, dass die Teilnahme an dieser Art Glaubenskrieg zu einer Art Kavaliers-Tour wurde, zu etwas, was jeder einmal mitgemacht haben wollte. So geht etwa die Gründung der Stadt Königsberg in Ostpreußen auf keinen Deutschen, sondern auf den böhmischen König Otto K. Pszemysl zurück, der hier im Jahre 1255 eine Heidenfahrt veranstaltete. Seit 1226, besonders aber nach dem Verlust des Heiligen Landes, fand der deutsche Orden hier sein Hauptbetätigungsfeld, ins Land gerufen von dem polnischen Herzog Konrad von Masowien. Ihre straffe Disziplin erlaubte es den Ordensrittern, einen für die Zeitverhältnisse sehr wirksam organisierten und verwalteten Staat aufzubauen und die Kolonisierung durch deutsche Bauern gezielt voranzutreiben. Mittelpunkt des Staates und der Residenz des Hochmeisters des Ordens war die Stadt Marienburg bei Elbing. Nach der Vereinigung des Deutschen Ordens mit einem anderen, dem Orden der Schwertbrüder dehnte sich dieser Staat bis Estland und Liefland aus. Es wird, weil ideologisch allzu stark belastet, wohl eine unentscheidbare Frage bleiben, was schwerer wiegt. Die Unterdrückung der eingeborenen slawischen Bevölkerung und ihrer völkischen Eigenart oder die Einführung relativ fortschrittlicher Methoden und Techniken in Landausbau, Landwirtschaft, Verwaltung, Handwerk und beim Aufbau der Städte. Gerade so, wie es jedem überlassen bleiben muss, wie er die Ordensritter sehen will. Als blutrünstige Finsterlinge, wie sie in der nationalistischen polnischen Literatur auftreten, oder als helläugige Kulturträger, wie sie wilhelminischer Patriotismus zu präsentieren liebte. Ähnlich stellt sich die Frage ja auch für die Kreuzritter im Heiligen Land. Jedenfalls verlor dieser deutsche Ordensstaat seine Raison d'être, als Litauen unter dem Großfürsten Jagiello 1386 zum Christentum übertrat und sich mit Polen in Personalunion vereinigte. Es gab keine Heiden mehr zu bekehren. Überhaupt hatte sich der Kreuzzugsgedanke verbraucht. Der Nachschub an Rittern aus Deutschland ließ nach und für den neuen polnisch-litauischen Großstaat wurde das Ordensland, das den Weg zum Meer versperrte, ein ärgerlicher Fremdkörper. 1410 wurde der Orden bei Tannenberg vernichtend geschlagen und durfte fortan nur einen Rest seines Gebietes behalten, und zwar unter polnischer Lehenshoheit. Das, was man damals Preußen, später Ostpreußen nannte. Der letzte Hochmeister, Albrecht von Brandenburg, trat 1525 zum Protestantismus über, nannte sich fortan Herzog von Preußen und sorgte dafür, dass sein säkularisiertes Territorium durch Erbgang an seine hohenzollerische Verwandtschaft fiel. So wurden die heidnischen, als Volk ausgelöschten Prutzen zu Namensgebern des nachmals mächtigsten und dominierenden deutschen Staates. Aus der neuesten deutschen Geschichte kennen wir Politiker, deren Sympathiewert gerade in ihrem völligen Mangel an Großartigkeit und Glamour begründet ist. Friedrich Ebert, Gustav Stresemann, Konrad Adenauer. Leute, die sich nicht zu schade wahren, den Karren Deutschland aus dem tiefen Dreck zu ziehen, in den andere ihn hineinmanövriert hatten. Es scheint nicht abwegig, König Rudolf von Habsburg, dessen Regentschaft von 1273 bis 1291 Werte, mit ihnen zu vergleichen. Wenn man seine Porträtstatue auf dem Grab im Speirer Dom betrachtet, das erste realistische Abbild eines römisch-deutschen Herrschers, das auf uns gekommen ist, diese schlanke, wie Zeitzeugen bekunden, geradezu dürre Gestalt, das Gesicht mit den tiefen Stirnfalten, den schmalen Lippen und der langen Nase, über die sich seine Untertannen lustig machten, dann spürt man so gar keinen Anhauch von staufischem Glanz und Kaiserherrlichkeit. Er wirkt ergrämlich, um nicht zu sagen miesepetrig. Dabei muss er ein Mann von zupackend praktischem Verstand gewesen sein, mit Sinn für das Notwendige und Mögliche, auch für die Nöte der einfachen Menschen und erstaunlich für einen mittelalterlichen Herrscher mit einer Neigung zur Selbstironie. Als er einmal nach seinem Schatzmeister gefragt wurde, erwiderte er, er brauche keinen, er habe ohnehin nie Geld. Seine Wahl erfolgte auf Veranlassung Papst Gregors X. Dem nämlich waren einerseits die Anjus und das französische Königshaus in Italien zu übermächtig, ja gefährlich geworden, zum anderen plante er, nach dem erneuten Verlust Jerusalems und bei der harten Bedrängnis, in die die Kreuzfahrerstaaten geraten waren, einen Kreuzzug, den er von einem Kaiser angeführt sehen wollte. Zudem kam es dann allerdings nicht. Bemerkenswert ist Rudolfs Wahl auch dadurch, dass sie erstmals in der Form erfolgte, die fortan verbindlich werden sollte, nämlich durch ein Kollegium von sieben Kurfürsten. Schon seit der Doppelwahl von 1198, Otto IV. versus Philipp von Schwaben, hatte sich die Zahl der Wahlberechtigten immer weiter eingeschränkt. Nur mehr Angehörige des Reichsfürstenstandes durften wählen, also weltliche oder geistliche Territorialherren, die ihr Lehen unmittelbar vom Kaiser empfingen. Jetzt verengte sich der Kreis der Wähler aufs Neue. Übrig blieben drei geistliche und vier weltliche Kurfürsten. Die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, der Pfalzgraf Bayrein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen. Das heißt, der König von Böhmen war bei der Wahl Rudolf von Habsburgs nicht dabei. Statt seiner hatte man den Herzog von Niederbayern zugezogen. Bayern war damals unter mehrere Linien des Hauses Wittelsbach aufgeteilt. Der Böhmenkönig Otto Kapschemisel II. hatte nämlich selbstdeutscher König und später Kaiser werden wollen, genau wie der französische König Philipp III. Dass die Kurfürsten weder den Böhmen noch den Franzosen wählten, hatte einen einfachen Grund. Allzu mächtig, allzu durchsetzungsfähig sollte der Oberherr, den sie erkoren, nicht sein. Diese Gefahr aber hätte besonders bei Otto Kapschemisel bestanden. Seine Anhänger nannten ihn den Goldenen König. Bei Kuttenberg und Iglau waren damals reiche Silberbergwerke erschlossen worden, die in königlicher Regie ausgebeutet wurden. Otto Kaps Stammländer Böhmen und Meeren bildeten eine großflächige, im Vergleich zum anderen Reichsgebiet straff verwaltete Einheit mit blühender Wirtschaft. Schließlich hatte er in der Zeit des Interregnums kräftig zugelangt und aufgrund zweifelhafter Erbansprüche nach dem Aussterben der Babenberger das Herzogtum Österreich und die Steiermark an sich gebracht. Dazu noch Kärnten und die sogenannte Mark Krein, das Gebiet nördlich von Istrien. Sein Machtbereich reichte also vom Riesen- und Erzgebirge bis an die Adria. Damit konnte kein anderer Fürst konkurrieren, schon gar nicht Rudolf von Habsburg. Gegen dessen Wahl protestierte Otto K. forderte den Papst in einem Brief auf, sie für ungültig zu erklären. Es sei, schrieb er, der Würde des kaiserlichen Amtes abträglich, wenn ein armer Graf den Thron besteige. Armut war damals schon ein relativer Begriff. Im Vergleich mit Otto K. waren Rudolfs Mittel tatsächlich eher kümmerlich. Andererseits hatte er in der Schweiz und in Südwestdeutschland, teils durch Erbe, teils durch Neuerwerb, einen nicht unerheblichen Besitz gesammelt, wobei seine Methoden keineswegs zimperlich und manchmal am Rande der Legalität gewesen waren. Als Graf war er kein Reichsfürst, aber Friedrich II. war sein Taufpate gewesen und neuere Forschungen wollen eine Verwandtschaft seiner Familie mit dem Stauferhaus festgestellt haben. Drei Aufgaben stellten sich ihm vor allem. Möglichst viel von dem Kron- und Reichsgut zurückzugewinnen, das während des Interregnums verloren gegangen war, den Frieden oder, wie wir sagen würden, die innere Sicherheit im Reich so weit wie möglich wiederherzustellen und schließlich den Rivalen, der sein Königtum nicht anerkennen wollte, auszuschalten oder zum Einlenken zu bewegen. Bei den ersten beiden Vorhaben war er in verschiedenen Teilen des Landes unterschiedlich erfolgreich. Dort, wo sein eigener Hausbesitz und die noch erhaltenen Teile des Königsgutes nahe waren, konnte er energisch durchgreifen, entfremdete Ländereien an sich ziehen und zu ihrer Verwaltung Landvögte einsetzen. Beamte also, die mit Geld nicht durch Lehen entlohnt wurden. Aus Schillers Wilhelm Tell wissen wir, dass sie bei der Bevölkerung nicht immer beliebt waren. Nicht, dass sie alle solche Tyrannen gewesen wären wie Gessler, aber man war solche straffe Organisationsformen nicht gewohnt und empfand sie mancherorts als bedrückend. Ein geschlossenes Gebiet, so wie das Kronland in Frankreich, entstand auf diese Weise allerdings nicht. Und in weiten Gebieten, die nicht königsnah oder königsoffen waren, wie etwa ganz Norddeutschland und das Land östlich der Elbe, musste er das Einsammeln geraubten Reichsbesitzes an lokalmächtige Fürsten delegieren, vor allem an die Kurfürsten, die natürlich dazu neigten, das Eingesammelte wann immer möglich für sich selbst zu beanspruchen. In diesen Gebieten blieben königliche Macht und Präsenz gering. Im Kampf gegen Straßenraub, illegale Zölle und Fedewesen erneuerte Rudolf den Landfrieden Friedrichs II. von 1235 und stützte sich vor allem auf die Städte, deren Handel besonders durch solche Übergriffe litt und die schon vorher untereinander Bündnisse wie den Rheinischen und den Schwäbischen Städtebund geschlossen hatten, um sich gegen diese Übergriffe zu wehren. Auf ähnliche Weise wurde die norddeutsche Hanse zunächst ein Zusammenschluss von Kaufleuten zu gegenseitiger Unterstützung im Ausland, zu einem Netzwerk von Städten, die ihre Handelswege auch mit militärischen Mitteln zu sichern wussten. Rudolf begünstigte solche Bünde. Die Städte waren auch seine wichtigste Finanzquelle. Allerdings stieß er mit dem Vorhaben, eine allgemeine Kopfsteuer einzurichten, eine Steuer, die von den einzelnen Bürgern direkt an ihn bezahlt worden wäre, auf Widerstand. Ein solcher Zahlungsmodus hätte die reichen Patrizier und Ratsherren daran gehindert, die Belastung auf die breiteren, ärmeren Bevölkerungsschichten abzuwälzen. Der König bekam zwar die Mittel für notwendige Unternehmungen bewilligt, musste aber jedes Mal gesondert darum verhandeln. Das war ein schwerfälliges Verfahren und verhinderte eine weitsichtige Finanzplanung. Zur Wiederherstellung der Königsmacht gehörte auch, dass die Reichsfürsten sich ihre Lehen vom König bestätigen ließen. Muten hieß der Fachausdruck. Alle, auch die Kurfürsten unterzogen sich dieser Formalität, außer einem, Otto Karp Schermisel von Böhmen. Auf zwei Hoftagen, zu denen er 1274 und 1275 geladen wurde, erschien er nicht. Daraufhin ging Rudolf in zweifacher Weise gegen ihn vor, juristisch und militärisch. Ein Gericht unter Vorsitz des Erzbischofs von Köln verhängte die Reichsacht und nach einem Jahr die Aberacht, das bedeutete, dass die Acht jetzt vollzogen werden konnte, weil Otto Karp seine Reichslehe nicht habe bestätigen lassen und sich Österreich, Kärnten und die Steiermark widerrechtlich angeeignet habe. Otto Karp war militärisch der Stärkeren. Zwei Umstände wirkten sich indes zu seinen Ungunsten aus. Zum einen zeigte er eine seltsame Unentschlossenheit, ein Zögern, als könne er es einfach nicht glauben, dass der arme Graf tatsächlich die Frechheit besaß, gegen ihn zu Felde zu ziehen. Zum anderen hatte er sich bei seinen neuen Untertanen in den österreichischen Landen durch seine hochfahrende Art die Härte und Rigorosität seiner Ansprüche unbeliebt gemacht. Sie liefen scharenweise zu Rudolf über. Sogar in Böhmen und Meeren gab es eine Adelsopposition. Nach einer ersten Schlacht auf dem Marchfeld musste sich Otto K. geschlagen geben und es wurde Frieden geschlossen. Otto K. war gezwungen, seine Neuerwerbungen herauszugeben, seine Stammlande Böhmen und Meeren durfte er behalten. Freilich musste er sie von Rudolf zu Lehen nehmen. Die Zeremonie dieser Lehensnahme gestaltete Rudolf als subtile Demütigung. Otto K. erschien mit königlichem Pomp und in prächtigen Gewändern, um vor dem König niederzuknien. Der aber hatte sich mit einem schäbigen alten Lederwams bekleidet. Überhaupt scheint Rudolf mit der Rolle des armen Königs zuweilen publikumswirksam posiert zu haben. Er trug zum Kampf eine rostige Rüstung, hämmerte eigenhändig einen verbeulten Helm zurecht und zog, als einmal die Verpflegung ausblieb, höchst selbst ein paar Rüben aus dem Acker. Lag es an der Form oder eher am Inhalt dieses Friedens? Jedenfalls war Otto K. auf die Dauer nicht bereit, seine Bestimmungen hinzunehmen. Zwei Jahre später, 1278, kam es erneut zum Kampf. Die Ausgangslage war für König Rudolf eher noch ungünstiger. Er musste ein Heer erst sammeln, während das seines Gegners schon bereit stand. Der Herzog von Niederbayern verwehrte Rudolf den Durchmarsch durch sein Gebiet bzw. die Fahrt die Donau hinunter, und in Österreich war die Begeisterung für die habsburgische Sache merklich abgeflaut. Bei Dürnkruth auf dem Marchfeld nordöstlich von Wien kam es zur Schlacht. Rudolf war mit König Ladislaus IV. von Ungarn verbündet, der seinerseits eine Rechnung mit Otto K. offen hatte. Er kam Rudolf mit einem Heer zu Hilfe, das hauptsächlich aus Bogenschutz und einer Hilfstruppe aus kumanischen Reitern bestand, einem heidnischen Turkvolk, das von den Mongolen aus Innerasien vertrieben, kurz vorher in Ungarn aufgetaucht war. Der Sieg, den Rudolf erfocht, war nicht ganz makellos. Er hatte unbemerkt vom Feind eine Abteilung Panzerreiter als Reserve zurückgehalten, die den böhmischen Kämpfern in dem Augenblick in die Flanke fiel, als sie zu siegen glaubten. Eine solche Taktik, die uns heute durchaus erlaubt scheint, galt nach damaligen Kampfregeln als unritterlich. Und etliche von Rudolfs Leuten weigerten sich zunächst, sich so einsetzen zu lassen. Unritterlich war auch die Art, wie österreichische Adelige ihren früheren Lehensherren Otto K. behandelten, den sie nach der Niederlage seines Heeres gefangen nahmen. Sie brachten ihn nicht zu Rudolf, sondern schlugen ihn auf der Stelle tot, als Rache dafür, dass er einen ihrer Verwandten hatte hinrichten lassen. Rudolf, nüchterner Vernunftmensch, der er war, zeigte nach seinem Sieg kluge Mäßigung, wahrscheinlich auch um die Kurfürsten und anderen Großen im Reich nicht durch eine allzu offene Machtdemonstration gegen sich aufzubringen. Otto K. Sohn, Wenzel II., durfte Böhmen und mehreren Erben. Schon 1276 war vereinbart worden, dass Wenzel eine Tochter Rudolfs und Wenzels Schwester Rudolfs Sohn Rudolf den Jüngeren heiraten sollte. Diese Doppelhochzeit fand jetzt tatsächlich statt. Mit unseren Vorstellungen von Familienglück können wir heutigen uns schwer vorstellen, wie solche Ehen funktionieren sollten, vor dem Hintergrund nicht nur von Ottokars blutigem Ende, sondern auch des Todes von weiteren 10.000 böhmischen Rittern, die bei Dürnkruth ihr Leben gelassen hatten. Damals hatte man damit offenbar weniger Probleme. Wenzel II. wurde später berühmt als kunstsinniger Monarch, an dessen Pragerhof der deutsche Minnesang eine Spätblüte erlebte. Die südöstlichen Herzogtümer vereinigte Rudolf nicht mit dem anderen an die Krone zurückgefallenen Reichsgut, sondern verlieh sie weiter an seine eigenen Söhne Albrecht und Rudolf, der allerdings bald darauf auf sein Anrecht verzichtete und 1290 noch vor dem Vater starb. Gleichzeitig erhob er die beiden in den Reichsfürstenstand und erreichte durch Verhandlungen, dass die Kurfürsten diese Regelung 1282 anerkannten. Man kann also sagen, dass die Schlacht von Dürnkruth die Geburtsstunde der späteren Donaumonarchie, des Hauses Habsburg als europäische Großdynastie und auch jenes Erbkaiserreichs Österreich markiert, auf das sich Franz II. zurückzog, als es mit dem Heiligen Römischen Reich nicht mehr weiterging. Hätte Rudolf für dieses Römische Reich ähnliche Erfolge erzielen wollen wie für seine Familie, dann hätte er verschiedene Maßnahmen in Angriff nehmen müssen. Die Rückgewinnung, Re-Vindikation lautet der Fachausdruck, von Reichs- und Krongut fortsetzen bis daraus, wie in Frankreich ein zusammenhängender Machtbereich der Kern eines einheitlichen Königreichs entstanden wäre. Den Ansatz ausbauen, den er mit der Einrichtung von Landvogteien geschaffen hatte, eine geordnete Verwaltung aufbauen, die sich auch über den Rest des Reiches hätte ausdehnen können. Da war aber mit dem vehementen Widerstand der Territorialfürsten zu rechnen. Wer hatte überhaupt eine Vorstellung, wie eine solche Verwaltung strukturiert sein sollte? Außerdem fehlte es an Personal, vor allem aber an Geld. Um dieses Geld aufzutreiben, wären Steuern und ein geordnetes Finanzwesen nötig gewesen, wie es um diese Zeit das Papsttum und etwas später wiederum die Krone Frankreich errichtete. Und all dies war innerhalb eines Menschenlebens nicht zu schaffen. Kontinuität und Zielstrebigkeit über mehrere Generationen hinweg wären nötig gewesen. Aber es gab im Reich keine geregelte Thronfolge, sondern bis jetzt lediglich eine Art Gewohnheitsrecht, nachdem der Kaiser seinen Nachfolger dadurch bestimmte, dass er ihn zum römischen, das heißt deutschen König wählen ließ. Um dieses Gewohnheitsrecht zu nutzen, hätte Rudolf aber zuerst selbst Kaiser werden, nach Rom ziehen, sich vom Papst krönen lassen müssen. Es war seine Absicht, das zu tun. Aber entweder war er durch dringende Angelegenheiten in Deutschland unabkömmlich, oder es starb, wie das zweimal geschah der Papst und der schon vereinbarte Termin für die Krönung platzte. Oder es kam mit Martin IV. ein Anhänger der Anjus und Frankreichs auf den päpstlichen Stuhl, der kein Interesse daran hatte, in Deutschland stabilere Verhältnisse herzustellen. Das Reich also wurde weder unter Rudolf von Habsburg noch unter einem seiner Nachfolger zum Staat. Es blieb der auf Personale-Treue-Verhältnisse gegründete Lehensverband, als der es in der Ottonenzeit entstanden war. Zusätzlich geschwächt durch die Erblichkeit der Lehen, die starke Aufsplitterung und dadurch, dass sich staatliche Strukturen jetzt eben in den Einzelterritorien entwickelten. Schon im Spätmittelalter war das Reich verglichen mit den Staaten Westeuropas ein völlig unzeitgemäßes Gebilde. Und man muss staunen, dass es trotz alledem noch weitere fünf Jahrhunderte fort existieren konnte. Auch dass man am Wahlkönigtum festhielt, wirkte sich ungünstig aus. Die Wahl erfolgte ja nicht durch das Volk oder eine staatstragende Aristokratie, sondern durch eine kleine Gruppe von Oligarchen, von denen jeder in erster Linie die eigenen Interessen verfolgte. Das sollte sich nach Rudolfs Tod zeigen. Da wurde nicht sein einziger überlebender Sohn Albrecht gewählt. Der war als Herzog von Österreich zu mächtig. König wurde jetzt ein tatsächlich armer Graf, Adolf von Nassau. Der prompt scheiterte und nach sechs Jahren von den Kurfürsten wieder abgewählt wurde. Erst dann kam Albrecht von Habsburg an die Reihe. Aber in der Folgezeit wählten die Kurfürsten konsequent immer wieder Leute aus anderen Familien. Einen Luxemburger, einen Wittelsbacher. Damit nur ja keine Kontinuität, keine Machtkonzentration in der Hand eines Königshauses entstand. Rudolf von Habsburg starb mit 73 Jahren, so wie er gelebt hatte, als ein tapferer, fast möchte man sagen treuherziger Mann. Auf einer Reise von Straßburg nach Norden fühlte er seine Kräfte schwinden, nahm in Germersheim Abschied von seinem Hof und ritt mit kleinem Gefolge weiter nach Speyer, weil er dort in der Kaisergruft neben dem Staufer Philipp von Schwaben begraben sein wollte. Tatsächlich erreichte er noch sein Ziel und starb am Tage danach. In den Jahren 1289 und 1290 hielt sich Rudolf von Habsburg in Thüringen auf. In dieser Zeit ließ er nicht weniger als 66 Burgen zerstören und an einem einzigen Tag im Dezember 1289 29 Raubritter öffentlich Köpfen. Allerdings gab es den Begriff Raubritter zu jener Zeit noch nicht. Er taucht erst sehr viel später auf, am Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar in der Trivialliteratur, in den beliebten Ritterromanen, einer Art früher Gruselschocker. Rudolf selbst und die Bürger von Erfurt, wo diese Massenexekution stattfand, sahen in ihnen wahrscheinlich einfach aus der Art geschlagene Adelige, die ihrem Stand Schande machten, indem sie sich gegen den vom König verkündeten Landfrieden vergingen. Uns erscheint die erbarmungslose Stränge, mit der Rudolf hier vorging, befremdlich und erschreckend, besonders an einem sonst so nüchternen und besonnenen Herrscher. Damals aber hat ihn gerade sein rigoroses Durchgreifen populär gemacht, zumindest bei der Stadtbevölkerung und bei den Bauern auf den Dörfern. Auch der Hochadel und die Reichsfürsten waren einverstanden. In ihren Territorien gingen sie nicht anders vor, oder sie ließen solche Räubereien nicht erst aufkommen. Unter den Betroffenen freilich dürften viele gewesen sein, die ihre Strafe trotzig und reuelos ertrugen, tief überzeugt, dass ihnen Unrecht geschehe. War es denn nicht seit Menschengedenken, das Recht des Edelmannes, Fede zu führen? Dazu gehörte es, dass man den Bauern seines Gegners die Scheunen anzündete und die Felder zertrampelte. Und warum sollte man durchziehenden Pfeffersäcken kein Wegegeld abnehmen oder sie um einen Teil ihrer Ladung erleichtern? In ihren Städten wurden sie ohnehin immer reicher, verlangten unverschämte Preise für ihre Waren, während der Zins, den die Bauern ihrem Grundherren schuldeten, immer weniger wert wurde und eigentlich niemand mehr die Ritter brauchte. Jetzt, da kein Kaiser mehr nach Italien zog, die Ostgrenze längst gesichert war und die Reichsfürsten damit begannen, lieber Söldner anzuwerben, wenn sie denn einmal Krieg führen mussten. Wenn man sich in die Mentalität eines solchen Strauchritters versetzen will, sollte man wieder einmal Goethes Götz von Berlichingen lesen oder gleich Goethes Quelle die Selbstbiografie, die der Ritter mit der eisernen Hand hinterlassen hat. Auch für den Hass, den die Bauern dieser Art von Adeligen entgegenbrachten, gibt es ein literarisches Zeugnis. Sogar aus der Zeit selbst, der Meier-Helmbrecht von Wernher dem Gärtner, die erste realistische Dorfgeschichte in deutscher Sprache. Ein eitler Bursche will nicht Bauernarbeit tun wie sein Vater, macht sich mit den Raubrittern gemein und nachdem er es eine Zeit lang getrieben hat, wird er vom Schergen gefangen, verstümmelt, geblendet und anschließend von Bauern, die er misshandelt hat, aufgehängt. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies eine festgefügte Gesellschaft war oder doch zu sein glaubte, eine Gesellschaft des Oben und Unten, in der jeder seinen Stand hatte, in der es Gleichheit allenfalls vor Gott gab, aber nicht vor dem Gesetz und schon gar nicht im täglichen Leben. Sie war, diese Gesellschaft, auch nicht einfach dreigeteilt in Adel, Geistlichkeit und Volk, wie wir uns das manchmal vorstellen, sondern in jedem dieser drei Stände gab es eine Vielzahl von Untergruppen. An der Spitze der Pyramide stand zweifellos der König mit seiner Familie. Es folgten die Reichsfürsten, also jene Territorialherren, die ihre Lehen unmittelbar vom König empfingen, die Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen, aber auch eine Anzahl von großen Grafengeschlechtern. Dann der Hochadel, die Grafen und Freiherren, schließlich die relative Masse der gewöhnlichen Herren und Ritter, der niedere Adel, der zum Teil auch aus Familienbestand deren Vorfahren ministerialen gewesen waren, das heißt unfreie, Leute mit minderem Sozialstatus, die sich etwa vor Gericht nicht selbst vertreten konnten, aber als Beauftragte oder Amtsträger eines Königs oder Reichsfürsten gesellschaftlich aufgestiegen und schließlich mit dem Geburtsadel zum Ritterstand zusammengewachsen waren. Wir müssen weiter unterscheiden zwischen dem Reichsadel, also jenen, die Lehen und Titel vom König hatten und mit ihren Besitzungen nur dem König untertan waren. Es gab auch Reichsgrafen, Reichsfreiherren, sogar Reichsritter, manche Familien führen diese Prädikate heute noch im Namen, und dem landständischen Adel, jenen Edelleuten, die einem Reichsfürsten als Territorialherren unterstanden und dem König nur mittelbar verbunden waren. Zur Zeit der ottonischen, salischen und der ersten staufischen Kaiser war dieses System, das man aus der Karolinger Zeit übernommen hatte, noch einigermaßen offen und beweglich gewesen. Ein reicher Bauer, der viel Land erwarb, es von anderen bearbeiten ließ und sich selbst zum Kriegsdienst verpflichtete, konnte in den Herrenstand aufsteigen. Das war ja der Zweck dieser ursprünglich durchaus sinnvollen Ordnung gewesen. Als das Reich sich immer weiter ausdehnte, militärische Unternehmungen, wie etwa die Italienzüge, immer länger dauerten, die Bewaffnung immer teurer wurde, die Ausrüstung eines Ritters kostete so viel wie ein kleines Landgut, es bedurfte ständiger Übung, um richtig mit ihr umgehen zu können, hätte es für viele Bauern den sicheren Ruin bedeutet, den Kriegsdienst zu leisten, zu dem jeder freie Mann verpflichtet war. Sie begaben sich also in die Mund, in die Obhut eines Adeligen oder anderen Freien, der bereit war, diese Kriegsdienstpflicht zu übernehmen oder einen Ersatzmann zu stellen. Dafür mussten sie ihn ihren Landbesitz übereignen, den sie als dann als Lehen zurückbekamen und regelmäßig genau festgelegte Abgaben in Naturalien, später auch in Geld leisten, damit er seinerseits die Möglichkeit hatte, für sich und sein bewaffnetes Gefolge Ausrüstung und Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne Erwerbsarbeit leisten zu müssen. Dadurch verlor der Bauer aber das, was man Freiheit nannte. Er war fortan an den Boden gebunden, durfte nicht einfach wegziehen. Er musste um Erlaubnis fragen und besondere Abgaben zahlen, wenn er heiraten wollte, letzteres auch bei einem Sterbefall in der Familie, durfte keine Waffen tragen und konnte nicht mehr selbstständig vor Gericht auftreten. Das musste fortan sein Herr für ihn tun. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich dieses Ständesystem immer mehr verfestigt. Zunächst hatte sich der Hoch vom niederen Adel abgegrenzt, ein Freiherr, Graf oder gar Herzog konnte unmöglich die Tochter eines einfachen Ritters heiraten. Es wäre auch ein schlechtes Geschäft gewesen. Bei der Mitgift von Damen aus großen Häusern handelte es sich meist um ausgedehnte Ländereien, um ein Vielfaches dessen, was der gewöhnliche Herr von besaß. Und es hätte schlechte Karten im Konkurrenzkampf der Großen des Reiches bedeutet, wenn man statt in eine mächtige, in eine eher unbedeutende Verwandtschaft eingeheiratet hätte. Jetzt im späten Mittelalter grenzte sich der Ritterstand selbst nach unten ab. Es war fortan erforderlich, acht oder gar sechzehn ritterbürtige Ahnen nachzuweisen, wenn man als vollwertiges Mitglied dieses Standes gelten wollte. Was dem gesamten Adel, hohem wie niederem, reichsunmittelbarem wie landständischem, zumindest theoretisch gemeinsam war, ist das, was man die ritterliche Ethik nennt. Der Ritter sollte bereit sein, für Gott, den Glauben und seinen Herrn unter Einsatz seines Lebens zu kämpfen. Er sollte Frauen achten und verehren, Witwen weisen und überhaupt Schwache beschützen, besiegte schonen, Umgangsformen einhalten, die ihm aus seiner Erziehung als Page und Knappe vertraut waren. Dazu kamen gewisse Leitbegriffe wie die Maße, das heißt ein zurückhaltendes, beherrschtes Auftreten, die Ehre, also das Ansehen in der Gesellschaft, die Milte oder Freigebigkeit und die Selde, auch hoher Mord genannt, ein frohes Selbstbewusstsein auch gegenüber den Härten des Daseins. Wirksamer noch als diese hohen, wahrscheinlich oft unerreichbaren Ideale, dürften verschiedene äußerliche Verhaltensregeln gewesen sein. Der ritterliche Mensch musste standesgemäß gekleidet, bewaffnet, beritten sein. Es gab da sehr strenge Regeln. Zum Beispiel durfte kein Nicht-Adeliger eine Feder am Hut tragen. Teure Stoffe wie Samt, Seide und bestimmte Pelzsorten sowie auffälliger Schmuck waren ebenfalls dem Adel, allenfalls noch dem städtischen Patriziat, vorbehalten. Andererseits klagte schon Walter von der Vogelweide in der Zeit nach der Doppelwahl von 1198, dass die stolzen Ritter tragend dörperliche Wart, also angezogen sind wie die Bauernlackel. Am wichtigsten aber war, dass der Ritter keiner niedrigen Arbeit nachging, das Land, das er idealerweise besaß, nicht selbst bestellte, sondern von Abhängigen, von Bauern eben, Grundholden, Eigenleuten bestellen ließ. Besaß er nichts, konnte er in den Herrendienst treten, als Krieger, als Höfling oder als eine Art Verwaltungsangestellter. Er konnte als fahrender Ritter von Hof zu Hof ziehen und hoffen, dass irgendein großer Herr für ihn Verwendung finden werde oder dass man ihn für besondere Fähigkeiten belohnen werde, wie Walter und viele andere Minnesänger für ihre Kunst oder Ulrich von Lichtenstein für besondere Kraft und Geschicklichkeit als Turnierkämpfer. Unter gar keinen Umständen aber durfte er sich den Lebensunterhalt durch seiner Hände Arbeit verdienen, wie ein Bauer oder Handwerker, oder durch Handelsgeschäfte wie ein bürgerlicher Kaufmann. Das hätte ihn in den Augen seiner Standesgenossen unwiderruflich disqualifiziert. Er wäre aus seiner Sicht verstoßen worden, nicht mehr ebenbürtig, satisfaktionsfähig, sagte man in einer späteren Zeit. Kein Edelmann mehr, nicht mehr wert, ein Schwert oder ein Wappen zu tragen. So kommt es zu einer Erscheinung, die nach unseren Begriffen pervers anmutet. Dass es für Adelige als ehrenrührig gilt, sich durch Arbeit zu ernähren, während Straßenraub und Wegelagerei als durchaus standesgemäß betrachtet werden. Dass sich die Welt, die Gesellschaft veränderte, spürte man wohl, aber man hatte noch nicht gelernt darauf, mit veränderten Lebens- und Verhaltensweisen zu reagieren. Die Wut, die sich bei Bauern und Stadtbewohnern gegen diese Art Adel ansammelte, kann man sich vorstellen. Auch die Bauern, oder sagen wir lieber die Landbevölkerung, etwa 80 Prozent der gesamten Einwohnerschaft, dürfen wir uns nicht als eine einheitliche Masse von Leibeigenen vorstellen. In manchen Gebieten, Oberbayern, Tirol, aber auch in Norddeutschland, hatten sich Reste einer freien Bauernschaft erhalten. In der Geschichte von Meier-Helmbrecht ist der alte Meier, der Vater des törichten Burschen, so ein Freimann, der auf eigenem Grund und Boden sitzt. Leibeigenschaft im eigentlichen Sinn, in der der Bauer eine Art dingliches Eigentum seines Herren ist, gab es westlich der Elbe nicht. Die vorherrschende Beziehungsform war die Grundherrschaft in verschiedenen Abstufungen. Das heißt, der Abhängige, der persönlich frei oder auch unfrei sein konnte, nahm von einem Adeligen, einem anderen freien oder einer kirchlichen Institution, einem Bischof, einer Pfarrei, einem Kloster, Land zu lehnen. Dafür war er Abgaben in genau festgelegter Höhe und Dienstleistungen bei der Arbeit auf dem Eigengut der Herrschaft schuldig, die nannte man Hand- und Spanndienste. Das heißt, er musste nicht nur selbst zur Arbeit antreten, sondern auch Nutztiere, vor allem Pferde und Fahrzeugstellen. Die Höhe der Abgaben und das Ausmaß der Dienstleistungen richteten sich nach der Größe des verliehenen Gutes. Sie konnten vom Grundherr nicht willkürlich heraufgesetzt werden, mussten andererseits aber auf jeden Fall, also auch nach einer Missernte, geleistet werden. Der Grundherr seinerseits war dem Grundholden Schutz, Vertretung vor Gericht und Bürgschaft bei Verpflichtungen, etwa bei Schulden, nach außen schuldig. Oft oblag ihm auch die niedere Gerichtsbarkeit auf seinem Gebiet. Es war aber auch möglich, dass ein Bauer Land von verschiedenen Grundherrschaften empfing, etwa von einem Adeligen und zugleich von einem benachbarten Kloster und ihnen in verschiedener Weise verpflichtet war. Und außer den Bauern wohnte im Dorf eine ländliche Unterschicht von Dienstboten, Tagelöhnern, Häuslern, teilweise nannte man sie Hüttner oder Kätner, die keinen Landbesitz hatten, sondern von Lohnarbeit lebten. Diese dörflichen Sozialverhältnisse lassen sich heute noch an manchen unserer deutschen Familiennamen ablesen. Bauer, der Besitzer einer Vollstelle, er musste vier Pferde zum Scharwerk auf dem Herrenhof stellen, Huber, eine halbe Stelle, zwei Pferde, Lehner, Lechner, Lehmann, Leherr, eine Viertelstelle, ein Pferd, Hauser, Häusler, Heisler, Kettner und so weiter. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die Arbeit mühselig und wenig ergiebig war. Beim Getreide verhielt sich das Verhältnis von Aussaat zu Ernte etwa wie eins zu drei. Und natürlich gab es keinen Schutz vor Missernten, Viehseuchen, anderen Naturkatastrophen oder eben auch marodierenden, einander befädenden oder schlicht räuberischen Adeligen. Andererseits profitierten die Bauern vom Bevölkerungswachstum, dem Aufblühen der Städte, der Binnenrodung und der Kolonisation im Osten. Je zahlreicher und bevölkerter die Städte wurden, desto höher stiegen die Preise für landwirtschaftliche Produkte. Da viele Grundherren die Abgaben der Bauern verrentet hatten, sich also in Geld auszahlen ließen, das Geld aber wie immer durch eine schleichende Inflation langsam an Wert verlor, wurde der Druck dieser Abgaben eher erträglicher als strenger. Einfach heraufsetzen konnte der Grundherr sie nicht. Einmal aus juristischen Gründen, man berief sich hier wie in allen Dingen auf das gute alte Recht. Zum anderen gab es für die Bauern auch Ausweichmöglichkeiten. Für die Binnenrodungsgebiete und die neu kolonisierten Gebiete östlich der Elbe wurden Leute gesucht und um die zu locken, versprachen die dortigen Grund- und Landesherren ihnen einen besseren Sozialstatus, mehr Freiheit und dazu noch Steuererlass für die Anfangs- und Aufbaujahre dort drüben. Oder man konnte versuchen, in eine der Städte zu wandern. Wem es gelang, dort über Jahr und Tag, also ein Jahr und dazu noch einen Tag lang zu überdauern, ohne dass sein Herr ihn entdeckte und zurückforderte, der durfte bleiben und war fortan persönlich frei wie alle Stadtbewohner. Der Spruch »Stadtluft macht frei« brachte das auf den Punkt. Besonders für ländliche Handwerker war das eine verlockende Alternative. In der Stadt waren die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten vielfältiger als auf dem Lande. Freilich bedeutete frei auch in der Stadt beileibe nicht gleich oder gar gleichberechtigt. Auch die Städte waren keine Republiken im heutigen Sinn, keine Demokratien im Kleinen. Sie, wie alle anderen Gemeinwesen, setzten sich nach dem Verständnis jener Zeit nicht aus Individuen zusammen, sondern aus gesellschaftlichen Gruppen, Korporationen, Zusammenschlüssen, die die Interessen ihrer Mitglieder gegen andere solche Korporationen und innerhalb der Gesamtheit vertraten. Die frühesten und wichtigsten dieser Korporationen waren die Gilden der Groß- und Fernhandelskaufleute. Ihnen gehörten die Geschlechter an, die großen Familien der städtischen Gesellschaft, denen es mit ihrem Reichtum gelungen war, dem Stadtherren, einem weltlichen oder geistlichen Landesherren, einem Bischof, Herzog, Kurfürsten, Rechte abzukaufen oder abzutrotzen. Ein mehr oder minder großes Maß an Selbstverwaltung, eigene Stadtgerichte oder gar das Recht, Münzen zu schlagen. Nur Mitglieder dieser Familien waren ursprünglich ratsfähig, konnten in den Stadtrat und in städtische Ämter wie das des Bürgermeisters oder des Stadtkämmerers, des Verwalters der Finanzen gewählt werden. Das allein schon deshalb, weil solche Funktionen ehrenamtlich ausgeübt wurden. Man musste ein arbeitsloses Einkommen haben, um sich den Zeitaufwand leisten zu können. Manche dieser Familien wurden mit der Zeit immens reich, entwickelten sich von Kaufleuten immer mehr zu Bankiers und finanzierten Reichsfürsten, aber auch die Wahl von Königen und Kaisern. Sie wurden Patrizier genannt, waren wappenfähig, näherten sich in ihrer sozialen Stellung dem Adel an oder stiegen tatsächlich in den Adel auf, wie die Augsburger Welser oder die Fugger, die Karl V. in den Reichsgrafenstand erhob. Fugger und Welser hatten ihm seine Wahl finanziert und sich an der Erschließung bzw. Ausbeutung der spanischen Kolonien in Südamerika beteiligt. Die breitere, weniger herausgehobene Bürgerschicht, die der Handwerker, war in Zünften zusammengefasst. Für jedes Handwerk gab es eine Zunft und in dem Maße, wie sich die Handwerkskünste verfeinerten und spezialisierten, differenzierten sich auch die Zünfte. Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es in Städten wie Nürnberg oder Augsburg nicht einfach eine Schmiedezunft, sondern jeweils eigene Zünfte für Grob- und Nagelschmiede, Hufschmiede, Schwertfeger, Plattner, auch Harnischfeger genannt, Kupferschmiede und natürlich Gold- und Silberschmiede, die aber wegen des hohen Kapitalbedarfs für ihre Betriebe manchmal auch zu den Patriziern gerechnet wurden. Es gab unter den Zünften eine gewisse Rangordnung, je nach Kapitalbedarf und Ergiebigkeit. Goldschmiede standen weit oben, Schneider und Leineweber ziemlich tief unten. Auch gab es wohlhabende Handwerker auf der einen und Fretter auf der anderen Seite Leute, die am Rande des Existenzminimums dahin werkelten. Die Zünfte legten die Ausbildungs- und Handwerksordnung fest, Lehrling, Geselle, Meister, setzten Standards für die Qualität der Produkte und kontrollierten sie, bestimmten Höchst- und Mindestpreise, griffen lenkend in die Auftragsvergabe ein, damit niemand zu viel und keiner zu wenig verdiente und bestimmten sogar, wie viele Meister in der Stadt ein bestimmtes Handwerk ausüben durften. Es gab also keine freie Konkurrenz. Um Meister zu werden, genügte es nicht, sein Handwerk zu beherrschen. Zeitweise konnte ein Geselle nur durch ein Heirat zum Meister aufsteigen. Er musste die Tochter oder die Witwe eines Meisters heiraten. Die Zünfte waren nicht nur Berufsverbände wie die heutigen Innungen, sie waren gleichzeitig gesellschaftliche Vereinigungen, hatten eigene Häuser und Säle, wo sich die Mitglieder versammelten, ein eigenes Zeremoniell, eigene Feste, sie traten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, so wie im letzten Akt von Wagners Meistersingern, sie hatten Kassen, um Witwen und Waisen verstorbener Mitglieder zu unterstützen, jeder Meister war verpflichtet, wandernde Gesellen für eine begrenzte Zeit in sein Haus aufzunehmen und ihnen, wenn möglich, Arbeit zu geben. Im Verteidigungsfall hatte jede Zunft einen bestimmten Abschnitt der Stadtmauer zu besetzen und überhaupt als militärische Einheit aufzutreten. Zunftmitglied konnte nur ein Meister werden. Die Gesellen hatten ihre eigenen Vereinigungen und zwischen denen und der jeweiligen Zunft kam es oft zu harten Auseinandersetzungen, manchmal sogar zu Aufständen über Lohn, Verpflegung, Unterkunft. Die Gesellen mussten ja meist im Haushalt des Meisters wohnen. Andererseits mussten sich auch die Meister ihr Recht auf politische Mitbestimmung, sofern sie es denn überhaupt erlangten, gegen den Widerstand der Geschlechter erkämpfen. Das Ergebnis war dann oft, dass ein äußerer Rat gewählt wurde, dem eine Kontrollbefugnis zustand, während die eigentlichen Entscheidungen weiterhin im Inneren Rat getroffen wurden, dem nur Patrizia angehörten. Dort wurden auch die Ämter und die öffentlichen Aufträge verteilt. Um volles Bürgerrecht zugestanden zu bekommen, musste man, besser gesagt, musste der Mann, denn Frauen hatten kein eigenes Bürgerrecht, ebenso wenig wie ursprünglich Söhne, die noch im Haushalt des Vaters wohnten. Also um volles Bürgerrecht zugestanden zu bekommen, musste man seine Bürgerpflichten erfüllen, etwa den erwähnten Dienst bei der Verteidigung der Stadt. Hauptsächlich aber musste man Steuern zahlen und Haus- und Grundbesitz vorweisen können. Besitzlose hatten die persönliche Freiheit und durften in der Stadt wohnen, waren aber nicht Bürger im eigentlichen Sinne. Das war eine sehr breite Schicht, nicht nur von Lehrlingen und Gesellen, sondern auch von Tagelöhnern, Lohnarbeitern, Ungelernten, wir würden sagen ein städtisches Proletariat. Die waren zahlenmäßig sicher stärker als die zünftigen Meister. Und eine weitere Stufe tiefer standen die, die ein unehrliches Gewerbe ausübten. Wobei der Ausdruck unehrlich nicht wie heute eine moralische, sondern eine gesellschaftliche Wertung impliziert. Sie bezieht sich auf Leute, die beruflich mit ekelerregenden Dingen oder toten Körpern umgehen mussten. Straßen- und Latrinenreiniger, Abdecker, also Tierkörperverwerter, Henker, aber auch Folterknechte, Gerichtsdiener und Büttel, eine Art Polizisten. Die durfte ein ehrsamer Handwerker nicht in sein Haus lassen. Er durfte nicht mit einem von denen an ein und demselben Tisch im selben Wirtshaus sitzen oder sich von ihm zutrinken lassen. Noch in Friedrich Heppels Drama Maria Magdalene, geschrieben 1843 und in der Biedermeierzeit spielend, ist der Handwerker, Meister Anton, tief gekränkt und empört, weil sich ein Polizeidiener erfrecht hat, ihm zuzuprosten. Kaiser König Edelmann, Bürgerbauer Bettelmann, Schuster, Schneider, Leineweber, Bäcker, Kaufmann, Totengräber. Das ist ein Abzielreim für Kinder, der noch um 1930 verbreitet war. Überhaupt ist es erstaunlich, wie zäh sich dieses Denken in sozialen Hierarchien über die Zeiten hinweg hielt, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Spuren davon finden sich bis heute. Nicht nur, aber vor allem in jenen illustrierten Zeitschriften, die vor allem über das Liebes- und Eheleben von Prinzessinnen, Hochadeligen und Milliardären berichten. Sitzt eine tiefe Sehnsucht in uns, nach oben zu schauen? Auf Menschen, die sich nicht abmühen, die nichts werden müssen, weil sie schon von Geburt an etwas sind? Sehnen wir uns nach einer Ordnung, wo sich keiner abstrampeln muss, weil sein Rang und sein Wert oder Unwert von vornherein feststehen? Sogar Goethe schrieb im Rückblick auf seine Jugendzeit, in der das alte Reich noch immer fortbestand, »Der beruhigte Zustand des deutschen Vaterlandes, in welchem sich auch meine Vaterstadt schon über hundert Jahre eingefügt sah, hatte sich trotz manchen Kriegen und Erschütterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Einem gewissen Behagen günstig war, dass von dem Höchsten bis zu dem Tiefsten, von dem Kaiser bis zu dem Juden herunter, die mannigfaltigste Abstufung alle Persönlichkeiten, anstatt sie zu trennen, zu verbinden schien.« In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure, privilegierte Masse, Goethe meint hier den Adel, zu beneiden oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu missgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Wissenschaften gewidmet, hatte freilich dadurch sowie durch nahverwandte Technik sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben. Ganz- oder halbfreie Städte begünstigten diese Tätigkeit, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden. Wer seinen Reichtum vermehrt, seine geistige Tätigkeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert sah, der konnte sich überall eines bedeutenden Einflusses erfreuen. Setzte man doch bei den höchsten Reichsgerichten und auch wohl sonst der adeligen Bank eine gelehrten Bank gegenüber. Die freiere Übersicht der einen mochte sich mit der tieferen Einsicht der anderen gerne befreunden, und man hatte im Leben durchaus keine Spur von Rivalität. Der Adel war sicher in seinen unerreichbaren, durch die Zeit geheiligten Vorrechten, und der Bürger hielt es unter seiner Würde, durch eine seinem Namen vorgesetzte Partikel nach dem Schein derselben zu streben. Ohne dem Olympianase weist reinreden zu wollen. Aber als der großherzoglich-weimarische Geheimrat Goethe das schrieb, da hatte er selbst es schon längst nicht mehr unter seiner Würde gefunden, durch eine seinem Namen vorgesetzte Partikel, nämlich das Von, sich der Gesellschaft des kleinen Fürstenhofes anzupassen, an dem er lebte. In seiner Jugend hatte er das noch anders gesehen und in den Werther eine Szene eingebaut, in der der bürgerliche Titelheld aus einer Gesellschaft von Adeligen hinausgemobbt wird, in die er durch Zufall geraten ist. Dabei stammte Goethe ja selbst aus einer privilegierten Masse, nämlich dem Großbürgertum der Reichsstadt Frankfurt. Der Ausdruck Reichsstadt zeigt an, dass es der Stadt Frankfurt gelungen war, die Oberherrschaft ihres Stadtherren abzuschütteln. Im Fall von Frankfurt war das ein königlicher Vogt gewesen, der dann einen Schuldheiß zur Verwaltung der Stadt einsetzte. Im Laufe des 14. Jahrhunderts erwarben sich die Frankfurter das Recht, zuerst einen Stadtrat, dann auch einen Bürgermeister zu wählen. In anderen Städten, Köln, Regensburg, Augsburg, Kempten, Bremen, Hamburg, war der Bischof Stadtherr gewesen, bei wieder anderen ein Reichsfürst oder ein Kloster. Kaiser wie Heinrich IV. und Rudolf von Habsburg hatten sich in kritischen Lagen auf die Unterstützung der Städte verlassen, ihre Finanzkraft in Anspruch genommen, auch einmal Schutz hinter ihren Mauern gesucht, Heinrich IV. in Worms, Friedrich II. in Konstanz, und hatten als Dank ihre Freiheitsbestrebungen unterstützt oder ihnen von sich aus Privilegien verliehen. Der Status einer Reichsstadt hing nicht notwendig mit Größe und Bevölkerungszahl zusammen. Neben großen und reichen Städten wie Köln 40.000 Einwohner, Augsburg, Straßburg und Nürnberg etwa 10.000, gab es kleinere wie Donauwörth, Nördlingen, Dinkelsbühl und besonders in Franken, solche, die nur ein paar hundert Einwohner hatten, welche sich meist von Landwirtschaft ernährten und Ackerbürger genannt wurden. Andererseits gab es große und bedeutende Städte, München, Trier, Landshut, sogar Wien, die diesen Status nie erreichten, landesherrliche oder bischöfliche Städte blieben oder ihn wieder verloren, wie Mainz, Chemnitz, Zwickau oder Altenburg. Mancherorts ist das Stadtbild von diesem Gegensatz zwischen Stadtherren und Bürgerschaft geprägt. Die Hohensalzburg, die feste Oberhaus bei Passau, die Burg Trausnitz bei Landshut dienten weniger der Verteidigung gegen äußere Feinde, als dem Niederhalten der aufmüpfigen Bürgerschaft unten im Tal. Auch die alte Residenz in München, an den Rand des damaligen Mauerrings so gebaut, dass man Zugang zu ihr hatte, ohne die Bürgerstadt durchqueren zu müssen, hatte einen ähnlichen Zweck. Der Erzstiefvater Karl IV. Meist hatte er eine schlechte Presse. Der Humanist und Dichter Francesco Petrarca, mit dem Karl IV. lange Gespräche geführt und Briefe gewechselt hatte, schrieb im Rückblick enttäuscht, er sei durch Italien gereist, nicht wie ein Kaiser, sondern wie ein Kaufmann, der von Messe zu Messe eilt. Das Verdikt, er sei Böhmens Vater und des Heiligen Reiches Erzstiefvater gewesen, äußerte über hundert Jahre nach seinem Tod einer seiner Nachfolger, der Habsburger Maximilian I. Aber schon zeitgenössische Chronisten lästerten über seine Geldgier, seinen Schacher mit Erbansprüchen und Familienverbindungen, und sie kommentierten genüsslich, wenn ihm, was nicht selten geschah, eine seiner sorgsam eingefädelten Rankünen daneben ging. Eine imponierende Erscheinung scheint er nicht gewesen zu sein, obwohl er prunkvolle Aufzüge liebte und gezielt einsetzte. Körperlich war er eher schmächtig, mit zunehmendem Alter immer mehr geplagt von Gicht und Arthritis. Dass er in vierter Ehe eine pommersche Prinzessin heiratete, die einen Kopf größer als er und imstande war, ein Hufeisen zu zerbrechen, dürfte gemeinsamen Auftritten eine Art Stepstick-Effekt verliehen haben. Seit er sich als junger Mann in einem Turnier eine schmerzhafte Rückgratverletzung zugezogen hatte, nahm er an solchen Kampfspielen lieber nicht mehr teil. Sein Gesicht, so wie wir es an der Porträtbüste Peter Parlers oder auf einer Votivtafel des Prager Erzbischofs Jan Otschko von Vlasgem sehen können, lässt etwas von seiner stupenden Intelligenz ahnen, wirkt aber mit seiner Himmelfahrtsnase alles andere als majestätisch. Auch die Historiker des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mochten ihn nicht. In einer Zeit, in der die Nation, ihre Einheit, ihre Größe als höchster Wert galten, erregten schon seine Herkunft und seine Erziehung Misstrauen und Missfallen. Seine Mutter Elisabeth oder Alsbeta war Tschechen, Erbin des letzten Chemislidenkönigs Wenzel II. Wegen ihres Erbes war Karls Vater Johann von Luxemburg, Sohn des ersten Luxemburger Kaisers Heinrich VII., mit ihr verheiratet worden. Aber die beiden verstanden sich schlecht, was man zumindest aus Sicht der Dame gut verstehen kann. Während sie sich abmühte, den in Böhmen wie überall störrischen Hochadel in Schranken zu halten, pflegte König Johann von Böhmen, so nannte er sich nach der Heirat, vor allem zwei Vorlieben, die man auch als Sparren, Macken oder Fimmel bezeichnen kann. Die eine war seine Frankophilie, seine Neigung zu französischer höfischer Kultur. Das war damals Mode und wurde in Johanns Fall dadurch verstärkt, dass seine Schwester Maria die Gattin des französischen Königs war. Auch er hieß Karl IV. Zum anderen begeisterte sich Johann für jede Art von ritterlichem Kampf, reiste durch Europa auf der Suche nach Gelegenheiten zum Mitkämpfen. Und das, obwohl er stark sehbehindert, am Ende fast blind war. So ritt er auch in seinen Tod. 1346, als in der Schlacht von Crecy die Franzosen von den Engländern schon geschlagen waren, setzte er sich noch aufs Pferd und stürzte sich ins Gewühl. Sein Sohn, der an dem Feldzug hatte teilnehmen müssen, entkam mit Mühe und Not und mit einer Verwundung. Vielleicht erklärt sich auch dadurch seine spätere Neigung, kriegerische Unternehmen nach Möglichkeit zu vermeiden und seine Ziele lieber durch Verhandlungen und mit Geld zu erreichen. Alles andere ist eher zu versuchen als das Eisen, schrieb er an Petraka. So wollen es die Ärzte, und das haben auch die Kaiser aus Erfahrung gelernt. Aber zurück zu Karls Kindheit. Übrigens hieß er ursprünglich Wenzel, so wie sein pschemislidischer Großvater und wie der Schutzpatron des Königreichs Böhmen. Mit drei Jahren wurde der kleine Wenzel seiner Mutter weggenommen, zunächst zwei Monate in einen finsteren Keller gesperrt, bis er aufhörte, sich zu sträuben und ein weiteres Jahr in einem Schloss gefangen gehalten, schließlich außer Landes gebracht, erst in das luxemburgische Stammland seines Vaters, dann nach Paris zu seiner Tante, der Königin, die allerdings ein Jahr später starb. Der Junge aber blieb bis zu seinem 14. Lebensjahr am französischen Hof. Seinen tschechischen Namen Watzlaw oder Wenzeslaus und weiter reduziert Wenzel musste er ablegen, bei der in französischen Ohren nicht schön klang. Bei der Firmung übertrug sein Pate der König ihm den eigenen Namen, Karl. Mit 13 heiratete er eine Prinzessin aus dem Hause Valois. Der König, selbst an Alphabet, hatte seinen Kaplan angewiesen, dem böhmischen Prinzen ein wenig Lesen und Schreiben beizubringen. Das allein erklärt nicht, wie Karl zum wahrscheinlich gebildetsten, geistig wachsten Herrscher seines Zeitalters und zusammen mit Friedrich II. in der Reihe der römisch-deutschen Kaiser und Könige geworden ist. Er beherrschte fünf Sprachen, Tschechisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und natürlich Latein. Er konnte mit einem Dichter und Gelehrten wie Petraka kommunizieren und ist der einzige Kaiser, der uns eine Autobiografie hinterlassen hat. Bei seinem geistigen Werdegang geholfen, hat ihm vielleicht seine Freundschaft mit Pierre-Roger de Beaufort, Abt von Fécond, dem späteren Papst Clemens VI. Diese Freundschaft, wie auch die mit dem nachmaligen französischen König Johann II., blieb ihm erhalten, auch als er 14-jährig Paris verlassen musste. Desgleichen behielt er eine Vorliebe für französische Kultur und für politische Partnerschaft mit Frankreich, auch wenn ihm gelegentlich ein Herrscher wie etwa sein Schwager Philipp VI. persönlich unsympathisch war. Deutschnationalen oder nationalliberalen Professoren konnte das nicht gefallen. Ein halber Tschecher auf dem Thron Karls des Großen und Barbarossas, noch dazu einer, der französisch erzogen und ein eingefleischter Franzosenfreund war. Nicht genug damit, ein tiefgläubiger Katholik von mystisch angehauchter Frömmigkeit, der Traumvisionen für Botschaften des Allerhöchsten hält, fest an den Schutz der Heiligen glaubt und eifrig Reliquien sammelt, die er in kostbaren, edelsteinbesetzten Fassungen in einer eigens dafür errichteten Burg aufbewahrt. Als unser Vater nun sah, schreibt Karl IV. in seiner Autobiografie, dass ihm die Mittel ausgingen und er nicht weiter Krieg gegen die Herren der Lombardei führen könne, dachte er an einen Rückzug und wollte uns die Städte und den Krieg überlassen. Wir aber verweigerten, was wir mit Ehren nicht behaupten konnten. Als 14-Jähriger wurde Karl von seinem Vater nach Oberitalien gerufen. Der nämlich war dort mit einer kleinen Streitmacht aufgetaucht und gedachte, sich in die Machtkämpfe der Mailänder Visconti, der Veroneser Scallieri, der Gonzaga in Mantua, Carrara in Padua und anderer lokaler Gewalthaber einzumischen, um so auch jenseits der Alpen die luxemburgische Hausmacht zu mehren, für die er schon Böhmen erheiratet, die schlesischen Herzogtümer der polnischen Krone abspenstig gemacht und mit der Böhmischen vereinigt hatte. Bis auf eines, das Herzogtum Schweidnitz, dessen Erben Karl später in dritter Ehe heiratete. Ein riskantes, um nicht zu sagen windiges Unternehmen, ganz im Stil des fahrenden Ritters Johann, der aber alsbald wieder gen Norden entschwand, um seinen dortigen Geschäften nachzugehen. Seinen Sohn, mittlerweile 16 Jahre alt, ließ er als einen Stadthalter in Italien zurück. Karl, nüchterner und bedachtsamer als sein Vater, sah, wie aussichtslos die Sache war, vor allem, da das nötige Geld fehlte. Vielleicht war in dieser Erfahrung schon die Erkenntnis angelegt, dass es sinnlos sei, sich in inneritalienische Machtkämpfe hineinziehen zu lassen. Eine Erkenntnis, die ihn später nach seiner Krönung in Rom im Jahr 1355 veranlasste, Italien möglichst rasch hinter sich zu lassen, freilich nicht ohne einiges an Geldern abzustauben, zur Enttäuschung Petrakas und anderer italienischer Anhänger, die sich Großes von ihm erhofft hatten. In Italien gab es immer noch die Parteien der Guelfen und Giebelinen, obwohl doch die Staufer, die Weiblinger längst ausgerottet waren und die Welfen im Reich keine große Rolle mehr spielten. Aber so weit sind wir noch nicht. Zunächst kehrte der junge Karl heim nach Böhmen, wurde von seinem Vater zum Markgrafen von Meeren ernannt und mit der Verwaltung dieses Landesteils betraut, musste aber wegen Johanns zunehmender Erblindung immer mehr in die Regentschaft für den Gesamtstaat hineinwachsen. Er sammelte also Erfahrung in der Verwaltung, im Umgang mit der Macht und ihren wirtschaftlichen Grundlagen. Wegen seiner pschemeslidischen Abstammung war er bei den Tschechen beliebter als sein Vater, den sie den König Fremdling nannten. Kaiser war damals Ludwig IV. der Bayer, erster und bis dahin einziger Wittelsbacher, der diese Würde erlangt hatte. Er hatte sich in langwierigen Kämpfen, an denen natürlich auch König Johann von Böhmen beteiligt war, gegen einen habsburgischen Gegenkandidaten durchgesetzt und lag auch mit dem Papst in Konflikt, wobei es vor allem darum ging, dass Papst Johannes der 22. versuchte, von Avignon aus seine politische Macht in Italien wiederherzustellen. Außerdem beanspruchte er das Approbationsrecht für die deutsche Königs- und damit für die Kaiserwahl. Ein Kandidat sollte erst dann für gewählt gelten, wenn der Papst sich mit ihm einverstanden erklärt hatte. Das lehnte nicht nur Ludwig ab, sondern auch die Kurfürsten, die darin eine Beeinträchtigung ihres Wahlrechts sahen. Im sogenannten Kurverein von Rense erklärten sie 1338, dass ein von ihnen gewählter König als rechtmäßiger Herrscher keine päpstliche Bestätigung brauche. Schon elf Jahre davor hatte sich Ludwig in Rom zum Kaiser krönen lassen, und zwar nicht vom Papst, der ja in Avignon residierte, sondern von einem Vertreter des römischen Volkes, das wieder einmal gegen den Papst revoltierte, weil dessen Abwesenheit auch wirtschaftliche Nachteile für die Stadt mit sich brachte. Außerdem beherbergte und protegierte Ludwig an seinem Münchner Hof zwei vom Papst gebannte Philosophen, Marsilius von Padua und den Franziskaner Wilhelm von Ockham. Sie propagierten eine erneute Reform, Rückkehr des Papstes nach Rom und vor allem apostolische Armut der Kirche. Nicht nur der einzelne Geistliche oder Mönch, sondern die Kirche als solche, auch das Papsttum, sollte auf weltliche Macht, Reichtum und jede Art Besitz verzichten. Für die Päpste in Avignon, den geldgierigen Johannes den 22., den Nachfolger Benedikt den 12., und auch Karls des vierten alten Jugendfreund Pierre-Roger de Beaufort, der 1342 als Clemens VI. den heiligen Stuhl bestieg, war das reine Ketzerei. Die aufsässigen Literaten wurden mit dem Kirchenbann belegt und der Kaiser, der sie an seinem Hof duldete und schützte, gleich dazu. Das avignonesische Papsttum war in Deutschland ebenfalls unpopulär. Aber natürlich hatte auch Ludwig der Bayer Feinde im eigenen Land. Denen ging es weniger um Fragen der Theologie oder des Kirchenrechts, als vielmehr darum, dass der Kaiser nicht allzu mächtig werden sollte. Ludwig nämlich tat das, was seit Rudolf von Habsburg jeder König oder Kaiser mit mehr oder weniger Erfolg getan hatte. Er versuchte, eine Hausmacht zu erwerben und auszubauen. Das heißt, möglichst viel Land und möglichst reichlich sprudelnde Geldquellen an sich selbst oder an Mitglieder seiner Familie zu bringen. Seine Ausgangsbasis war eher schmal. Er war ursprünglich nur Herzog von Oberbayern. In Landshut und Straubing residierten andere Zweige der Wittelsbacher Familie. Aber es gelang ihm, noch andere Gebiete hinzuzuerwerben, die Grafschaften Holland, Seeland und Hennegau im Westen und vor allem die Mark Brandenburg, wo die Herrscherfamilie der Askanier 1320 ausgestorben war. Es ist lustig, sich vorzustellen, dass Berlin einmal bayerisch war. Aber lange hat das nicht gedauert. Die Opposition unter den Fürsten, vor allem unter den Kurfürsten, sah diese Machterweiterung mit Neid und Missfallen. Und die waren am stärksten bei zwei Familien, die meinten, dass nicht dieser Wittelsbacher, sondern einer der ihren eigentlich Kaiser sein müsste. Das waren einmal die Habsburger, deren Gegenkandidaten Ludwig aber besiegt hatte, und zum anderen die Luxemburger. Wenn wir auf eine Geschichtskarte über jene Zeit schauen, sehen wir, dass beide Dynastien über große, relativ geschlossene Territorien im Osten des Reiches und über Streubesitz im Westen bzw. Südwesten verfügten, während ansonsten das Gebiet der alten Stammesherzogtümer in einer schwer überschaubaren Weise zerstückelt erscheint. Das Schwergewicht der Macht hatte sich nach Osten verschoben, und das sollte bis zum Ende des alten Reiches und darüber hinaus so bleiben. Führend in der Opposition gegen Ludwig und in der luxemburgischen Familienpolitik war zunächst noch nicht Karl IV. und auch nicht der wirrköpfige Johann, sondern ein älterer Verwandter, Karls Großonkel Balduin, Bischof von Trier, einer der drei geistlichen Kurfürsten. Seine Stunde kam, als einerseits Karls Freund Clemens VI. zum Papst gewählt war, und andererseits Ludwig auf nicht ganz saubere Art in den Ehezwist eines Luxemburgers mit der Erbin von Tirol, Margareta Maultasch, eingriff, um sie mit seinem eigenen Sohn zu verheiraten und dieses Land samt Alpenübergängen und ergiebigen Bergwerken an sein Haus zu bringen. Fünf Kurfürsten wählten, nachdem man sich mit Papst Clemens abgesprochen hatte, einen Gegenkönig. Und das war der damals 30-jährige Karl IV., dessen Vater im gleichen Jahr 1346 bei Cressy in den Tod galoppierte. Wieder ein Detail, das liberalen und auch nationalbewussten Historikern sauer aufstoßen muss. Auch Zeitgenossen schimpften Karl wegen der Art, wie seine Wahl zustande gekommen war, einen Pfaffenkönig. Er bewies allerdings schon hier das diplomatische Geschick, durch das er sich in den 32 Jahren seiner Regierungszeit dann auszeichnete. Statt um die Approbation des Papstes nachzusuchen, womit dieser rechnete, wartete er, bis sie ihm von selbst erteilt wurde. Vergab also weder sich selbst etwas, noch schuf er einen Präzedenzfall für die Zukunft. Auch in der Folgezeit erwies er sich als von Kirche und Papst viel weniger abhängig, als man es von ihm erwartet hatte, vermied es allerdings auch, mit ihnen in Konflikt zu geraten. Er hatte auch Glück. Bevor er sich ihm zum Kampf stellen musste, starb Ludwig der Bayer. Zwar wurde noch einmal ein Gegenkönig aufgestellt, aber den konnte Karl vertraglich abfinden, und jetzt war er allgemein als König anerkannt. Auch wenn seine tatsächliche Wirksamkeit sich in den ersten Jahren auf Böhmen, Süd- und Mitteldeutschland beschränkte. Die nördlichsten Punkte auf seinem Itinerar, dem Verzeichnis seiner Reisen und Umritte, sind in dieser Zeit Frankfurt an der Oder und Wittenberg. Das eigentliche Norddeutschland ist sozusagen ein weißer Fleck auf der Karte. Erst gegen Ende seines Lebens ist er einmal nach Lübeck gekommen, dem Vorort der damals auf dem Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht stehenden Hanse. Es ist nicht leicht, Politik und Lebenslauf dieses Herrschers zu charakterisieren, ohne sich in unendliche und unübersichtliche Details zu verheddern. Es ist eine manchmal sehr kleinschrittige Politik in einer komplizierter gewordenen Zeit, in der nicht nur das Reich territorial in kleine und kleinste Bereiche zersplittert, sondern auch die Gesellschaft sehr viel differenzierter gegliedert ist als je zuvor. Eine Zeit, in der neue Schichten nach Mitsprache verlangten, wie vor allem das Stadtbürgertum mit seinen Städte bündten, andere absanken oder verwahrlosten, wie Teile des niederen Adels, aus dem sich jetzt Soldkompanien rekrutierten, militärisch organisierte Räuber banden, die besonders in Italien ganze Städte und Landstriche terrorisierten. In die ersten Jahre nach Karls Regierungsantritt fiel der Höhepunkt der großen Pestwelle, der schwarze Tod. Dadurch ging die Bevölkerungszahl, die bis dahin kontinuierlich angestiegen war, nach langer Zeit wieder zurück. Dörfer und Weiler fielen leer, wurden zu Wüstungen. Die Preise für Lebensmittel sanken. In den Städten, die besonders betroffen waren, fehlte es an Arbeitskräften, die Löhne und damit die Preise für gewerbliche Artikel stiegen. Die Wirtschaft geriet durcheinander. Das und die Angst vor Krankheit und Tod führten zu Psychosen und Ausschreitungen, Geißlerzügen und zu Judenpogromen. Man beschuldigte die Juden, die Krankheit durch Brunnenvergiftung verursacht zu haben. Karl verhielt sich bei dieser Gelegenheit nicht gerade rühmlich. Statt die Juden zu beschützen, legte er zusammen mit städtischen Behörden, etwa in Frankfurt, Rotenburg, Nürnberg, fest, was geschehen solle, falls die Juden da selbst demnächst erschlagen würden. Auf der anderen Seite greift die Politik jetzt geografisch in ganz neue Bereiche über. Länder, die bisher an der Peripherie lagen, die man allenfalls als Räume für Kolonisation und Missionierung kannte, werden ihrerseits aktiv und beginnen, eine Rolle zu spielen. Polen, das immer noch heidnische Litauen, Ungarn, Skandinavien, der Ordensstaat im Baltikum, Serbien im Südosten und immer näher vordringend, immer gefährlicher, das Reich der osmanischen Türken. Vielleicht kann man sich am ehesten ein einigermaßen klares Bild machen, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Ziele Karls Politik hatte und haben musste. Zunächst galt es, die errungene Herrschaft zu festigen und die bisherigen Gegner, wenn nicht auszuschalten, so doch ruhig zu stellen. Dies gelang bei den Habsburgern. Karl zahlte eine beträchtliche Summe an sie, verabredete eine Heiratsverbindung seiner ältesten Tochter Katharina mit Erzherzog Rudolf IV. von Österreich und ließ den Habsburgern in weiteren Verhandlungen das Land Tirol zufallen. Die Erben Ludwigs des Bayern, die Familie der Wittelsbacher, war in verschiedene Zweige aufgespalten, die nicht nur in Bayern, sondern auch in der Rheinpfalz, der Oberpfalz, in Brandenburg und in Holland herrschten. Karl machte es sich zunutze, dass diese Zweige untereinander zerstritten waren, die Brandenburger Linie zudem im Lande ziemlich unbeliebt. Außerdem tauchte dort ein Betrüger auf, der behauptete, der totgeglaubte letzte Askanier zu sein. Auch das Auftreten dieses falschen Waldemar nützte Karl aus, und schließlich gelang es ihm, die in Brandenburg regierenden, augenscheinlich recht energielosen zwei Wittelsbacher Brüder auszukaufen und das Land samt Kurstimme unter seine eigene Herrschaft zu bringen. Dies dauerte freilich einige Zeit und war erst fünf Jahre vor seinem Tod endgültig. Wenn wir aber im Einzelnen erzählen wollten, welcher Verhandlungen, welcher Abmachungen über die Verheiratung oder Verlobung noch im Kindesalter stehender oder noch gar nicht geborener und erst erhoffter Prinzen und Prinzessinnen, welcher Tricks, Finden und diplomatischer Schliche es bedurfte, um Karls territoriale und dynastische Ziele zu erreichen, würden wir die Geduld der Hörer überstrapazieren und den Umfang dieses Kapitels über das erträgliche Maß hinaus aufblähen. In Böhmen wurde Karl IV. im Jahre 1347 als Nachfolger seines Vaters zum König gekrönt. Im Jahr darauf gründete er die Universität Prag, die erste in Mitteleuropa. Ein Verdienst, das ihm auch seine Kritiker nicht absprechen können. Es ist umstritten, ob sie als böhmische Landes- oder als Reichsuniversität konzipiert war. Ja, jedenfalls hat sie mit ihrem Nachwuchs an Juristen und Geistlichen dem König dabei geholfen, die Verwaltung im Inneren seiner Länder auszubauen und zu straffen. Böhmen, Schlesien, Brandenburg. Dazu im Westen das Stammland Luxemburg und als Neuerwerbung das Herzogtum Brabant, die Gegend um Brüssel und Mecheln, eines der volkreichsten, wirtschaftlich florierendsten Gebiete im damaligen Europa. Das ist, wenn man es auf der Karte betrachtet, ein imponierender Komplex von Besitzungen, der im Reich nichts seinesgleichen hatte. Ein weiteres Ziel war es, die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen dieses Komplexes herzustellen und zu sichern. Dazu erwarb Karl die Markgrafschaften Ober- und Niederlausitz, sodass sich sein Herrschaftsgebiet vom Böhmerwald im Süden bis fast an die Ostsee erstreckte. Schwieriger war es, die Verbindung nach Westen herzustellen. Aber auch da war Karl mit zäher Energie am Werke. Von Eger ausgehend erwarb er Gebiete in der Oberpfalz mit der Stadt Sulzbach und die Straße ging weiter über die besonders begünstigte Reichsstadt Nürnberg, die geistlichen Fürstentümer Würzburg und Bamberg, nach Frankfurt, Trier und nach Luxemburg. Anderswo war seine Politik weniger aktiv. Zwar ließ er sich in Mailand mit der eisernen Krone der Lombarden 1355 zum König von Italien krönen und in Arl 1365 zum König von Burgund. Aber im Westen hat er nichts getan, um die bröckelnde Grenze gegen Frankreich zu stabilisieren und von seinen zwei Italienzügen macht zumindest der erste den Eindruck einer etwas widerwillig erledigten Pflichtübung. Um Autorität auch außerhalb des Bereichs seiner Hausmacht zu erlangen, musste er Kaiser sein und dazu war es immer noch notwendig, sich in Rom krönen zu lassen. Karl hielt den Aufwand möglichst gering, kam nur mit einem kleinen Heer, nahm es hin, dass ihn Mailänder, Florentiner, Römer ziemlich von oben herab behandelten, war zufrieden, dass sie ihn immerhin als Kaiser anerkannten, störte sich nicht daran, dass er nur von einem Kardinal gekrönt wurde, Papst Innozenz VI. aber zu Hause in Avignon blieb, hielt sich nur 24 Stunden in Rom auf, kassierte in Oberitalien noch einmal Geld und ritt zurück über die Alpen, ohne sich in italienische Angelegenheiten einzumischen. Wie wir gesehen haben, zum Verdruss Petrakas und anderer Italiener, die gehofft hatten, dass endlich einmal jemand die hochmütigen Visconti in Mailand deckeln werde. Karl hatte einen nüchternen, untrüglichen Blick dafür, was möglich und was nicht möglich war. Danach richtete er seine Politik auch in Deutschland. Es konnte ihm nicht entgangen sein, wo das wirtschaftliche und im Grunde auch das politische Potenzial sich konzentrierte, nämlich bei den Städten und ihren Bürgern. Er förderte sie, soweit ihm das möglich war. Aber gegenüber den Städtebünden, die sich seit dem Interregnum formiert hatten, etwa dem rheinischen und dem schwäbischen Städtebund, warte er Distanz. Ihre Partei zu ergreifen, hätte ihn mit den Reichsfürsten, besonders mit den Kurfürsten, in Konflikt gebracht. Und das wollte er vermeiden. Er brauchte die Reichsfürsten, vor allem die Kurfürsten, um den Landfrieden durchzusetzen und um sein schwierigstes Ziel zu erreichen, nämlich die Nachfolge für sein Haus zu sichern. Das war seit Friedrich II. keinem Kaiser mehr gelungen. Vielmehr waren immer wieder gezielt solche Kandidaten gewählt worden, denen die Machtmittel fehlten, sich gegen die großen Territorialherren durchzusetzen. Karl IV. brachte die Kurfürsten auf seine Seite, indem er sie durch ein grundlegendes Gesetz, die sogenannte goldene Bulle, definitiv aus der Vielzahl der übrigen Reichsfürsten, heraushob. Eine Bulle ist eigentlich das Siegel, das einer Urkunde anhängt. Im Allgemeinen war es aus Wachs, aber bei besonders wichtigen Dokumenten aus Metall oder gar aus Gold. Dieses Gesetz legt fest, dass nur drei geistliche und vier weltliche Fürsten wahlberechtigt sein sollten. Die Bischöfe von Köln, Mainz und Trier, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmel. Man beachte, dass die schärfsten Rivalen des Hauses Luxemburg, nämlich Habsburger und Bayern, draußen bleiben mussten. Der Wahlvorgang, Einberufung des Kurkollegiums, Reihenfolge der Stimmabgabe und so weiter, wurde genau festgelegt. Ebenso die Orte für Wahl, nämlich Frankfurt, Krönung, nämlich Aachen und Ersten Reichstag, nämlich Nürnberg, sowie die Zuständigkeiten in der Übergangszeit zwischen Tod des Alten und Wahl des Neuen Königs. Die Entscheidung soll mit Stimmenmehrheit erfolgen. Der Gewählte ist durch die Wahl König, später auch Kaiser. Von einem Approbationsrecht des Papstes ist nicht die Rede. Die Kurfürsten erhalten Privilegien, die sie im Grunde zu souveränen Herrschern machen. Ihre Territorien sind unteilbar. Das heißt, sie können im Erbfall nicht aufgesplittert werden. Sie können ihren Untertanen die Berufung an Reichsgerichte verbieten und die Krone verzichtet darauf, in Gerichtsverfahren der kurfürstlichen Gerichte einzugreifen oder sie an sich zu ziehen. Bündnisse sind nur zur Durchsetzung des Landfriedens erlaubt. Das richtet sich gegen die Städte. Und es ist den Städten verboten, Pfahlbürger aufzunehmen, also Leuten, die außerhalb der Städte auf Dörfern wohnen, das Bürgerrecht zu verleihen. Ein eher amüsantes Detail. Die Goldene Bulle bestimmte, dass die Kurfürsten neben der Deutschen auch die Böhmische, die Italienische und die Französische Sprache beherrschen sollten, weil man diese Sprachen im Reich brauche. Da hat der Kaiser die Lernfähigkeit und Lernwilligkeit des Hochadels wohl beträchtlich überschätzt. Mit der Goldenen Bulle hat das Reich eine Art Verfassungsgrundsatz. Und dieses Gesetz ist unter Historikern ungemein umstritten. Durch seine Bestimmungen ist in Deutschland endgültig der Weg zum zentral regierten Staat versperrt, so wie er sich in anderen Ländern herausbildet. Ein Übergang zur Erdmonarchie, unumgängliche Voraussetzung für die Entwicklung moderner Strukturen, ist im Reich kaum mehr vorstellbar. Stattdessen wird eine Art Oligarchie eingesetzt. Die Städte und ihr Bürgertum, wirtschaftlich und kulturell das dynamischste Element der Gesellschaft, werden politisch ins Abseits gestellt. Sie sind im Reichstag zwar als eigene Bank vertreten, neben dem Adel und der Geistlichkeit. Die führende Rolle, die ihnen zustünde, bleibt ihnen jedoch verwehrt. Das Reich hat im Innern immer noch keine ausführende Gewalt. Attribute echter Staatlichkeit entwickeln sich ausschließlich in den Territorien. Andererseits ist mit der Goldenen Bulle zum ersten Mal überhaupt eine verbindliche Wahlordnung geschaffen. Der Mitspracheanspruch der Kurie ist abgewiesen. Reich und Kirche, deren mit und gegeneinander so unheilvolle Auswirkungen auf die deutsche Geschichte gezeitigt hatte, beginnen sich voneinander zu lösen. Optimum est aliena insania frui. Am besten ist es, die Dummheit anderer auszunutzen. Karl IV. Tatsächlich ist es Karl IV. gelungen, die Nachfolge für sein Haus zu sichern. Das war nicht einfach. Nicht nur wegen der Widerstände, die bei den Kurfürsten zu überwinden waren. Er hat seine Ziele, wie gesagt, meist ohne Gewalt durchgesetzt. Durch zähe, gerissene, oft skrupellose Verhandlungstechnik und mit den Mitteln der Familien- und Heiratspolitik. Das klappte manchmal nicht, weil etliche Prinzen oder Prinzessinnen schon in der Wiege oder gar vor der Geburt verlobt vorzeitig starben, wie etwa der erste Sohn Wenzel, dem dann zunächst nur Töchter folgten, bis Karls dritte Gattin ihm 1361 endlich wieder einen Sohn bescherte, der ebenfalls auf den Namen Wenzel, der vierte, später auch der Faule genannt, getauft wurde. Der wurde schon als Zweijähriger zum König von Böhmen gekrönt und mit neun Jahren an eine Wittelsbacherin verheiratet. 1376, zwei Jahre vor seines Vaters Tod, wurde er zum römisch-deutschen König gewählt. Sein Vater vereinigte als König von Böhmen und Markgraf von Brandenburg zwei der sieben Kurstimmen auf sich. Die restlichen fünf erkaufte er durch reichliche Handsalben, das heißt Bestechungsgelder. Da solche Zahlungen ein häufig angewendetes Mittel von Karls Politik waren, war er trotz der ergiebigen Silberbergwerke von Kuttenberg und Iglau und der Steuern, die ihm die Reichsstädte bewilligten, häufig ziemlich klamm. Dann zögerte er nicht, Reichsgut zu verpfänden. Karls zweiter Sohn Sigismund, 1368 von der vierten Gemahlin, jener athletischen Dame aus Pommern geboren, wurde als Vierjähriger mit der Erbin des Königreiches Polen verlobt. Die starb leider allzu früh und jetzt wurde er mit der Tochter des letzten Anjou-Königs von Ungarn entschädigt, die er später, 1387, allerdings erst auf abenteuerliche Weise aus der Gefangenschaft aufständischer Magnaten befreien musste, bevor er sie heiraten und damit König von Ungarn werden konnte. Der Plan war, die Königreiche Polen und Ungarn unter luxemburgischer Herrschaft zu vereinigen. Das misslang allerdings. Polen ging an die litauischen Jagellionen, die sich zu diesem Zweck mitsamt allen ihren Untertanen endlich zum Christentum bekehrten. Von Sigismund und seinem Bruder Wenzel wird noch einiges zu berichten sein, nicht immer Erfreuliches. Wie seine Vorgänger war Karl IV. viel unterwegs. Aber er hatte, anders als Otonen, Salier und Staufer, doch einen festen Wohnsitz, eine Stadt, die seine Hofhaltung und seine Kanzlei beherbergte und von der aus er herrschte, nämlich Prag. Ob sie die Hauptstadt des Reiches war oder nur die Böhmens, darüber kann man streiten. Unstrittig ist, dass sie nicht nur ein politischer Mittelpunkt war, sondern auch ein wirtschaftlicher und kultureller, dessen Wirkung über die Grenzen Böhmens hinaus ausstrahlte. Karl förderte, schon um sich neue Einkommensquellen zu erschließen, den Bergbau, nicht nur in Böhmen, sondern auch in der Oberpfalz. Neue Manufakturen wie die Bachentweberei, die Verarbeitung von Baumwolle, die in mehreren Städten, auch in Franken, betrieben wurde, die Eisenverhüttung und die Glasmacherei. Auch neue oder verbesserte Formen und Techniken der Landwirtschaft, wie zum Beispiel im Weinbau, in der Obstkultur, dem Anbau von Textil- und Farbpflanzen, Krabb und Weid und besonders in der heute noch in Böhmen sehr intensiv betriebenen Teichwirtschaft. Tschechen und traditionsbewusste Sudetendeutsche speisen zu Weihnachten keinen Gänsebraten, sondern einen Karpfen. Schon 1344 war Prag zum Erzbistum erhoben worden. Jetzt ließ Karl mit dem Bau des Veizdoms beginnen. Baumeister waren zuerst Matthias von Arras, dann der aus Schwäbisch Gmünd stammende Peter Parler, von dem auch die Porträtplastiken Karls und seiner Familie stammen. An dem Bauwerk ist vieles eigen, ja einzigartig. Die Wenzelskapelle, ihre mit Gold gefassten Halbedelsteinen in krustierten Wände und Wandmalereien, die später hinzugekommene Kapelle des Heiligen Johann von Nepomuk mit ihrem aus Silber getriebenen Altar, vor allem aber der Standort hoch über der Stadt, innerhalb der königlichen Burganlage des Ratschins, während gotische Kirchen überall sonst von der Bürgerschaft erbaut wurden und inmitten der Städte stehen. Auch die Burg ließ Karl weiter ausbauen und er errichtete einen ganzen Stadtteil, die Neustadt, auf deren Gelände heute noch das moderne Prag steht, mit Wenzelsplatz, Nationalmuseum und Nationaltheater. Alle drei Teile, Altstadt, Neustadt, Kleinseite samt Burg, umgab er mit einem Mauerring, der bis ins 19. Jahrhundert Raum genug für das Wachstum der Stadt bot. Die nach dem Kaiser benannte Brücke, heute eines der meistbesuchten Touristenziele Europas, wurde nach dem Vorbild der Regensburger steinernen Brücke gebaut. Mit den berühmten heiligen Figuren wurde sie, wie man leicht sehen kann, allerdings erst in der Barockzeit geschmückt. Bauleute und Künstler, Bildhauer, Maler, Buchillustratoren, Glasschneider, Kunst- und Goldschmiede kamen aus ganz Europa, aber auch aus Böhmen selbst. Gebaut wurde nicht nur in Prag. Die Bergwerksstadt Kuttenberg hat mit der St. Barbara-Kirche einen gotischen Kuppelbau aufzuweisen, etwas, was es sonst nirgends gibt. Man spricht von gotischem Barock. In einem damals einsamen Waldtal steht, dreistufig auf einem Felsen, die Burg Karlstein. Eigentlich spricht man Karls Thein, wobei Thein ein altes Wort für Burg oder Festung ist. Dort wurden Karls Reliquiensammlung, unter anderem ein angeblicher Unterarmknochenkarls des Großen und die Reichskleinodien, Krone, Zepter, Schwert und Lanze, aufbewahrt. Auch hier gab es eine mit Edelsteinen verkleidete Kapelle. In die zog sich der Kaiser oft tagelang zurück, um zu beten und zu meditieren. Der Karlstein war eine Art Gralsburg. Nur Auserwählte durften ihn betreten. Der Erzbischof mit seinen Ministranten. Sonst keine Priester und auch keine Frauen. Zur Zeit Karls IV. wurden Urkunden nicht mehr ausschließlich auf Latein geschrieben, sondern auch schon auf Deutsch. So entwickelte sich in der Prager Kanzlei eine Art Schriftsprache, genannt das Gemeine Deutsch. Gemein bedeutet hier nicht niederträchtig, sondern Gemeinsam, also das Deutsch für alle. Dass sie die Ausformung von Luthers Bibeldeutsch beeinflusst hat, wurde von einigen Sprachwissenschaftlern im 20. Jahrhundert angenommen, wird aber neuerdings bestritten. Immerhin hat Karls Kanzler Johann von Neumarkt eine Art Musterbuch für Urkundentexte in dieser Sprache verfasst und ein Andachtsbuch in sie übertragen. Und die erste heute noch gültige früh-neuhochdeutsche Dichtung, der Ackermann aus Böhmen, des Johann von Tepel um 1400, ist in dieser Sprache verfasst. Deutsch war, neben Latein, die Amtssprache. Es war auch die Sprache der Hofgesellschaft und weithin des Stadtbürgertums und der Geistlichkeit. Karl selbst wies wiederholt auf den Wert der liebenswerten slawischen Sprache hin. Auf seine Anregung gehen wahrscheinlich erste Versuche einer Bibelübersetzung ins Tschechische zurück und er hat in Prag ein Kloster mit Kirchen slawischer Liturgie gestiftet, die sonst nur in der Ostkirche gepflegt wurde. Das wirft die Frage nach Karls Nationalität auf. Sie ist bei ihm noch schwieriger zu beantworten als bei Friedrich II. Ja, seine Mutter war eine Przemislidin, also aus tschechischer Familie. Aber diese Dynastie hatte seit nunmehr über 300 Jahren ihre Ehepartner meist in deutschen Fürstenhäusern gesucht, wo auch sonst, hatte deutsche Siedler, Bergleute und Handwerker, Kaufleute, Kleriker und Adeliege ins Land geholt. Karls Großvater, Wenzel II., war, wie wir sahen, ein Liebhaber und Gönner des etwas verspäteten deutschen Minnesangs gewesen, der seinerseits provenzalische Wurzeln hatte. Wahrscheinlich kann man von Karl IV. wirklich sagen, dass er kein Nationalgefühl im Sinne des 19. Jahrhunderts hatte, dass er aus einer Schicht stammte, die längst gelernt hatte, übernational zu denken und zu fühlen und dass sein Fäbel für die tschechische Sprache eher von intellektueller Neugier zeugt, von der Neigung eines klugen Menschen, sich gerade mit dem zu beschäftigen, was andere glauben, ignorieren zu dürfen, vielleicht auch von einer Art Menschenfreundlichkeit und dem Gefühl, dass es angebracht sei, sich auf die Eigenart und eben auch die Sprache der Mehrheit seiner Untertanen näher einzulassen. Eine solche Haltung war in Deutschland, war in Europa zeitweise sehr unpopulär. Kein Wunder, dass Karl IV. erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Katastrophe des nationalen Chauvinismus sozusagen wiederentdeckt und rehabilitiert wurde. 1978, anlässlich seines sechshundertsten Todestages wurde mit einer großen Ausstellung in München, Nürnberg und Köln an ihn und seine Zeit erinnert. Substantielle Monografien erschienen. Er gilt heute als der bedeutendste Kaiser des Spätmittelalters. 1368-69 war er noch einmal nach Rom gezogen, auf Veranlassung des Papstes Urban V., um diesem die Rückkehr aus Avignon zu ermöglichen. Diesmal behandelte man ihn in Italien mit mehr Respekt, aber er lehnte es nach wie vor ab, sich in die dortigen Streitigkeiten hineinziehen zu lassen. Als der Kaiser abgezogen war, konnte sich Urban in Rom nicht halten und musste nach Avignon zurückkehren. 1378, dann, im Todesjahr Karls IV., kam es zu dem, was das große Schisma genannt wird. Es wurden zwei Päpste gewählt, einer in Rom, einer in Avignon. Diese Kirchenspaltung sollte bis 1417 dauern, beinahe 50 Jahre lang. Karl konnte nichts mehr dagegen unternehmen. Mit der Gründung der Prager Universität im Jahre 1348 durch Karl IV. erwies sich Mitteleuropa als eine Art Nachzügler. In West- und Südeuropa finden wir solche Bildungseinrichtungen beträchtlich früher. in Bologna 1088, Paris 1174, Oxford 1168, Salamanca 1254, um nur einige unter vielen zu nennen. Die meisten dieser Universitäten waren nicht eigentlich Neugründungen wie Prag, sondern entwickelten sich aus Domschulen oder aus Hohenschulen, auch Studium Generale genannt, und erhielten dann durch königliches oder päpstliches Privileg, Status und Organisationsform einer Universität. Die Universität unterstand, anders als die Domschule, wie es sie etwa in Köln oder Regensburg gab, nicht der Jurisdiktion des lokalen Bischofs, sondern war innerhalb der Gesamtgesellschaft einer Stadt oder eines Landes eine in sich geschlossene Vereinigung von Lehrenden und Lernenden mit eigener Organisation und eigener Gerichtsbarkeit. Ähnlich wie ein Mönchs- oder Ritterorden. Genau das besagt die Bezeichnung Universität. Sie hat nichts mit einem Anspruch auf universelle Gültigkeit der gelehrten Wissenschaft zu tun. Studenten und Dozenten waren in Börsen oder Kollegs untergebracht, so wie man das heute noch in angelsächsischen Universitätsstädten sehen kann, in Oxford, Cambridge, an den Universitäten der amerikanischen Ivy League und überall dort, wo sich Universitäten nach diesen Vorbildern richten. Im College wird nicht nur unterrichtet und gelernt, es gibt dort auch Speisesäle, Dormitorien oder kleine Apartments, Räume für Erholung und Geselligkeit und jeweils eine Kapelle für den Gottesdienst. Angehörige der Universität kleideten sich in eine besondere Tracht, den Talar, durch den sie sich von den Nicht-Akademikern unterschieden. Das war in England für Studenten noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg obligatorisch und wurde auch bei uns von Professoren bei festlichen Gelegenheiten angelegt. An manchen deutschen Universitäten waren die Studenten später verpflichtet, zur Landesverteidigung bereitzustehen und hatten deshalb das Recht, Waffen zu tragen. Daraus entwickelte sich in Verfallszeiten der Universität, wie im 17. Jahrhundert, ein ausuferndes, oft kindisch ruhes Duell- und Paukwesen. Die mittelalterliche Universität war nach mehrfachen Kriterien gegliedert. Einmal nach Lehrfächern in Fakultäten. Jeder Student hatte zunächst die Artistenfakultät zu durchlaufen, den Ersatz für unsere gymnasiale Oberstufe, wo man sich die Grundlagen der Bildung und des akademischen Handwerks aneignen konnte. Die sieben freien Künste, septem Artes Liberales. Daher Artisten, das hat nichts mit Seiltänzern, Jongleuren oder Schlangenmenschen zu tun. Die wiederum bestanden aus dem Trivium, Grammatik, korrekter Sprachgebrauch, Rhetorik, wir würden sagen Stilistik, und Dialektik, die Kunst logisch zu folgern, zu schließen, Synthesen zu finden. Vom Trivium kommt unser Wort Trivial, das, was sich von selbst versteht. Es folgte das Quadrivium mit Arithmetik, Geometrie, Musik, wichtig für Theologen als angehende Priester, und Astronomie. Letztere brauchte man zur Zeitmessung, besonders zur Festsetzung der kirchlichen Feiertage. Aus der Artisten entwickelte sich später die Philosophische Fakultät, zunächst mit allen Natur- und Geisteswissenschaften. Die Einteilung nach Fakultäten hatte ebenfalls bis nach dem Zweiten Weltkrieg Bestand, wenn es auch nicht bei der Vielzahl blieb, sondern immer differenzierter untergliedert wurde. Erst in jüngster Zeit ging man zum angelsächsischen Departmentsystem über. Nach zwei Jahren konnte der Student zum Baccalaureus graduieren und fortan eine der drei höheren Fakultäten besuchen, Jura, Medizin oder das, was im Mittelalter die Königin der Wissenschaften war, die Theologie. Erinnern Sie sich? Habe nun ach! Und denken Sie an den naiven Studienanfänger, der im ersten Teil des Faust von Mephisto so genussvoll eingeschüchtert wird, während er sich im zweiten Teil als Baccalaureus schon recht präpotent aufführt. Baccalaureat heißt in Frankreich heute noch das Abitur und als Bachelor feiert dieser akademische Grad auch an unseren Universitäten gerade wieder Urständ. Nach weiteren zwei Jahren konnte der Baccalaureus zum Magister, Meister, Englisch, Master, aufsteigen. Das hieß, dass er jetzt an der Artistenfakultät unterrichten durfte. Dann dauerte es noch einmal etliche Jahre, bis er den damals höchsten akademischen Grad, den Doktor, erwerben und sich als Zeichen dieser Würde den Doktorhut aufs Hauptstülpen konnte. Alle Lehrenden wurden als Professoren bezeichnet. Die Professoren jeder Fakultät wählten einen Dekan als Vorstand. Er hatte Anspruch auf den schönen Titel Spektabilität. Die Vollversammlung aller Dozenten der Universität, Senat genannt, bestimmte den Rektor, seine Magnifizenz. Anfangs wirkten auch noch die Studenten bei diesen Wahlen und in der Universitätsverwaltung mit, denn ursprünglich bestand die Studentenschaft zum Großteil aus bereits ordinierten Klerikern, die ihr Wissen und ihre Kompetenzen mithilfe der neu entdeckten scholastischen Wissenschaften und des neu rezipierten römischen Rechts vervollständigen wollten. Später, als das Alter der Studienanfänger auf 14 bis 16 Jahre herunterging, ließ man die Studenten immer weniger mitreden. Außer in Fakultäten waren Dozenten und Studenten noch in Nationen gegliedert, also nach ihrer lokalen Herkunft. Mit unserem Begriff von Nation haben diese Universitätsnationen nur entfernt etwas zu tun. In Paris etwa zählte man vier Nationen. Picardie, das waren die Nordfranzosen, Normanni, Franqui, den aus der Ile-de-France, sowie als vierte Nation die Anglie, manchmal auch Alemanni genannt. Das waren einfach alle Ausländer, auch Skandinavier, Ungarn oder Polen. In Prag wiederum gehörten zur böhmischen Nation auch deutschsprachige Landeskinder aus den Randgebieten oder aus Städten mit deutschem Anteil an der Bürgerschaft wie Budweiß, Kuttenberg, Olmütz oder Prag selbst. Die polnische Nation bestand größtenteils aus deutschen Schlesiern. Zur sächsischen Nation gehörten alle Nord- und Nordwesteuropäer und zur Bayerischen, die Österreicher, Ungarn und damit die Kroaten, Slowenen und anderen Südslaven. Trotzdem kam es, wie wir sehen werden, im Laufe der Zeit zu Animositäten und Konflikten, weil sich die zahlenmäßig stärkste Nation, die Böhmische, von den drei anderen, hauptsächlich deutschsprachigen, majorisiert fühlte. Später, als in immer mehr deutschen Territorien Landesuniversitäten gegründet wurden, spielten die Nationen im offiziellen Universitätsleben keine Rolle mehr. Sie überlebten aber in gewisser Weise als Landsmannschaften, Vereinigungen von Studenten, die aus derselben Gegend, demselben Fürstenstaat stammten und eigene Versammlungsräume, Wohnheime, Freitische und dergleichen hatten, die von ihrem Landesherren finanziert oder unterstützt wurden. Noch heute nennen sich manche Studentenverbindungen Landsmannschaft. Unsere Väter und Großväter kannten noch den Ausdruck Nassauern, sich auf fremde Kosten durchfüttern lassen. Eine wissenschaftlich nicht belegte, aber hübsche Etymologie besagt, der Herzog von Nassau habe an irgendeiner Uni, war es Marburg oder Gießen, einen Freitisch für seine Landeskinder eingerichtet, aber man habe es dort mit dem Abstammungsnachweis nicht so genau genommen. Wenn also ein Student Geld sparen wollte oder musste, gab er sich als Nassauer aus. Er ging Nassauern. Eigentlich hätten sprachliche Unterschiede auch in Prag keine Rolle spielen sollen. Solange Karl IV. herrschte, taten sie es tatsächlich nicht. Die Sprache der Wissenschaft, der Lehre und des Studiums war ohnehin Latein. Insofern waren die Universitäten des Mittelalters weltläufiger, internationaler als unsere heutigen. Der Student konnte von Prag nach Bologna, von Paris nach Oxford, von Krakau nach Uppsala, Wien oder auch nach Salamanca ziehen, ohne mit Sprach- oder Verständnisschwierigkeiten kämpfen zu müssen. Jedenfalls innerhalb der Universität. Auch die Lehrmethoden waren überall die gleichen. Vorlesung, Niederschrift nach Diktat, es gab ja keine gedruckten Bücher, und Disputation, ein formalisiertes Streitgespräch, wie es später etwa von Martin Luther in seiner Auseinandersetzung mit Dr. Johannes Eck geführt wurde. Gegenstand der Lehre waren die Bibel und ihre Auslegung, die Schriften der Kirchenväter und Kirchenlehrer, nebst einschlägigen Kommentaren auf der einen, die der antiken Philosophen Plato und vor allem Aristoteles oder auch des Boetius auf der anderen Seite. Oberstes Anliegen der Schulastik, also der Schulwissenschaft, ist der Nachweis, dass die Wahrheiten der Vernunft und die des Glaubens sich nicht widersprechen, dass Widersprüche dort, wo sie auftauchen, nur scheinbar sind und auf einer höheren Ebene des Denkens durch die dialektische Methode von These, Antithese und Synthese in Einklang gebracht werden können. Die Philosophie dient also vor allem dazu, die Lehren der Theologie zu bekräftigen. Sie ist die Ancilla Theologiae, die Markt der Theologie. Auch die Medizin beruft sich auf antike Autoren, auf die Schriften des Galen und des Hippokrates, auch auf den Perser Ibn Sina, also Avicenna, der dem Abendland auf dem Wege über das arabische Spanien bekannt geworden war. Auch die Werke der griechischen Autoren wurden ja zunächst aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt. Erst in der Renaissance, ab dem 15. Jahrhundert, wurden die Originale wieder entdeckt und die Gelehrten begannen, Griechisch zu lernen. Für uns befremdlich erscheint es, dass auch die Medizin in erster Linie als Buchwissenschaft betrieben wurde. Oberste Autorität waren die antiken Klassiker, nicht die Erfahrung am Patienten. Allerdings betonten vor allem in England schon im 13. Jahrhundert einzelne Autoren, Roger Bacon, Duns Scottes, auch in der Philosophie den Wert der Anschauung und des Experiments. Zu ihnen gehörte auch der von Ludwig dem Bayern protegierte Wilhelm von Ockham. Hauptarbeitsgebiet der Juristen war die Rezeption des römischen Rechts, das im Lauf des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit die alten Stammes- und Gewohnheitsrechte immer mehr ablöste, zumindest auf dem Kontinent. In England dagegen hat sich ein auf Präzedenzfällen basierendes Rechtssystem mit letztlich germanischen Wurzeln bis heute erhalten. Man unterschied zwischen weltlichem Recht, dass sich auf das Corpus Juris Civilis, eine Sammlung von Gesetzen aus der Zeit des oströmischen Kaisers Justinian, den Codex Justinianus, mit den ergänzenden Pandekten und die Gästen stützt, und dem Kirchenrecht oder kanonischen Recht, das der Mönch Grazian aus vielen älteren Quellen in seinem Dekretum Graziani zusammengestellt hatte. Deswegen nannte sich ein promovierter Jurist Dr. Utriusque Juris, Dr. beider Rechte. Finanziert wurden die Universitäten außer durch Beiträge der Studenten, hauptsächlich durch Stiftungen, also durch die Einkünfte bestimmter Pfarreien oder aus Landbesitz, dessen Ertrag der Stifter zur Verfügung stellte, nicht aber wie heute durch Steuergelder. Die Universitäten waren somit wirtschaftlich relativ unabhängig. Darauf basierte, was man später die akademische Freiheit nannte. Der akademische Lehrer konnte Themen und Inhalte seiner Vorlesung selbst bestimmen. Freilich waren dieser Freiheit durch die Autorität der kirchlichen Glaubenslehre enge Grenzen gesetzt, wie man am Schicksal des Wilhelm von Ockham, später des Engländers John Wycliffe und des Tschechen Jan Hus sehen kann. Beide verwarfen den weltlichen Machtanspruch der Kirche und die Lehre von der Transsubstantiation, der Verwandlung von Brot und Wein in Christi Leib und Blut. Beide glaubten an die Prädestination, also daran, dass jeder Mensch von vornherein von Gott erwählt oder verworfen sei und daran weder durch gute Werke noch durch die Gnadenmittel der Kirche etwas ändern könne. Wycliffe entging einem Ketzerprozess nur knapp, Hus nicht. Er starb 1415 auf dem Scheiterhaufen. Für den Zugang zur Universität gab es keine einheitliche Regelung nach der Art unseres Abiturs. Aber natürlich war die Beherrschung der lateinischen Sprache und der grundlegenden Kulturtechniken des Schreibens und Lesens Voraussetzung. Dies erlernte man ursprünglich in Klosterschulen, die für den Priesternachwuchs bestimmt waren, aber immer öfter auch Laien als Zöglinge aufnahmen. In den Städten entstanden die Dom- oder Stiftschulen, die dem örtlichen Bischof unterstanden. In Westeuropa entwickelten sich manche von ihnen selbst zu Universitäten. Im 14. Jahrhundert, also zur Zeit Karls IV., spielten Schriftlichkeit und Rechtskenntnisse nicht nur in der Verwaltung der Territorialfürstentümer, sondern auch innerhalb der Städte und im Bürgertum eine immer größere Rolle, etwa für eine geordnete Buchhaltung und im Zahlungsverkehr mit Wechseln und Kreditbriefen. Also richteten jetzt auch Städte oder einzelne Pfarreien Schulen ein, und zwar mit deutscher Unterrichtssprache und meist mit drei Klassenstufen. Die Lehrer waren auch hier anfangs noch Kleriker. Daneben gab es mancherorts Winkelschulen, oft recht zwielichtiger Art, mit denen verkrachte Existenzen den wachsenden Bedarf an Bildung für sich ausnutzten. Oder fahrende Schüler boten ihre durchaus nicht uneigennützigen Dienste an. Das waren manchmal schlitzohrige Gesellen auf der Wanderschaft von einer hohen Schule zur anderen. Oder sie hatten sich überhaupt auf ein vagabunden Leben verlegt, brachten sich als Spaßmacher Sänger, auch als Diebe und Betrüger und, wenn es ich ergab, auch als Elementallehrer durch. In Hans Sachs Fastnachtsspiel »Der fahrende Schüler aus dem Paradies« nützt einer die Unwissenheit einer Bäuerin aus. Er erzählt ihr, er sei auf dem Weg nach Paris, aber sie versteht Paradies. Daraufhin gibt sie ihm Kleider und Lebensmittel für ihren verstorbenen ersten Mann, mit denen er schnell verschwindet, bevor ihr jetziger Gatte nach Hause kommt und einen Wutanfall über ihre Dummheit bekommt. Der Universität Prag, der ersten Gründung nördlich der Alpen, folgten in ziemlich rascher Folge andere nach. Krakau im Jahr 1364, Wien 1365, natürlich, die Habsburger mochten ihre jungen Leute nicht ins luxemburgische Prag ziehen lassen, Heidelberg 1386, Köln 1388, Erfurt 1392. Das war die erste Universität, die von einer Stadt gegründet wurde. Leipzig 1409 entstand dadurch, dass deutsche Professoren und Studenten die Universität Prag verließen, weil es dort zu Konflikten zwischen den Nationen gekommen war. Aber davon wird noch zu reden sein. Zwei böhmische Brüder, Wenzel und Siegesmund. Denkt man an die Sorgfalt, die Karl IV. an seine Nachfolge, an die Fortdauer und Größe des Hauses Luxemburg wandte, dann fallen einem lauter banale Sprüche ein. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Oder Bert Brechts Drei-Groschen-Opa. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Mit vier Ehefrauen hatte Karl insgesamt elf Kinder gezeugt, darunter fünf Söhne, von denen drei überlebten. Unter sie wurde Karls Erbe aufgeteilt, und zwar zu ungleichen Teilen. Der Älteste, Wenzel, war, wie wir bereits sahen, als Zweijähriger zum Böhmischen und als Fünfzehnjähriger zum Römischen König gekrönt worden. Er erbte jetzt Böhmen mit den Nebenländern Schlesien und Lausitz und wurde im Reich als König und Anwärter auf die Kaiserkrone akzeptiert. Für den Jüngsten, Johann, bei Karls Tod, acht Jahre alt, wurde ein eigenes Herzogtum, Görlitz, geschaffen. Siegesmund, der Zweitgeborene, erhielt die Mark Brandenburg samt Kurwürde und dem Amt des Reichserzkämmerers. Da war er zehn Jahre alt. Bereits mit acht Jahren war er mit Maria, einer Tochter des Königs Ludwig des Großen von Ungarn und Polen, verlobt und an den Hof seines zukünftigen Schwiegervaters nach Ofen geschickt worden, um dort Sitten und Gebräuche, vor allem aber die Sprache jenes Landes zu erlernen, über das er einmal herrschen sollte. Auch sonst legte Karl IV. großen Wert auf die Erziehung seiner Söhne. Siegesmund beherrschte sieben Sprachen, Deutsch, Tschechisch, Ungarisch, Französisch, Italienisch, Latein und Polnisch. Wenzel immerhin Deutsch, Tschechisch und Latein. Auch Karls Neffen, Jodok und Prokop wurden bedacht, nämlich mit der Markgrafschaft Meeren und den luxemburgischen Stammlanden im Westen. Geplant war eine großräumige Hausmachtpolitik, die im Osten weit über die Grenzen des Reiches und des deutschen Sprachraums hinausgreifen sollte. Vor seinem Tod hatte der Kaiser den Erben das Versprechen abgenommen, innerhalb der Familie Einigkeit zu bewahren und sich niemals gegeneinander zu wenden. Daran hat sich keiner von ihnen gehalten. Am ehesten noch Wenzel, aber es wurde ihm schlecht gedankt. Wie sah dieses Europa aus, dessen höchste weltliche Würde der 27-Jährige jetzt antrat? 1378, kurz vor dem Tod Karls IV., war es zum großen abendländischen Schisma gekommen. Es gab wieder einmal zwei Päpste. Einer, Orban VI., residierte in Rom, der andere, Clemens VII., in Avignon. Europa war in Obedienzen geteilt, in Anhängerschaften. Zur römischen Obedienz gehörten König Wenzel, die rheinischen Kurfürsten und die meisten deutschen Landesherren, England, Portugal, Italien, auch die Herrscher und Länder Nord- und Osteuropas, soweit sie der lateinischen Kirche angehörten. Der arwinionesische Papst hatte seine Anhängerschaft vor allem in Westeuropa, Schottland und Neapel. Da jeder der Päpste darauf bedacht sein musste, sein Gefolge unter den regierenden Häuptern nicht zu verprellen, gewannen landeskirchliche Bestrebungen immer mehr an Einfluss. Die Disziplin innerhalb der Kirche ließ nach. Das wiederum löste Unzufriedenheit aus. In den Bettelorden und an den Universitäten wurde der Ruf nach einer Kirchenreform, nach apostolischer Armut der Geistlichen, nach Verzicht der Kirche auf weltliche Macht immer lauter. Es bildeten sich neue Formen der Volksfrömmigkeit, etwa in der Bewegung der Begarden und Beginen, Vereinigungen von Laien, die ordensähnlich in frommer Gemeinschaft lebten. In den meisten Teilen Europas wurden sie als ketzerisch verboten. Nur in Flandern blieben einzelne ihrer Bauwerke erhalten. In Oxford trat ein Theologieprofessor namens John Wycliffe auf. Er leugnete den Primat des Papstes und die Lehre von der Transsubstantiation und forderte die sittliche Erneuerung von Klerus und Laien. Seine Lehren wurden offiziell verworfen. Nach seinem Tod 1384 erklärte man ihn zum Ketzer, exhumierte seine Leiche und verbrannte sie. Seit 1337 war der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich im Gange, wobei man sich freilich nicht die beiden Länder in ihrer heutigen Gestalt vorstellen darf. Große Teile Frankreichs, der ganze Westen und Südwesten, waren zeitweise Besitz des englischen Herrscherhauses der Plantagenet, die auch Anspruch auf die Krone Frankreichs erhoben. Der englische Hof und zum großen Teil auch der Adel waren noch immer französischsprachig. Die englische Nation wuchs seit der Zeit Wilhelms des Eroberers nur langsam zusammen. Es entstand aus germanischem angelsächsisch und normannischem französisch die englische Sprache. Gerade jetzt, zwischen 1385 und 1400, schrieb Geoffrey Chaucer das erste Meisterwerk in dieser Sprache, die Canterbury Tales. In dem Konflikt stand das Haus Luxemburg, wie wir am Beispiel König Johans gesehen haben, auf Seiten Frankreichs. Karl IV. hatte ein Übriges getan. Den französischen Thronfolger mit der Dauphiné, dem zum Reich gehörenden Landstrich östlich der Rhon belehnt, seitdem trugen die Kronprinzen in Frankreich den Titel Dauphin, und schließlich den König von Frankreich zum Reichsvikar im Arillat ernannt, also in dem, was vom Königreich Burgund noch übrig war. Das hieß, dass diese Gebiete praktisch an Frankreich fielen. Allerdings bildete sich gerade jetzt in dem Machtvakuum zwischen Frankreich, England und dem Reich ein neues Staatsgebilde heraus, das eine verfeinerte Spätblüte der ritterlichen Kultur heraufführen sollte. Das sogenannte Neuburgundische Reich, das sich zu seiner großen Zeit von Holland bis in die Provence erstreckte und Gebiete beiderseits der Grenze zwischen Frankreich und dem Reich umfasste. In Dijon und Born kann man die Meisterwerke spätgotischer Architektur bewundern, die von dieser kurzlebigen Herrlichkeit übrig geblieben sind. Auch der Norden und der Osten des Erdteils waren in Bewegung. Dänemark, Schweden und Norwegen schlossen sich 1397 zur Kalmarer Union zusammen, was die Herrschaft der Hanse in der Ostsee in Bedrängnis brachte. Die Jagellionen in Litauen traten, wir erwähnten das schon, als letztes europäisches Herrscherhaus zum Christentum über. Ihr Reich dehnte sich zeitweise bis in die Ukraine und ans Schwarze Meer aus. Für die Luxemburger hatte das die Folge, dass Polen nicht an Sigismunds verlobte Maria, sondern an deren Schwester Jadwiga fiel, die den Großfürsten Jagiello heiratete, 1385, wodurch eine polnisch-litauische Personalunion entstand. Dieser neue Staat wandte sich, fast möchte man sagen natürlicherweise, gegen den deutschen Orden, der ihm den Zugang zur Ostsee blockierte. Gefährlicher noch, ja wirklich bedrohlich für ganz Europa, besonders aber für das ungarische Königreich, dessen Thronanwärter Sigismund von Luxemburg war, war die Ausdehnung der Osmanen auf dem Balkan. Das byzantinische Kaiserreich bestand zu dieser Zeit nur mehr aus dem Stadtgebiet von Konstantinopel und ein paar Fätzchen Land auf dem Peloponnes und der Chalkidike. Am Veitstag, am 28. Juni 1389, wurde das serbische Heer und damit das großserbische Reich des Fürsten Lazar in der Schlacht auf dem Amselfeld, dem Kosovopolje, vernichtet. Die Serben gerieten für nahezu 500 Jahre unter türkische Herrschaft. Darauf beruht bis heute ihr Mythos von der Opfernation. Im Jahre 1914 wurde der Erzherzog Franz Ferdinand auch deshalb von serbischen Nationalisten ermordet, weil er seinen Staatsbesuch in Sarajevo ausgerechnet auf den Veitstag gelegt hatte. Jedenfalls standen türkische Heere jetzt unmittelbar an der Grenze Ungarns und damit Europas. Sie nahmen auch die Valachai, den südlichen Teil des heutigen Rumänien und Bosnien ein. Es bleibt noch, über die Zustände im Inneren des Reiches zu sprechen. Auch Karl IV. war es nicht gelungen, eine Staatsautorität im heutigen Sinne herzustellen. Er hatte nur immer Landfrieden für begrenzte Gebiete und begrenzte Zeiträume durchsetzen können. Dort, wo der Kaiser gerade nicht war und wo es auch keine wirksame landesfürstliche Macht gab, etwa in den stark zergliederten Räumen Frankens, Schwabens, Thüringens, waren das Fedewesen und das Raubrittertum einfach nicht auszurotten. Um sich vorstellen zu können, wie das funktionierte, sollte man am besten Heinrich von Kleists' Michael Kohlhaas wieder lesen. Darunter litten am meisten die Städte mit ihrem Fernhandel und ihrer Produktion gewerblicher Güter, für die sie ja ungestörte Versorgung mit Rohmaterial, etwa Baumwolle aus Italien, Erze und Rohmetall aus Ungarn und Tirol und sichere Straßen für den Transport brauchten. Sie schlossen sich also zum Zwecke der Selbstverteidigung zu Städtebündnissen zusammen. Das verstieß gegen die Bestimmungen der goldenen Bulle. Aber wer schert sich um Verbote, hinter denen keine Autorität steht? Die Städte mussten sich auch dagegen wehren, vom Kaiser an einen Landesherrn verpfändet zu werden und dadurch ihre Reichsfreiheit zu verlieren. Auch die reichsunmittelbaren Ritter bildeten ähnliche Vereinigungen, zum Beispiel die Gesellschaft mit St. Jörgenschild, um sich gegen den zunehmenden Verfall ihres politischen Einflusses und ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlagen zu wehren. Solche Bünde, besonders die der Städte, waren wiederum den Landesfürsten ein Dorn im Auge. Die wollten ihr Machtmonopol mit niemandem teilen. Und die sieben Kurfürsten beanspruchten mehr und mehr eine Art Mitregierung neben dem König oder Kaiser. Es kam zu regelrechten Kriegen, etwa 1388, als der schwäbische Städtebund gegen die Fürstenunterführung des Grafen von Württemberg unterlag. Erfolgreicher war die Schweizer Eidgenossenschaft, die sich gegen habsburgische wie burgundische Angriffe durchsetzen konnte, immer mehr zur selbstständigen politischen Komponente wurde und schließlich ganz aus dem Reich hinauswuchs. Auch für einen tüchtigen, ja genialen Herrscher wäre die komplizierte Situation zu dieser Zeit voller Gefahren und Fallstricke gewesen. König Wenzel nun war keineswegs genial und leider nicht einmal tüchtig. Ob er tatsächlich das Scheusal war, als dass ihn etliche Überlieferungen darstellen? Man sagte ihm nach, er sei so missgebildet gewesen, dass seine eigene Mutter bei seiner Geburt starb. Er sei nachts in Gesellschaft von plebeischem Gesindel durch die Straßen von Prag gezogen, habe Passanten angepöbelt und tätlich angegriffen, habe Bürgerfrauen nachgestellt und sie in einigen Fällen vergewaltigt. Den Henker habe er stets in seiner Nähe gehabt und ihn seinen Gefatter genannt. Als seinem Koch ein Braten misslungen sei, habe er ihn zur Strafe selbst auf den Bratspieß stecken lassen. Wenzel steht unter den Akteuren der Weltgeschichte auf der Verliererseite. Und Verlierern wird oft alles mögliche Üble unterstellt. Schon um auch jenes Üble zu rechtfertigen, das man ihnen selbst angetan hat. Wenzel wurde zweimal von den eigenen Verwandten, Siegesmund und Jobst, gefangen gesetzt, kam nur mit fremder Hilfe wieder frei und dies, obwohl er vorher Siegesmund in seinem Kampf um den ungarischen Thron unterstützt hatte. Ebenso waren es neben anderen Fürsten auch seine eigenen Verwandten, die seine Pläne hintertrieben, nach Rom zu ziehen und die Kaiserkrone zu gewinnen, was seine Herrschaft im Reich stabilisiert hätte. Schließlich, im Jahre 1400, setzten ihn die Kurfürsten als deutschen König ab. Er sei ein unnützer, träger, unachtsamer, entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reiches. Dies war ein bis dahin einmaliger Vorgang. Er zeigt, wie wenig reale Macht dem deutschen Königtum noch verblieben war, auch wenn sein Inhaber, wie Wenzel, ja immer noch über die beträchtlichen Mittel seines böhmischen Reiches verfügte. Aber auch innerhalb dieses Landes war Wenzels Stellung gefährdet. Betrachtet man Wenzels Politik, ohne sich allzu sehr auf Einzelheiten einzulassen, was verwirrend und ermüdend wäre, so gewinnt man vor allem den Eindruck von Unentschlossenheit, Planlosigkeit und Entscheidungsschwäche. Er unternahm nichts, um das große Schisma zu beseitigen, versuchte nicht ernsthaft, einen Romzug zu unternehmen, verheiratete seine Schwester mit dem König von England, schloss aber auch ein Bündnis mit Frankreich, näherte sich im Reich einmal den Städtebünden, ließ sie dann aber in ihrem Kampf gegen die Fürsten im Stich und brachte sie durch überzogene Steuerforderungen gegen sich auf. Er umgab sich in Böhmen mit Räten, kleinadliger und bürgerlicher Herkunft, sympathisierte zeitweise mit Volkspredigern und Sozialreformern wie Jan Hus und Hieronymus von Prag, fand aber kein Mittel, sich gegenüber dem Hochadel durchzusetzen. Er scheint einfach überfordert gewesen zu sein und sich dann auf allen möglichen Wegen von der unguten Realität absentiert zu haben, durch seine berüchtigten Wutanfälle und Exzesse der Grausamkeit. Am bekanntesten sind die Folter, Wenzel soll selbst Hand angelegt haben, und der Mord am Generalvikar des Erzbischofs von Prag, Johann von Nepomuk, den er, an ein Folterholz gebunden, von der Karlsbrücke in die Moldau werfen ließ. Dabei ging es wohl nicht, wie die Legende behauptet, um das Beichtgeheimnis von Wenzels Frau, sondern um die Finanzen des Erzbistums. Oder er flüchtete sich in moroses Grübeln und Nichtstun. Ganze Tage soll er allein in einem Zimmer verbracht haben, nur in Gesellschaft seiner Jagdhunde. Einer dieser Hunde übrigens hat Wenzels erste Frau, Johanna von Bayern, angefallen und zu Tode gebissen. Er residierte nicht auf der Prager Burg, sondern auf seinem Schloss Kunratitz, von wo aus er bequem zur Jagd aufbrechen konnte, was er immer öfter und sehr viel lieber tat, als sich seinen Regierungsgeschäften zu widmen. Auch war er wohl tatsächlich ein schwerer Alkoholiker. Bei einem Treffen in Reims im Jahre 1398 wollten ihn zwei Abgesandte des französischen Königs zu einem Festessen abholen. Aber daraus wurde nichts, weil Wenzel schon am Vormittag sturzbetrunken war. Dabei war es ohnehin eine Ausnahme, dass er in diesem Fall ins Reich und sogar an dessen westliche Grenze gekommen war. Er tat das in seiner immerhin 22-jährigen Regierungszeit nur zweimal. Einmal 1383 und dann 1397-98. Sonst blieb er lieber in Prag oder in dessen näherer Umgebung, sofern er nicht, wie zum Beispiel 1394, von seinem Vetter Jobst und der Frohende des böhmischen Hochadels gekidnappt und auf einem Schloss in Österreich festgesetzt wurde. Auch als die Krise seiner Regierung sich im Jahre 1400 immer mehr zuspitzte, wagte er es nicht, nach Deutschland zu kommen und sich zur Wehr zu setzen, weil er fürchten musste, dass man ihm während seiner Abwesenheit auch in Böhmen seinen Thron wegnehmen werde. Dass er sich dort bis zu seinem Tod im Jahre 1419 als König hielt, ist erstaunlich. Kein Wunder dagegen war es, dass die Kurfürsten nach Wenzels Absetzung wieder einen römischen König wählten, von dem sie wussten, dass ihm die Machtmittel fehlten, ein starkes Herrschertum zu errichten. Dieser Rupprecht von der Pfalz hatte von seinem Vater wohlgefüllte Kassen übernommen und man sagte ihm nach, er sei ein geschickter Verwaltungsfachmann. Als Machtbasis im Reich genügte das nicht. Rupprecht unternahm einen Zug nach Italien, kam aber nicht weit, weil die oberitalienischen Städte ihm den Weg versperrten. Diese Kämpfe zehrten seine Geldmittel auf. Sein Heer ließ ihn im Stich, er musste unverrichteter Dinge und Bankrott nach Deutschland zurückkehren, wo man Spottlieder über ihn sang. Nach zehn Jahren, 1410, hätten die Kurfürsten auch ihn wieder abgesetzt, wenn er nicht vorgezogen hätte, kurz vorher zu sterben. Jetzt war wieder das Haus Luxemburg an der Reihe. Allerdings kam es zu einer Doppelwahl. Ein Teil der Kurfürsten wählte Jobst von Meeren, einen Neffen Karls IV., ein anderer Siegesmund von Ungarn, den sieben Jahre jüngeren Halbbruder Wenzels. Da sich Wenzel selbst hartnäckig weigerte, auf den römischen Königstitel zu verzichten, gab es jetzt gleich drei deutsch-römische Könige aus dem Hause Luxemburg, ebenso wie es seit dem Konzil von Pisa 1309 drei Päpste gab. Die dort versammelten Kirchenfürsten hatten nämlich einen neuen Papst gewählt, aber die beiden Alten, der in Rom und der in Avignon, dachten nicht daran, auf ihre Würde zu verzichten. Im Reich wurde die Lösung des Problems dadurch erleichtert, dass Jobst von Meeren alsbald starb. Jetzt wurde Siegesmund als König allgemein anerkannt und noch einmal gewählt, diesmal einstimmig von allen sieben Kurfürsten. Seinen Bruder Wenzel beruhigte er durch das Versprechen, er werde sich mit dieser Königswürde begnügen, ihm aber Wenzel zu einem Romzug und zur Kaiserkrone verhelfen. Dieses Versprechen ließ er dann alsbald in Vergessenheit sinken. Das ist eines der Hauptcharakteristika des Königs und späteren Kaisers Siegesmund. Er versprach alles Mögliche und wahrscheinlich hatte er im Moment des Versprechens sogar vor, es zu halten, aber später, vor allem wenn ihm andere Dinge dazwischen kamen, dachte er nur ungern oder überhaupt nicht mehr an seine Versprechen. Im Gegensatz zu Wenzel war Siegesmund ein hochgewachsener, gut aussehender Mann. Pisanello hat ihn gemalt und gezeichnet. Er war, wie wir sahen, polyglott, auch theologisch und literarisch gebildet, ein Kenner und Sammler der Kunst seiner Zeit. Sein früher Lebenslauf erinnert ein bisschen an den Chevalier Errand, der zeitgenössischen Ritter-Epen. Mit acht Jahren verlobt war er an den Hof seines zukünftigen Schwiegervaters nach Buda geschickt worden, um sich auf sein Herrscheramt in Ungarn vorzubereiten. Warum ihn die Mutter seiner Braut, eine bosnische Prinzessin, hasste und diese Abneigung auch ihrer Tochter einimpfte, wissen wir nicht. Leicht dürfte es der Knabe in der Fremde nicht gehabt haben. Als nun Ludwig, der Große, von Ungarn und Polen im Jahre 1382 starb, fiel sein Reich auseinander. Der polnische Adel war es augenscheinlich leid, von Ungarn aus regiert zu werden. Polen ging an Tochter Jadwiga, die mit dem Landesfürsten Jagiello verheiratet war. Ungarn, zu dem damals auch Kroatien, Siebenbürgen, die Slowakei und große Teile des heutigen Rumänien gehörten, wäre an sich Siegesmunds Braut Maria zu gefallen. Aber eine Adelsfraktion stellte einen Gegenkönig auf, Ladislaus von Neapel, Anjou, nahm Ludwigs Witwe samt Tochter Maria gefangen und brachte sie auf eine Burg an der dalmatinischen Küste. Dort wurde die Mutter kurzerhand umgebracht. Daraufhin stellte sich ein anderer, größerer Teil des ungarischen Adels auf die Seite Siegesmunds. Was nicht heißt, dass sie das umsonst taten. Um den Feldzug zu finanzieren, mit dem er seine Braut erst einmal heraushauen musste, bevor er sie heiraten und damit den Anspruch auf den ungarischen Thron erwerben konnte, war Siegesmund gezwungen, sein deutsches Erbe zu verpfänden, vor allem die Mark Brandenburg samt Kurwürde und dem Amt des Reichserzkämmerers. Dieses Detail ist wichtig, weil es erklärt, warum Siegesmund im Reich keinerlei Hausmacht und keine verlässlichen Einnahmequellen mehr besaß, sondern Zeit seines Königtums immer am Rande der Pleite balancierte. Seine Finanzoperationen, die Art, wie er sich Geld borgte oder von den Städten auszahlen ließ, ohne daran zu denken, wie er es jemals erstatten könnte, wie er Städte und Herrschaftstitel verpfändete und Wechsel auf zukünftige Einnahmen aufnahm, von denen oft nicht sicher war, ob sie nicht platzen würden, das alles hat etwas Schwindelerregendes, vor allem deshalb, weil er Geld, sobald er es einmal hatte, bedenkenlos und mit vollen Händen ausgab. Wenn ihm zu Ehren ein Ball veranstaltet wurde, pflegte er jede der anwesenden Damen mit einem goldenen Ring zu beglücken. Er wurde also als junger Mann durch Heirat König von Ungarn, später auch noch römisch-deutscher König, König von Italien, der Lombardei, König von Böhmen und römischer Kaiser. Jede dieser Kronen stellte Aufgaben, die ausgereicht hätten, das Leben eines Mannes auszufüllen. Gehen wir der Reihe nach vor. Nicht chronologisch, sondern nach den einzelnen Schauplätzen. In Ungarn sah sich Sigismund einer starken Adelsopposition gegenüber, die ihn zweimal sogar gefangen setzte und ihm verbieten wollte, ausländische, vor allem italienische und deutsche Berater und Gehilfen an seinen Hof zu ziehen, die er doch brauchte, um die Ressourcen des Landes zu erschließen und eine geordnete Verwaltung aufzubauen. Zudem blieb das Verhältnis zu seiner Frau, die ja die eigentliche Erbin des Königreiches war, bis zu ihrem Tod im Jahre 1395 gestört. Von außen war das Land durch die Türken bedroht. 1396 unternahm Sigismund mit Unterstützung französischer, burgundischer und deutscher Ritter einen Kreuzzug, der mit einer Katastrophe endete. Bei Nikopolis, im heutigen Bulgarien, wurde sein Heer völlig zerschlagen. Vor allem deswegen, weil die französischen Kontingente entgegen dem Rat der erfahrenen Ungarn auf der Ehre eines schneidigen Angriffs bestanden. Sigismund entkam nur zu Schiff, die Donau hinunter, über das Schwarze Meer, Byzanz, die Ägäis und Adria. Konstantinopel blieb weiter von den Osmanen eingekreist. Und nur der Niederlage des Sultans Bayazid gegen die Mongolen im Jahre 1402 bei Ankara war es zu verdanken, dass die Türken vorläufig nicht noch weiter vordrangen. Immerhin besetzten sie die Wallachai und das Fürstentum Moldau, ungefähr dort, wo heute Moldawien liegt. Die Nachbarn hingegen benutzten Sigismunds Schwäche, um sich ihrerseits schadlos zu halten. Die Polen nahmen ihm ungarische Gebiete nördlich der Karpaten weg, das spätere Galicien. Die Venezianer, damals die stärkste Seemacht im Mittelmeer, begannen damit, sich Städte und Befestigungen an der dalmatinischen Küste anzueignen. Letzteres war besonders schmerzhaft, weil Sigismund die Venezianer eigentlich brauchte. Gegen die Türken, gegen die Anjus in Neapel und gegen die Visconti in Mailand, die nach einer vom römischen König unabhängigen Oberherrschaft in der Lombardei strebten. Trotz all dieser Fehrnisse hörte Sigismund nicht auf, einen großen, allgemein-europäischen Kreuzzug zu planen, der zum Entsatz von Byzanz, zur Wiedervereinigung der Orthodoxen mit der katholischen Kirche, zur Befreiung Jerusalems und zur Eroberung des Heiligen Landes führen sollte. Er war nicht nur, wie man über ihn geschrieben hat, ein geschickter Diplomat, aber ein schlechter Feldherr, sondern augenscheinlich ein Politiker, der zeitweise jeden Realitätsbezug hinter sich ließ. Aber wahrscheinlich musste er das sein, um der Einsicht zu entgehen, dass ein Herrschaftsgebiet, welches von Siebenbürgen bis Holland, von der Provence bis ins Baltikum reichte, mit den Mitteln seiner Zeit nicht zu bewältigen war, auch wenn ihm reichlichere Gelder, loyalere Gefolgsleute, brauchbarere Organisationsformen zur Verfügung gestanden hätten und wenn die einzelnen Bestandteile seiner Reiche nicht nur immer ihre Eigeninteressen verfolgt hätten. Im Reich, vor allem in Deutschland, musste Siegesmund versuchen, den Mangel einer Hausmacht irgendwie auszugleichen. Er belehnte seinen treuen Gefolgsmann Friedrich von Hohenzollern, Burggrafen von Nürnberg, mit der Mark Brandenburg, die er vorher an Jobst von Meeren verpendet hatte, welcher 1411 verstarb. Selbst behalten konnte Siegesmund die Mark nicht, weil er auch Erbe des Königreichs Böhmen war und die Goldene Bulle es verbot, zwei Kurfürstentümer in einer Hand zu vereinigen. Er versuchte, durch ein Zusammengehen mit den Reichsstädten und Städtebünden ein Gegengewicht gegen die Macht der Landesfürsten zu schaffen, was daran scheiterte, dass die Städte selbst sich über ihre unterschiedlichen Interessen nicht einigen konnten und andererseits die nicht unberechtigte Befürchtung hegten, dieser sprunghafte und notorisch unzuverlässige König werde sie, sollte es wirklich zum Konflikt kommen, wahrscheinlich doch im Stich lassen. Immerhin liehen ihm zum Beispiel die Nürnberger immer wieder große Summen Geldes, die sie anscheinend, je länger, desto resignierter von vornherein in den Kamin schrieben. 1427, gegen Ende seiner Regierungszeit, gelang es einem von Siegesmund beauftragten Finanzexperten sogar, zum ersten Mal eine allgemeine, direkte Reichssteuer durchzusetzen, was freilich wenig nützte, da das Reich keine ausführenden Organe hatte, die diese Steuer hätten einziehen und abliefern können. Und die Reichsstände, also die Herrscher in den Einzelterritorien, dachten nicht daran, diese Aufgabe zu übernehmen. Sofern die Steuer überhaupt erhoben wurde, kam sie nie bei Siegesmund an. Ähnlich musste der König auch in Oberitalien lavieren, das ja immer noch zum Reich gehörte. Dort standen sich Venedig und Mailand gegenüber, wobei sich Venedig nicht nur in Dalmatien, auf Kosten Ungarns, sondern auch im Friaul und auf der Terraferma, auf Kosten des Reichs, immer weiter ausdehnte und unter anderem Padua annektierte. Mailand dagegen stand für die eigene Unabhängigkeit und eine regionale Vormachtstellung. Die kleineren Gemeinwesen dort hatten mit Siegesmund das Interesse gemeinsam, dass keiner dieser beiden Großen zu mächtig wurde. Auch sie unterstützten ihn mit Geld. Aber auch ihnen blieb die Erkenntnis nicht erspart, dass sie da einen hatten, auf den sie nicht bauen konnten. Das spektakulärste Ereignis in Siegesmunds Regierungszeit war das Konzil von Konstanz von 1414 bis 1418. Dass es ihm gelang, diese bis dahin größte Kirchenversammlung aller Zeiten zustande zu bringen, und zwar auf deutschem Gebiet nördlich der Alpen, sie unter seine Schirmherrschaft zu stellen, dürfte sein ohnehin hypertrophes Selbstbewusstsein noch verstärkt haben. Er sah sich als Friedens- und Ordnungsstifter in Europa, trat noch 1415 eine weite Reise an, die ihn nach Südfrankreich, zum König von Aragon, dann nach Paris und schließlich über den Kanal nach Canterbury und London führte. Wie bei ihm üblich, immer auf Kosten anderer Leute, nämlich seiner Gastgeber. Er war mehr als ein Jahr von allen seinen Königreichen und auch vom Konzil abwesend, wurde überall prunkvoll empfangen und großzügig bewirtet. Aber dabei kam praktisch nichts heraus, weder für ihn selbst noch für das Reich, noch für die Beendigung des englisch-französischen Krieges oder für den imaginären Kreuzzug, der Europa gegen die Türken einigen sollte. Auch das Konzil von Konstanz war ja, bei aller Publikumswirksamkeit, fast möchte man sagen, bei all seinem hohen Unterhaltungswert, den hat Honoré de Balzac später auf drastische Art in seinen Contre-Latique verwertet, nur bedingt erfolgreich. Die Versammlung hatte sich drei große Themen, drei Aufgaben gestellt. Die Causa Unionis, die Frage der Einheit, die Causa Reformationis, die Frage der Reform, der kirchlichen Erneuerung, und die Causa Fidei, die Frage des Glaubens. Nur die erste Frage wurde wirklich gelöst. Einer der drei Päpste, Gregor XII., dankte von sich aus ab. Zwei, Johann XXIII. und Benedikt XIII. wurden für abgesetzt erklärt und ein neuer Papst, Martin V., gewählt, der allgemeine Anerkennung fand. Die Frage der Causa Reformationis wurde, das war schon die Meinung der Zeitgenossen, überhaupt nicht gelöst. Die Missstände in der Kirche wurden nicht wirklich bekämpft. Verwältlichung und mangelnde Bildung des Klerus, Disziplinlosigkeit in den Klöstern, Ämter und Ablasshandel. Auch die Frage, wer nun in Zukunft die höchste kirchliche Autorität sein sollte, der Papst oder das Konzil, wurde nicht beantwortet. Was die Causa Fidei, die Frage des Glaubens angeht, so entschied sich das Konzil, und zwar mit Zustimmung König Sigismunds, für die schlechteste aller möglichen, für eine schmähliche, ja, man muss sagen, für eine schändliche Lösung. Nämlich für die Verurteilung des Prager Reformpredigers Johann Hus zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Und das, obwohl Sigismund ihm bei seiner Ladung vor das Konzil freies Geleit zugesagt hatte. Liest man die Biografie Sigismunds, ist man oft versucht zu schmunzeln, über seine bizarren Finanzoperationen, sein Geschick sich sozusagen majestätisch durchzuschnorren, Misserfolge schönzureden, pompöse Kulissen vor einem Machtvakuum aufzubauen, persönlichen Charme und diplomatisches Gerede anstelle realer Mittel einzusetzen und, ständig am Bankrott entlang schrammend, ab und zu doch Erfolge zu erreichen, nicht nur beim schönen Geschlecht, als dessen galanter Verehrer er allgemein bekannt war. Aber sein Verhalten im Fall Hus ist nicht einfach die moralische Nachlässigkeit eines risikofreudigen Glücksritters, eines Halodri im Hermelin. Es ist auch nicht einfach Machiavellismus. Ein Machiavellist hätte die Folgen bedacht. Es ist schlicht ein Schurkenstück, menschenverachtend, dumm und feige. Ein König, der sein Wort bricht. Damit hat er nicht nur Jan Hus und dessen Gefährten Hieronymus von Prag in den Tod geschickt, sondern tausende seiner eigenen Untertanen in Deutschland wie in Böhmen. Ein solches Verdikt sollte begründet werden. Wer also war Jan Hus? Man muss ihn nicht unbedingt mögen. Von ländlicher Herkunft war er an der Prager Universität zum Magister und Lehrer an der Artistenfakultät aufgestiegen. Hatte durch Vermittlung eines Kollegen die Schriften des John Wycliffe kennengelernt, dessen Lehren hatte er dann in seinen Predigten in der Prager Bethlehem-Kirche verkündigt und in seinen eigenen Schriften ausgebaut. Und zwar predigte er und schrieb auch teilweise in der Volkssprache, also auf Tschechisch. Gegen die weltliche Macht der Kirche, für apostolische Armut des Klerus, für die Bestrafung aller Sünder, auch der Reichen und Mächtigen, für die Absetzung von Herrschern, die sich einer Todsünde schuldig gemacht hatten, für die Kommunion unter beiderlei Gestalt, Brot und Wein, auch für Laien, als Symbol der Gleichheit aller Christenmenschen, für die Rechte der Armen, für soziale Gerechtigkeit. Gewiss war Jan Hus in erster Linie ein religiöser Denker, in zweiter Linie ein sozialer. Er hätte sich wahrscheinlich nicht als Nationalisten gesehen. Unter seinen Anhängern waren auch Deutsche, unter seinen Gegnern Tschechen. Nur war die Lage in Böhmen, in Prag, vertrackt. Im Stadtbürgertum, unter den Großkaufleuten, den Handwerkern, den Bergleuten in Kuttenberg und Iglau, war der deutsche Bevölkerungsanteil unverhältnismäßig stark vertreten, ebenso im Klerus, besonders im Höheren. Und der Adel war, wie das Königshaus, zumindest deutsch versippt. Wer gegen Reiche und Mächtige predigte, gegen die Sünder, predigte implizit auch gegen Deutsche. Und wer soziale Gerechtigkeit verlangte, verlangte sie nicht, nur aber vor allem für Tschechen. 1409 kam es an der Universität anlässlich einer Disputation über die Thesen Wycliffs zu Streitigkeiten zwischen den vier Nationen. Die böhmische Nation unterstützte sie. Die drei anderen Nationen erklärten 45 dieser Thesen für ketzerisch. Daraufhin erließ König Wenzel, der mit der Reformbewegung sympathisierte, die sogenannten Kuttenberger Dekrete. Mit ihnen sollte das Stimmverhältnis an der Universität umgekehrt werden. Künftig hatte die böhmische Nation drei Stimmen, die sächsische, bayerische und polnische Nation zusammen nur eine Stimme. Die deutschen Professoren und Studenten reagierten mit einem Exodus. Sie verließen Prag, zogen nach Erfurt oder Wien und ein Teil von ihnen gründete in Leipzig eine neue Universität. Das war ein Braindrain für Prag, wurde aber als Sieg gefeiert. Es verhalf auch Wenzel zu einer Popularität, die ihm den Rücken gegenüber der Opposition im Hochadel und im Klerus stärkte. Jan Hus wurde zum Rektor gewählt. 1410 aber verhängte Papst Alexander V. den Kirchenbann über ihn. Seine Bücher wurden verbrannt, er bekam Predigtverbot und über Prag wurde das Interdikt verhängt. Hus floh auf eine Burg in Südböhmen, aber seine Anhänger blieben ihm treu. Seine Schriften wurden weiter verbreitet, eine Teilübersetzung der Bibel in Angriff genommen, das tschechische Kirchenlied nahm einen Aufschwung. Hier sind die Wurzeln der tschechischen Schriftsprache. Jetzt, 1414, wurde Hus vor das Konstanzer Konzil geladen, um Rechenschaft über seine Lehre abzulegen. Er folgte dieser Vorladung, nicht ohne Todesahnungen. Aber Sigismund hatte ihm, wie gesagt, freies Geleit zugesichert und Hus glaubte auch, das Konzil mit Argumenten überzeugen oder einen Kompromiss erreichen zu können. Er bekam aber nicht einmal Gelegenheit, vor dem Konzil zu sprechen, sondern wurde alsbald eingekerkert und ultimativ zum Widerruf aufgefordert. Den verweigerte er, worauf er der Ketzerei beschuldigt, angeklagt, verurteilt und am 6. Juli 1416 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. König Sigismund tat nichts, um ihn zu retten. Man hat argumentiert, Sigismunds Zusage freien Geleits sei kein Schutzbrief gegen eine Verurteilung gewesen. Auch habe sich der König in einer Zwangslage befunden, hätte er zugunsten von Hus eingegriffen und sich so gegen die orthodoxe Fraktion innerhalb des Konzils gestellt, hätte er damit riskiert, dass ein Großteil der italienischen und französischen Bischöfe abgereist wäre und somit wäre das ganze Konzil geplatzt, die Beseitigung des Schismas gescheitert. Das mag so gewesen sein. Aber es spricht gegen Sigismunds diplomatisches Geschick, zeugt von mangelnder Voraussicht, Oberflächlichkeit, Gedankenlosigkeit, dass er es überhaupt zu einer solchen Zwangslage kommen ließ und dann augenscheinlich wenig Skrupel empfand, diesen böhmischen Magister zu opfern. Der Schuss ging nach hinten los. In Böhmen war die Empörung groß. Die Landstände protestierten. Hus Anhängerschaft schwoll an zu einer Volksbewegung. Sie nannten sich Utraquisten, von Lateinisch Utraque, beide, forderten das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Armut der Kirche, Glaubensfreiheit. Ein extremer Flügel dachte an neue Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Abschaffung aller Standesschranken, privaten Besitzes von mein und dein, eine Art von religiösem Kommunismus. Große Volksmengen unternahmen Wallfahrten auf Berge und hielten dort Gottesdienste ab. Auf einem dieser Berge gründeten sie eine neue Stadt, die sie nach biblischem Vorbild Tabor nannten. Sie hielten sich für ein auserwähltes Volk, glaubten, etwas erkannt zu haben, was dem Rest Europas noch verborgen war. Natürlich spielten auch profanere Motive mit. Für den Landadel etwa die Aussicht, bei der Verteilung kirchlichen Landbesitzes das eine oder andere Schnäppchen einzuheimsen. Andere Teile der Gesellschaft blieben katholisch. Das Land Meeren stete mit starken Handelsverbindungen ins Reich wie Pilsen und Budweis. Überhaupt der größte Teil des deutschen Stadtbürgertums und der deutschsprachigen Bevölkerung in den Randgebieten. Die Spannungen nahmen ständig zu. König Wenzel, in Böhmen war er ja immer noch König, versuchte zwischen den Parteien zu lavieren. Zwischen extremen Taboriten und gemäßigten Kalixtinern, die wohl das Abendmahl in beiderlei Gestalt wollten, aber mit sozialer Revolution weniger im Sinn hatten. Einheimischen Katholiken, dem Konzil in Konstanz und Bruder Sigismund, der mit kriegerischem Eingreifen drohte, falls dem ketzerischen Spuk nicht bald ein Ende bereitet werde. Wenzel ließ also die von den Hussiten vertriebenen katholischen Geistlichen nach Prag zurückholen. Er setzte auch einen katholischen Stadtrat ein, der etliche Kelchanhänger ins Gefängnis stecken ließ. Daraufhin stürmte am 30. Juli 1419 eine wütende Menge das Prager Rathaus und warf 13 Schöffen, also 13 Stadträte, aus dem Fenster. Sie fielen in die Spieße und Heugabeln der auf dem Marktplatz gedrängten Demonstranten. Als Wenzel davon erfuhr, erlitt er einen Schlaganfall und starb kurz darauf. Wenzels zwei Ehen waren kinderlos geblieben. Sein Erbe wäre also sein Bruder gewesen, Sigismund, dem mit Böhmen, Meeren, Schlesien und der Lausitz nun endlich eine Machtgrundlage im Reich zugefallen wäre. Sein Anrecht wurde zunächst auch von niemandem bestritten. Aber die böhmischen Stände verlangten von ihm, er solle die vier Prager Artikel anerkennen, auf die sich Kalextiner und Taboriten, Volksbewegung und hussitischer Adel geeinigt hatten. Kelchkommunion, Predigtfreiheit und tschechische Messe, Armut der Priester, Bestrafung aller Öffentlichen und Todsünder. Ein solcher Kompromiss mit den Ketzern hätte Sigismunds Aussichten auf die Kaiserkrönung beeinträchtigt, die er immer noch anstrebte. Er lehnte also ab. Er wirkte von Papst Martin V. eine Kreuzzugsbulle, sammelte ein großes Heer, zog zunächst nach Meeren und dann weiter nach Prag. In Böhmen herrschten mittlerweile anarchische Verhältnisse. Ein Teil der deutschen, katholisch gebliebenen Bevölkerung war bereits vertrieben worden. Apokalyptiker unter den Frommen erwarteten für 1420 das Kommen des Antichrist und veräußerten all ihren weltlichen Besitz. Auf dem Ratschin, dem Karlstein, in anderen Burgen und Städten hielten sich aber noch königliche Besatzungen. Diese Zustände mögen Teile des böhmischen Adels bewogen haben, auf die Seite des Königs zu wechseln. So gelang es Sigismund, sich im Veitsdom mit der Wenzelskrone krönen zu lassen. Er nützte diesen Erfolg aber nicht aus, sondern ließ sich durch die Niederlage in einem kleineren Gefecht einschüchtern, zögerte und zauderte wochenlang, sodass es den Hussiten gelang, die Verteidigung der Prager Alt- und Neustadt und den Widerstand im Lande zu organisieren. Schließlich ging Sigismund wieder einmal das Geld aus. Nachdem er noch einige silberne und goldene Reliquiare in Stücke zerhackt und als Zahlungsmittel verwendet hatte, musste er seine Söldner entlassen. Der Rest seines Heeres löste sich auf, er selber zog sich nach Ungarn zurück. Militärisch sind die Hussiten nie geschlagen worden, obwohl bis 1431 noch weitere vier Kreuzzüge gegen sie geführt wurden. Sigismund selbst allerdings zog 1422 zum letzten Mal ins Feld. Dann sah er wohl ein, dass er ohne Chancen war. In Jan Zischka von Trotschnow hatten die Hussiten einen Anführer, der aus einem zusammengetrommelten Haufen von Bauern und Kleinbürgern ein schlagkräftiges Heer formte und aus dem Fehlen adelig-soldatischer Kriegskünste einen entscheidenden taktischen Vorteil machte. Seine Kämpfer zogen zu Fuß, aber mit großem Wagentross, manchmal mit Weib und Kind in den Krieg. Bewaffnet waren sie mit Spießen, Morgensternen, also nagelbestückten Dreschpflege, Armbrüsten und auch schon mit Feuerwaffen. Diese Heere waren beweglich, marschierten ausdauernd zum Gesang frommer Choräle. Nahte ein Feind, wurden die Karren zu Wagenburgen zusammengestellt, gegen die die gepanzerten Ritter und Solltknechte vergebens anrannten. Für Ritter und Söldner war der Krieg ein Beruf, mit dem man möglichst viel verdienen wollte. Man ging normalerweise mit dem Gegner einigermaßen schonend um, weil man für einen toten Feind ja kein Lösegeld verlangen konnte und auch die teure Rüstung möglichst unbeschädigt erbeuten wollte. Die Hussiten aber kämpften für ihren Glauben, für ihren Begriff von Gerechtigkeit. Bei ihnen war wenig zu holen, und sie kämpften in erster Linie nicht um Beute, sondern für die Ehre Gottes. Ihre Gegner verstanden das nicht. Für die waren sie wilde, teuflische Ketzer, Mordbrenner. Wie in jedem Krieg, in dem eine oder beide Seiten meinen, die Moral auf ihrer Seite zu haben, kam es in den Hussitenkriegen zu erschreckenden Grausamkeiten. Den Hussiten sagte man nach, sie hätten, wenn sie eine Stadt belagerten, Gefangene an die Köpfe der Ramböcke gebunden. Die deutschen Bergknappen von Kuttenberg stießen ihrerseits gefangene Hussiten über den Rand ihrer Schächte in die Tiefe. Auch vier weitere Kreuzzüge, die zwischen 1422 und 1431 unternommen wurden, endeten durchwegs mit blamablen Niederlagen der Reichsheere. In den letzten beiden Treffen warteten die Ritter erst gar nicht ab, bis es zum Kampf kam, sondern suchten ihr Heil in der Flucht, sobald sie nur aus der Ferne einen der Choräle hörten, die den Hussiten als Schlachtruf dienten. Die griffen in ihren Unternehmungen immer weiträumiger aus. Ihre Züge gingen nach Meeren, Schlesien, Sachsen, Österreich, Hessen, Bayern und bis vor Danzig. Überall verbreiteten sie Furcht und Schrecken. Auch deshalb, weil sie sich einerseits aus dem Land verpflegen mussten und andererseits nicht mit Schonung rechnen durften, wenn sie einmal unterlagen. 1424 starb Jan Zischka. Einer Legende nach haben seine Gefolgsleute den Leichnam geschunden und seine Haut als Fell über eine Trommel gespannt, sodass er sie noch im Tod gegen den Feind führen konnte. In zwei jüngeren Anführern, die beide den Namen Prokop trugen, fand er ebenbürtige Nachfolger. König Sigismund hatte sich seit 1422 nicht mehr an den Hussitenkriegen beteiligt, sondern hatte unter anderem eines seiner Lebensziele verwirklicht, indem er 1431 bis 1333 nach Italien gezogen war, auf seine eigene Art, mit längeren Aufenthalten an verschiedenen Orten, wenn ihm wieder einmal das Geld zur Weiterreise ausging und sich dort zum Kaiser krönen ließ. Seit 1431 tagte ein neues Konzil zunächst in Basel, bei dem es unter anderem zur Wahl des letzten Gegenpapstes in der Kirchengeschichte kam. Eigentlich sollte dieses Konzil die hussitische Ketzerei beseitigen. Militärisch war man daran gescheitert, also fand sich das Konzil und fand sich auch Kaiser Sigismund zu Verhandlungen bereit. Mittlerweile war die Spaltung innerhalb der hussitischen Bewegung immer tiefer geworden. Auf der einen Seite standen die plebeischen, bäuerlichen und kleinbürgerlichen Taboriten mit ihren Vorstellungen von einer Gesellschaft dergleichen und eines quasi kommunistischen Gottesstaates. Auf der anderen Seite die Kalixtiner, die sich zum großen Teil aus dem niederen Adel rekrutierten und denen vor allem daran lag, die Kirchengüter, die sie sich angeeignet hatten, nicht hergeben zu müssen. Der Konflikt wurde noch dadurch verschärft, dass das früher so reiche Land Böhmen wirtschaftlich verarmt war. Der Krieg hatte die Handelswege abgeschnitten, den Bergbau ruiniert, die Landwirtschaft verwahrlosen lassen. Viele Handwerker waren als Deutsche und Katholiken vertrieben worden oder waren emigriert. In der Schlacht bei Lipani 1434 unterlagen die Taboriten den Vereinigten Kalixtinern und Katholiken, vor allem weil ihre eigene Reiterei zum Feind überlief. Zuvor hatten sich die Sieger mit der Kirche und dem Kaiser auf die Prager Kompaktate geeinigt, die 1436 in Iglau noch einmal bekräftigt wurden. Sie gestanden in modifizierter Form zu, was die Prager Artikel gefordert hatten. Laienkelch, Predigt und Gottesdienst in der Landessprache, eine eigene Kirchenorganisation. Die Beute aus dem Kirchengut blieb ihren jetzigen Besitzern, aber die katholische Kirche konnte ihre Strukturen sehr bald wieder errichten. Kaiser Sigismund trat seine Herrschaft als König von Böhmen an. Populär dürfte er nicht gewesen sein. Auch musste er den Ständen, der Vertretung des Adels, große Konzessionen machen, und er konnte sich der gewonnenen Macht, genauso wie seiner Kaiserwürde, nur ein paar kurze Jahre erfreuen. 1437 starb er, nach einer schmerzhaften Operation, aber, wie es seine Art war, in vollem Kaiserornat. Sich mit Sigismund und den Hussiten zu beschäftigen, ist in mehrfacher Hinsicht lehrreich. Wir haben hier das erste Beispiel eines nationalen Volkskriegs, eines geschichtlich ganz neuen Phänomens. Ein Volk oder doch große Teile eines Volkes werden von einer Idee erfasst, stehen auf, kämpfen, siegen und ruinieren sich und ihr Land für diese Idee. Denn Böhmen hatte nur verloren. Die Wirtschaft lag da nieder, die führende Stellung der Prager Universität war verloren, der akademische Kontakt zum Rest Europas unterbrochen, Studenten und Professoren hatten sich verlaufen. Was blieb, war eine Provinzhochschule. Vor allem aber, und hier darf man ausnahmsweise in eine marxistische Terminologie verfallen, am meisten verloren hatten jene Teile der Gesellschaft, die die fortschrittlichsten, dynamischsten gewesen waren, die deutschen Stadtbürger, Handwerker, Bergleute, heute würde man sagen, die technische Intelligenz und die tschechischen Intellektuellen. Verloren hatte auch das starke Königtum, das so viel zur Blüte des Landes beigetragen hatte. Gewonnen hatte der Kleinadel die unbeweglichste und unproduktivste Schicht. Ihm bot sich jetzt die Möglichkeit, seine untertänigen Bauern schonungsloser auszubeuten als je zuvor. Aufschlussreich ist auch, wie verschieden dieselben Ereignisse gesehen und erzählt werden können. In der deutschen Überlieferung, vor allem in populären Sagen und lokalen Chroniken, besonders aus katholischen Gegenden, kommen die Hussiten sehr schlecht weg. Das ist damit zu erklären, dass es eben schmerzlich und erbitternd ist, mit Krieg, Plünderung, Brandschatzung überzogen zu werden, auch wenn der plündernde und brandschatzende Krieger ein Gottes- und Freiheitskämpfer ist. Bedenklich erscheint, mit welcher Nonchalance in vielen Darstellungen, auch aus jüngster Zeit, über Sigismunds verabscheuungswürdigen Wortbruch gegenüber Jan Hus hinweggegangen wird. Auch finden sich höchst selten Reflexionen darüber, was wohl dazu führte, dass die Heere des Heiligen Römischen Reiches von slavischen Bauernhaufen zu Paaren getrieben wurden oder gleich vor ihnen davonliefen. Im historischen Bewusstsein des tschechischen Volkes, nicht nur chauvinistischer Nationalisten, ist Hus auch heute noch eine Art Heiliger. Sein Denkmal steht riesig auf dem Altstädter Ring in Prag, dort, wo früher eine Mariensäule stand. Die Zeit der Hussitenkriege und des Hussitenkönigs Georg von Pogibrat gilt als ein Heldenzeitalter, als Beweis dafür, dass demokratisches Denken und Fühlen tief im Nationalcharakter verwurzelt sind. Dass es auch eine Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs und der geistigen Isolierung vom übrigen Europa war, fällt dagegen weniger in Betracht. Wir können über das Bild, das andere von sich selbst haben, nicht urteilen. Wir sollten nur versuchen, es zu sehen und zu verstehen. Wer alt genug ist, um vor 1971 das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland besucht zu haben, wird sich mit einer Mischung von Betretenheit und Amüsement daran erinnern, wie er dort zum ersten Mal etwas bezahlen wollte. Eine Packung Woodbinds oder Players, Fish and Chips im Lions Corner House, die Hotelrechnung oder ein Tweetjacket bei Harrods. Dabei blieb ihm nichts anderes übrig, als unbedingtes Vertrauen in die Ehrlichkeit des Verkäufers zu setzen, denn nachrechnen konnte der an das Dezimalsystem gewöhnte Kontinentaleuropäer weder den Preis noch das Wechselgeld. Letzteres konnte er oft nicht einmal nachzählen, weil er die Münzen nicht richtig einzuordnen oder auseinanderzuhalten vermochte. Währungseinheit war, damals wie heute, das britische Pfund oder Pfund Sterling. Dieses war unterteilt in 20 Schillings und ein Schilling war wiederum 12 Pence wert, das Pfund also 240 Pence. Es gab aber auch schöne Silbermünzen, die Florian und Half a Crown hießen und 2 Schilling bzw. 2 Schilling und 6 Pence wert waren. Zur halben Krone existierte indes keine ganze. Dagegen gab es Münzen zu einem halben Schilling, 6 Pence, einem halben und einem viertel Penny, Farthing. Erstand der Tourist sein Tweetjacket nicht bei Harrods, sondern in der Bond Street, wo alles etwas feiner und teurer ist, dann wurde der Preis nicht in Pfund berechnet, sondern in Guineas. Und eine Guinea zählte nicht 20, sondern 21 Schilling und war eine reine Rechnungseinheit. Es existierten keine Guinea-Noten oder Münzen. In den ersten Tagen seines Aufenthalts kam man aus dem Staunen nicht heraus, mit welch selbstverständlicher Geläufigkeit Verkäuferinnen und Kellner mit diesem komplizierten, in unseren Augen leicht irrsinnigen System rechneten, und zwar im Kopf, denn Scanner und Strichcodes oder Taschenrechner waren damals noch unbekannt. Unser Kopfschütteln über diese Ausgeburt britischer Splienigkeit hätten wir uns allerdings sparen können, da das System ursprünglich gar nicht aus England, sondern von einem Kontinentaleuropäer stammte, nämlich von Karl dem Großen. Dieser ordnete im Jahre 794 an, dass fortan im ganzen Reich nach der Münzordnung seines Vaters Pippin verfahren werden und auf ein Pfund 491 Gramm Silber 20 Solidi gerechnet werden sollten, der Solidus aber wiederum in zwölf Denarii zu unterteilen sei. Der Solidus hieß auf Deutsch Schilling, der Denar Pfennig. Das Pfund war also ursprünglich tatsächlich eine Gewichtseinheit, ebenso wie später die Mark, ein halbes Pfund. Die italienische und die türkische Lira leiten ihre Namen ebenfalls von dem Wort für ein Pfund ab, ebenso das Livre, mit dem in Frankreich bis zur Großen Revolution gezahlt wurde. Aus dem Solidus ist dort der Suh geworden, der zwar nicht als Zahlungsmittel, aber redensartlich bis heute weiterlebt. Das Geld war genauso viel wert wie sein Gewicht in Edelmetall, meist Silber. Goldprägungen gab es in Byzanz, in Europa kamen sie erst im Hochmittelalter wieder auf. Die Prägung stellte ein Garantiezeichen dar, mit dem der König bzw. sein Münzmeister sich für Schrot und Korn der Münze verbürgte. Schrot bedeutet das Gesamtgewicht der Münze, Korn, ihrem Feingehalt, den prozentualen Anteil an wirklichem Edelmetall. Daher unsere Redewendung von echtem Schrot und Korn. Da die Münzen auf primitive Art von Hand geschlagen wurden, war ihr Gewicht trotzdem von Anfang an unterschiedlich. Deshalb wurden größere Summen nicht gezählt, sondern gewogen. Ein Pfund Pfennige, sagte man. Das Gewicht eines Pfennigs konnte 0,8 oder auch 1,5 Gramm betragen. Durchschnitt war 1,1 Gramm. Nach heutiger Kaufkraft etwa 30 Euro. Kleinere Werte brauchte man kaum, da die Menschen, solange sie fast ausschließlich in Willikationen, auf Frohnhöfen, also auf dem Lande lebten, die meisten Artikel des täglichen Bedarfs selbst herstellten oder durch Tauschhandel erwarben. Geld brauchte man nur für größere Transaktionen, im Fernhandel oder um Werte aufzubewahren. Das änderte sich erst mit Aufkommen der Städte, ihrer Gewerbe und ihrer Märkte. Das System scheint sich bewährt zu haben, denn es wurde überall in Europa übernommen, auch außerhalb des Karolinger Reiches. Auch im Heiligen Römischen Reich der Deutschen kursierte bis ins 11. Jahrhundert ein einheitlicher Pfennig und das Münzregal, also das Recht, Münzen schlagen zu lassen, lag beim König. Nun haben wir bereits gesehen, dass die deutschen Könige und Kaiser dieses, wie auch andere Regalien, immer öfter an die Landesfürsten verpfändeten, verkauften oder um momentaner Vorteile willen vergaben. In seinen zwei großen Erlassen, der Konföderatio cum Principibus Ecclesiasticis und dem Statutum in favorem Principum, verzichtete Friedrich II. ausdrücklich auf sein königliches Recht auf dem Gebiet der geistlichen und weltlichen Reichsfürsten neue Münzstätten zu errichten. Auch kleinere Herren wie etwa Reichsgrafen und einzelne Städte wie Nürnberg, Erfurt, Basel erhielten das Münzrecht oder usurpierten es. Im 15. Jahrhundert gab es in Deutschland etwa 500 Münzstätten und jede von ihnen prägte eigenes Geld. Die Münzherren achteten darauf, dass auf den Märkten ihres Gebiets nur mit ihrer eigenen Währung bezahlt wurde. Wer fremde Währung mitbrachte, wurde unter Strafandrohung gezwungen, sie umzutauschen, was natürlich kostenpflichtig war. Auch war es Privatleuten verboten, ungemünzte Silberwaren zu besitzen. Wahrscheinlich haben Kaufleute, die die ständigen Umtauschgebühren umgehen wollten, dieses Verbot oft ignoriert, aber hinderlich war es trotzdem. Die Vielfalt der Landeswährungen wäre noch angegangen, wenn sich alle Münzherren an einen einheitlichen Münzfuß, an einen allgemeingültigen Standard für Schrot und Korn gehalten hätten. Aber bei dem Mangel an Kontrolle war dies keineswegs der Fall. Nicht nur Kaiser wie Karl IV. oder Siegesmund, sondern auch kleinere Obrigkeiten waren des öfteren knapp bei Kasse, manche von ihnen ständig. Was lag da näher, als an der Währung zu manipulieren? Man tat dies ganz offen und ungeniert durch Münzverruf. Daher kommt unser Ausdruck, etwas oder jemand sei verrufen. Also, indem man eine bestimmte Münzsorte für ungültig erklärte und sie gegen eine neue austauschte. Dabei bekam der Eintauschende dann etwa für vier alte Münzen nur drei neue. Die vierte wurde als Steuer einbehalten. Solche Münzverrufe gab es an manchen Orten bis zu dreimal in einem Jahr. Zudem änderte man mehr oder meist weniger offen das Gewicht und den Feingehalt der Münzen. Der Pfennig wurde immer leichter, wog statt 1,1 nur mehr 0,8 oder 0,5 Gramm und enthielt statt Silber einen erhöhten Anteil an Kupfer oder Zinn. Oder man gab Münzen aus, die den alten zwar ähnelten und die gleiche Bezeichnung führten, aber von vornherein ein geringeres Gewicht oder einen niedrigeren Feingehalt aufwiesen. Man schmolz das eingesammelte, gute fremde Geld ein, setzte unedles Metall zu und prägte neu. Kam das zahlende Publikum hinter solche Tricksereien, sank der Wert der betreffenden Landeswährung im Vergleich zu den Währungen der Nachbarterritorien. Um dies zu vermeiden, verboten die Landesherren den Kaufleuten auch den Besitz von Feinwagen. Auch war es nach dem damaligen Stand der Technik kaum möglich, den Feingehalt einer Münze zu überprüfen. Experten konnten an ihrem Klang oder indem sie auf das Silberbissen feststellen, ob es sich um gutes oder schlechtes Geld handelte. Man musste gerissen und auf alles gefasst sein, wenn man mit Geld zu tun hatte. So wuchs der Berufsstand der Geldwechsler, die sich zu einer Art früher Bankiers entwickelten. Da die Kirche verbot, Geld gegen Zinsen zu verleihen, waren das oft Juden, oder auch Lombarden, die sich in Wirtschaftsdingen dem Rest Europas weit voraus um dieses Verbot wenig scherten. Als Lombardsatz bezeichnet man heute noch den Zinssatz der Bundesbank für als Pfand hinterlegte Sachwerte. Und viele Ausdrücke im Bankwesen wie Konto, Netto, Brutto, Disagio und so weiter stammen aus dem Italienischen. Der Wert des Pfennigs jedenfalls sank immer weiter. Im 17. Jahrhundert wurde er dann zur reinen Kupfermünze, obwohl man stellenweise noch versuchte, ihn durch Weißsieden oder durch Überzug mit einer dünnen Silberschicht sein wertvolles Aussehen zu bewahren. So ein Betrug flog nach kurzem Gebrauch auf, wenn der kupferne Kern wieder zum Vorschein kam. Die kleinen Leute wehrten sich gegen die Betrügereien der Großen auf ihre Weise. Von den unregelmäßigen Rändern guter Silbermünzen schnitten oder feilten sie kleine Stücke ab und schmolzen sie zu Barren ein. Das war streng verboten und wurde hart bestraft, sogar mit dem Tod, vorausgesetzt, man wurde erwischt. 1266 ließ Ludwig der Heilige, König von Frankreich, eine Münze aus vier Gramm Silber prägen, die Grossus Denarius Turnosus genannt wurde, dicker Pfennig aus Tur. Sie erfreute sich großer Beliebtheit und wurde deshalb auch außerhalb Frankreichs nachgeprägt, zuerst im Elsass, dann in Köln, in Böhmen, in Sachsen und anderswo. Der Groschen, wie dieses Geld in Deutschland genannt wurde, erlitt ein ähnliches Schicksal wie der Pfennig, wurde durch schleichende Inflation und Münzverschlechterung immer weiter entwertet, bis er schließlich zur Kupfer- und dann zur Scheidemünze herabsank. Scheidemünzen sind solche Geldstücke, deren aufgeprägter Wert viel höher liegt als ihr Materialwert. Alle Münzen, die wir heute noch benutzen, sind Scheidemünzen. In Norddeutschland bezeichnete man bis zur Einführung des Euro ein Zehn-Pfennig-Stück als Groschen. In Österreich hieß und in Polen heißt die kleinste Geldeinheit heute noch so. War eine Münzsorte erfolgreich und beim Publikum beliebt, so wurde sie alsbald kopiert und nachgemacht. Das passierte nicht nur dem Groschen, sondern auch dem in Schwäbisch Hall geprägten Haller Pfennig, dem Heller, so heißt die kleine Münzeinheit heute in Tschechien und der Slowakei, und dem im 16. Jahrhundert im böhmischen Erzgebirge geprägten Joachimsthaler Guldengroschen, kurz Joachimsthaler oder einfach Thaler genannt. Der, eine Münze von ursprünglich 27,2 Gramm Feingehalt, war in Norddeutschland bis zur Einführung der Mark 1876 gängige Währung. Als Maria Theresia Thaler wurde er später in den Orient exportiert und in Äthiopien war er bis ins 20. Jahrhundert hinein gültiges Zahlungsmittel, angeblich wegen des üppigen Dekolletes auf dem Münzbild der Kaiserin. Der Dollar und der kroatische Tolar leiten ihre Namen vom Thaler ab. Fürsten, die ihre Steuereinkünfte berechenbar und wertbeständig halten wollten, vor allem aber Städte mit weitgespannten Handelsbeziehungen, versuchten immer wieder dem Währungsverfall entgegenzuwirken. Heinrich II. von England ließ für den Handel mit östlichen Ländern eine eigene Silbermünze prägen, die er Easterling nannte. Davon kommt das Sterling in Pfund Sterling oder Sterling Silber im Sinne von echt oder unverfälscht. In Deutschland versuchten die Städte, den Territorialherren das Münzregal abzukaufen und selbst in die Hand zu nehmen, und wenn ihnen das gelang, schafften sie die Münzverrufungen ab und führten einen ewigen Pfennig ein. Ewig dauert bekanntlich nichts auf Erden, aber immerhin gelang es zuweilen, den Wert einer solchen Prägung über einige Jahrzehnte hinweg stabil zu halten. Da das Rechnen und Zählen mit immer unterschiedlicheren, minderwertigeren Geldsorten zu hohen Nennwerten, besonders bei größeren Geschäften, sehr unpraktisch war, gab man auch wieder Goldmünzen aus, wovon man seit der Karolinger Zeit abgekommen war. Den Anfang machte Friedrich II. mit dem Aureus, der allerdings nur in seinem süditalienischen Königreich kursierte. Florenz folgte 1252 mit einer Goldmünze von 3,5 Gramm, auf die eine Lilie geprägt war, das Symbol der Stadt und die deshalb Florenus genannt wurde. In Deutschland sagte man Gulden, also Goldstück dazu, aber die Abkürzung schrieb sich auch hier FL. Dieser Gulden wurde alsbald in ganz Europa nachgeprägt, in Böhmen, Ungarn, dem Rheinland, in Sachsen und Holland. Auch das eingangs erwähnte britische Zwei-Schilling-Stück hatte seinen Namen Florin daher. Und als Gold knapp wurde, prägte man einfach große Silbermünzen im Wert eines Guldens. Es entstand der Silbergulden, was ein Widerspruch in sich selbst ist. Überhaupt war es nicht ganz unbedenklich, eine Bimetall-Währung einzuführen, Gold und Silber gleichzeitig als Maßstab für Warenwerte zu gebrauchen. Ursprünglich setzte man die Goldmünze in eine bestimmte Relation zum Silber. Da sich die Kurse von Gold und Silber aber nicht parallel, sondern unterschiedlich entwickelten, musste man diese Relation immer neu berechnen, was das ohnehin komplizierte Geldwesen noch unübersichtlicher machte. Daher auch die oben erwähnte, seltsam anmutende Rechnerei in britischen Pfund und Guinnies. Die Guinea war zunächst ein Goldstück im Wert von einem Pfund, aber da der Goldpreis schneller stieg als der von Silber, war sie bald 21 statt 20 Schilling wert. Und dabei blieb es, auch als der Goldstandard abgeschafft wurde und nur mehr Banknoten und Scheidemünzen kursierten. Eine andere Goldmünze war der seit dem späten 13. Jahrhundert in Venedig geprägte Dukat. Auch er wurde nördlich der Alpen verschiedentlich nachgeprägt und man nannte ihn dort auch Krone. Davon haben die heutigen skandinavischen Währungen ihren Namen, aber auch die tschechische und die slowakische. Auch in Österreich-Ungarn kursierte von 1892 bis 1918 eine Kronenwährung und die britische Hafe-Crown erinnerte bis 1971 an den Dukaten. Goldstücke war nur etwas für große Geschäfte unter reichen Leuten. Der kleine Mann hatte, wenn überhaupt, Kupfer und allenfalls Silber im Beutel und der Wertverfall dieser Münzen folgte augenscheinlich einer Art Naturgesetz und war nicht aufzuhalten. Im 15. Jahrhundert 1458 bis 1460 kam es in Bayern und Österreich zur ersten Hyperinflation der deutschen Währungsgeschichte. Mehrere Münzherren, so die Bischöfe von Passau und Salzburg, der Graf von Oettingen, die Landgrafen von Hals, aber auch der Kaiser Friedrich III. und sein Bruder Albrecht von Österreich begannen, schlechte Pfennige und Kreuzer, vier Pfennigstücke auszugeben. Um 1400 war der ungarische Gulden 150 Pfennige wert gewesen. Anfang 1458 waren es 222 Pfennige. Das war eine noch erträgliche Inflationsrate. Anfang 1459 war er auf 300 Pfennige gestiegen. Ende 1459 auf 960 Pfennige. Im April 1460 auf 3686 Pfennige, also auf mehr als das Zwölffache seines Wertes von 1459. Zugleich war der Silberanteil des Pfennigs von 16 auf 3% gesunken. Der Grund für diese Münzverschlechterung waren Konflikte der Feudalherren untereinander, vor allem Erbstreitigkeiten zwischen den Brüdern Friedrich und Albrecht. Leidtragende waren die kleinen Leute, die sich mit irrsinnigen Preissteigerungen konfrontiert sahen und ähnlich reagierten wie später die Menschen in der Hyperinflation von 1923. Man hortete alte, gute Pfennige und wer böhmische Groschen hatte, konnte dafür alles kaufen, so wie 1923 der Besitzer von Dollars. Die Leute nannten das schlechte Geld Schinderlinge. Der Schinder oder der Abdecker übte einen verachteten, unehrlichen Beruf aus, ähnlich wie der Henker. Ein Landtag wandte sich an den Kaiser, alle Kriege, Raub und Brand hätten das Land nicht so hoch erärmet, als dies durch den Schinderling geschehen sei und noch täglich geschehe. Alle Handel im Land Stocke. So steht es in einem zeitgenössischen Bericht. Schließlich hatten die Mächtigen ein Einsehen, dass es ihnen nichts einbrachte, wenn ihre Leute verelendeten. Es wurden wieder gute Pfennige ausgegeben, 180 auf einen ungarischen Gulden. Nach heutigen Begriffen war die gesamte Umlaufmenge an Geld auch im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit noch sehr niedrig. Für das Jahr 1500 schätzt man einen Gesamtbestand von 3500 Tonnen Gold und 37500 Tonnen Silber für ganz Europa. Erst im Laufe des 16. Jahrhunderts kamen vor allem aus den südamerikanischen Kolonien Spaniens, aber auch durch intensivierten Bergbau etwa im Erzgebirge, in Tirol und in Siebenbürgen größere Mengen Edelmetall auf den Markt. Das verstärkte die inflatorischen Tendenzen. Leidtragende waren nicht nur die Unterschichten in den Städten, sondern auch der niedere Adel. Dessen Angehörige hatten sich ihre Einkünfte, vor allem die Abgaben der hörigen Bauern zum Teil verrenten, in Geldzahlungen umwandeln lassen. Diese Einkünfte wurden durch den Geldverfall immer weniger wert. Die Bauern dagegen konnten wegen des Wachstums der Städte für ihre Produkte höhere Preise verlangen, was wiederum die gewerblichen Erzeugnisse aus den Städten verteuerte. Viele Ritter durchschauten diesen Marktmechanismus nicht, empfanden ihn als ungerecht. Das trug zum Chaos auf den Landstraßen, zu Wegelagerei, Raubritterwesen und ganz allgemein zur sozialen Unruhe bei. Auf Reisen Geld mit sich zu führen, zumal in größeren Mengen war riskant. Fernkaufleute gingen ab dem 12. 13. Jahrhundert dazu über, in Städten, wo sie geschäftlich öfter zu tun hatten, Geld bei einem Geldwechsler zu deponieren. Hatte ein Geschäftsfreund ebenfalls ein Depot bei dem gleichen Wechsler, konnte der Preis einer Ware von einem Depot, wir würden sagen Konto, auf das andere überwiesen werden. Der bargeldlose Zahlungsverkehr war erfunden. Später erfolgten dann auch Überweisungen von einem Wechsler zum anderen, zwischen Firmen in verschiedenen Städten, ja in ganz Europa. Und wenn ein Kaufmann in einem Moment nicht liquide war, stellte er Wechsel aus, Zahlungsversprechen für einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, die der Empfänger seinerseits als Geldwert weitergeben konnte. Dieses Buchgeld befreite den Großkaufmann von der Notwendigkeit, den Wagenzug mit seiner Ware selbst über die Landstraße zu begleiten. Stattdessen hatte er in jeder größeren Handelsmetropole seine Beauftragten, Faktoren genannt und betrieb seine Geschäfte schriftlich vom heimischen Kontor aus. Kaufleute, die dieses Spiel beherrschten, stiegen manchmal zu den Superreichen der Zeit auf. Die Medici in Florenz, Fucker und Welser in Augsburg, die Pirkheimer in Nürnberg. Die Handelsgehilfen in der Fremde lebten mancherorts genossenschaftlich, auch mit eigenem Recht und in eigenen Quartieren zusammen. So im Fondacodee Tedeschi in Venedig, das Gebäude steht noch, es beherbergt heute das Hauptpostamt, oder im Londoner Stahlhof. Ein solcher Zusammenschluss von Kaufleuten in fernen Häfen gab den Anstoß zur Bildung des mächtigsten Städtebundes, der norddeutschen Handel.